Graviton, bei Erich Schander, 2008, gelesen für den Action-Verlag von Markus Raab. Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei ein Deutscher, und die Franzosen, ich sei ein Weltbürger. Erweist sich meine Theorie als falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei ein Deutscher, und die Deutschen, ich sei Jude. Albert Einstein Prolog Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom, Albert Einstein. Roberto Grandona dachte an seine Chicas, als sie von King George gestartet waren und die vorgeschriebene Flughöhe erreicht hatten. Im Gegensatz zu den letzten Tagen war die Wetterlage heute überraschend ruhig, und die Hercules schnurrte ohne Probleme über die Drake-Straße. Passagiere hatten sie dieses Mal nicht an Bord, nur ein paar Container waren angeladen worden. Carlos, sein Co-Pilot, schlief bereits in seinem Sitz. Es gab auf so einem windstillen Routineflug in die Antarktis ohnehin nicht viel zu tun. Wenn jedoch die tückischen Fallwinde erst einmal einsetzten, war höchste Konzentration gefordert. Ein Fehler konnte dann den Tod bedeuten. Bis Hilfe kam, war es meist zu spät. Im letzten Herbst hatte es eine Maschine bei der Landung in King George erwischt, eine vollbeladene Kassa, die von der Landebahn abgekommen war. Sie wurde kurz vor dem Aufsetzen einfach seitlich nach unten gedrückt und platzte auseinander wie eine Konservendose. Beide Piloten und drei Passagiere kamen ums Leben. Heute aber könnte sogar seine Chica, die Hercules, nach Hause fliegen, dachte Grondona schmunzelnd. Sie könnte auf seinem Schoß sitzen und den Steuerknüppel auf und ab bewegen. Immer noch lächelnd blickte er auf die Borduhr. In etwa drei Stunden durfte er Punta Arenas erreicht haben, zwei Stunden später dann bei seiner Chica sein und die nächsten beiden Tage nicht mehr aus ihrem Bett kommen, so wie immer, wenn er ein paar Tage frei hatte. Sie war bestimmt wieder unersättlich, ein zuckendes Raubtier, von dem er sich nur zu gerne auffressen ließ. Grondona gab sich weiter seinen Fantasien hin. Das Meer lag wie eine blaue Pfütze unter ihm, nur ab und zu unterbrochen von kleinen Schelfeisbrocken, die träge nach Westen drifteten. Er ließ die Hercules etwas tiefer sinken bis auf neunhundert Fuß und korrigierte leicht den Kurs. »Nu se como podre enviarte esto«, begann er leise, ein melancholisches Liebeslied anzustimmen, als er plötzlich das Schiff entdeckte. Es war rund zwei Meilen entfernt und wurde schnell größer. Grondona hörte auf zu singen und tippte seinem dösenden Co-Piloten auf die Schulter. »Carlos, wach auf!« Carlos brummte ungehalten. »Mann, was ist los?« »Ein Schiff vor uns. Sieht aus wie ein Eisbrecher. Ist der bei uns gemeldet?« »Woher soll ich das wissen?«, knurrte Carlos zurück. »Funk ihn doch an, dann weißt du es.« Er verschränkte die Arme und lehnte sich wieder zurück. »Lass mich weiter schlafen«, murmelte er noch gähnend, bevor er wieder die Augen schloss. Grondona ergriff nach dem Mikrofon, überlegte es sich aber dann anders. Wenn der Eisbrecher vor ihm tatsächlich seine Fahrt beim chilenischen Militär nicht angemeldet hatte, musste er Meldung erstatten. Und das hieß für ihn Schreibarbeit, Rapport beim Vorgesetzten und unter Umständen Zwangsdienst, bis ein Aufklärungsflugzeug seine Meldung bestätigen würde. Und seine Chica würde sich einen anderen in ihr Bett nehmen. Mit einem kurzen Seitenblick auf Carlos beschloss Grondona, das Schiff zu vergessen. Er blickte aus dem Seitenfenster nach unten, als er es überflog. Der Eisbrecher hatte schon bessere Zeiten erlebt. Der Rost hing an ihm wie verwelktes Laub an einem Baum. Grondona kniff die Augen zusammen, um den Namen des Schiffes entziffern zu können, aber das Flugzeug war zu hoch und auch zu schnell dafür. Offenbar war es ein russisches Schiff, denn er hatte einige kyrillische Zeichen gesehen. Das einzig Ungewöhnliche an dem Schiff war eine große Parabolantenne auf dem Achterdeck, die fast senkrecht nach oben ausgerichtet war. Menschen waren am Deck nicht zu sehen. Die Herkules besaß eine schwenkbare Bordkamera und Grondona beschloss, sicherheitshalber doch ein paar Aufnahmen des Eisbrechers zu machen. Er schaltete den kleinen Kontrollmonitor über seinem Kopf ein und bewegte die Kamera mit einem Joystick, bis sie das Schiff auf dem Monitor zeigte. Grondona vergrößerte es und wollte gerade auf den Auslöseknopf drücken, als das Schiff plötzlich vom Bildschirm verschwand. Es tauchte nicht gurgelnd unter und es explodierte auch nicht. Es war so schlagartig weg, als hätte es den Eisbrecher nie gegeben. Grondona schüttelte unglaublich den Kopf. Dann zog er die Herkules in eine enge Schleife und ließ sie nach unten gleiten. In knapp 200 Fuß über dem Meer kreiste er über der Stelle, an der das Schiff verschwunden war. Carlos, der von dem Manöver wach geworden war, blinzelte ihn verständnislos an. »Was soll das?« fragte er Grondona. »Und wieso spinnt der Kompass?« Grondona blickte auf den runden Kompass. Die Nadel drehte sich rasend schnell im Gegenuhrzeigersinn. »Keine Ahnung, wahrscheinlich eine magnetische Störung. Kommt doch öfters mal vor.« Aber Carlos schien nicht davon überzeugt zu sein. Zweifelnd starrte er weiter auf den Kompass, während Grondona nach irgendwelchen Spuren des verschwundenen Eisbrechers Ausschau hielt. Er verkleinerte die Schleife und dann bemerkte er es doch noch. An der Stelle, wo das Schiff verschwunden war, hatte sich eine Mulde im Meer gebildet. Es sah von oben aus, als läge eine unsichtbare, riesige Glasmurmel auf der Meeresoberfläche. »Carlos, schau dir das hier an und sag mir, ob ich verrückt bin,« murmelte Grondona mit belegter Stimme. Carlos beugte sich zu ihm hinüber und blickte ebenfalls auf das seltsame Phänomen. »Fotografieren!« rief er aufgeregt. Doch als er nach dem Joystick griff, wurde der Monitor dunkel. Auch alle Kontrolllampen erloschen gleichzeitig. Am schlimmsten jedoch war das Geräusch der absterbenden Motoren, die nach ein paar kurzen Aussetzern stillstanden. Die Herkules schmierte sofort ab. Grondona und Carlos schrien noch, als das taumelnde Flugzeug in dem seltsamen Trichter versank. Ein paar Minuten später lag das Meer wieder ruhig unter der tiefstehenden Sonne. Kapitel 1 Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein Das Piepsen aus dem Lautsprecher klang ein bisschen dünn, war aber trotzdem unüberhörbar. Wissner fluchte verhalten, als er die neue Stellung auf dem Monitor betrachtete. Jünger hingegen grünzte ihn mit schadenfroher Mine an. Das war's dann wohl, Kollege. Du hast doch diese Partie definitiv verloren. Ich hab dir gleich gesagt, dass du gegen den Computer keine Chance hast. Gib auf. Wissner starrte seinen Kollegen wütend an und hob die Hand, um den Rechner auszuschalten. Du hast doch die ganze Zeit zugeschaut, oder? Ist dir vielleicht etwas eingefallen? Nein, also quatsch mich am heiligen Abend nicht schräg an. Diese Scheißprogramme können überhaupt nichts außer schnell rechnen, verstehst du? Sie sind dumm, blöde und können nur stoisch ihre Möglichkeiten durchrechnen, nicht sonst. Ach, wieso reg ich mich eigentlich auf, wenn ich gegen diese blöde Software mal wieder den Kürzeren ziehe? Dich schlage ich sogar noch, wenn ich die eine Dame vorgebe. Bevor Jünger antworten konnte, klopfte jemand an die Panzerglas-Scheibe des von innen verschlossenen Büros. Wissners Hand blieb über dem Ausschalter schweben. Vor dem Fenster stand ein Patient in Anstaltskleidung und bewegte lautlos den Mund. Jünger beugte sich nach vorne zu einem kleinen Schaltpult, um die Gegensprechanlage mit einem Tastendruck einzuschalten. Sind Sie fertig, Meinhard? fragte er den Patienten im Flur. Ja, klang es scheppern zurück. Das ist die letzte Fuhre aus der Wäscherei. Ich möchte wieder zurück in die Geschlossene. Öffnen Sie mir bitte die Schleuse. Ich schiebe nur noch den leeren Wagen in die Abstellkammer. Jünger nickte und drückte einen anderen Knopf des Pultes, der die Stahltür zur Seite gleiten ließ. Ein kurzer Flur wurde sichtbar, an dessen Ende sich ein Aufzug befand. Meinhard schob den scheppernden Aluminiumkleiderwagen durch die schmale Tür des Abstellraums, der sich schräg gegenüber der Büroglas-Scheibe befand, unmittelbar vor der Schleuse. Als er wieder heraus trat, bückte er sich, um einen Kleiderbügel aufzuheben, der offenbar vom Wagen gefallen war. Mit einem Achselzucken ging er noch einmal zurück in die Abstellkammer. Dann machte er Anstalten, durch die Schleuse zum Aufzug zu gehen, aber Wissner rief ihn über die Gegensprechanlage zurück. Meinhard, Sie verstehen doch was von Schach. Meinhard blieb stehen, nickte und trat dann näher. Ja, ein wenig, Jünger lächelte. Ein wenig? Sie sind doch bisher der Einzige, der das Ding schon ein paar Mal besiegen konnte. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Außerdem machen Sie doch sowieso nichts anderes, als Rätselliteratur zu lesen, wenn Sie nicht gerade in der Wäscherei arbeiten. Wissner drehte den Bildschirm etwas zur Seite, damit Meinhard darauf blicken konnte. Sehen Sie sich diese beschissene Stellung hier an. Ich spiele weiß und bin am Zug. Meinhard blickte auf den Monitor, der ein Schachspiel abbildete. Hinter dem Schreibtisch befand sich ein großes Fenster, dessen Ecken von Eisblumen ausgefüllt waren. Dazwischen gähnte das Grau der beginnenden Dämmerung. Mehr als der Himmel war es diesem Fenster im Feltenstock nicht zu sehen. Die Klinik befand sich auf einer kleinen Anhöhe. Aber Meinhard wusste, dass die nächsten Häuser kamen 50 Meter weiter unten lagen. Häuser, in denen normale Menschen darauf warteten, dass es dunkel wurde, um die Weihnachtskerzen anzuzünden und das große Fest zu feiern. In der Klinik wurde nicht gefeiert. In den zwölf Jahren, die er seit seiner Zwangseinweisung hier bereits verbracht hatte, war jeder Tag wie der vorige. Nur die Gesichter der Menschen darin veränderten sich. Und ab und zu verschwand jemand über Nacht, war gestorben oder verlegt worden und wurde bald darauf von einem Neuankömmling ersetzt. Erst jetzt, als Meinhard darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass die meisten Pfleger und Leute von der Sicherheit schon dagewesen waren, als man ihn hierher brachte. Seltsam, murmelte er. Was soll denn darin seltsam sein, Meinhard? polterte Wissner über die Gegensprechanlage. Sie sehen doch, dass Schwarz die Partie gewinnen wird. Meinhard räusperte sich kurz, lächelte entschuldigend und konzentrierte sich dann auf das auf dem Monitor dargestellte Schachbrett. Auf den ersten Blick schien es tatsächlich unmöglich zu sein, angesichts des entlaufenden schwarzen Bauern auf A3, diese Partie mit Weiß noch zu gewinnen. Meinhard runzelte die Stirn, während Jünger und Wissner mit verschränkten Armen hinter der Scheibe stehend auf seine Meinung warteten. Nur das leise Summen der Gegensprechanlage war zu hören. Nach kaum einer Minute hatte Meinhard dank seines guten Erinnerungsvermögens eine Lösung gefunden. Irgendwann hatte er so einen Spielverlauf schon einmal nachvollzogen. War es nicht Bobby Fischer gewesen, damals gegen Spassky? Oder einer der früheren Großmeister? Er grübelte noch darüber nach, aber Wissners Stimme riss ihn aus seinen Überlegungen. Na, was ist Meinhard? Auch keine Idee? Ha, dachte ich mir doch. Meinhard blickte ihn einige Sekunden schweigend durch die Scheibe an. Springer B8 nach C6, begann er plötzlich zu erklären. Damit droht als nächstes Springer C6 nach B4, nebst Schach mit Blockade des A-Bauern und... Was? unterbrach ihn Wissner und deutete anklagend auf dem Bildschirm. Ich soll auch noch meine letzten Figuren opfern? Sie müssen ja verrückt sein, Meinhard. Jünger kratzte sich am Kopf, während Meinhard einen Moment darüber nachdachte, wie paradox Wissners Vorwurf war. Natürlich war er verrückt, sonst wäre er nicht hier eingesperrt worden. Wie konnte Wissner das in Frage stellen? Meinhard, rief Wissner mit hochrotem Kopf und so laut, dass der Lautsprecher dabei klirrte. Jünger feigste. Ihm schien der Disput zu gefallen. Der Gegenzug ist ein König D5 schlägt C6, erwiderte Meinhard lächelnd. Falls Schwarz hingegen mit dem Bauern auf A2 zieht, spielen sie im nächsten Zug Springer B4 Schach und können danach den entlaufenden Bauern schlagen. Der Rest ist ein Kinderspiel. Das Programm ist jedoch auf Materialgewinn ausgerichtet, und ich wette, es wird ihr großzügiges Opfer annehmen. Deshalb folgt ein Matz in fünf Zügen. Wissner schüttelte energisch den Kopf. Unmöglich, behauptete er, nachdem er sich die Stellung noch einmal angesehen hatte. Völlig ausgeschlossen. Machen Sie weiter, Meinhard, forderte Jünger hingegen interessiert und blickte Meinhard mit schiefgelegtem Kopf an, während er den ersten Zug auf der Schreibtischunterlage notierte und ein übergroßes Fragezeichen dahinter setzte, wie Meinhard sofort bemerkte. Er ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Zweiter Zug. Läufer von H4 nach F6. Der schwarze König muss einem Bauern zur Hilfe eilen, also zieht er von C6 nach D5. Jünger schrieb den Zug auf. Wissner schüttelte stumm den Kopf. Der dritte Zug. D2 nach D3. Sie blocken den schwarzen Bauern ab. Der andere Bauer wird sich dann auf den Weg zur Umwandlung machen. Es folgt also A3 nach A2. Jünger blickte kurz auf, schrieb dann aber den Zug auf, während Wissner sich wortlos an die Stirn tippte. Meinhard blickte ihn mit ausdrucksloser Miene an. Der vierte Zug. Von C2 nach C4. Schach. Der schwarze König weicht von D5 nach C5 aus. Jüngers Stift kratzte auf dem Papier. Über den Lautsprecher hörte es sich an wie eine Säge in nassem Holz. Ein Pfleger erschien im Flur und begleitete zwei Patienten zurück in die geschlossene Abteilung. Er nickte den beiden Sicherheitskräften hinter der Scheibe kurz zu. Die Patienten schlurften mit ausdruckslosen Gesichtern daran vorbei. Sie hatten mit Meinhard zusammen in der Wäscherei gearbeitet, Hemden und Jacken auf die unzerbrechlichen Kleiderbügel aus Kunststoff gehängt, Hosen zusammengelegt und Socken sortiert. All das, was ohne Denken bewerkstelligt werden kann, aber mehr Abwechslung bringt, als eine Einzelzelle oder Tumbes Herumsitzen in Gemeinschaftsräumen, ohne einen Gesprächspartner zu finden. Die meisten Insassen waren wirklich verrückt, standen unter Psychopharmaka und vegetierten nur dahin oder führten sinnlose, abgehackte Selbstgespräche. Einige wenige, so auch Meinhard, waren im Rahmen einer Sicherheitsverwahrung eingewiesen worden und wurden nur ruhiggestellt, wenn sie auffällig wurden. Meinhard hatte schnell begriffen, wie er sich hier benehmen musste und bekam nur abends ein Schlafmittel. Letztlich hatte ihm seine Unauffälligkeit auch dazu verholfen, in der Wäscherei arbeiten zu dürfen. Er blickte den Männern nach. Sekunden später hatte der Aufzug alle drei verschluckt. Meinhard wartete noch einen Moment, bis das Summen des Aufzugs schwächer wurde, dann fuhr er fort. Fünfter Zug, König von A6 nach B7. Schwarz bleibt gierig und zieht den Bauern von A2 nach A1 und wandelt ihn natürlich in eine Dame um. Übrigens, nach einem eventuellen Königszug auf D6 oder B4 kann Weiß mit dem nächsten Zug, nämlich Läufer schlägt D4, den A-Bauer noch stoppen. Wissners Augenquollen hervor, während Jünger unbeeindruckt weiterschrieb. Erst als er fertig war, blickte auch er gespannt auf Meinhard. Und jetzt? fragte er den Patienten vor der Scheibe. Schwarz hat seine Dame bekommen. Ja, entgegnete Meinhard mit einem Lächeln. Aber der Läufer zieht jetzt von F6 nach E7. Mit anderen Worten, Schwarz ist matt. Matt, wiederholte Wissner halblaut. Matt, hast du das gehört? Ja, erwiderte Jünger grinsend und aufgeschrieben. Er stand auf und trat dicht vor die Glasscheibe. Wenn das stimmt, Meinhard, dann sind Sie ein Genie. Meinhard zuckte lächelnd mit den Schultern, obwohl seine Nerven vibrierten. Die Chance schien zum Greifen nah zu sein. Spielen Sie es einfach so zu Ende, sagte er leise und deutete auf den Bildschirm. Worauf warten Sie noch? Ich wünsche Ihnen eine schöne Bescherung. Gleichgültig wandte er sich ab und ging langsam durch die Schleuse zum Aufzug. Jünger hatte vergessen, die Gegensprechanlage abzuschalten, sodass er hören konnte, wie die beiden Männer ihre Stühle zum Schreibtisch rückten. Gleich darauf diktierte Jünger seinem Kollegen den ersten Zug. Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen-Kollege, war Wissners Stimme zu vernehmen. Meinhard stand vor dem Aufzug und drückte auf den Knopf. Wenn einer der beiden jetzt doch noch auf die Idee kam, die Schleuse zu schließen, war die Gelegenheit dahin. Und bestimmt würden nicht viele weitere folgen. Er biss sich auf die Lippen. Sekunden wurden zur Ewigkeit. Ein leises, näherkommendes Rumpeln kündigte den Aufzug an. Noch immer stand die Schleuse offen, aber Meinhard gab sich keinen Illusionen hin. Jeden Augenblick konnte das charakteristische Zischen ertönen, wenn die Pneumatik die Tür zuschob. Vielleicht war sie bereits geschlossen worden und er hatte es nicht gehört. Meinhard hielt den Atem an. Doch gleich darauf beruhigte er sich wieder. Denn Wissners triumphierende Stimme halte den Flur entlang. Ja, er nimmt tatsächlich den Springer. Ich werde verrückt. Das gibt's doch gar nicht. Übertönt wurde Wissner noch von Jünger, der den nächsten Zug brüllte. Der Aufzug war angekommen. Meinhard wartete, bis sich die Tür geöffnet hatte. Dann drehte er sich langsam um. Die Stahltür war immer noch einladend geöffnet. Der Flur dahinter war zwar Talkäbel leuchtet, aber es war niemand mehr hier oben, außer zwei schachspielenden Sicherheitsbeauftragten. Ihren Rufen nach zu urteilen, hatte der Computer wieder so reagiert, wie er es vorausgesagt hatte. Keiner der beiden wurde jetzt auf den Überwachungsmonitor blicken, der den kurzen Korridor mit der offenstehenden Aufzugstür zeigte. Sie waren gefangen vom Schach, und Meinhard beschloss, jetzt seinen Gewinnzug in die mögliche Freiheit zu machen. Er atmete noch einmal tief ein. In dem Augenblick, als sich die Aufzugstüre wieder zu schließen begann, machte er sich daran, seinen tollkühnen Plan auszuführen. Die Gigantus-Aktiengesellschaft hatte ihren Namen zu Recht. Deißlinger konnte sich nicht vorstellen, jemals ein größeres Werksgebäude gesehen zu haben. Das Tal im östlichen Schwarzwald, in dem die großen Fabrikhallen lagen, war ungefähr drei Kilometer lang und ebenso breit. Und mittendrin befand sich eine kleine Rollbahn, auf welche der Learjet der Firma sanft aufsetzte und ausrollte. Als man ihn am Vormittag nach dem Telefonat dringend gebeten hatte, sofort zum Flughafen zu kommen, damit man ihn hierher fliegen konnte, hatte er nicht lange überlegen müssen und zugesagt. Er hatte sogar mehr Zeit benötigt, durch den dichten Weihnachtsverkehr bis zum Stuttgarter Flughafen zu fahren, als der bereits auf ihn wartende Learjet für den Flug zur Zentrale von Gigantus. Deißlinger öffnete den Sicherheitsgurt und stand auf. Er schenkte der hilfsbereiten, herbeigeeilten, rothaarigen Stewardess ein charmantes, aber unerwidertes Lächeln, griff nach seiner Aktentasche und wartete geduldig, bis sie die Tür geöffnet und die hydraulische Gangway ausgefahren hatte. Unten stand bereits ein schwarzer Mercedes mit geöffneter Beifahrertür. Deißlinger stieg die Treppe hinunter und blickte in den Wagen. »Guten Tag, warten Sie auf mich? Ich bin der Kryptologe Wolfgang Deißlinger und... Ja, steigen Sie bitte ein. Ich bringe Sie sofort zu Herrn Direktor Kramer, Sie werden bereits ungeduldig erwartet.« Deißlinger ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und schloss die Tür. Der livrierte Fahrer fuhr sofort los und raste in halsbrecherischem Tempo davon. Deißlinger griff vergeblich nach dem Sicherheitsgurt, denn der Wagen raste so schnell um eine Rechtskurve, dass er sich am Fahrer abstützen musste. »Keine Angst, wir sind gleich da«, tänzte ihn dieser an. Gleichzeitig schaltete er einen Gang zurück und gab erneut Gas. Deißlinger wurde in seinen Sitz gepresst. Große Gebäude huschten vorüber, zum Teil mit weit geöffneten Toren, in denen halbfertige Baumaschinen zu sehen waren. Dann, nach einer scharfen Linkskurve, bremste der jugendliche Fahrer abrupt und kam mit quietschenden Reifen zum Stehen. »Wir sind da, Herr Deißlinger, Sie werden von der jungen Dame weiter begleitet.« Deißlinger schnappte seine heruntergefallene Aktentasche und stieg wortlos aus. Die junge Dame, die vor dem unscheinbaren Gebäude stand, schien kurz vor ihrer Pensionierung zu stehen. In ihrem mausgarmen Kostüm, dazu farbig passenden kurzen Haar und einer schwarzen Nickelbrille, wirkte sie auf ihn so distinguiert wie ein Gerichtsvollzieher, den ihm seine Frau Sylvia Wut entbrannt angekündigt hatte. »Guten Tag, ich«, versuchte Deißlinger zum zweiten Mal, sich hier jemand vorzustellen. Wieder wurde er unterbrochen. Zum einen, weil der Mercedes lautstark anfuhr und zum anderen, weil ihn die angeblich junge Dame zielstrebig am Arme packte und einfach hinter sich herzog. Sie trippelte durch die Eingangstür, eilte an einer Rezeption vorbei, an der eine wirklich junge und hübsche Blonde telefonierte, wie Deißlinger aus den Augenwinkeln bemerkte, und ließ ihn erst los, als sie vor einem geöffneten Aufzug stehen blieben. Wortlos drückte sie auf einen Knopf und nickte Deißlinger zu. »Vielen Dank«, sagte Deißlinger höflich, aber sie hatte sich bereits umgedreht und eilte davon. Die Tür schloss sich. Erstaunt spürte er, dass der Aufzug nach unten fuhr. Er blickte auf das Tastenfeld. Z1, Z2, Z3, Z4, EG, erstes OG, zweites OG. Nacheinander leuchteten die einzelnen Zet auf und erloschen wieder. Bei Z1 blieb das Lämmchen an und die Türen schoben sich auseinander. Deißlinger blickte in einen langen, von grellen Leuchtstoffröhren erleuchteten Flur und dann auf den Mann im grauen Anzug, der lässig an die Wand gelehnt und mit einer Zigarette im Mundwinkel auf ihn wartete. Deißlinger schätzte, dass er in seinem Alter sein musste, vielleicht etwas jünger, irgendwo um Mitte 30. »Willkommen in der Zentrale von Gigantus. Ich bin Sebastian Bach. Wir haben miteinander telefoniert.« Deißlinger trat auf ihn zu und reichte ihm die Hand. »Sie sind also dann der EDV-Leiter?« Bach nickte, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. »Haben Sie die CD dabei?«, fragte er mit einem neugierigen Blick auf Deißlingers Aktentasche. Die Aufzugtür schloss sich leise. »Ja,« erwiderte Deißlinger einsilbig, »aus irgendeinem Grund war ihm Bach auf Anhieb unsympathisch. Es lag bestimmt nicht daran, dass der EDV-Leiter um ein Geschlanker war als er, auch nicht an seinem schlaffen Händedruck oder das Bach im Gegensatz zu ihm ein glatt rasiertes Gesicht präsentierte, nein, es waren die Augen darin, kleine zusammengekniffene Augen hinter einer spiegelnden Brille, die ihn kalt und abschätzend musterten. »Nimm dich zusammen,« ermahnte er sich in Gedanken, während er darauf wartete, dass Bach Anstalten machte, sich in Bewegung zu setzen. »Sie sagten, dass Sie einen Teil des Codes entziffern konnten, Herr Deißlinger?« Bach schnippte mit dem Daumen auf seine Zigarette und lehnte sich wieder an die Wand. Glühende Asche verteilte sich auf den dunkelgrauen Granitfliesen. Deißlinger blickte ihn etwas erstaunt an. Hatte man ihn hergebeten, um in einem Kellerflur seine Erkenntnisse zu präsentieren? Das hätte am Telefon ebenso gut besprochen werden können. Seine Abneigung gegen den arroganten Schnösel wuchs weiter. Er spielte kurz mit dem Gedanken, das Gespräch einfach zu beenden und wieder nach oben zu fahren. »Ja, das ist richtig,« bestätigte er Bach stattdessen höflich. »Wollen wir die Einzelheiten hier besprechen? Vielleicht können Sie uns einen Tisch und zwei Stühle organisieren.« Bach grinste. »So ungeduldig. Sie haben immerhin drei Monate gebraucht, um meine Kleinigkeit herauszufinden. Gönnen Sie mir doch noch drei Minuten, um meine Zigarette zu rauchen. Dann schauen wir uns Ihr Ergebnis ganz sorgfältig an, lieber Kollege.« Deißlinger wollte etwas erwidern, entschloss sich dann aber zu schweigen. Bach war auf Konfrontation aus und wollte ihn provozieren. Die Antipathie schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Also stellte er seine Aktentasche neben sich auf den Boden und blickte ostentativ auf seine Armbanduhr. Bach inhalierte tief. »Oh, eine Rolex,« rief er mit gespieltem Interesse. Deißlinger wich einen Schritt zurück, um dem Rauch zu entkommen. »Ist sie echt? Bestimmt bei der Gage, die wir Ihnen zahlen?« Nach zwei Minuten entgegnete Deißlinger und begann zu husten. Bach lächelte und blies den Rauch über ihn hinweg an die Decke. Wo er sich schnell aufwächerte. Eine der hinteren Flurtüren wurde geöffnet. Eine Frau in einem weißen Labormantel eilte mit einem Aktenordner im Arm einige Türen weiter und verschwand dahinter, ohne zu ihnen herzusehen. Deißlinger verschränkte die Arme vor der Brust und wartete mit ausdruckslosem Gesicht, bis Bach endgültig ausgeraucht und seine Zigarette ausgetreten hatte. Deißlinger schüttelte den Kopf, als sich Bach einfach mit einer auffordernden Handbewegung zum Gehen wandte. »Lassen Sie Ihren Müll eigentlich immer so herumliegen?« rief er ihm entrüstet nach. Deißlinger spürte ein leichtes Schwindelgefühl, das aber gleich wieder verschwand. Er hatte schon immer eine Abneigung gegen klimatisierte Räume gehabt. Bach, der schon einige Schritte vorausgegangen war, drehte sich zu ihm um und wartete, bis Deißlinger vor ihm stand. Die Leuchtstoffröhren spiegelten sich in Bachs Brillengläsern. »Herr Deißlinger, Sie mögen vielleicht ein guter Kryptologe sein, aber von der realen Welt haben Sie keine Ahnung.« Er hatte das vielleicht in einer so geringschätzigen Art betont, dass Deißlinger der Kragen platzte. Wütend wollte er zu einer scharfen Entgegnung ansetzen, doch das Grinsen in Bachs Gesicht und dessen ausgestreckte Hand hielten ihn zurück. Deißlinger drehte sich um und starrte verblüfft auf die Stelle, an der Bach seine Zigarette ausgetreten hatte. Der Granit schimmerte in makellosem, kälteausstrahlendem Dunkelgrau. Und so sehr Deißlinger auch versuchte, irgendwo noch eine Spur von Asche oder der Kippe selbst zu entdecken, die Reste waren spurlos verschwunden. Das Einzige, was noch daran erinnerte, war der Schale gestank von kaltem Rauch, obwohl auch davon längst nichts mehr zu sehen war. Bach grinste ihn spöttisch an und setzte sich wieder in Bewegung. Deißlinger zupfte sich am Bad, dann folgte er ihm wortlos. »Ein billiger Trick«, sagte er sich, »wahrscheinlich hat er den Dreck irgendwie mit dem Schuh in eine Vertiefung geschoben oder der Dreck ist in seiner Schuhsohle.« Deißlinger zupfte sich noch einmal am Bad, eine für ihn typische Geste, wenn er intensiv über etwas nachdachte. Es war Unsinn, was er sich zusammenräumte. Schließlich konnte er sich auf das verlassen, was er gesehen hatte. Stirnrunzelnd musste er sich eingestehen, dass er nichts gesehen hatte. Er hatte keine vernünftige Erklärung für Bachs Trick und beschloss daher, der Einfachheit halber den Vorfall zu vergessen. Aber es gelang ihm nicht. Das erste Problem zu lösen, bestand für ihn darin, möglichst schnell in die Abstellkammer zu gelangen. Meinhard ließ sich langsam auf die Knie nieder und legte sich sofort flach auf den Boden. Dann robbte er so schnell er konnte zur Schleusentür. Aus der Gegensprechanlage hörte er nach wie vor die Stimmen der beiden Schachspieler. Sie machten sich lustig darüber, dass der Rechner so lange Zeit benötigte, um den nächsten Zug anzukündigen. Meinhard hoffte inständig, dass die beiden weiterhin abgelenkt sein wurden. Er war noch einen Meter von der Schleuse entfernt, als Wissner sagte, »Mach doch die Schleuse zu. Der Meinhard ist bereits nach unten gefahren. Wenn der blöde Rechner noch lange braucht, kannst du auch den letzten Kontrollgang machen. Ist sowieso gleich Feierabend für uns.« Eine halbe Sekunde später schob sich die Tür zu. Meinhard schaffte es gerade noch, seine Füße durchzuziehen. »Scheiße«, murmelte er leise. Jede Sekunde konnte sich die Tür des Büros öffnen und jünger herauskommen. Noch drei Meter bis zum Abstellraum. Meinhard verdoppelte seine Anstrengungen. Er hörte, wie ein Stuhl zurückgeschoben wurde. Gleich darauf klapperten Absätze auf dem gefließten Boden. Noch einen Meter bis zum Abstellraum. Meinhard konnte bereits den eingeklemmten Kleiderbügel sehen, der das Schließen der Tür verhindert hatte. Das Klappern hatte aufgehört, also stand Jünger bereits mit dem Schlüssel in der Hand vor der Bürotür. Wie lange würde er brauchen, um das Schloss zu öffnen? »Scheiße«, flüsterte Meinhard tonlos. Er hatte die Tür erreicht, aber Jünger würde ihn entdecken, noch bevor er in der Abstellkammer verschwunden war. Er schob sich mit zusammengebissenen Zähnen weiter gegen die Tür. »Halt, Kollege!«, drang Wissners Stimme aus dem Lautsprecher. Meinhard, der bereits halb durch die Tür gerobbt war, blieb wie erstarrt liegen. Er brauchte einige Sekunden, bis ihm klar wurde, dass er nicht gemeint war, sondern Jünger, der, den Geräuschen nach zu urteilen, bereits wieder zurück zum Schreibtisch ging. Während die beiden Männer den nächsten Zug eingaben, verschwand Meinhard endgültig in der Abstellkammer. Er erhob sich auf die Knie und schloss so leise wie möglich die Tür, nachdem er den Kleiderbügel entfand hatte. Dann stand er ganz auf, lehnte sich an die Wand und versuchte, sich von der Anspannung zu erholen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er schweißnaß war, und die größte Anstrengung kam erst noch auf ihn zu. In der kleinen Kammer war es ziemlich dunkel. Das einzige Licht drang durch ein schmales, aber liegend eingebautes Kippfenster in Kopfhöhe des Inneren. Es war unvergittert. Die Betreiber der Klinik gingen wohl davon aus, dass niemand der Insassen in 15 Metern Höhe einfach davonfliegen wurde. Selbst ein Kletterkünstler würde sich nach dem Erreichen des Erdbodens mit dem nächsten Problem konfrontiert sehen, einer vier Meter hohen Betonmauer. Meinhard hatte in den ganzen Jahren nichts von einer erfolgreichen Flucht gehört. Es gab einen einzigen Versuch eines Irren, der sich als Pfleger verkleiden und flüchten wollte. Der Idiot konnte zwar die Kleidung eines Pflegers in seinen Besitz bringen, aber sie war ihm viel zu groß, und so wurde er bereits nach wenigen Metern wieder eingesammelt. Es gab kein Entkommen aus dieser Düsternis. Das Grau hinter dem Fenster schien auch in jeder Sekunde düsterer zu werden. Meinhard tastete sich im Halbdunkel weiter in die Kammer hinein. Er wich den beiden Kleiderwagen aus, nahm vier Kleiderbügel von den Stangen und zwei Arbeitsmäntel aus einem Wandregal. Hastig streifte er sie über. Einen Moment hielt er inne, um nach draußen zu lauschen. Doch es war nichts mehr zu hören. Entweder dämmte die geschlossene Tür alle Geräusche, oder die beiden hatten inzwischen die Gegensprechanlage ausgeschaltet. Die dritte Möglichkeit, dass sie ihn entdeckt hatten und bereits mit gezogenen Schlagstöcken vor der Tür der Abstellkammer standen, verdrängte er sofort wieder. Seine Augen hatten sich in der Zwischenzeit an das Halbdunkel gewöhnt, sodass er ohne Probleme einen der Manns hohen Kleiderwagen so weit zur Seite schieben konnte, dass er den zweiten fast geräuschlos bis zum Fenster rollen konnte. In dem Moment, als er ihn parallel an die Wand schob, wurde die Türklinke heruntergedrückt. Meinhard gefrohschlagartig zu Eis. Es war vorbei. Ein greller Lichtkeil flutete durch die Kammer, ließ den an die Wand geschobenen Kleiderwagen aufblitzen und verbreiterte sich, bis er die Schmalseite erreicht hatte, wo Meinhard neben dem anderen Kleiderwagen stand. Er schloss geblendet die Augen. Das war's dann, dachte er. Aus der Traum. Willkommen in der Realität. Noch einmal zwölf Jahre auf so eine Gelegenheit warten, alle zwei Jahre das gleiche Ergebnis der psychiatrischen Untersuchung präsentiert bekommen. Nicht behandlungsfähig, gemeingefährlich. Daher ist eine weitere Sicherheitsverwahrung notwendig. So lange, bis die Möglichkeit einer Therapie bestand. Die Chancen dafür waren gleich null. Er würde hier drin verrecken. Resigniert öffnete er seine Augen wieder. Aber er sah nichts. Überhaupt nichts. Verwirrt wischte er sich mit beiden Händen über die Lieder und blinzelte. Die Dunkelheit wich nur langsam, aber in dem Maß, wie er wieder Konturen um sich erkennen konnte, stellte er auch fest, dass die Türe wieder geschlossen und er allein war. Man hatte ihn nicht bemerkt. Das halbe Öffnen der Tür diente wohl nur dem Zweck festzustellen, ob der Raum bereits abgesperrt worden war oder nicht. In seiner aufkommenden Panik musste er überhört haben, wie die Tür zugesperrt worden war. Die zwei von der Sicherheit, oder zumindest Jünger, machten den letzten Rundgang durch den füllten Stock, bevor sie Feierabend machten. Meinhard konnte ein leises Kichern nicht unterdrücken. Aufatmend kletterte er auf den Kleiderwagen und legte sich darauf. Er befand sich jetzt fast auf derselben Höhe des Fensters. Bis zur Decke waren es etwa noch 70 Zentimeter, sodass er gezwungen war, das Fenster im Liegen zu kippen und aus den Führungsschienen zu lösen. Kalte Winterluft drang in den Raum, aber Meinhard nahm es nicht wahr. Er schwitzte bei seinen Versuchen, das Fenster aus den vermosten Angeln zu schieben. Mindestens ein Dutzend Mal schob er es von links nach rechts und von rechts nach links, bis es sich endlich zu bewegen begann und beim nächsten Ruck aus den Angeln rutschte und auf ihm liegen blieb. So keuchte er erleichtert. Er griff nach dem Fenster und zog es über sich, um es auf den Boden gleiten zu lassen. Es war auf der Außenseite feucht und dazu noch ziemlich schwer, zu schwer und zu feucht. Doch das bemerkte er erst, als ihm der nasse Rahmen aus der linken Hand rutschte und das Fenster zu Boden stürzte. Der Knall der zersplitterten Glasscheibe war ohrenbetäubend laut. Wie lange würde es noch dauern, bis Alarmglocken ertönen würden? Vielleicht waren sie bereits auf der Suche nach ihm und das Missgeschick würde seinen Aufenthaltsort verraten haben. Meinhard spürte eiskalten Schweiß auf seiner Brust. Aber es war nur der feine Nieselregen, der ihn zu durchnässen begann und wieder klar denken ließ. Mit zusammengebissenen Zähnen tastete er ins Innere des Kleiderwagens und nahm drei Kleiderbügel von der Stange. Dann rollte er sich in die Fensteröffnung. Weit unten schimmerte die Betonmauer, die rings um die Klinik verlief. Irgendwo dahinter waren Häuser, in denen vereinzelt Licht aus zugezogenen Vorhängen fiel. Und über ihm, einen halben Meter über der Fensteröffnung, schimmerte eine kupferfarbene Dachrinne. Als er die Kleiderbügel in sie legte, begannen die Sirenen zu heilen. Gleich darauf wurde der Innenhof der Klinikanstalt in gleißendes Licht getaucht. Die Jagd hatte begonnen. Meinhard wusste, dass er nur einen Versuch haben würde. Vorsichtig setzte er sich in die Fensteröffnung, bemüht nicht, das Gleichgewicht zu verlieren. Während er mit beiden Händen nach der Dachrinne griff und sich in eine Position brachte, die es ihm ermöglichte, seine Beine ebenfalls in die Fensteröffnung zu bekommen. Er brauchte endlos viel Zeit dafür, so schien es ihm zumindest. Mehr als einmal spürte er, wie sich ein Krampf in seinem rechten Unterschenkel zuckend ausbreiten wollte, aber irgendwie schaffte er es, ihn zu unterdrücken. Dann hatte er endlich eine Position gefunden, um Schwung zu holen. Sekundenlang hing Meinhard bewegungslos an der Dachrinne. Dann zog er sich mit einem einzigen energischen Klimmzug daran hoch. Er nahm die Kleiderbügel aus der Rinne und robbte über die nassen und eiskalten Dachpfannen weiter nach oben dem Fürst entgegen. Die Klinikanstalt war irgendwann in den 1940er Jahren erbaut worden, als das Dorf zu Füßen des Hügels lediglich aus zwei, drei Bauernhöfen bestanden hatte und die Verantwortlichen des Dritten Reiches gern abgelegene Standorte wählten, um unerwünschte Personen abzusondern. Für den Energiebedarf der Klinik musste eine separate Hochspannungsleitung verlegt werden. Aus Kostengründen hatte man sich dafür entschieden, den Strom über Masten und Leitungsdrähte bis in das Gebäude zu führen. Die später hinzukommenden Häuser unten im Dorf wurden dann über verbundene Dachmasten von der Klinik ausgespeist. Irgendwann vor Monaten, als Meinhard die absurde Idee Stück für Stück ausarbeitete, hatte er unzählige Stunden in der Klinikbibliothek damit verbracht, Antworten auf seine Fragen zu finden. Welche Last kann ein Freileitungstrat tragen? Besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags? Wie schnell wird die Geschwindigkeit werden? Funktioniert das Ganze überhaupt? Natürlich, keuchte sich Meinhard selbst Mut zu, während er Meter um Meter weiter nach oben kletterte. Es ist kein absurder Plan, sondern ein genialer Einfall. Allerdings musste er bei seinen Recherchen feststellen, dass kaum eine seiner Fragen befriedigend beantwortet werden konnte. Streng genommen keine, bis auf die Tatsache, dass die Kleiderbügel tatsächlich unzerbrechlich waren und seine 80 Kilogramm mühelos aushielten. Das hatte er schon oft in der Abstellkammer ausprobiert. Meinhard verdrängte weitere Gedanken an ein wahrscheinliches Scheitern seines Vorhabens. Er blickte nach oben und sah den Fürst näher kommen. Nur noch zwei Meter, dann hatte er es geschafft, trotz der Nässe, trotz der Kälte und trotz der Jagd auf ihn, die in vollem Gange war. Er kletterte mit offenem Mund weiter. Es gestaltete sich zunehmend schwieriger, weil er in der linken Hand die Kleiderbügel festhalten musste und seine Turnschuhe kaum Halt fanden. Als er den Dachfürst ertastete, hörten die Sirenen unter ihm auf. Jetzt konnte er aufgeregte Stimmen von unten hören. Man suchte ihn im Hof, aber ganz bestimmt auch im Haus. Spätestens, wenn jemand den Abstellraum öffnete, war es vorbei. Sie würden ihn in aller Ruhe unten erwarten, falls er nicht vorher schon abstürzen würde. Meinhard konnte den Dachmast jetzt bereits sehen. Er befand sich keine zwei Meter unterhalb des Fürstes, auf der anderen Dachhälfte und zum Greifen nah. Vier Drähte spannten sich in einem Meter Höhe schräg nach unten, zu einem in der Dämmerung kaum mehr sichtbaren hohen Feldmast unterhalb des Hügels, dort, wo der Wald begann. Aber ebenso viele verliefen in einem flacheren Winkel in die entgegengesetzte Richtung, hinein in das Dorf, und dort endeten sie, vielleicht 40 Meter weit weg, auf einem der ersten Häuser in einem Dachmast. Meinhard hatte dieses Haus schon öfter genau betrachtet, wenn er in der Wäscherei aus dem Fenster blickte. Es schien sich um das Rathaus oder um ein Firmengebäude zu handeln, denn an den Wochenenden hatte er nie beobachten können, dass jemand das Haus betrat oder verlassen hatte. Auch jetzt lag es fast dunkel und unsichtbar unter ihm. Lediglich die Straßenlaternen und das Licht aus den Fenstern des Nachbarhauses erhälten es spärlich. Meinhard rutschte vorsichtig auf den Dachmast zu. Er spürte, wie die Kälte sich in ihm festkrallte, aber sein ganzes Augenmerk war nur darauf gerichtet, die Kleiderbügel in den nächsten Draht einzuhängen und dann mit angehaltenem Atem daran zu ziehen. Der Draht bog sich unter seinem zunehmenden Gewicht etwas durch, aber selbst als Meinhard kurz die Beine anzog und frei daran hing, gab der Draht nicht weiter nach. »Sehr gut«, flüsterte er mit flackernden Augen. Irgendwo hinter ihm hörte er Wiesners schrille Stimme brüllen. »Hier, er muss auf dem Dach sein!« »Frohe Weihnachten«, schrie Meinhard in einem Anflug von Euphorie zurück. Dann ging er in die Hocke, schob die Hände mit den Kleiderbügeln am Draht entlang weit hinter sich und warf sich dann nach vorne in Richtung Tal. Nach drei Metern bereits war er so weit vom Dach entfernt, dass er frei in der Luft baumelte. Entsetzt bemerkte er, wie schnell das Dach sich unter ihm entfernte. Als er über die Dachrinne glitt, trieb ihm der Fahrtwind bereits Tränen in die Augen. Der Draht surrte, aber Meinhard hörte es nicht. Seine Augen waren nur starr nach unten gerichtet, auf das Haus im Tal, das immer schneller auf ihn zukam. Er würde den Aufprall bei dieser Geschwindigkeit mit Sicherheit nicht überleben. Meinhard schrie, aber der Wind riss ihm die Laute von den Lippen. »Loslassen«, schoss ihm durch den Kopf, »lass los!« In diesem Moment nahm er noch etwas anderes wahr. Es war der unverkennbar beißende Geruch von verschmortem Plastik. Die Kleiderbügel mochten unzerbrechlich sein, aber der Reibungshitze waren sie nicht gewachsen. Sie schmolzen einfach weg. Meinhard brauchte nicht nach unten zu blicken, um zu wissen, dass ein Sturz auf die Kreidefelsen des Hügels in Zerschmettern wurden. Er hatte das Spiel verloren. Bach blieb so unvermittelt vor einer Tür stehen, dass ihn Deißlinger in Gedanken versunken, fast angerümpelt hätte. »Wir sind da«, erklärte ihm Bach unnötigerweise, denn er klopfte bereits energisch an die Tür. Gleich darauf wurde sie von einem älteren Mann geöffnet, der sie mit einer Handbewegung hereinbat. Bach ließ Deißlinger den Vortritt und schloss dann die Tür hinter ihn. »Ich darf Sie miteinander bekannt machen«, sagte Bach. »Das ist Herr Müller, unser Produktionsleiter und stellvertretender Entwicklungschef. Herr Deißlinger, einer der von uns beauftragten Kryptologen.« Deißlinger, der gar nicht richtig zugehört hatte, schüttelte dem etwas korpulenten Mann, der ihn neugierig musterte, die Hand. Er hatte damit gerechnet, in ein nüchternes Konferenzzimmer einzutreten. Aber was sich hier vor seinen Augen ausbreitete, war mehr als überraschend. Der Raum war quadratisch und mindestens 200 Quadratmeter groß. Schwere alte Holzmöbel bildeten einen seltsamen Kontrast zu hochmodernen Sitzgarnituren aus schwarzem Leder, die durch halbhohe gläserne Raumteile unterteilt wurden, auf denen Fahne standen. Bei näherem Hinsehen erkannte Deißlinger, dass sich in den Raumteilern Aquarien befanden. Am beeindruckendsten jedoch war die Wand gegenüber der Tür. Sie bestand aus einer einzigen Glasscheibe, hinter der einige große Haie schwammen. Die Tiefe des Aquariums war nicht zu erkennen, das Becken musste wahrhaft gigantische Ausmaße besitzen und passte schon allein deshalb zu dieser Firma. Bach grinste ihn von der Seite an. Überrascht, nicht wahr? Wenn Sie wieder ansprechbar sind, können wir uns vielleicht zu Herrn Kramer setzen. Wir haben noch etwas zu besprechen. Deißlinger zwang sich zu einem Lächeln und folgte Müller und Bach zu einer der Sitzgruppen. Am Kopfende eines Holztisches saß der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Erwin Kramer, und blätterte in einem Stoß Papiere. Deißlinger erkannte ihn sofort. Obwohl der über 70-Jährige kaum in der Öffentlichkeit zu sehen war, erschien sein Konterfei doch regelmäßig in diversen Magazinen und Zeitungen. Der Mann war nicht nur ein exzellenter Geschäftsmann, sondern auch politisch aktiv. Vor allem kam er sofort und ohne Umschweife zur Sache. Setzen Sie sich, wies er sie ohne aufzublicken an, als sie den Tisch erreicht hatten. Deißlinger setzte sich so, dass er auf das riesige Aquarium blicken konnte. Müller und Bach nahmen ihm gegenüber Platz, saßen aber so weit auseinander, dass Deißlinger nach wie vor das Gefühl genießen konnte, irgendwo mitten im Meer zu tauchen und von Haien umgeben zu sein. Einer der Räuber schwamm geradewegs auf die Scheibe zu, drehte sich kurz davor auf den Rücken und riss das Maul auf, bevor er mit einer eleganten Seitwärtsbewegung umdrehte und im Hellger des Wassers verschwand. Deißlinger musste sich zwingen, nicht mehr in das Becken zu starren. Er hatte gar nicht bemerkt, dass eine junge Frau aus dem Nichts erschienen war und ein Tablett mit Kaffee und Gebäck auf den Tisch gestellt hatte. Müller schob ihm eine Tasse über den Tisch. Deißlinger griff nach der Kanne und schenkte sich etwas Kaffee ein. Dann blickte er zu Kramer, der offenbar ungeduldig darauf wartete, dass das Geklapper aufhörte. Bach, schön, es zu ignorieren. Er warf drei Stückchen Zucker in seine Tasse und rührte ausgiebig mit seinem Löffel um. Darf ich Sie fragen, wie groß das Becken ist, Herr Kramer? Ich glaube, ich habe noch nie ein größeres Aquarium gesehen. Kramer legte seine Papiere zur Seite. Ich weiß nicht, wie groß es ist, junger Mann. Ich weiß nur, dass 24 Katzenhaie und zwei Hammerhaie darin schwimmen, dass vier Millionen Liter Meerwasser hineingeschüttet wurden und die Glasscheibe in der Wand die dickste ist, die jemals hergestellt wurde. Ich mag das Meer. Sie auch? Deißlinger nickte. Gut, dann kommen wir zur Sache, Herr Deißlinger. Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie einige Daten auf der CD entschlüsseln konnten. Deißlinger hob die Hand. Nein, Herr Kramer, so stimmt das nicht. Wie ich Herrn Bach schon erklärte, haben wir... Er unterbrach sich, weil zwei weitere Männer zum Tisch gekommen waren. Die Herrn Wolf und Klein von der Entwicklung, stellte Müller die beiden jungen Männer vor. Sie sind leitende Ingenieure der Abteilung P und mit dem Stoff auf der CD sozusagen auch befasst. Er wartete, bis die beiden sich gesetzt hatten. Dann blickte er fragend zu Kramer. Wenn Sie gestatten, darf ich zuerst zusammenfassen, was es denn mit der CD auf sich hat. Die Herrn Wolf und Klein sind noch nicht informiert worden, weil wir... Fassen Sie sich bitte kurz, unterbrach ihn Kramer ungeduldig. Eigentlich hätten Sie das bereits im Vorfeld erledigen können. Er betrachtete Müller mit deutlich erkennbarem Unwillen. Müller deutete ein entschuldigendes Lächeln an, bevor er wieder das Wort ergriff. Wir besitzen eine CD mit Daten aus einem Forschungsprojekt, das Dr. Salier geleitet hat, bevor er das Unternehmen verlassen hat. Leider sind die Daten verschlüsselt. Unsere EDV... Er warf Bach einen kurzen Blick zu, den dieser jedoch ignorierte. Hat es leider nicht fertiggebracht, die Daten zu entschlüsseln. Daher haben wir Kopien der CD angefertigt und an einige bekannte kryptografische Institute geschickt. Herr Deißlinger leitet ein eben solches in Stuttgart und ist der erste Spezialist, der offenbar einen Teilerfolg vorzuweisen hat. Professor Kramnik aus Moskau hingegen schrieb uns vor über einem Monat, dass er keine Möglichkeit sieht, die Daten für uns zu dechiffrieren. Deißlinger horchte auf. Sie haben Professor Kramnik aus Kiew ebenfalls beauftragt? Fragte er verwundert nach. Er dürfte der beste Kryptologe weltweit sein. Und er hat sich tatsächlich dahingehend geäußert, dass der Code nicht zu knacken sei? Müller nickte. Ja, so ist es. Er hat alles versucht, um die Daten zu entschlüsseln. Er ist der Meinung, es sei unmöglich. Selbst wenn eine Million Rechner gleichzeitig daran arbeiten würden, dauert es 50 Jahre, bis vielleicht eine Entschlüsselung gelänge. Offenbar ist der Deißlinger besser als die Korrifäe, Professor Kramnik, warf Bach süffisant lächelnd ein. Vielleicht haben wir ein neues Genie am Tisch. Deißlinger blickte durchhendurch in das Aquarium. Der junge Klein hob die Hand. Die CD enthält also die fehlenden Daten vom Projekt Gra... Genau, unterbrach ihn Müller. Deshalb ist es auch so wichtig für uns, an diese Daten zu gelangen, meine Herren. Woher wissen Sie, dass die fehlenden Daten auf der CD sind? Fragte Wolf. Er lispelte etwas. Aber das war sicher nicht der Grund, warum ihm Müller mit einer Handbewegung das Wort abschnitt. Ich weiß es, sagte er laut und deutlich. Erinnern Sie sich bitte daran, dass ich das Projekt mit Salier zusammen begonnen habe. Muss ich noch deutlicher werden, Herr Wolf? Wolf schüttelte den Kopf. Bach, der seinen Stuhl zurückgeschoben hatte, betrachtete seine Fingernägel. Kramer blickte missmutig von einem zum anderen. Dann schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch. Genug Palabert! Herr Deißlinger, erzählen Sie uns, was Sie entdeckt haben. Sie haben doch etwas herausgefunden, oder etwa nicht? Deißlinger bückte sich und legte seinen Aktenkopf auf den Tisch. Als er ihn aufklappte, um ein Dossier herauszunehmen, wurde sein Blick starr. Aus der Tiefe des Aquariums schoss ein wahres Ungetüm nach vorne. Die Schwanzflosse des Hammerhais wirbelte kleine Algen umher. Deißlinger hob den Arm und wollte etwas sagen, aber er brachte keinen Ton über die Lipten. Als sich Bach und Müller interessiert umdrehen, prallte der Riesenhai mit voller Wucht gegen die Scheibe. Deißlinger begann unkontrolliert zu schreien. Die simple Tatsache, dass er doch nach unten blickte, blicken musste, um vielleicht ein Stück nackte Erde zwischen den unter ihm wegrasenden Steinbrocken zu erspähen, rettete ihn aus der ausweglosen Situation. Denn als er sich zur Seite drehte, um besser nach unten blicken zu können, verdrehte er seine Hände ebenfalls. Der heiße Kleiderbügel verkantete sich auf dem Draht und die Gleitgeschwindigkeit nahm sofort spürbar ab. Mit weit aufgerissenen Augen starrte Meinhardt ungläubig nach oben. Es war keine Illusion. Die graue Qualmfahne war verschwunden, als hätte er nie ein Hitzeproblem gehabt. Er glitt immer langsamer nach unten und konnte die Geschwindigkeit nach Belieben regulieren, indem er die Bügel leicht nach links oder rechts bewegte. Als er das Hausdach erreichte, bremste er noch so weit ab, dass er ohne Mühe vor dem Dachmast ein, zwei Meter mitlaufen konnte. Dann nahm er die Hände von den Kleiderbügeln und setzte sich zitternd aufs Dach. Mit einem leisen Klirren stießen die Plastikbügel gegen den Mast, pendelten noch etwas hin und her und blieben dann reglos hängen. »Ich habe es tatsächlich geschafft«, flüsterte Meinhardt mit tränennassen Augen. Er wischte sich mit immer noch zitternden Händen über das Gesicht. Dann versuchte er, sich zu orientieren. Er suchte nach einer Dachluke, durch die er den Weg nach unten nehmen wollte. »Verdammt, ich weiß doch, dass es zwei davon geben muss«, fluchte er verhalten. Auf dem nassen Dach konnte er nichts entdecken und mit jeder Sekunde holte die Dunkelheit auf. Er kletterte quer über die Dachziegel, bis er die Giebelseite erreicht hatte. Dort ließ er sich einen Meter tiefer gleiten und kletterte seitlich wieder zurück. Ungefähr auf halbem Weg ertastete er die Bleiummantelung einer Luke mit seiner linken Hand. Vorsichtig schob er sich unter die Luke und versuchte, sie aufzuziehen. Es war sinnlos, denn sie war von innen verriegelt. Ohne ein Brecheisen oder ein anderes Werkzeug konnte er nichts ausrichten. Einmal mehr machte sich Resignation in Meinhardt breit. Erschöpft drehte er sich auf den Rücken. Oben auf dem Hügel stand die hell erleuchtete Klinik. Wie viel Zeit würde verstreichen, bis sich seine Jäger zusammenreimen konnten, dass er ihnen entflogen war? Der Gedanke an dieses Wortspiel ließ ihn unwillkürlich auflachen. Er saß in der nächsten Falle. Ausgeflogen war er zwar von einem Dach, aber gelandet war er auf einem, das weder einen weiteren Freiflug erlaubte, noch eine entgegenkommende Dachluke anbot, durch die er seine Flucht fortsetzen konnte. Und ein Sprung von einem zweistöckigen Haus durfte vermutlich mit gebrochenen Knochen belohnt werden, selbst wenn er auf dem gefrorenen Rasen landen würde. Er war auf der Nordseite des Hauses gelandet. An viel Rasenfläche konnte er sich nicht erinnern. Im Sommer schien es eine grüne Fläche gewesen zu sein, aber später hatte er gesehen, dass es sich tatsächlich um sauber verlegte Gittersteine handeln musste, auf denen Fahrzeuge abgestellt wurden. Das wuchernde Unkraut dazwischen hatte sie bis in den Herbst hinein verborgen. Ein zuckendes Blaulicht, das vom Hügel herab schnell näher kam, versetzte ihm einen neuen Adrenalinstoß. Gehetzt kletterte Meinhard nach oben und schwang sich über den Fürst auf die andere Seite des Daches. Die Verfolger konnten ihn noch nicht gesehen haben, aber instinktiv tat er dennoch das Richtige. Ohne nachzudenken ließ er sich bis an den Dachrand nach unten rutschen, wo er sich vorsichtig mit den Füßen an der Dachrinne abstützend aufrichtete und nach unten blickte. »Heureka«, knirschte er. Knapp zwei Meter unter ihm öffnete sich ein ausladender Balkon, und genau darauf, dicht an der Hauswand, standen neben anderen Möbeln und Pflanzkübeln zwei hölzerne Gartenliegen, deren Sitzbezüge mit einer Plastikfolie überzogen, nur darauf zu warten schienen, dass sich jemand auf ihnen niederlassen würde. Meinhard ließ sich nicht lange bitten und sprang. Als der näher kommende Polizeiwagen sein Martinshorn einschaltete und dafür die Dorfkirche zur Weihnachtsmesse zu läuten begann, begann er bereits damit, den Balkon nach Werkzeug zu durchsuchen, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Doch außer einer rostigen Gartenschere in einem Blumentopf konnte er nichts Brauchbares finden. Mit klammen Fingern versuchte er, die Balkontüre damit aufzuhebeln. In der Nähe quietschten Bremsen. Gleich darauf wurden Fahrzeugtüren zugeschlagen. Es konnte sich nur um den Polizeiwagen handeln. Meinhard arbeitete verbissen weiter, während er in die Nacht heuchte. Wo würden die Polizisten mit der Suche nach ihm beginnen, überlegte er. Auf dem Dach natürlich, beantwortete er sich die Frage gleich darauf selbst. Außerdem brauchten sie Verstärkung und den Hausbesitzer zum Türe öffnen. Das Holz war zu hart für sein Werkzeug. Er konnte nur winzige Holzsplitter herausbrechen. So kam er in absehbarer Zeit nicht hinein. Und was er am wenigsten übrig hatte, war Zeit. Plötzlich nervös geworden, glitt ihm die Gartenschere aus der Hand und fiel auf einen Fußabtreter. Hastig bückte er sich, um sie wieder aufzuheben, als er das Schlagen von weiteren Fahrzeugtüren hörte. Einen Sekundenbruchteil gab er sich dem trügerischen Gedanken hin, dass die Polizisten wieder wegfahren wurden, vielleicht einer neuen Spur folgten. Doch dann durchschnitt ein lauter Ruf die Illusion. »Gebeide umstellen!« Mein Hart riss die Gartenschere hoch und mit ihr den Fußabtreter. Etwas fiel leise Klirren zu Boden. Mit ungläubigem Gesichtsausdruck hob er einen kleinen Schlüssel hoch, den irgendjemand unter dem Fußabtreter versteckt hatte. Dann tastete er die Balkontür nach einem Schloss ab, schob den Schlüssel hinein und drehte ihn um. Er passte. Grenzenlos erleichtert drückte Mein Hart die Tür auf und trat ein. Die warme Luft im Raum traf ihn wie ein Schock. Er brauchte dringend neue Klamotten. So tropfnass, wie er war, hinterließ er überall deutlich sichtbare Spuren. So rasch es ging, tastete er sich durch den Raum. Es schien sich um ein Schlafzimmer zu handeln, denn seine Knie stießen an ein Bett. Daneben schien ein Kleiderschrank zu stehen. Noch ein Stück weiter fand er die Zimmertür. Er öffnete sie und trat hinaus. Jetzt stand er in einem langen Flur, von dem einige Türen in andere Zimmer führen mussten. Meinhard biss sich auf die Unterlippe. Dann entschied er sich für die erstbeste Tür gegenüber. Es war eine kleine Küche, durch deren Fenster er hinausblicken konnte. Auf dem Parkplatz standen drei Fahrzeuge, allesamt Polizeiwagen. Verdammt, knurrte Meinhard. Sie müssen bald im Haus sein. Ein weiterer Wagen rollte soeben auf den Parkplatz. Das konnte nur der Hausbesitzer sein. Zwei Polizisten traten zu der Limousine. Ein Mann stieg aus und entfernte sich mit den Beamten rasch aus Meinhards Sichtfeld. Meinhard fluchte noch einmal. Wie viele mochten da unten sein? Drei? Sechs? Acht? Seine Chancen verschlechterten sich ins Bodenlose. Demnächst würde noch ein Sondereinsatzkommando hier eintreffen, wenn er nicht bald einen Fluchtweg nach draußen fand. Er rannte wieder hinaus in den Flur, um die Wohnungstür zu suchen. Als er sie endlich nach einigen Versuchen gefunden hatte, fiel sein Blick auf eine Garderobe. Ohne lange zu überlegen, zog er den durchnässten Arbeitskittel aus und schlüpfte in einen langen Lodenmantel. Er war ihm ein bisschen zu klein, aber wenigstens dick gefüttert und vor allem trocken. Und während er sich den kalten Schweiß aus dem Gesicht wischte, bemerkte er noch etwas anderes. Durch den kleinen Spion in der Tür fiel ein helles Licht vom Treppenhaus. Gleich darauf verschwand es wieder. Meinhard wich instinktiv einen Schritt zurück und hielt den Atem an. Schnelle Schritte waren zu hören, die sich aber nach oben entfernten. Irgendjemand war auf dem Weg zum Dachboden. Logisch, überlegte er. Sie fangen da an zu suchen, wo ich gelandet bin. Gleichzeitig ärgerte er sich darüber, dass er nicht durch den Spion geblickt hatte, um festzustellen, wie viele nach oben geeilt waren. Ganz bestimmt nicht alle, entschied er. So dumm sind sie nicht. Verdammt, wo sind die anderen? Meinhard hatte nur eine Möglichkeit, das festzustellen. Der Gedanke war zwar nicht sehr einladend, aber er hatte ohnehin keine Wahl. Langsam drückte er die Klinke nach unten und öffnete die Tür. Das Treppenhaus war leer. Gegenüber befand sich eine weitere Wohnungstür. Davor führte er eine Steintreppe nach oben. Gleich neben ihm befand sich eine Ebenseuche, die nach unten führte. Er blickte vorsichtig über das Treppengeländer nach unten und oben. Niemand war zu sehen, aber was ihn mehr beunruhigte, war die Stille. Mindestens einer, wenn nicht zwei Beamte, mussten im Dachgeschoss sein, um ihn zu suchen. Das konnte nicht geräuschlos vonstatten gehen. Doch falls es sich um einen Dachboden handelt, fiel ihm plötzlich ein, dann schleichen sie im Dunkel herum und inspizieren die Dachluken. Meinhard hoffte ihn ständig, dass er damit Recht hatte. Sie mussten ihn ganz einfach von oben nach unten suchen. So leise es ging, drückte er die Wohnungstür ins Schloss. Die gegenüberliegende Tür schien ihn eine Arztpraxis zu führen, wie das Schild mit den Sprechstundenzeiten neben der Tür bewies. Meinhard schlich sich dicht an die Wand gelehnt die Treppe hinunter. Er passierte den ersten Stock, das Notariat, ging auf zehn Spitzen weiter um die Ecke bis zur Treppe, die ins Erdgeschoss führte. Jetzt konnte er die Haustür sehen. Sie war aus Aluminium und besaß eine undurchsichtige Glasscheibe, durch die er schemenhafte Gestalten erahnen konnte. Ein kalter Luftzug bestärkte ihn in seiner Vermutung, dass die Tür nur angelehnt war. Verdammter Mist, fluchte er lautlos, doch er hatte keine Wahl. Der Weg in den Keller führte an der Haustür vorbei. Er musste sich dicht an der Wand halten, vor der Haustür auf den Boden legen und dann die Kellertreppe hinunterkriechen müssen. Mehr seinem Wunschdenken folgend, drückte er die Türklinke des Notariats herunter. Natürlich war sie abgeschlossen. Meinhard versuchte es gar nicht erst bei der gegenüberliegenden Tür, die laut Hinweisschild ins Archiv führte. Zutritt nur für Notarmitarbeiter, sondern machte sich auf den Weg nach unten. Er stand bereits neben der Haustür und wollte gerade in die Hocke gehen, als plötzlich das Licht im Treppenhaus erlosch. Deißlinger war felsenfest davon überzeugt, dass der heranstürmende Koloss die Scheibe zerschlagen wurde und Millionen Liter Wasser das Untergeschoss überfluten mussten. Aber sie gaben einen dumpfen, glockenähnlichen Ton von sich. Der Hammerhai wurde durch den Aufprall in sich zusammengeschoben und tauchte nach unten weg. Alle Anwesenden waren zusammengezuckt, aber außer Deißlinger schien niemand ernsthaft in Sorge zu sein. Kramer runzelte zwar die Stirn, schien aber nur verärgert über die Unterbrechung zu sein. Bach grinste, als er Deißlingers unterdrückten Schrei vernahm. Oh, da ist aber jemand mächtig erschrocken. Das kommt ab und zu vor, erklärte Müller. Es sind eben Raubtiere. Wo waren wir stehen geblieben? Deißlinger blätterte mit zitternden Händen in seinen Unterlagen. Er bemühte sich um einen ruhigen Tonfall, aber der Schock ließ nur langsam nach. Die CD enthält zwölf Dateien. Elf davon sind ausführbare Programme oder Module davon. Um welche Applikationen es sich dabei handelt, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Jedenfalls sind sie komprimiert gespeichert, doch dazu später mehr. Die letzte Datei mit dem nicht sagenden Namen g.dat ist zugleich die größte. Nach der Beauftragung von Herrn Bach sollten meine Mitarbeiter und ich diese entschlüsseln. Kramer spielte ungeduldig mit dem Bleistift. Und diese Datei ist mit einem äußerst raffinierten Hashcode verschlüsselt worden, versuchte Deißlinger zu erklären, aber Kramer unterbrach ihn schon wieder. Hashcode? Was ist denn das? Eine Verschlüsselungsmethode mit unterschiedlichen Verfahrenstheorien, erklärte Bach eifrig. Es gibt verschiedene Algorithmen, die... Kramer winkte ab. Machen Sie weiter, Herr Deißlinger. Das Problem an dieser Verschlüsselungsmethode ist, dass aus der Menge der Gesamtdaten kein Bezug auf die tatsächlich vorhandene Datenmenge hergestellt werden kann. Kramer und auch Müller blickten ihn fragend an. Ich will es an einem Beispiel erklären, fuhr Deißlinger fort. Wenn das Wort geheim mit diesem Verfahren verschlüsselt werden soll, werden die sechs Byte, aus denen das Wort besteht, auf 512 Byte aufgefüllt. Im nächsten Durchlauf werden all diese 512 Byte mit einem mathematischen Verfahren verschlüsselt, bei dem das Quellwort den Startwert liefert. Gleichzeitig wird daraus ein zweiter Steuerwert errechnet, der beim nächsten zu verschlüsselnden Wort zusätzlich für die Berechnung benutzt wird. Dies bedeutet, dass selbst zwei gleiche Worte, die hintereinander in einem Text vorkommen, in der Verschlüsselung unterschiedlich dargestellt werden. Dieses Verfahren gilt allgemein als unknackbar, wenn man nicht den grundlegenden Algorithmus kennt. Müller schüttelte den Kopf. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber Ihre Aussage nach zu urteilen, gibt es also keinerlei technische Möglichkeit, den Code zu knacken, auch nicht, wenn Sie weitere Informationen hinsichtlich des vermuteten Inhalts dieser Datei bekämen. Er blickte Fragen zu Kramer. Der nickte ihm wortlos zu. Welche Informationen können Sie mir denn noch geben, fragte Deißlinger interessiert. Kennen Sie den Inhalt dieser verschlüsselten Datei? Nein, natürlich nicht, erwiderte Müller. Sonst säßen wir wohl kaum hier, aber... Er ruderte mit den Armen und blickte noch einmal auf Kramer, der mit verschränkten Armen zuhörte. Sein Bleistift lag in zwei Teile zerbrochen vor ihm auf dem Tisch. Es handelt sich bei den Daten um geheime Forschungsergebnisse. Wir haben Millionen in ein Projekt investiert und sind tragischerweise nicht mehr im Besitz der echten, unverschlüsselten Daten. Deißlinger beugte sich interessiert nach vorn. Die einzige sehr theoretische Möglichkeit, den Code zu knacken, bestünde darin, dass Sie mir exakt die ersten, sagen wir, 2000 Zeichen des Originaldatensatzes nennen würden. Daraus, und im Vergleich mit den verschlüsselten Dateien, könnte dann der zugrunde liegende Algorithmus abgeleitet werden. Können Sie das? Müller schüttelte resigniert den Kopf. Nein, ich dachte, es könnte Ihnen helfen, wenn wir Ihnen einige Begriffe nennen, die mit Sicherheit im Text auftauchen müssen. Das funktioniert nicht, Herr Müller, antwortete Bach für Deißlinger. Man muss den exakten Anfang des Textes kennen, nicht nur ein paar Worte. Deißlinger musste ihm wohl oder übel recht geben. Im Aquarium jagten drei Haie einen kleineren. Einige Sekunden herrschte schweigend im Raum, nur das leise, monotone Plätschern der vielen Aquarium-Pumpen in den Raumteilern war zu hören. Deißlinger fragte sich, ob in den kleinen Becken auch Meeresfische schwammen oder ob es sich um Süßwasserfische handelte. Im Moment war es wohl besser, Kramer nicht danach zu fragen. Auf dessen Stirn hatten sich zwei tiefe Falten gebildet, als er sich an Deißlinger wandte. Gut, besser gesagt schlecht. Keine Möglichkeit, an die Daten zu gelangen. Es wird an der Zeit, dass Sie uns endlich mit einer erfreulichen Mitteilung konfrontieren, Herr Deißlinger. Deißlinger nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse. Dann blätterte er kurz in seinen Unterlagen. Ich erwähnte bereits, dass es noch elf andere Dateien auf der CD gibt. Sie sind laufzeitkomprimiert. Das bedeutet, dass sie in komprimierter Form auf dem Datenträger gespeichert worden sind. Erst im Hauptspeicher des Rechners werden sie in einen ausführbaren Programmcode zurückverwandelt. So ein Schutz dient nur dazu, Speicherplatz auf dem Datenträger zu sparen. Es hat uns keine große Mühe bereitet, die Komprimierung auszuhebeln und die Programmdaten zu disassemblieren. Das was bitte? fragte Kramer ungeduldig. Er meint das Umwandeln der verdichteten Dateien in Maschinensprache, erklärte Bach seinem obersten Chef. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf Deißlinger. Um es kurz zu machen, meine Herren, die Datei g.exe benötigt einen Dongle, damit sie überhaupt funktioniert. Wir haben das Programm einfach gepatcht, so dass wir starten konnten. Dadurch war es uns auch möglich, die weiteren Funktionen der nachgeladenen DLL-Dateien genauestens zu analysieren. Moment mal, rief Bach. Sie hatten kein Recht, geschützte Programme zu knacken. Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Er wechselte einen Blick mit Müller, der ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm legte. Haben Sie die Funktion des Programms verstanden, Herr Deißlinger? fragte er mit ruhiger Stimme. Wolf und Klein begannen leise miteinander zu tuscheln. Offen gestanden, nein, räumte Deißlinger achselzuckend ein. Er schob ein Blatt Papier zu Müller. Hier sehen Sie eine Hardcopy vom Bildschirm. Es handelt sich wohl um ein Steuerprogramm für irgendein Gerät, das am Rechner angeschlossen wird. Ich habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Es enthält auch Eingabemasten für hunderte von Parametern, mit denen wir auf den ersten Blick nichts anzufangen wussten. Erreichte Müller ein weiteres Blatt über den Tisch. Da fehlen aber etliche Menüpunkte, meinte Müller, als er das Papier überflog. Kann es sein, dass die veränderte Software nicht komplett lauffähig ist? Deißlinger nickte. Ja, im Programmcode fanden wir Aufrufe von Funktionen, die wohl im Dongle selbst gespeichert sind. Welche das sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber der Großteil der Verschlüsselung findet dort statt. Müller wirkte seltsam erleichtert, aber Bach nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie diese gepatchte Software unverzüglich zu vernichten haben. Wenn sie in falsche Hände kommt, haben Sie eine Schadensersatzforderung in Millionenhöhe am Hals. Deißlinger lächelte ihn an. Unser Unternehmen ist absolut vertrauenswürdig seinen Kunden gegenüber. Meistens ist das auch umgekehrt der Fall. Ich gebe Ihnen eine schriftliche Erklärung, dass Ihre Software nicht an Dritte weitergegeben wird. Zufrieden? Selbstverständlich, Herr Deißlinger, versicherte Müller. Nichts anderes haben wir von Ihnen erwartet. Gut, meinte Deißlinger. Dann kann ich Ihnen jetzt aufzeigen, wie Sie Ihre geheimnisvollen Daten wieder lesen können. Eigentlich hätte das jeder EDV-Profi in Ihrem Haus auch rausfinden können. Bars Gesicht lief dunkelrot an. Müller setzte seine Tasse, die er gerade zum Mund führen wollte, klirrend auf den Unterteller zurück. Klein und Wolf beugten sich gespannt nach vorne. Kramer nahm einen seiner Bleistifthälften und drehte ihn hektisch zwischen den Fingern hin und her. Nur der Hammerhai, der gemächlich durch das Aquarium glitt, schien die Ankündigung von Deißler kalt zu lassen. Ich warne Sie, Deißlinger! Wenn das ein schlechter Scherz sein sollte, mach ich Sie fertig! Deißlinger blickte in Bachs flackernde Augen und wusste, dass es ihm ernst war. Toternst. Mein Harz Halsschlag setzte aus. Er richtete sich auf und wartete seltsam gleichgültig auf etwas, das seinen Traum von Freiheit jetzt beenden würde. Vor der Haustür wurden kurze Worte gewechselt. Ein Mann rief mit schriller Stimme. Ist die Zeitautomatik abgelaufen? Sie wissen schon, diese Automaten, damit das Licht automatisch ausgeht, nach... Dann wurde die Tür aufgestoßen. Ein Schatten schob sich durch die Öffnung und ging dicht an ihm vorbei zur Wand, wo ein kaum sichtbares Lämpchen in einem Schalter glomm. Mein Harz zögerte keine Sekunde. Er umfasste mit seinem linken Arm den Hals der Gestalt und schlug mit der rechten Faust zu. Stöhnen versuchte der Angegriffene, sich aus dem Griff zu befreien. Doch Mein Harz schlug bereits zum zweiten Mal zu. Er hörte das dumpfe Knacken, als seine Faust im Gesicht der Gestalt einschlug und das Nasenbein zertrümmerte. Doch die Gegenwehr ließ nicht nach. Beide taumelten zur Seite, stießen gegen die Wand und genauso schlagartig, wie das Licht zuvor erloschen war, flammte es wieder auf. In Meinhards Arm krümmte sich eine junge Polizistin. Ihr Gesicht war blutverschmiert, aus ihren Augen flossen Schmerztränen, aber sie wehrte sich mit dem Mut einer Verzweifelten. Während Meinhard voller Überraschung seinen Griff etwas lockerte, nutzte sie die Gelegenheit, ihre Waffe zu ziehen. Im letzten Moment reagierte Meinhard. Seine Rechte umklammerte er ihr Handgelenk und mit der linken Hand packte er sie in ihren kurzen Haaren und stieß ihren Kopf mit aller Kraft gegen die Wand. Ihre Waffe polterte zu Boden und blieb neben ihrer Dienstmütze liegen. Die Polizistin begann zu taumeln, aber Meinhard umfing sie von hinten, riss sie herum und warf sie wie einen ausgestopften Sack die Kellertreppe hinunter. Sie überschlug sich mehrmals, aber als sie unten aufschlug, blieb sie reglos auf dem Rücken liegen. Meinhard beachtete sie nicht weiter. Er hob die Pistole hoch und riss die Tür auf. Davor stand ein älterer Mann in Zivilkleidung und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Meinhard blickte sich schnell um. Es waren keine anderen Polizisten zu sehen. Bevor der verängstigte Mann vor ihm reagieren konnte, drückte ihm Meinhard die Waffe an die Stirn. »Zu ihrem Auto! Los!« Der Mann stand vor Schreck wie angewurzelt. Meinhard drehte ihn mit der linken um und schob ihn vor sich her auf die schwarze Limousine zu, während er sich immer wieder umblickte. Noch schien der Vorfall unbemerkt geblieben zu sein. Der Mann an seiner Seite begann zu wimmern. »Bitte, ich habe Ihnen doch nichts getan. Ich habe Frau und Kinder. Ich gebe Ihnen Geld und den Wagen.« »Halten Sie das Maul oder ich knall Sie ab!« Sie stehen Meinhard zu. Er öffnete die Fahrer- und Fondtür. »Los, einsteigen!« Der Mann ließ sich ergeben auf den Fahrersitz fallen. Meinhard warf die Wagentür zu und rutschte schnell auf die Rückbank direkt hinter ihn. »Losfahren!« befahl er und setzte den Lauf der Pistole an den Hals des Fahrers. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass zwei Polizisten neben der Haustüre standen und die Szene beobachteten. Einer der beiden Beamten hatte ein Handy am Ohr und nickte ständig mit dem Kopf. »Ich zähle bis drei,« sagte Meinhard, »dann sind Sie tot, wenn wir immer noch auf der Straße sind. Eins, zwei.« Der Mann vor ihm nestelte nervös in seiner rechten Hosentasche herum, bis er endlich einen Schlüssel zum Vorschein brachte und mit zitternden Fingern ins Schloss steckte und herumdrehte. Der Motor heilte auf, aber erst als Meinhard »Drei« rief, machte der Wagen einen Satz nach vorne. »Links, Richtung Bundesstraße«, dirigierte Meinhard und der Mann vor ihm gehorchte, wortlos wie eine Marionette. »Schneller«, seine Geisel gab Gas. Meinhard blickte immer wieder in den Rückspiegel. Niemand verfolgte sie. Auch vor ihnen waren keine Fahrzeuge zu sehen. Sie fuhren durch das Dorf, das dabei war, das Weihnachtsfest zu feiern. Meinhard entspannte sich etwas, als sie das Dorf hinter sich gelassen hatten. Der Nieselregen hatte sich unmerklich in Schneeflocken verwandelt, die aus der dunklen Landschaft ein fahles, weißes Tuch formten. Ein Leichentuch. Wahrlos ließ Meinhard seine Geisel nach links oder rechts abbiegen, wobei er stets vermied, größere Ortschaften zu passieren. Ab und zu wechselte er ein paar belanglose Worte mit seinem Fahrer, um sich zu vergewissern, dass dieser nach wie vor Angst um sein Leben hatte. Der Mann war Arzt und bat ihn wiederholt, ihn doch freizulassen. In seiner Jackentasche stecke ein Kuvert mit 1000 Euro, das Weihnachtsgeschenk für seinen Enkel, sagte er irgendwann einmal in der Hoffnung, seinen Geiselnehmer damit loszuwerden. Meinhard nahm es kommentarlos zur Kenntnis und erkundigte sich dafür nach dem Auto des Arztes. Ihm war aufgefallen, dass der Mann nicht schalten musste. Auch der Scheibenwischer glitt von alleine über die Frontscheibe, sobald ein paar Schneeflocken darauf liegen blieben. Ein Audi A8 ist das, er hat eine Automatik. Sie können ihn ganz leicht selbst fahren. Bitte, lassen Sie mich doch aussteigen. Ich will doch nur mit meiner Familie Weihnachten feiern. Mund halten, fahren Sie weiter, forderte ihn Meinhard auf. Das letzte Mal, dass er im Steuer eines Wagens gesessen hatte, lag über zwölf Jahre zurück. Er traute sich nicht zu, den Wagen selbst zu fahren. Außerdem würde es sowieso höchste Zeit, den Wagen zu wechseln. Als sie die kaum befahrene, mehrspurige Schnellstraße erreicht hatten, dirigierte Meinhard den Arzt in einen kleinen Parkplatz. Anhalten, Motor aus. Ziehen Sie Ihre Jacke aus. Der Arzt stellte den Motor ab, zog sich dann umständlich die Jacke aus und reichte sie nach hinten. Meinhard nahm die darin befindliche Brieftasche und den Umschlag mit 10.000-Euro-Scheinen an sich, ebenso das kleine Mobiltelefon. Vor Jahren, als er so ein Gerät zum ersten Mal bei einem Arzt sah, war er verblüfft darüber gewesen, dass jemand, noch dazu ein Mediziner, mit seinem Taschenrechner sprach. Er hatte in diesem Moment wirklich am Verstand des Arztes gezweifelt. Jetzt konnte er nur noch darüber lächeln. Aber seltsam kam es Meinhard trotzdem vor, dass ihm diese Episode jedes Mal in den Sinn kam, wenn er eines dieser winzigen Geräte sah. Er lächelte kurz, dann öffnete er die Tür. Als er den Fuß auf den verschneiten Boden setzte, bemerkte er mit Entsetzen, dass ein Wagen in den Parkplatz einbog. Auf seinem Dach zuckten hektisch und unregelmäßig zwei Lichter. Als Deißlinger mit seinen knappen, aber präzisen Ausführungen fertig war, herrschte zunächst angespannte Schweigen. Kramer war erschließlich, der das Wort an Deißlinger richtete. Ich versuche etwas laienhaft, Ihre Behauptungen zusammenzufassen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Gerne, Herr Kramer. Gut, also wir haben eine Software, die Daten so perfekt verschlüsselt, dass sie nur von demjenigen entschlüsselt werden können, der den, wie soll ich sagen, Schlüssel besitzt. Deißlinger nickte. Und diese Software läuft nur mit diesem Dongle? Deißlinger nickte wieder. Sie behaupten, dass wichtige Softwarefunktion, darunter auch der Algorithmus zur Verschlüsselung, ebenfalls in diesem Gerät steckt? Das stimmt ebenfalls. Kramer wandte sich an Bach. Wissen Sie, was in dem Ding steckt? Bach zuckte mit den Schultern. Tut mir leid, Herr Kramer. Dr. Salier hat zwei dieser Dongle damals selbst gebaut, als er mit seinen Forschungen begann. Ich hatte keine Veranlassung, ihn zu fragen, was der Grund dafür war. Vermutlich wollte er bewusst dafür sorgen, dass niemand ohne den Dongle etwas mit der Software anfangen kann. Kramer schüttelte den Kopf, dann wandte er sich wieder an Deißlinger. Sie sagten, dass es Ihnen möglich wäre, den Code zu knacken, wenn Sie im Besitz des Dongles wären. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie den Datenverkehr zwischen der Software und dem Dongle analysieren. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn jemand weiß, aus welchen Hardware-Bestandteilen sich der Dongle zusammensetzt. Das wäre eine große Erleichterung. Ich vermute, dass sich ein kleiner Prozessor nebst Speicher darin befindet. Und genau dies weiß niemand, fragte Kramer in die Runde. Müller schüttelte ebenso den Kopf wie Bach. Die beiden jungen Ingenieure hoben bedauernd die Hände. Kramer schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und wandte sich wieder Deißlinger zu. Wie lange brauchen Sie, um dieses Ding zu entschlüsseln? Schwer zu sagen, Herr Kramer. Das hängt von vielen Faktoren ab. Näheres kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich den Dongle habe und den Datenverkehr analysiere. Ich denke, in einer Woche etwa kann ich mich konkreter dazu äußern, wenn Sie mir den Dongle heute mitgeben. Kramer stand auf, ohne eine Antwort zu geben, und winkte Müller zu sich. Sie gingen zu einer anderen Sitzecke, wo sie sich setzten und leise, aber gestenreich miteinander diskutierten, wie Deißlinger durch die Blätter eines Fahns hindurch beobachten konnte. Bach blätterte unterdessen in Deißlingers Dosier. Klein und Wolf tranken schweigend ihren kalten Kaffee, und Deißlinger betrachtete einmal mehr die Haie. Er verstand nicht, warum ihm Kramer nicht ohne Aufhebens den Dongle übergeben ließ. Die Firma wollte an wichtige Daten, und er hatte eine Möglichkeit aufgezeigt, sie zu bekommen. Wozu also dieses geheimnisvolle Getuschel der beiden Männer? Er gab es auf, darüber nachzudenken, und richtete seine Aufmerksamkeit lieber wieder auf die Haie. In ihrer Art, ihrem Verhalten, wirkten sie genauso rätselhaft wie die Menschen in dieser Firma. Deißlinger lächelte unbekühlig bei dem Vergleich. Dann sah er, wie Müller mit dem Vorstandsvorsitzenden zurückkam. Kramer wischte sich eine graue Haarsträhne aus dem Gesicht, bevor er sich neben Deißlinger setzte. Müller setzte sich wieder ihm gegenüber auf seinen alten Sitzplatz. Sein Gesichtsausdruck verriet nicht, worüber er sich mit Kramer unterhalten haben mochte. Emotionslos wie ein Hai, dachte Deißlinger, als er ihn kurz musterte. Was wissen Sie eigentlich über Gigantus? fragte Kramer ohne Einleitung. Deißlinger zupfte sich am Bad. Mit so einer Frage hatte er überhaupt nicht gerechnet, und so brauchte er einige Sekunden, bevor er antworten konnte. Sie sind eines der größten Unternehmen der Welt, das Kräne und andere Baumaschinen herstellt, begann er zögernd. Und darüber hinaus auch ein Spezialunternehmen, wenn es darum geht, ungewöhnliche Transporte durchzuführen. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr Unternehmen sogar ganze Häuser schon ohne Abriss von A nach B transportiert hat, mit irgendwelchen speziell angefertigten Tiefladern oder so ähnlich. Kramer nickte zustimmend. Ja, so ungefähr stimmt das. Überall dort, wo es darum geht, Dinge zu bewegen, möglichst schwerer, ist Gigantus gefragt. Er blickte Deißlinger eindringlich an, bevor er fortfuhr. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wofür die meiste Energie verschwendet wird? Wissen Sie es? Nein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, antwortete Deißlinger wahrheitsgemäß. Ich nehme an, für die Lebenserhaltung, also für Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung und... Er unterbrach sich selbst, als er Bachs spöttisches Lächeln wahrnahm und sich des Unsinns bewusst wurde, den er dabei war, von sich zu geben. Äh, nein, ich weiß es nicht, wiederholte er noch einmal. Kramer lachte leise und humolos auf. Nein, junger Mann, fürs Brötchen holen und Sex mit Ihrer Partnerin benötigen Sie so gut wie keine Energie. Aber wenn Sie etwas Schweres bewegen müssen, dann benötigen Sie Energie, viel Energie, teure Energie, die von Maschinen erbracht werden muss, weil der Mensch zu schwach ist. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will, Herr Deißlinger? Offen gestanden, das dachte ich mir, schnitt im Kramer das Wort ab. Das ist auch der Grund, warum ich für einem Jahr beschlossen habe, das Problem an der Wurzel anzupacken und zu lösen. Deißlinger verstand überhaupt nicht, was ihm der Firmenchef sagen wollte und schwieg vorsichtshalber. Drei kleine Haie jagten die lange Wand entlang und verschwanden im Nirgendwo. Deißlinger wünschte sich ebenfalls ein Hai zu sein, dort in diesem Becken und weit weg von skurrilen Erklärungen eines alten Mannes, der ihn offenbar zu missionieren versuchte. Nur wofür und wozu? Automatisch suchte seine Rechte wieder Kontakt zum Barthaar. Dient nur dazu, eine naturgegebene Kraft, eine der vier Grundkräfte zu umgehen, die Schwerkraft, drang Kramers Stimme wie durch Watte zu ihm durch. Wann immer Lasten bewegt, Steine emporgehoben oder Wolkenkratzer in schwindelerregende Höhen gebaut werden, gilt es eines zu überwinden, die Schwerkraft. Und genau daran arbeiten wir, Herr Deißlinger. Wir eliminieren die Schwerkraft. Wir machen einen uralten Menschheitstraum wahr. Deißlinger war zu verblüfft, um antworten zu können. Müller, der ihn aufmerksam beobachtete, schaltete sich ein und sagte, »Was Herr Kramer Ihnen damit sagen möchte, wir haben bereits angefangen, die Gravitation für uns zu nutzen, indem wir sie umkehren. Die Software und die verschlüsselten Daten auf der CD sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig für uns, weil bereits seit einem Jahr äußerst erfolgreiche Versuche in dieser Richtung stattgefunden haben. Unser Unternehmen hat mehrere Millionen in dieses Projekt gesteckt, um das Ziel zu erreichen,« übernahm Kramer Müllers Ausführungen. »Leider gab es einen bedauernswerten Unfall, sodass wir quasi von vorne anfangen müssen, wenn es uns nicht gelingt, die verdammten Daten zu entschlüsseln. Verstehen Sie mich?« »Nein,« wollte Deißlinger antworten, doch Kramer hatte sich in Rage geredet und erwartete auch keine Antwort von ihm. »Sie werden den Code für uns knacken.« »Gerne, wenn Sie mir den Dongle zur Verfügung stellen,« murmelte Deißlinger. Er wollte nur noch raus hier. »Das ist leider nicht möglich,« sagte Müller. »Eine Forschungsgruppe benötigt ihn, um das Projekt weiterzuführen.« »Das ist aber kein Problem,« meinte Kramer neben ihm. »Sie fliegen einfach hin und nehmen Ihre Untersuchungen an dem Dongle an Ort und Stelle vor. Wollten Sie nicht gerne um diese Jahreszeit in den Süden?« Deißlinger dachte an seine Frau, die drohende Vollstreckung, an Italien, die Bahamas und »Ich kann nicht einfach weg«, sagte er darum, bemüht seiner Stimme Gewicht zu verleihen. »Ich habe eine Firma zu führen, Aufträge zu erledigen und« Kramer lachte dröhnend und schlug ihm mit der Hand auf die Schulter. »Wie viel?« Deißlinger blickte ihn vollkommen konsterniert an. »Eine Million, wenn Sie den Code innerhalb von vier Wochen geknackt haben, Herr Deißlinger. Ja oder nein?« »Eine Million.« Deißlinger schluckte und kratzte sich am Bart. Kramer ließ sie nicht aus den Augen. »In den Süden, für eine Million.« Einfach verrückt, oder nicht? Deißlingers Gedanken überschlugen sich. Sein kleines Unternehmen war ohnehin bis nach dem 6. Januar geschlossen. Wichtiges zu erledigen? Bis auf die anstehende Auseinandersetzung mit seiner scheidungswilligen Frau gab es auch nicht. Und »Eine Million.« »Okay,« hörte er sich antworten. »Wohin geht die Reise? Nach Italien oder in die Karibik?« »Wie dann noch,« sagte Kramer und streckte ihm die Hand hin. »Noch viel weiter in den Süden. Abreise direkt nach den Feiertagen. Sind Sie dabei?« Deißlinger schlug ein. Ein Handschlag für eine Million. »Herr Müller wird sich rechtzeitig bei Ihnen melden. Viel Erfolg. Ich zähle auf Sie, Herr Deißlinger.« Kramer stand auf und verließ ohne weitere Worte den Raum. Auch die beiden jungen Ingenieure standen auf, gefolgt von Müller, der ihm wenigstens wortlos die Hand zum Abschied reichte. Nur Bach blieb beim Sitzen. Wahrscheinlich musste er ihn wieder bis zum Aufzug eskortieren. Deißlinger schloss seine Aktentasche und stand auf, um ebenfalls zu gehen. Eine gewaltige Menge Euro-Scheine tanzte vor seinen Augen. Unfassbar. »Wollen Sie denn nicht wissen, wohin die Reise geht?« hörte er Bachs Stimme hinter seinem Rücken. Deißlinger drehte sich zu ihm um. »Ganz weit in den Süden«, lächelte Bach versonnen, »in die Antarktis!« Einer der vorbeischwimmenden Haie riss das Maul auf. Seine Zähne waren spitz und schimmerten weiß, so wie das Eis der Antarktis. Eislinger wandte Deißlinger wandte sich wortlos ab. Er glaubte ihm kein Wort. Kapitel 2 Der Horizont »Wagen waren Räumfahrzeuge.« Eines davon war in den Parkplatz eingebogen, während das andere parallel dazu auf der Schnellstraße den Schnee von der Fahrbahn schob. Meinhard atmete erleichtert aus. »Eine falsche Bewegung oder ein falsches Wort und Sie sind tot«, sagte er zu dem Arzt, als er sein Bein hereingezogen hatte und die Fahrzeugtür schloss. Der Arzt nickte nur und starrte in den Seitenspiegel, wo das Räumfahrzeug mit seiner leicht schräg gestellten Schaufel rasch größer wurde. Gleich darauf fuhr es an ihnen vorbei und hinterließ einen kleinen Schneehügel rund um den parkenden Wagen. Der Fahrer hatte nicht einmal zu ihnen herübergeblickt, sondern sich nur auf die Straße vor ihm und auf die Schneeschaufel konzentriert. Meinhard wartete, bis die beiden Fahrzeuge gemeinsam verschwunden waren. Dann öffnete er seine Tür erneut und stieg aus. Er machte einen großen Schritt über den Schneehaufen, den das Räumfahrzeug hinterlassen hatte, und winkte dem Arzt zu. Aussteigen, na los. Der Mann kletterte aus dem Wagen und blickte ihn ängstlich an. Er zitterte und das nicht verkälte. Meinhard blickte ihn mit ausdruckslosen Augen an. Dann beschrieb er mit der Pistole in der Hand einen weiten Bogen. Laufen Sie zurück bis zur Auffahrt auf die Bundesstraße. Irgendwann wird schon ein Auto kommen, das Sie mitnimmt. Na los, worauf warten Sie noch? Ich, kann ich bitte meine Jacke haben? Nein, erwiderte Meinhard ungeduldig. Halten Sie sich in Bewegung, dann frieren Sie auch nicht. Sie sind doch Arzt. Wieso muss ich Ihnen das eigentlich erklären? Der Arzt senkte den Kopf und entfernte sich wortlos. Zuerst langsam, als warte er nur darauf, von Meinhard zurückgerufen zu werden, dann immer schneller. Als er zu traben begann, schoss ihm Meinhard in den Kopf. Der Arzt stürzte der Länge nach auf den geräumten Asphalt und blieb regungslos auf dem Bauch liegen, den Kopf zur Seite gedreht. Ich habe nichts verlernt, murmelte Meinhard, als er zu ihm trat. Er bückte sich, um die Wunde am Hinterkopf zu betrachten. Die Kugel hatte ein kaum daumennagelgroßes Loch hinterlassen, aus dem etwas Blut tropfte. Aber Meinhard wusste, dass er ihn getötet hatte. Er schob die Waffe in die Manteltasche und zerrte den Leichnam an den Schneehaufen am Straßenrand. Innerhalb weniger Minuten hatte er ihn darunter verborgen. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, ging er zum Wagen zurück. Er öffnete die Fahrertür, warf seinen Mantel auf den Beifahrersitz und setzte sich hinter das Steuer. Dann drehte er den Zündschlüssel um, drückte den Getriebehebel in die zweite Stellung und fuhr langsam los. Am Ende des Parkplatzes bremste er den Wagen ab und suchte nach dem Schalter für das Abblendlicht. Als er ihn gefunden hatte und in die Bundesstraße einfädelte, bemerkte er, dass im Armaturenbrett ein kleines gelbes Lämpchen zu blinken begann. Darüber befand sich die Tankanzeige, deren Zeiger weit im roten Bereich lag. Verdammter Mist, entfuhr es ihm. Ich weiß nicht einmal, wo sich der Tankdeckel an diesem Fahrzeug befindet. Er fuhr weiter und starrte nach vorne. Die Landschaft war ziemlich flach, sodass er einige Kilometer vor sich das Blinken der beiden Räumfahrzeuge sehen konnte. Und noch weiter entfernt, fast am Horizont, schimmerten durch wirbelnde Schneeflocken einige Lichter am Straßenrand. Es konnte ein Rastplatz sein. Und wenn er Glück hatte, gab es dort auch eine Tankstelle, die am Heiligen Abend geöffnet war. Meinhard biss sich auf die Unterlippe und gab etwas mehr Gas. Das Prasseln unter den Reifen verriet ihm, dass von den Räumfahrzeugen Salz auf die Straße gestreut worden war. Er beruhigte sich wieder. Alles lief bestens für ihn. Heute ist mein Glückstag, also komme ich auch bis zu diesen Lichtern. Und hundertprozentig gibt es dort auch eine Tankstelle. Nur das Problem mit dem Tankdeckel muss ich noch lösen, dachte er. Am besten halte ich vorher noch einmal an und gehe um den Wagen herum. Meistens ist er ja hinten, weil der Tank auf der Hinterachse liegt. Und wenn er nicht aufgeht, gibt es entweder einen Schlüssel oder einen Hebel, mit dem sich das Ding öffnen lässt. Im Zweifelsfall tanke ich Superbenzin. Ist das ein Diesel? fragte er sich selbst, ohne eine Antwort zu bekommen. Er heuchte intensiv auf das leise Motorengeräusch, nahm den Fuß vom Gas und trat dann wieder darauf, um so vielleicht das typische Nageln eines Dieselmotors herauszuhören. Doch der Motor verriet ihm nicht, welchen Treibstoff er benötigte. Und während Meinhard noch über das Problem nachdachte, begann der Wagen zu ruckeln. Meinhard nahm den Fuß vom Gas. Doch das Ruckeln wurde immer stärker. Nach wenigen Metern erstarb der Motor gänzlich. Meinhard schrie vor Mut auf und hämmerte mit den Fäusten auf das Lenkrad ein. Dann stieg er entnervt aus, schnappte sich die Jacke des Arztes vom Rücksitz und schlüpfte hinein. Sie passte ebenso wenig wie der Mantel, den er noch darüber anzog. Aber wenigstens würde er nicht frieren. Den Zündschlüssel warf er in hohem Bogen ins Feld. Dann warf er alle Türen des Wagens zu und marschierte dicht am Straßenrand entlang und darauf bedacht, nicht in die aufgehäuften Schneehügel zu treten, auf die entfernten Lichter zu. Er drehte sich nach einigen Metern noch einmal missmutig um. Aber außer dem liegen gebliebenen Audi, der ihn mit seinen Scheinwerfern anstrahlte, war weit und breit kein anderes Fahrzeug zu entdecken. »Verdammte Scheiße«, fluchte Meinhardt noch einmal. Sein Glückstag war zu Ende. Als Deißlinger zu Hause ankam und den Wagen in der Tiefgarage abstellte, dämmerte es bereits. Seine Wohnung befand sich in einem Terrassenhaus, ziemlich in der Mitte gelegen und kaum 60 Quadratmeter groß. Aber für ihn alleine reichte sie aus. Die meiste Zeit verbrachte er ohnehin in seinem Büro in der Stadt. Als ihm Silvia vor drei Monaten eröffnete, dass sie die Scheidung eingereicht hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als das erstbeste Wohnungsangebot anzunehmen. Silvia, vor vier Jahren war es die große Liebe gewesen. Sie hatte ihn dazu ermuntert, eine eigene Firma zu gründen. Und er hatte das Geld ihres Vaters dankbar angenommen, seinen gut bezahlten Job an der Fachhochschule sausen lassen und die Firma aufgebaut. Alles lief bestens, so lange bis feststand, dass er die getroffene Vereinbarung nicht erfüllen konnte. Warum sie ihn deshalb fallen ließ wie eine heiße Kartoffel, war ihm trotzdem unverständlich. Im Treppenhaus roch es nach einem Gemisch zwischen Wachskerzen und Gänsebraten. Aus einer Wohnung klangen leise Weihnachtslieder, aus der Nächsten zorniges Kindergeschrei. Der Weihnachtsmann schien das falsche Päckchen geliefert zu haben oder der Inhalt funktionierte nicht. Kopfschüttelnd schloss er seine Wohnungstür auf. Der Anrufbeantworter im Flur zeigte sieben aufgezeichnete Nachrichten an, aber Deißlinger hatte keine Lust, sie abzuhören. Sie konnten nur von Silvia sein. Er schaltete das Licht ein und holte den Whisky aus dem Kühlschrank und ein Glas von der Spüle. Dann setzte er sich damit an den kleinen Esstisch und begann zu wiederholten Mal, das seltsame Gespräch bei Gigantus aufzuarbeiten. Eine Million, murmelte er kopfschüttelnd. Unglaublich, aber wahr. Mit dem Geld konnte er Silvias Rechnung begleichen. Du hast es aber nicht, mahnte eine skeptische Stimme in seinem Kopf. Es ist nicht einmal sicher, dass du den Code knackst. Und selbst wenn, wer garantiert dir, dass Kramer auch zahlt? Das lässt sich noch vertraglich regeln, sprach er sich selbst Mut zu und goss dabei ein Glas voll. Gigantus ist ein Weltunternehmen und Kramer ist bestimmt der Letzte, der sein gegebenes Wort bricht. Deißlinger stand auf, um das Radio einzuschalten. Auf allen Frequenzen ertönte Weihnachtsmusik. Entnervt schaltete er es wieder aus und legte stattdessen eine CD ein. Aus den kleinen Boxen begann Grönemeyer in seinem typischen Sprechgesang über Männer zu philosophieren. Deißlinger mochte seine Texte und Lieder eigentlich nicht besonders, aber die Stille war noch bedrückender als kitschige Weihnachtslieder und darum drehte er den Lautstärkeregler noch etwas weiter auf. Als er sich wieder setzen wollte, klingelte das Telefon im Flur. Zuerst wollte er das Leuten ignorieren. Sie, es konnte, nein, es musste Silvia sein, einfach wieder dem Anrufbeantworter überlassen. Doch dann entschloss er sich doch, das Funktelefon aus der Schale zu nehmen. Lieber noch zwei Minuten Ärger, als die halbe Nacht nicht schlafen zu können, weil das Telefon schellte. Deißlinger hier, das ist ja nett von dir, endlich an den Apparat zu gehen. Meine Geduld ist am Ende. Ich will jetzt und verbindlich wissen, wann ich mein Geld von dir bekomme. Ihre Stimme klang schrill und laut. Vermutlich hatte sie mit ihrem Freund zusammen getrunken. Danach konnte sie besonders ausfallend werden. Deißlinger setzte sich erst und trank einen Schluck, bevor er ihr antwortete. Auch dir frohe Weihnachten, mein Schatz, sagte er betont liebenswürdig und erhob sein Glas. Ich trinke auf dein Wohl. Einen Moment war er still im Hörer. Deißlinger konnte ihr Gesicht vor seinen Augen sehen, den starren Blick, die zuckenden Mundwinkel und die Zornes falten auf ihre Stirn. Vermutlich ballte sie die freie Hand zur Faust, um damit auf den Tisch zu schlagen. Er wartete darauf, dass sie explodieren würde. Gleichzeitig begann er sich darüber zu ärgern, dass er sie unnötig provoziert hatte. Pass auf, mein Freund, zischte sie nach einigen Sekunden. Du bist der Allerletzte, der sich dumme Sprüche erlauben darf. Die Scheidungsklage muss dir zugestellt worden sein. Du kennst unseren Ehevertrag noch, oder? Deißlinger zog es vor, zu schweigen. Der Feigling hält also lieber den Mund, schrie sie nach einigen Sekunden. So wie immer, wenn du ein Problem hast, nicht wahr? Aber so funktioniert das Spiel nicht mehr, mein Lieber. Ich kann dir auch gleich morgen den Gerichtsvollzieher auf den Hals hetzen. Silvia, lass uns doch vernünftig miteinander. Vernünftig? schnitt sie ihm das Wort ab. Ausgerechnet eine Niete wie du redet von Vernunft? Von wem hast du denn das Geld bekommen, um deine Firma aufzubauen? Wer hat dich unterstützt? Obwohl vorauszusehen war, dass deine exotischen Tüfteleien dieses kryptographische Zeug als Pläne ist, aber keine Geschäftsidee. Wie viel Verlust machst du dieses Jahr? Wieder 100.000 oder noch mehr? Deißlinger schluckte bei ihren Worten. Sie hatte im Grunde genommen recht mit den Vorwürfen. Silvias Vater hatte ihm ein Scheck über 400.000 Euro als Hochzeitsgeschenk überreicht, zusammen mit einem Ehevertrag, in dem unter anderem festgehalten war, dass der große Schweiger ist am Ende, unterbrach Silvia mit akzentuierten Worten seine Gedanken. Laut unserem Ehevertrag bist du zur Rückzahlung des Geldes innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Scheidungsklage verpflichtet. Die Frist ist längst um. Silvia, ich kann mir doch keine 400.000 Euro einfach aus dem Ärmel schütteln, versuchte Deißlinger, sie zu beruhigen. Ich kann gleich nach den Feiertagen mit meiner Bank reden. Sicher bekomme ich dort einen Kredit. Und sie lachte am Telefon, aber es klang nicht fröhlich. Auch hier lag sie wohl richtig. Bisher hatte seine kleine Firma nur Verluste eingefahren. Aber jetzt, mit Kramers Million in Aussicht, sah es ganz anders aus. Er würde in aller Ruhe mit seinen beiden Mitarbeitern an der Fertigstellung einer Verschlüsselungssoftware arbeiten können, die absolut sicher und gleichzeitig automatisch auf allen möglichen Plattformen einsetzbar war. Danach konnte die Firma von den Lizenzgeldern leben. Du hast ein verdammt schlechtes Gedächtnis, Wolfgang, sagte Silvia mit gefährlich leiser Stimme. Zu den 400.000 kommen noch Zinsen. Laut Vertrag sind das 6% über dem Diskontsatz. Mein Anwalt war so nett und hat es für mich ausgerechnet. Ihre Stimme wurde plötzlich zuckersüß. Du stehst mit rund 560.000 Euro im Soll. Also ein klein wenig mehr, als du noch in Erinnerung hattest. Deißlinger trank sein Glas in einem Zug leer und schenkte nach. Das mag sein, erwiderte er, nachdem das Brennen in seinem Hals nachgelassen hatte. Aber es ändert im Grunde nichts an meinem Vorschlag. Entweder du gibst mir Aufschub oder... Was, oder? rief sie spöttisch. Womit willst du mir drohen? Wenn der Termin verstreicht, wirst du eben gepfändet. Ich darf dich noch einmal an unseren kleinen Vertrag erinnern. In der Gütervereinbarung oder besser der Gütertrennvereinbarung steht doch etwas von einem Grundstück mitten in München, das dir gehört, aber dein Vater den Niesbrauch hat, solange er noch lebt. Auf dem Grundstück steht ein Mietshaus, nicht wahr? Was dürfte es wohl wert sein? Mindestens eine halbe Million, schätze ich. Es lässt sich bestimmt sofort verkaufen. Lass meinen Vater aus dem Spiel, rief Deißlinger wütend. Du weißt, dass er alt und krank ist. Die Mieten decken noch nicht einmal die Heimkosten. Es wäre sein Tod, wenn... Das ist dein Problem, mein lieber Wolfgang. Und erbrach sie ihn kühl. Und ich muss dir nicht sagen, dass es nicht dein einziges ist. Schließlich habe ich alle meine vertraglichen Verpflichtungen in unserer Ehe eingehalten. Mehr noch, ich habe sogar geglaubt, dass die Schuld bei mir lag. Erst als mir meine Frauenärztin bestätigt hat, dass ich mit 36 Jahren absolut gesund bin, wurde mir klar, dass du der Versager bist. Deißlinger spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg. Bitte, Silvia, das ist doch absurd. Ich woll... Du wolltest mich stillschweigend weiter belügen. Und erbrach sie ihn erneut mit überschlagender Stimme. Du bist feige, verlogen und pleite. Passt es da nicht ergänzend dazu, dass du auch gar kein richtiger Mann bist? Da hinten grüllt der Grönemeier, nicht wahr? Wann ist denn mein Mann? Meinst du, damit klappt es bei dir? Deißlinger sprang von seinem Stuhl auf, rannte in den Flur und warf das Telefon in die Ladeschale. Dann ging er zurück zum Tisch und leerte sein Glas erneut in einem Zug. Von innerer Unruhe getrieben, trat er ans Fenster und starrte hinaus in die Dunkelheit. Wieso bin ich nur auf diese Frache reingefallen? fragte er sich missmutig. Ich könnte sie umbringen. Männer lügen am Telefon, behauptete Grönemeier. Bereits nach wenigen hundert Metern waren Meinhards Turnschuhe völlig durchnässt. Dicke Flocken fielen aus dunkelgrauen Wolken und der zunehmende Wind blies sie ihm ins Gesicht. Der Mantel besaß keine Kapuze, daher hatte er einen Arm schützend über die Stirn gelegt. Beim Versuch rückwärts zu laufen, um sich besser zu schützen, war er prompt gestürzt. Aber das war nicht der Grund, warum Meinhardt beschloss, seinen ursprünglichen Plan zu ändern. Beim Aufstehen hatte er blaue Blinklichter gesehen. Die Polizei hatte den Audi entdeckt und wenn sie zwei und zwei zusammenzählte, wurde in den nächsten Minuten ein Kommando auf dem Rastplatz eintreffen. Wenn er auf der Straße blieb, konnten sie ihn gleich mitnehmen. Mist, entfuhr es ihm. Ein zweites Polizeifahrzeug näherte sich dem verlassenen Audi, hielt kurz an und fuhr dann wieder an, direkt auf ihn zu. Meinhardt sprang über die Schneeweh und duckte sich dahinter. Der Polizeiwagen fuhr an ihm vorüber und entfernte sich rasch. In diesem Augenblick war Meinhardt dankbar für das Schneetreiben. Aber die beißende Kälte in seinen Füßen erinnerte ihn daran, dass er sich Erfrierungen einhandeln würde, wenn er nicht bald ins Trockene und Warme kam. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, sich zu orientieren. Doch der dichte Schneefall machte es ihm unmöglich, etwas zu erkennen. Er konnte nur auf gut Glück loslaufen, so lange, bis seine Zehen absterben wurden. Zähneknirschend stapfte er durch knöcheltiefen Schnee, quer durch ein weißes Feld, das im Sommer vielleicht Weizen oder Gerste hervorgebracht hatte, aber jetzt nur aus Löchern zu bestehen schien, die schneebedeckt darauf warteten, dass er in sie hinein stolperte. Und er stolperte oft. Aber seltsamerweise machte es ihm bald nichts mehr aus, wenn er sich danach wieder aufrappelte und vorsichtig weiterging. Selbst die Kälte in seinen Füßen war von einer tummenden Taubheit überdeckt worden, die auch sein Denken lehmte. Als er plötzlich schneebedeckte Nadelbäume vor sich auftauchen sah, blieb er verwundert stehen. Einen Wald? Hier in dieser Gegend? murmelte er nachdenklich. Wieso erinnere ich mich nicht daran? Von der Klinik aus hätte ich ihn doch sehen müssen. Er ging unentschlossen einige Meter am Waldrand entlang, bis er eine Lücke zwischen den tief hängenden Ästen bemerkte. Aufatmend zwängte er sich durch die Äste. Sofort hörte der Schneefall auf. Auch auf dem Boden lag kaum Schnee. Meinhard blickte zurück zur Straße, konnte sie aber nicht sehen. Auch die Lichter des Rastplatzes waren verschwunden. Und unter den dichten Bäumen war die Dunkelheit fast vollkommen. Meinhard versuchte mit ausgestreckten Armen einen Weg durch die dicht stehenden Bäume zu finden. Bald waren seine Hände mit kaltem, klebrigem Harz bedeckt, aber er achtete nicht darauf. Der hartnäckig wiederkehrende Gedanke, dass er vielleicht orientierungslos im Kreis laufen wurde, bereitete ihm viel größeres Unbehagen. Verbissen stapfte er weiter und blieb erst keuchend stehen, als er plötzlich Schneeflocken auf seinem Gesicht spürte und seine tastenden Hände ins Leere griffen. Er stand auf einem verschneiten Waldweg, der sich sanft abfallen vor seinen Augen erstreckte, um weiter unten hinter einer Kurve wieder zwischen den Bäumen zu verschwinden. Die andere Richtung schien leicht bergauf zu führen. Und plötzlich wurde Meinhard bewusst, warum er die Straße und das Rasthaus nicht mehr sehen konnte, als er den Wald erreicht hatte. Ich bin die ganze Zeit bergauf gelaufen, ohne es zu bemerken. Kurz entschlossen folgte er dem gut begehbaren Weg, der Talberts führte. Nach zehn Minuten schälten sich schneebedeckte Holzbänke und Tische aus den Fichten. Dazwischen einige verwaiste Grillplätze, über denen runde, eiserne Roste hingen und dahinter, direkt in eine Schneise gebaut, befand sich ein Holzhaus mit dunklen Fenstern. Als Meinhard neugierig darauf zuging, begann es leise zu klingeln. Sofort blieb er stehen und blickte sich aufmerksam um. Erst als das Klingeln immer lauter und aufdringlicher wurde, wurde Meinhard bewusst, was es zu bedeuten hatte. Das Mobiltelefon des Arztes läutete. Irgendjemand wollte dringend mit einem Toten sprechen. Er war ziemlich in Eile und rannte einige Stufen auf einmal nehmend die Rolltreppe herunter, um die S-Bahn noch zu erreichen. Und sie stand ihm einfach im Weg. Vielleicht hatte er sie auch zu spät bemerkt. In jedem Fall rempelte er sie von hinten um, als er am Fuß der Rolltreppe auf den Bahnsteig zurannte. Der Koffer, den sie in der Hand hatte, fiel zu Boden, klappte auf und ergoss sein Inhalt auf den Boden. »Mann, können Sie nicht aufpassen?« fauchte sie ihn an. Als er in ihre Augen blickte, hatte er die S-Bahn sofort vergessen. »Es tut mir leid, entschuldigen Sie«, hatte er gemurmelt, und bereits eine Sekunde später lag er ihr im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen, sammelte Wäsche und Kleidungsstücke ein und erhob sich mit rotem Kopf, um ihr den Koffer zurückzugeben. »Darf ich Sie dafür zu einem Kaffee einladen?« hatte er sie dann mit seinem geübten Dackelblick gefragt. Etwas Besseres war ihm nicht eingefallen. Sie hatte ihn mit einem distinguierten Blick gemustert, aber seine Einladung trotzdem achselzuckend angenommen. Drei Tage später waren sie bereits ein Paar gewesen. Drei Wochen später zogen sie zusammen und weitere drei Monate später beschlossen sie zu heiraten. Einfach so. Sie war zwei Jahre jünger als er, hatte genug von der Welt gesehen, und Deißlinger zwar bisher so gut wie nichts davon, aber dafür verstanden sie sich auf Anhieb, vor allem im Bett. Paradoxerweise kam es ausgerechnet dort zur Katastrophe. Dabei war es ihr gemeinsamer Wunsch gewesen. Silvia hatte schon vor der Hochzeit gesagt, dass sie zwei Kinder haben wollte. Am besten schnell hintereinander, damit sie später wieder ihre Arbeit als Dolmetscherin und Assistentin im Verkauf in der Firma ihres Vaters aufnehmen konnte. Er besaß eine kleine, aber feine Maschinenfabrik und exportierte vor allem nach Asien und nach Osteuropa. Silvia, die Japanisch, Chinesisch und Französisch studiert hatte, arbeitete im Verkauf und war maßgeblich am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Sie konnte mit allen Geschäftspartnern gut umgehen, egal ob sie aus den USA, Polen oder aus Asien kamen. Ihr Charme und ihr Verkaufstalent waren der Garant für erfolgreiche Abschlüsse. Nach ihrer Heirat verzichtete sie bereitwillig auf Auslandsreisen. Sie wollte schwanger werden. Und das entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem Problem, dessen eigentliche Ursache sie mir doch erst später offenbarte. »Ich kann nicht nur so blöd gewesen sein,« fragte sich Deißlinger, der das Ganze reflektierte und nebenbei das leere Glas erneut füllte. »Wo war bloß mein Verstand?« In den ersten Monaten ihrer Ehe hatte es ihm nur Spaß gemacht. Es gab Tage, da kamen sie gar nicht aus dem Bett. Später dann, als er tagsüber damit beschäftigt war, seine neue Firma zu etablieren, Aufträge zu bekommen und auch am Abend oft Termine einschieben musste, um mit potenziellen Auftraggebern essen zu gehen, wurde es zur Pflicht. Zu dieser Zeit arbeitete sie noch in der Firma ihres Vaters, aber ein Jahr später beschloss sie spontan, nur noch für ihr erklärtes Ziel zu leben, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Deißlinger kratzte sich am Kinn, als er an diese Zeit zurückdachte. Es gab Tage, da rief sie ihn im Büro an und befahl ihm, sofort nach Hause zu kommen. Sie führte akribisch Tagebuch, maß alle paar Stunden die Temperatur und versuchte mit allen Mitteln, ihn zum geeignetsten Zeitpunkt zum Sex zu bewegen. Das Problem war nur, dass er kaum Gelegenheit hatte, sich darauf einzustellen. Deißlinger seufzte und stand auf, um sich ein Mineralwasser zu holen. Er hatte genug vom Alkohol. »Zehn Uhr.« Silvia ruft an. »Komm bitte. In den nächsten zwei Stunden ist es soweit. Elf Uhr. Wir liegen noch im Bett. Ich blicke auf die Uhr und weiß, dass mein Kunde bereits auf mich wartet. Aber sie will mehr.« Stirnrunzelnd öffnete er den Kühlschrank und nahm eine Flasche Wasser heraus. Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass das, was er für die natürlichste Sache der Welt gehalten hatte, von seiner Frau nur inszeniert worden war. Das Attribut, das er ihr einmal spaßeshalber als sexgeil beschrieb, als sie ihn erschöpft fragte, was er denn am meisten an ihr lieben wurde, und er es natürlich auf seine eigene Potenz und Anziehungskraft zurückführte, war letztlich nur eine Fassade. Der Hintergrund und Motor ihres Handelns war ihr Bruder und die Angst, zu wenig vom Erbe des Vaters abzubekommen. Das erfuhr Deißlinger aber erst, als die andere Katastrophe über ihn hereinbrach. Zuvor versuchten sie es noch mit Althergebrachtem, ein romantisches Wochenende zu zweit, Dinner for Two mit anschließendem Barbesuch und darauf folgendem gemeinsamen Bad im abgedunkelten Swimmingpool. Später mit modernen Hilfsmitteln, Pornofilme aus der Videothek, Livecams aus dem Internet und einem Überraschungsbesuch eines Core Girls, das ihn in Stimmung bringen sollte. Silvia gab alles, er sein Bestes, aber heraus kam nichts. Monat für Monat verging, ohne dass sie schwanger wurde. Vielleicht solltest du dich einmal untersuchen lassen, Liebling, hatte er ihr nach zwei Jahren vorgeschlagen. Es könnte sein, dass du ein Stressproblem hast. Ich meine, so oft wie wir. Sie hatte ihn umarmt, auf die Couch gezogen und sich auf ihre Art bei ihm für den Rat bedankt. Tage später konfrontierte sie ihn mit dem Ergebnis ihrer Untersuchung. Bei mir ist alles normal. Meine Frau und Ärztin meint, dass du dich mehr bemühen musst. Also liegt es an dir. Deißlinger verzog das Gesicht, als er an die darauf folgenden Monate dachte. Drei- bis viermal täglich hatten sie miteinander Sex gehabt. Auf dem Küchentisch, beim Frühstück, nachmittags, beim Blumengießen auf dem Balkon, im Auto, auf dem Rücksitz und sogar auf der Toilette in einer Altstadtkneipe. So lange, bis er nicht mehr konnte und wollte. Das war dann der Zeitpunkt, als sie ihm eines Tages lächelnd eine kleine blaue Pille über den Frühstückstisch schob und dazu meinte, bleib heute einfach zu Hause. Wir haben etwas Dringendes miteinander zu erledigen. Er hatte seine Termine verschoben, das Potenzmittel geschluckt und den Tag mit ihr im Bett verbracht. Danach fühlte er sich zum ersten Mal völlig ausgelaugt, benutzt und fing ernsthaft an, über ihre Beziehung nachzudenken. Natürlich blieb es ihr nicht verborgen, dass er zwar über sechs Stunden eine Dauererektion hatte, aber im wahrsten Sinne des Wortes nichts dabei herauskam. Vermutlich war das auch die Initialzündung für das bald folgende furiose Ende. Du musst unbedingt zu einem Urologen, Wolfgang. Ich will wissen, was mit dir los ist. Deißlinger schüttelte den Kopf. Das Wasser schmeckte schal und abgestanden. Er blickte unentschlossen auf die Whiskyflasche und das leere Glas daneben. Die CD war längst abgespielt und erst jetzt nahm er die leisen Geräusche der anderen Hausbewohner wahr, rhythmisch dudelnde amerikanische Weihnachtsmusik untermalt von schrillem Kinderlachen. Einer entfernt heulenden Sirene eines Feuerwehrwagens, der vielleicht auf dem Weg zu einem Wohnungsbrand war und dem langsamen Geläuz einer Kirchenglocke, die alle Gläubigen zum Gebet rief. Er nahm die Whiskyflasche und schraubte den Verschluss ab. Auf dein Wohl, Sylvia. In diesem Augenblick klingelte das Telefon erneut. Mein Herz ist das Innenfutter der Manteltasche, als er mit steif gefrorenen Fingern das Handy herauszog. Das Klingen war fast unerträglich laut geworden. Unschlüssig starrte er auf das blau leuchtende Display, in dem eine Rufnummer stand. Seine erste Eingebung war, das lärmende Ding einfach in den Schnee zu werfen, es mit seinen Füßen zu zertreten, aber plötzlich verstummte es wieder. Ein Anruf in Abwesenheit, verkündete das Display. Er hatte es kaum gelesen, da erlosch die Beleuchtung auch schon wieder. Mein Herz starrte es weiterhin an. Es könnte die Polizei gewesen sein, überlegte er fieberhaft. Wenn das Ding empfangsbereit ist, können Sie es dann orten? Verdammt, ich weiß es nicht, beantwortete er seinen Zweifel mit flüsternder Stimme. Aber sicher ist sicher. Er warf das Gerät mit aller Kraft auf den Boden. Es schepperte glitt einen Meter über den Schnee und blieb scheinbar unversehrt liegen. Aber als er es aufhob, bemerkte er, dass sich das halbe Unterteil gelöst hatte. Mit einem Ruck riss er das lose Teil weg. Das muss der Akku sein, überlegte er, während er das flache Plastikteil abwägend in der linken hielt. Und ohne Akku keine Funktion, keine Ortung mehr und auch kein Ärger. Er lächelte, dann warf er die beiden Teile zwischen die Bäume. Nur der aus den Zweigen rieselnde Schnee verriet, wo sie hingefallen sein mochten. Meinhard war es gleichgültig. Sein Interesse galt dem dunklen Haus. Langsam ging er darauf zu. Soweit er erkennen konnte, schien es sich um ein Ausflugslokal zu handeln. Die Sitzgarnituren, die Grillstellen und die von einem hölzernen Rollladen versperrte Theke neben der Eingangstür deuteten jedenfalls darauf hin. Meinhard rückte die Türklinke herunter. Sie war verschlossen, und er hatte auch nichts anderes erwartet. Er umrundete das Haus, aber es gab keine weitere Tür, die ins Innere führte, und alle Fenster waren mit Klappläden gesichert. Der einzige Schwachpunkt schien der Rollladen an der Theke zu sein. »Na komm schon«, keuchte er, als er versuchte, den Rollladen Stück für Stück hochzubuchten. Aber es gelang ihm nicht. Er war einfach zu schwer und schien auch von innen dagegen gesichert zu sein. Nach kaum zehn Zentimetern ließ er sich nicht mehr nach oben bewegen. »Ich brauche Werkzeug«, murmelte Meinhard vor sich hin. Aber weit und breit konnte er in dem Zwielicht nichts erkennen, was als Brechstange zu gebrauchen war. Aber als er einige Schritte zurück trat, sah er das kleine Fenster über der Theke, in dessen Scheibe sich der Viertelmond spiegelte. Es besagte zwar auch einen Klappladen, aber der war geöffnet. »Heureka«, rief er erleichtert aus. Dann schob er eine der Holzbänke an die Theke, wischte mit dem Ärmel darüber, um sie vom Schnee zu befreien, und kletterte von dort auf das Brett der Theke. Es ächzte zwar unter seinem Gewicht, zerbrach aber nicht. Meinhard hielt sich mit der linken Hand am Scharnier des Klappladens fest, dann stieß er den rechten Ellbogen in die Scheibe. Sie zersprang sofort. Nach wenigen Sekunden hatte er den Fensterriegel geöffnet, stemmte sich hoch und kletterte vorsichtig kopfüber hinein. Trotzdem konnte er nicht vermeiden, dass er sich an einer Glasscherbe die rechte Hand aufschnitt. Es schien sich um eine tiefe Wunde zu handeln, wie er wütend feststellte, als er das warme Blut spürte. Er presste die verletzte Hand an den Mantel und schloss mit der linken den Klappladen. Dann tastete er sich durch den nahezu dunklen Raum bis zu gegenüberliegenden Band. Dort füllte er einen altmodischen Lichtschalter mit einem Drehknopf, den er nach kurzem Zögern betätigte. Gleich darauf beleuchtete eine nackte, nur an zwei Drähten hängende Glühlampe den Raum. Er befand sich in einer Vorratskammer. An den Wänden standen raumhohe Holzregale, in denen sich Konservendosen und Kartons befanden. Sofort verspürte Meinhard Heißhunger. Der Gedanke an Würstchen mit Linsen, Ravioli oder Gulasßuppe ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber zuerst wollte er sich weiter umsehen. Er öffnete die Tür und trat hinaus in den Flur. Gleich gegenüber war eine Tür nur angelehnt. Er drückte sie langsam weiter auf, aber es war nur eine billig aussehende Toilette. Wenigstens hing ein sauber aussehendes Handtuch am Waschbecken. Meinhard nahm es und wickelte es sich um seine rechte Hand. Die anderen zwei Türen des Flures waren verschlossen. Daher beschloss er die schmale Holztreppe, die sich zwischen den beiden abgesperrten Türen befand, nach unten zu gehen. Die Stufen waren ausgetreten und knarrten bei jedem Schritt, obwohl Meinhard immer nur ganz außen auftrat. Obwohl er davon überzeugt war, dass sich niemand außer ihm hier aufhielt, wollte er jedes unnötige Geräusch vermeiden. Dann stand er am Ende der Treppe und blickte sich um. Das spärliche Licht aus der Vorratskammer reichte gerade aus, um den Raum aus der Nachtschwärze in ein fahles Dunkelgrau zu verwandeln. Es war eine kleine Gaststube mit vier Tischen, auf denen umgekippte Stühle auf das Frühjahr warteten. Neben ihnen befand sich die Außentheke mit dem gesicherten Rollladen. Meinhard konnte die schimmernden Metallbügel deutlich erkennen, die das Aufschieben von außen verhindert hatten und musste unwillkürlich lächeln. Links neben ihm konnte er einen Tresen ausmachen, über dem ein Regal schwebte, auf dem Gläser standen. Dahinter entdeckte er ein Wandregal mit unzähligen Flaschen, einer langen Spüle und einem breiten Holzschrank. Er öffnete ihn. »Es gibt ihn also doch, den Weihnachtsmann!«, grinste er, als er den Inhalt musterte. Im rechten Teil des Schranks befanden sich Kleidungsstücke, Hemden und Jacken, Hosen und Schürzen, alles fein säuberlich zusammengefaltet oder an Kleiderbügeln aufgereiht. Darunter standen zwei Paar Stiefel und ein Paar schwarze Lederschuhe. Der linke Teil des Schranks war mit aufeinander gestapelten Kartons gefüllt. »Heute ist der Kleiderbügeltag!« Meinhard zog seine nassen Turnschuhe und Socken aus und schlüpfte in die Halbschuhe. Sie waren etwas zu groß, aber dafür trocken. Innerhalb von Sekunden spürte er ein leichtes Kribbeln in seinen eiskalten Zähnen. Er zog sich seinen Mantel und die Jacke aus und kramte ein kariertes Hemd aus dem Schrank. Probehalber hielt er es vor die Brust, dann knöpfte er sein eigenes auf und warf es auf den Boden. Das Neue passte wie angegossen, ebenso die erste Jacke, die er ausprobierte. Sie schien aus echtem Leder zu sein und war ihnen gefüttert. Meinhard, dessen Laune immer besser wurde, wandte sich der anderen Schrankhälfte zu. Er nahm den obersten Karton heraus und nahm den Deckel ab. Doch die karierten Tischdecken darin interessierten ihn ebenso wenig wie die anderen Decken und Sitzpolster aus den anderen Kartons. Er schob sie achtlos neben den Schrank, dann bemerkte er den Elektroherd neben der Spüle. Er drehte ein wenig an den Knöpfen, dann hatte er den richtigen gefunden. Im Backofen leuchtete ein Licht auf und als Meinhard die Tür nach unten klappte, strömte ihm sofort warme Luft entgegen. Er ließ die Tür geöffnet und eilte wieder nach oben in die Vorratskammer. Dort nahm er wahllos zwei Konservendosen aus dem Regal, drehte das Licht aus und kehrte zurück in den Gastraum. Das Licht aus dem geöffneten Backofen reichte aus, um in den Schubladen nach einem Dosenöffner zu suchen. Als er ihn gefunden und die Konserve geöffnet hatte, stellte er die Dose in den Backofen. Dann holte er vier Stühle von einem der Tische, schob sie hinter dem Tresen zusammen und warf die Tischdecken darüber. Zehn Minuten später lag Meinhard satt und zufrieden auf den Stühlen. Die Beine genau gegenüber vom Backofen, den er weiterhin laufen ließ, trank er langsam aus einem Bierglas. Er war den Alkohol überhaupt nicht mehr gewohnt und spürte bereits nach den ersten Schlucken, wie sich eine bleierne Schwere auf seine Gedanken legte. Er wollte nur noch schlafen. Doch als er das Glas auf den Tresen stellte und sich hinlegen wollte, hörte er von draußen das laute Gebell eines Hundes. Meinhard konstatierte ganz nüchtern, dass er in einer Falle saß. Deißlinger hatte mit erneuten Beschimpfungen von ihr gerechnet, als er widerstrebend ans Telefon ging und es wortlos an sein Ohr hielt. Stattdessen überraschte ihn Silvia mit einem verbindlichen, fast schon zu freundlichen Tonfall. Vermutlich war ihr Alkoholpegel daran schuld, denn sie sprach auch ziemlich langsam, so als müsse sie jedes Wort erst in Gedanken buchstabieren. »Weißt du, Wolfgang«, sagte sie, »wir hatten doch auch schöne Tage miteinander, oder nicht?« Deißlinger schnaubte, sagte aber nichts dazu. Sie schien auch keine Antwort von ihm erwartet zu haben, sondern sprach einfach weiter. »Wir haben uns geliebt. Ich wollte Kinder von dir. Alles hätte ich dafür gegeben, um diesen Wunsch zu erfüllen.« »Du hättest welche adaptieren können«, sagte Deißlinger unbeeindruckt. »Stattdessen lässt du dich scheiden und ruinierst mich damit. Hör bitte auf, von Liebe zu faseln, Silvia. Ich war für dich nur ein Geschäft, mehr nicht.« »Das stimmt nicht«, rief sie. »Mein Vater bestand auf einen Ehevertrag, nicht ich. Du weißt doch, dass ich von seinem Erbe nur einen Pflichtteil bekomme, wenn ich keine Kinder habe. Den ganzen Rest bekommt mein Bruder. Was bleibt mir denn übrig? Ich bin nicht ewig gebärfähig.« Deißlinger verzog das Gesicht. Sein Schwiegervater war in gewissen Dingen sehr egozentrisch. Seine Erbverteilung wurde nach der Zahl der Enkelkinder aufgeteilt und Fred, sein Sohn und Silvias Bruder hatte bereits zwei Töchter. »Ja und?« mummelte er ins Telefon. »Hängst du dir jetzt ein Schild um den Hals mit der Aufschrift »Samenspender gesucht, oder warst du mit deinem neuen Lover schon erfolgreich?« »Immerhin ist Markus zeugungsfähig. Das macht den Unterschied aus«, giftete sie zurück. Ihre Beherrschung war dahin. »Aber das geht dich alles einen Dreck an. Das Einzige, was ich jetzt noch von dir will, ist mein Geld. Sofort, nicht erst in ein paar Monaten, verstehst du?« »Ich habe dir doch vorhin schon erklärt, dass... Denk an deinen Vater«, schrie sie. Deißlinger holte tief Luft und bemühte sich um Gelassenheit. »Silvia, wenn ich das Geld hätte, würde ich es dir sofort zurückgeben. Du kennst mich doch. Aber ich muss das erst mit meiner Bank abklären. Und das ist erst nach...« »Nein.« »Silvia, bitte. Lass uns doch eine gemeinsame Lösung.« Sie lachte hysterisch auf. »Haha, eine gemeinsame Lösung? So wie die, als du mir monatelang verschwiegen hast, dass du eine unheilbare in... in... Wie heißt das blöde Wort? Die beschissene Krankheit?« »Infertilität«, erklärte Deißlinger. »Und das ist keine Krankheit, sondern eine Funktionsstörung, die nicht behandelt werden kann. Zumindest nicht in meinem Fall. Du hast doch das Gutachten des Urologen gelesen.« »Ja.« »Aber erst, nachdem ich es zufällig in deinem Schreibtisch gefunden habe,« rief sie empört aus. »Du bist zeugungsunfähig und hast es mir wochenlang verheimlicht. Weißt du, was das ist? Das ist Betrug. Und jetzt kommst du daher und willst dich um die Verantwortung drücken. Nein, mein Lieber, so nicht. Zum letzten Mal. Ich will mein Geld. Jetzt. Sofort. Oder dein Vater bekommt morgen ein Telegramm vom Gericht.« In der Wohnung über ihm polterte etwas. Vielleicht war der Weihnachtsbaum umgefallen und ein Betrunkener gestürzt. Deißlinger versuchte, sich wieder auf das Telefonat zu konzentrieren. Aber er sah keine Möglichkeit mehr, Silvia zum Einlenken zu bewegen. Dann tauchte das verschwommene Bild seines Vaters vor seinen Augen auf. Wenn sie ihre Drohung wahrmachen würde, wäre es ein sicherer Tod. »Es gibt vielleicht doch eine Möglichkeit«, hörte er sich sagen. »Ich habe heute Nachmittag einen gut dotierten Auftrag bekommen. Wenn ich ihn abgeschlossen habe, bekommst du sofort dein Geld zurück.« Sie lachte humorlos auf. »Hah, und wann soll das sein? In einem Jahr oder erst in zehn Jahren? Du willst mich doch nur hinhalten.« »Nein«, beeilte er sich ihr zu versichern. »Bis Ende Januar, denke ich.« Sie schien tatsächlich darüber nachzudenken. Erst nach einigen Sekunden meldete sie sich wieder. »Ich will das schriftlich haben.« »Ich kann dir das gern mit einem Fax bestätigen, Sil. Du denkst wohl immer noch, dass ich dumm bin, was? Ich pfeife auf deine Bestätigung, Wolfgang. Ich will, dass dein Auftraggeber deine Rechnung an mich bezahlt, eine Abtretung sozusagen. Wie viel bekommst du überhaupt und vor allem von wem?« Deißlinger schluckte seinen Whisky hinunter und unterdrückte einen Hustenanfall. »Der Auftrag kommt von Gigantus.« »Sicher sagte der Name etwas.« »Und ich erhalte mehr von denen, als ich dir schulde. Eine Abtretung sollte also eigentlich in Ordnung gehen, ganz bestimmt.« Er wunderte sich, wie leicht ihm das Versprechen über die Lippen gekommen war. Das Geld war noch nicht verdient, und er gab es bereits aus. Deißlinger begann plötzlich zu frieren, obwohl es warm genug in seiner Wohnung war. »Mein letztes Angebot«, drang es gedehnt aus dem Hörer. »Wenn ich bis morgen Abend eine Bestätigung von deinem Auftraggeber habe, dass meine Forderung bis zum 1. Januar auf mein Konto eingehen wird, lasse ich dich in Ruhe. Im anderen Fall...« »Aber es ist doch Weihnachten«, rief er ins Telefon, »ich kann doch niemanden mehr erreichen. Gib mir doch wenigstens Zeit bis nach den Feiertagen. Da bist du aber schon unterwegs«, durchzuckte es ihn sofort, nachdem er den Satz beendet hatte. Außerdem war fraglich, ob die Abtretung juristisch so vorgenommen werden konnte. Den Auftrag hatte seine Firma erhalten, nicht er als Privatmann. In seinem Ohr begann es zu pfeifen. »Silvia«, sie hatte aufgelegt. Meinhard sprang auf und drehte mit der linken den Backofen aus. Seine rechte Hand hatte er immer noch mit dem Handtuch umwickelt, sodass er einige wertvolle Sekunden damit verschwendete, um mit der ungewohnten linken Hand die Ausstellung des Schalters zu finden. Dann stand er im Dunkeln und lauschte mit angehaltenem Atem nach draußen. Er wusste im Moment nicht einmal, wo er seinen Mantel hingeworfen hatte, in dem sich die Pistole befand. »Verdammte Scheiße! Hör das denn nie auf!«, flüsterte er in die Dunkelheit. Der Hund bellte wieder. Noch lauter als zuvor. Und irgendwie schien es Meinhard auch wütender zu werden. Sekunden später hörte er eine Männerstimme zwischen dem Gekläffe rufen. »Hasso! Bei Fuß! Hasso!« Meinhard schlich durch die dunkle Gaststube zu einem der Fenster und blickte durch einen Schlitz im Klappladen nach draußen. Der Schneefall war noch dichter geworden. Trotzdem sah er nach einigen Sekunden eine dunkle Gestalt auf dem Waldweg näher kommen. Ihr voraus rannte im Zickzackkuss ein lächerlich winziges Etwas. Ein Hund kaum größer als eine Katze. »Blödes Vieh!«, murmelte Meinhard und entspannte sich wieder. Keine Polizei, keine Suchrunde, keine Festnahme. Nur ein einsamer Spaziergänger, der seinen jaulenden Köter nachts im Wald herumlaufen ließ. Trotzdem blieb er am Fenster stehen, um den näher kommenden Mann weiter zu beobachten. Der Hund jagte, immer noch kläffend, durch den tiefen Schnee auf die Gaststätte zu. Als ihn Meinhard nicht mehr sehen konnte, hörte er ihn an der Tür kratzen. Das Bellen ging in ein Winseln über. »Ist ja gut, Hasso. Ich bin gleich da und mach die Tür auf«, rief der Mann mit ruhiger Stimme. »Und dann machen wir uns wieder auf den Heimweg. Nicht wahr, mein Bester?« Meinheitsgesicht verzehrte sich zu einer Grimasse. »Wieso kommt jemand am heiligen Abend auf die Idee, in dieser Waldspählunke nach dem Rechten zu sehen?« »Wahrscheinlich ist das der Wirt«, knirschte er leise. Der Hund musste es trotzdem gehört haben, denn er begann sofort wieder zu bellen. Meinhard starrte noch einen Augenblick durch den Klappladen. Der Mann war nur noch zehn Meter vom Haus entfernt und kramte bereits in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel für die Eingangstür. So wie sich der Mann bewegte, schien er ziemlich sportlich zu sein. Sein Gesicht konnte Meinhard nicht erkennen, doch die Größe des Näherkommenden war beeindruckend. Er schätzte ihn auf gut zwei Meter, und damit wäre der Hundeführer mindestens einen Kopf größer als er selbst. Keine guten Voraussetzungen für einen Kampf. Der kläffende und kratzende Hund vor der Tür ließ ihn keinen klaren Gedanken fassen. Es war sinnlos, nach oben zu eilen, um sich dort zu verstecken. Sobald der Fremde die Tür aufsperrte und das Licht eingeschaltet hatte, würde er sehen, dass jemand im Haus gewesen sein musste. Er brauchte nicht einmal einen Blick hinter den Tresen zu werfen. Der abgeräumte Tisch und der weit geöffnete Schrank waren bereits genügend wegweise auf ungebetene Besucher. Und wenn er nicht ganz beschränkt war, würde ihm die Wärme in der Gaststube verraten, dass sich immer noch jemand hier drin befinden musste. Meinhard trat vom Fenster weg, griff nach einem Stuhl und stellte sich neben die Tür. Das Handtuch löste sich von seinem Handgelenk und fiel zu Boden. Der Hund davor kläffte aus vollem Hals, als würde er das Blut durch die Tür riechen. »Ist gut jetzt, Hasso. Aus. Sitz!« Der Hund verstummte tatsächlich. Er hörte sogar auf, an der Tür zu kratzen. Einhard hob den Stuhl mit beiden Händen über seinen Kopf und ignorierte den stechenden Schmerz an seinem Handgelenk. Er biss sich auf die Unterlippe und hielt den Atem an, als draußen Schlüssel aneinander klimperten. Irgendeiner davon würde in den nächsten Sekunden ins Schloss gesteckt werden. Meinhard wusste, dass er nur einen einzigen Schlag frei haben würde, und der musste sitzen. Er musste ganz einfach sitzen. »So ein Mist!« hörte er den Mann undeutlich vor der Tür murmeln. »Hasso, ich hab den falschen Schlüsselbund eingesteckt.« »Unglaublich, sowas ist mir noch nie passiert. Ha, muss von dem vielen Glühwein kommen.« Achso begann laut zu bellen, und Meinhard nahm seine Hände wieder herunter. »Ich halluziniere«, dachte er völlig konsterniert. »Ich bilde mir das nur ein.« »Gleich kommt der Riese hier rein und«, »Hasso, halt's Maul jetzt und komm mit. Morgen ist auch noch ein Tag.« »So ein Mist! Wie konnte mir denn so etwas passieren?« Meinhard spürte, wie seine Kniekehlen schwammig wurden. Er lehnte sich an die Wand und rutschte langsam daran zu Boden. Die Stimme des Riesen entfernte sich. Der Hund schien ihm bereits wieder enteilt zu sein, denn sein Gekläffe wurde immer leiser. Wie lange er so an der Wand hockte, wusste er nicht. Irgendwann stand er auf und tastete sich im Dunkel durch die Gaststube bis zu seinem provisorischen Schlafplatz, wo er sich ausstreckte. Doch ein Schlaf war nicht mehr zu denken. Er grübelte bis zum Morgengrauen über seine nächsten Schritte nach. Dann fielen ihm doch noch die Augen zu. Als er sie wieder öffnete, drang Sonnenlicht durch die Spalten der Klappläden ins Innere. Meinhard sprang auf und begann, sich vernünftig anzukleiden. Dann ging er nach oben in die Toilette, erledigte, was getan werden musste, und wuß sich die Hände und das Gesicht mit kaltem Wasser. Aus dem kleinen Spiegel über dem Waschbecken starrte ihn ein fremdes Gesicht an. Bleich, unrasiert, mit Ringen unter den flackernden Augen. Er grinste es freudlos an, und es grinste ebenso zurück. »Leg mich am Arsch!«, murmelte er. Dann wandte er sich ab und ging wieder nach unten, um sich noch den Mantel überzustreifen. Ohne sich noch einmal umzublicken, kletterte er durch das geöffnete Fenster nach draußen und stapfte davon. Kurze Zeit später schoben sich blaue Wolken vor die Sonne. Daraus fielen wieder weiße Flocken, die Meinhards Fußabdrücke rasch unter sich begoben. Nach einigen Minuten des Überlegens, in denen er rastlos in seiner Wohnung auf und ab ging, griff Deißlinger zum Telefon und wählte Silvias Nummer. Die Angelegenheit musste geklärt werden, bevor es zur Eskalation kam. Sein Vater wusste nicht einmal von ihrer Trennung, geschweige denn von der eingeleiteten Scheidung. Und Silvia würde ohne Aufhebens von ihrem Recht Gebrauch machen, davon war Deißlinger überzeugt. Sie wollte ihn bestrafen, aber seinen Vater umbringen. Sein Herz war viel zu schwach dafür. Und er würde sich sein Leben lang mit Selbstverwürfen quälen müssen. »Ich muss Sie überzeugen. Verdammter Mist!«, fluchte er ungehalten. Es dauerte endlose Sekunden, bis der Hörer am anderen Ende abgenommen wurde. Aber er hatte sich verwählt und legte einfach wortlos auf, als sich eine fröhliche Kinderstimme meldete. Dann versuchte er es mit mehr Konzentration noch einmal. Silvias Anschluss war jedoch belegt. Darum ging er zu seinem Schreibtisch und schaltete sein Computer ein, um ihr wenigstens eine Mail zu schreiben. Während er darauf wartete, bis der Rechner bereit war, drückte er den Wahlwiederholungsknopf. Immer noch belegt. Entweder telefonierte sie bereits mit ihrem Anwalt, oder sie hatte den Hörer zur Seite gelegt. Deißlinger wusste zwar, dass sie auch ein Handy besaß, aber er hatte es nicht so notwendig erachtet, sie nach der Nummer zu fragen, als sie ihn hinausgeworfen hatte. Er drückte noch einmal die Wiederholungstaste und wartete, bis das Gedudel des Verbindungsaufbaus aufhörte. Gleich darauf folgte das monotone Besatzzeichen. Auch das noch, rief er wütend, als sein Blick auf den Bildschirm fiel. Der Rechner meldete sich mit einem schweren Systemfehler. Er startete ihn noch einmal. Tod. Nicht einmal mehr die Meldung des Herstellers tauchte auf. Der Cursor blinkte hektisch in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Sonst geschah nichts mehr. Deißlinger überlegte kurz. Dann schaltete er ihn aus und ging in die Diele, um sein Jackett überzustreifen. In seinem Büro stand ein Faxgerät und er hoffte, dass er sie mit einem glaubhaften Schreiben doch noch davon abhalten konnte, eine Katastrophe auszulösen. »Sie muss mir Zeit geben, verdammt nochmal!«, flüsterte er, als er die Wohnungstür öffnete und das Licht ausschaltete. In diesem Moment klingelte das Telefon. Deißlinger drehte sich um und rannte zurück zu seinem Schreibtisch. »Es muss mir gelingen, sie mit zwei Sätzen zu überzeugen, aber wie?«, überlegte er fieberhaft, während er im Dunkeln nach dem Telefon tastete. Die Tastatur fiel scheppern zu Boden, aber Deißlinger nahm es gar nicht wahr. »Ich muss sie ködern«, war sein einziger Gedanke. »Hör zu und lass mich bitte ausreden«, rief er mit beschwörender Stimme in das Telefon, als er es endlich gefunden hatte. »Du bekommst alles, was du willst, sogar noch mehr. Was hältst du von einer Dreiviertelmillion? Das ist kein Spaß, sondern mein voller Ernst.« Ein Augenblick war es absolut still in der Leitung. Deißlinger hielt den Atem an und presste das Telefon so fest an sein Ohr, dass es zu schmerzen begann. Dann, als er schon entmutigt nachschauen wollte, ob er den richtigen Knopf, den grünen für die Gesprächsannahme, nicht den roten für das Auflegen gedrückt hatte, bekam er doch noch eine Antwort. »Ich nehme das Angebot gerne an. Wenn ich auch nicht weiß, wie ich so unverhofft dazu komme«, sagte eine männliche Stimme. »Übrigens, hier spricht Dieter Müller von Gigantus. Bin ich überhaupt richtig verbunden bei Herrn Wolfgang Deißlinger?« »Darf ich Ihnen noch ein Glas Wein nachschenken, Maria?« fragte Fenner, nachdem er aus der Küche zurückgekehrt war. »Ich darf sie doch Maria nennen«, fügte er leise hinzu, als sie mit einer Antwort zögerte. »Bravo«, flüsterte der Rotweinteufel in seinem Hinterkopf. »Jetzt sagt sie zum ersten Mal nein, und alles ist vorbei, bevor es angefangen hat.« Fenner biss sich auf die Unterlippe und hielt den Atem an, während der kleine Teufel in ihm weiter das Schlimmste orakelte. »Ja«, erwiderte sie endlich nach einigen Sekunden, in denen sie ihn nur stumm anblickte. »Und Sie heißen Josef, nicht wahr?« »Sie sind Nuklearphysiker.« »Das ist bestimmt ein interessanter Beruf, glaube ich.« »Richtig«, bestätigte er mit seinem charmantesten Lächeln. »Aber lassen wir uns doch nicht über trockene Physik reden.« Josef Fenner und Maria Kerner sitzen gemütlich an Heiligabend beim Abendessen in meiner kleinen Wohnung, trinken kalifornischen Rotwein dazu und genießen den Blick über das nächtliche München. Diese Episode wurde in der Bibel offensichtlich vergessen. Der kleine Teufel begann zu kichern. Sie lächelte ihn an, als er neben ihr stand und das Glas erneut füllte. »Glauben Sie eigentlich an Gott, Josef?« »Ich kann mir das bei einem Physiker gar nicht vorstellen.« »Bravo«, rief der kleine Teufel, »das ist das ideale Thema zwischen Mann und Frau.« Fenner setzte sich neben seinen Gast. »Wissen Sie, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Mein Leben verlief bisher in so wohlgelenkten Bahnen, dass ich eigentlich noch keinen Grund sah, mich mit Theologie zu beschäftigen. In der kausalitätsorientierten Naturwissenschaft ist selten Bedarf an einem göttlichen Wesen.« Übergangslos wechselte er das Thema. »Hat Ihnen eigentlich das Essen geschmeckt, Maria?« »Es war verzüglich, Josef. Sie sind ein exzellenter Koch. Trotz der mir unverständlichen Materie, mit der Sie sich am Zahn beschäftigen, haben Sie den Sinn für das wirklich Notwendige nicht vergessen, nicht wahr?« »Komm zur Sache«, flüsterte der kleine Teufel. »Lass dich nicht auf ein Gespräch über Physik ein.« »Zur Sache, Schätzchen?« Fenner nickte zustimmend und erhob sein Glas. »Auf Ihr Wohl, Maria. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, selbst wenn ich Sie fast überreden musste. Ich kam mir schon vor wie ein geschwätziger Versicherungsvertreter, bis Sie endlich zusagten. Dabei wohnen wir schon seit einem Jahr im selben Haus. Sie unten im Patin und ich vier Stockwerke über Ihnen. Trotzdem war es ein weiter Weg. Vielleicht auch, weil ich nur an den Wochenenden zu Hause bin. Auf Ihr Wohl, Maria. Ich freue mich, dass Sie hier sind, gerade an einem Abend wie heute.« Der kleine Teufel in ihm begann, Tränen zu lachen. Einen Moment lang lauschten sie dem dunklen Nachklingen der Weingläser, blickten einander in die Augen und tranken schweigend. Die kleine Uhr auf dem Sideboard neben der Couch schlug leise zur vollen Stunde. Sie hatte noch nicht aufgehört, als durch das offene Fenster die ein paar Straßen entfernte Kirchenuhr ebenfalls zu schlagen bekann. Sie schlug dumpfer, aber auch langsamer. Ganz im Gegenteil zu Fenners Herz. Seit drei Stunden war sie jetzt bei ihm, hatte kaum etwas gesprochen. Und wenn, dann freundlich und distanziert, während er mit Kochen und Auftragen beschäftigt war und es dennoch fertig brachte, unaufhörlich auf sie einzureden. Seit er sich das letzte Mal wegen eines Mädchens so aufgeführt hatte, mussten zwanzig Jahre vergangen sein. »Du hast eben nichts dazugelernt!«, flüsterte der kleine Rotweinteufel in seinem Kopf. »Dreiundzwanzig«, murmelte Fennerkopf schüttelnd. »Christine«, ihren Namen kannte er noch, aber alles andere war verblasst. »Was meinten Sie, Josef?«, fragte Maria und blickte ihn etwas verwirrt an. »Na los! Erzähl ihr von diesen Peinlichkeiten!«, flüsterte der Teufel in ihm. »Sie wird sich todlachen!« Fenners stellte das Gas auf den Tisch zurück und lächelte etwas verlegen. »Entschuldigen Sie, Maria, ich war einen Augenblick in Gedanken. Ich erzählte Ihnen ja bereits von meiner bevorstehenden Forschungsreise in die Antarktis. Er hob entschuldigend die Hände und ließ sie ratlos wieder sinken. »Ich verstehe. Sie haben recht, Josef. Es ist auch schon elf Uhr und höchste Zeit, den schönen Abend zu beenden. Frohe Weihnachten also noch, selbst wenn Sie morgen vermutlich mit Ihren Reisevorbereitungen beschäftigt sein dürften.« Sie meinte es ernst, wie im Gesichtsausdruck unschwer zu entnehmen war. Das winzige Grübchen auf ihrer linken Wange, das ihr Lächeln so unwiderstehlich für ihn machte, war ebenso verschwunden wie der schimmernde Glanz in ihren Augen. Fenners zuckte zusammen und hob bespörend beide Hände hoch. »Um Gottes Willen, nein! Ich bin doch so froh, dass Sie endlich meine Einladung... Ich meine, ich war nur... Maria, ich...« Er hörte auf zu stammeln, weil sie plötzlich wieder lächelte. »Sie hält dich für einen verrückten Wissenschaftler!«, wisperte der Dämon in ihm. Maria drehte das Weinglas zwischen ihren Händen. »Ich finde sie sehr sympathisch, Josef. Es war auch ein wunderschöner Abend mit Ihnen, aber ich möchte doch etwas zwischen uns klarstellen.« Fenners nahm endlich seine Hände herunter, atmete tief ein und blickte ihr in die Augen. Sie erwiderte seinen Blick, nahm aber ihre Hände vom Tisch, als Fenners versuchte, eine davon zu berühren. Ohne den Augenkontakt mit ihr aufzugeben, legte er seinen Arm sanft um ihre Schultern. Er spürte, wie sie sich verspannte und zurückweichen wollte. Aber ihre Augen lächelten dennoch, selbst das faszinierende Grübchen war wieder neben ihrem Mund zu sehen. »Maria, ich weiß, was du sagen willst,« flüsterte Fenners, während er seine rechte Hand hob und ihr eine Haarsträhne aus der Stirn strich, die sich einladend gelöst hatte. Maria öffnete ihren Mund, aber Fenners legte ihr den Zeigefinger auf die Lippen. Sie schloss kurz die Augen. Dann ließ sie es wieder zu, dass er darin ertrank. Unmerklich wurde der Abstand zwischen ihren Gesichtern geringer. Fenners streichelte ihre Wange, tastete über das Grübchen und liebkoste in seiner unbeholfenen, maskulinen Art ihre halb geöffneten Lippen, während er mit der anderen Hand ein sinnloses Spiel mit Marias schulterlangem Haar begann. Und immer noch blickten sie einander in die Augen. Er, vollkommen überwältigt von diesem Augenblick, und sie eher reserviert, abwartend auf das, was folgen wurde, und die gefrorene Zeit entweder zerspringen ließ oder zu Äonen ausdehnen wurde. Selbst der kleine Teufel gab sich dem schweigenden Mirakel hin, das die beiden Menschen in diesem Zimmer einhüllte. Eine der vielen Kerzen, die Fenners im Zimmer aufgestellt hatte, erlosch mit einem kaum hörbaren Zischen. »Joseph«, flüsterte Maria kaum hörbar, »ich glaube nicht, dass wir das wirklich...« »Was versprichst du dir davon? Eine neue Erfahrung mit einer...« Fenner küßte ihr den Einwand einfach von den Lippen. Wieder zögerte sie einen winzigen Moment, wollte ihn von sich stoßen. Doch ebenso schnell kam sie ihm entgegen. Erst sanft, dann tastend, dann fordernd und anschmiegsam zugleich. Er umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen, als hätte er Angst, sie könne ihm entgleiten, während sie einander küsten. Dann, plötzlich mutiger geworden, umfasste er mit der linken, während seine rechte langsam über ihren Hals zum Oberarm weiter wanderte, sanft über ihre Brüste strich und irgendwann, mit der Selbstverständlichkeit eines Reisenden, für den der Weg das Ziel, aber nicht das Einzige ist, auf ihrem Schoß liegen blieb. Und noch immer küßten sie sich, mit jeder Sekunde leidenschaftlicher, und in dem Maß, in dem ihre Vertrautheit sich füreinander öffnete, wuchs das Verlangen in Fenner. »Maria«, flüsterte er irgendwann mit heiserer Stimme dicht vor ihrem Mund, »Maria, ich will mit dir schlafen. Du machst mich wahnsinnig.« »Du weißt, dass das vollkommen dumm wäre«, flüsterte sie schwer atmend zurück. »Wozu soll das gut sein? Ich will es nicht. Ich habe es nicht mehr gemacht, seitdem ich... Du weißt schon, es ist besser wie Belastnis dabei.« Doch in ihren Augen konnte er lesen, dass sie das Gegenteil meinte, und an ihrer zitternden Hand, die auf seinem Oberschenkel lag, nur einige wenige, die Erfüllung versprechende Zentimeter von seinem irrigierten Glied entfernt, spürte er, dass auch ihre Lust wuchs. Er küßte sie wieder, genoss das Spiel mit der Zunge, ließ seine Hände wieder über ihren Körper gleiten, bis sie sich auf den Rhythmus seines Spiels völlig einließ und sogar selbst jene Varianten einbrachte, die ein Mann verrückt, und eine Frau zur völligen Hingabe bereit machen können. Der kleine Teufel in Fenner hatte sich in die stille Rolle eines Voyeurs zurückgezogen und schwieg selbst dann noch, als sich die beiden irgendwann einmal schwer atemend voneinander lösten und sich Fenner erhob. »Maria, komm, lass uns ins Bett gehen.« Sie strich sich langsam die Haare aus dem Gesicht, versuchte mit einer fahrigen Bewegung, ihre halb geöffnete Bluse zu schließen und erwiderte dann mit gesenktem Kopf, »ins Bett gehen? Wie stellst du dir das vor?« Fenner starrte einen Moment fassungslos auf die vor ihm sitzende. Erst als er wieder aufblickte, das Lächeln, das Grübchen und die schimmernden Augen ihn anstrahlten, verstand er ihre Bemerkung. Er schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Dann beugte er sich zu ihr herab und küsste sie noch einmal lange. »Das kommt davon, wenn du mich so verrückt machst, dass mein Verstand aussetzt«, flüsterte er ihr ins Ohr. Und während der Kobold in ihm ein letztes Mal höhnisch zu kichern begann, schob er Marias Rollstuhl vom Tisch weg, hob sie vorsichtig hoch und trug die Gelähmte in sein Schlafzimmer. Den kleinen Teufel ließ er bei den halbleeren Rotweingläsern zurück, wo er sich irgendwann, Stunden später, mit den verlöschenden Kerzen in Rauch auflöste. Deißlinger ließ sich völlig konsterniert in den Schreibtischsessel fallen und war sekundenlang unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Am liebsten hätte er das Telefon einfach ausgeschaltet, aber dann wurde ihm doch noch bewusst, wen er am Apparat hatte. Müller hörte sich sein erklärendes Gestammel an, ohne ihn zu unterbrechen. Erst als Deißlinger eine Pause einlegte, meldete er sich zu Wort. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe, schulden Sie Ihrer Frau Geld, das sie sofort von Ihnen möchte.« Deißlinger nickte zustimmend, bis ihm einfiel, dass Müller das kaum sehen konnte. »Ja, so ist es, Herr Müller. Als Sie anriefen, dachte ich, es wäre Silvia, deshalb meine merkwürdigen Sätze zu Beginn. Und deshalb soll Gigantus Ihrer Frau eine Dreiviertelmillion überweisen,« hakte Müller nach. »Wie stellen Sie sich das vor? Ihr Auftrag ist doch noch nicht erfüllt worden. Vielleicht schaffen Sie es gar nicht, den Code zu entschlüsseln. Und dann?« Deißlinger weigerte sich den Gedanken, auch nur in Erwägung zu ziehen. »Ich weiß, dass ich den Code entschlüsseln kann,« presste er hervor. »Sonst hätte ich mich nicht darauf eingelassen.« Er stand auf und schaltete das Licht ein. »Außerdem will ich keine Vorauszahlung, sondern nur eine Abtretungserklärung, damit meine Frau stillhält, bis ich wieder zurück bin,« fügte er hinzu. Während er die immer noch offen stehende Wohnungstür schloss. »Ich bin kein Buchhalter,« sagte Müller nach einigen Sekunden. »Ob eine solche Abtretung möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist, eine entsprechende Anfrage weiterzugeben. Das kann aber erst nach den Feiertagen bearbeitet werden. »Ich benötige es unbedingt morgen, sonst ist es zu spät,« erwiderte Deißlinger resigniert. Er schilderte Müller nochmals die verfahrene Situation, ohne jedoch den Grund für Silvias Scheidungseinleitung zu nennen. Müller war diskret genug, nicht danach zu fragen. »Also gut,« lenkte Müller schließlich ein. »Ich rufe später noch den Leiter der Buchhaltung an und versuche mein Bestes, ihn zu überzeugen, so eine Abtretung an ihre Frau zu faxen. Allerdings kann ich Ihnen nichts versprechen.« Deißlinger bedankte sich erleichtert und gab ihm Silvias Faxnummer durch. Müller wiederholte die Nummer, dann wechselte er das Thema. »Kommen wir zum eigentlichen Grund meines Anrufs,«, sagte Deißlinger. »Ich hatte noch ein Gespräch mit Direktor Kramer. Wie es aussieht, hat einer unserer Konkurrenten von unserem Projekt Wind bekommen und versucht, uns zuvor zu kommen. Das setzt uns in Zugzwang. Daher können und wollen wir keine unnötige Zeit mehr verschwenden. Wir fliegen daher bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag los. Sie werden am Flughafen mit unserem Jet abgeholt. Dann steigen wir in Zürich um und...« »Das ist unmöglich,« unterbrach in Deißlinger. »Ich muss meine Mitarbeiter informieren. Außerdem habe ich gar nichts zum Anziehen. Sie sagten doch, wir fliegen in die Antarktis. Da benötige ich doch Spezialkleidung. Ich weiß gar nicht, wo ich solche kaufen soll.« Müller lachte leise auf. »Das, was Sie benötigen, besorgen wir uns in Chile. Rufen Sie Ihre Mitarbeiter morgen an und instruieren Sie diese. Dann packen Sie in aller Ruhe Ihre Koffer. Vergessen Sie Ihre technische Ausrüstung nicht, Herr Deißlinger. Auf dem Südpol können Sie nichts kaufen, was Sie vergessen haben. Sie haben hoffentlich einen gültigen Reisepass. »Ja,« murmelte Deißlinger, ohne es wirklich zu wissen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass Müller von wir gesprochen hatte. »Sie fliegen auch mit?« erkundigte er sich erstaunt. »Ja, Herr Bach übrigens auch. Die meisten anderen Wissenschaftler sind bereits unten oder folgen in den nächsten Tagen nach. Sie sehen, das Projekt läuft bereits auf Hochtouren.« Deißlinger griff nach der Whiskyflasche und nahm einen kleinen Schluck daraus. Er fühlte sich überrumpelt, und der Gedanke an eine unwirtliche Eiswüste ließ ihn frösteln. Krampfhaft suchte er nach einem Argument, die Abreise hinaus zu zögern. »Ich muss noch einen neuen Rechner besorgen,« behauptete er ohne Überzeugung in der Stimme. »Einen richtig schnellen, damit ich...« »Kein Problem, rufen Sie Bach an. Der besorgt Ihnen alles, was Sie benötigen. Vermutlich bekommen Sie sogar eine Technik, die es im offiziellen Handel noch gar nicht gibt. Wir haben Prototypen von namhaften Herstellern bei uns im Hause. Für das Projekt ist das Beste gerade gut genug, wenn ich es so salopp formulieren darf.« »Was ist das eigentlich für ein Projekt?« fragte Deißlinger, um etwas Zeit zum Überlegen für neue Argumente zu bekommen. »Und wie wollen Sie das überhaupt bewerkstelligen mit der Schwerkraftaufhebung?« »Das können Ihnen die am Projekt beteiligten Physiker und Astronomen besser erklären als ich. Ich kann Ihnen nur versichern, dass es bereits erfolgreiche Versuche gegeben hat. Das war im Februar des Jahres der Fall. Leider musste das Projekt abgebrochen werden und wird jetzt weitergeführt.« »Verstehen Sie etwas von Teilchenphysik oder Astronomie?« »Nein,« erklärte Deißlinger. »Aber das erwähnte ich bereits heute Nachmittag bei unserem Gespräch bei Ihnen in der Firma. Die Frage irritierte ihn und fast erschrocken fragte er nach. »Ist das eine Voraussetzung für meine Mitarbeit?« Müller verneinte sofort. »Sie müssen sich nur mit den Wissenschaftlern absprechen, wenn Sie an dem Dongle arbeiten. Der Zentralrechner wird nämlich für alle möglichen Steuer- und Auswerteprogramme benötigt und darf natürlich nicht ausfallen. Aber das klären Sie am besten alles vor Ort.« »Eine Frage habe ich noch, Herr Müller. Die Schwerkraft ist doch überall vorhanden, soweit mir noch aus der Schule in Erinnerung ist. Wie soll es also möglich sein, sie einfach aufzuheben? Wenn es theoretische Möglichkeiten gäbe, müsste es doch bereits irgendwo gestanden haben. Ich verfolge regelmäßig die Nachrichten und lese auch wissenschaftliche Magazine. Aber mir ist nichts davon in Erinnerung, was sich mit Schwerkraft verbinden ließe. »Ja, weil es einfach unvorstellbar ist,« lachte Müller. »Die meisten Wissenschaftler halten es schlicht für unmöglich, aber einige wenige sind anderer Meinung. Und genau diese wurden von uns aus gesucht, um das Projekt zu realisieren. Sie treffen dort unten auf Koryphäen, aber Sie sind ja selbst ein exzellenter Mathematiker, sonst wären Sie bei dem Projekt gar nicht erst dabei.« »Meine Aufgabe hat aber mit Ihrem Projekt nur indirekt zu tun,« korrigierte den Deißlinger. »Gesetzt den Fall. Ich erledige meine Aufgabe erfolgreich. Kann ich dann sofort nach Hause fliegen? Ich habe keine Lust, monatelang mit Eisbären und Robben um die Wette zu frieren.« Müller lachte erneut auf. »Sie sind am falschen Ende der Kugel, Herr Deißlinger. Eisbären und Robben gibt es am Nordpol. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie Pinguine entdecken werden. Viele schöne Pinguine!« Deißlinger gab sich geschlagen. »Okay«, sagte er, »ich treffe meine Vorbereitungen und Sie kümmern sich bitte um die Abtretungserklärung.« Müller bestätigte es ihm noch einmal, dann beendeten sie das Gespräch. Deißlinger trank den restlichen Whisky aus, dann versuchte er noch einmal, seine Frau zu erreichen. Es war immer noch belegt. »Na, dann eben nicht«, murmelte er und legte das Telefon zurück in den Flur. Als er sich auszog, um ins Bett zu gehen, fiel ihm ein, dass er völlig vergessen hatte, seinen Vater anzurufen, um ihm ein schönes Fest zu wünschen. Er beschloss es gleich, am nächsten Morgen nachzuholen. In dieser Nacht schlief er schlecht. Er träumte von Eisbergen, die ihn umzingelten, seiner Frau, die mit einem diabolisch grinsenden Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und von Euronoten, die auf die Antarktis schneiden und unter seinen Händen schmolzen. Am schlimmsten war der Traum von dem Eisbär, der schwerelos hinter ihm herjagte, bis Deißlinger vor Angst schreiend die Augen aufriss. Draußen begann es bereits zu dämmern. Er stand auf, reckte sich und trat gähnend zum Fenster. Es schneite. Die Antarktis schickte ihm einen Willkommensgruß. Kapitel 3 Es ist einfacher, radioaktives Plutonium zu entsorgen, als das Böse im Menschen. Albert Einstein Meinhard war bis zum frühen Nachmittag ohne Pause gewandert. Er fühlte sich wohl in seiner neuen, wenn auch etwas unpassenden Kleidung, genoss das kalte Winterwetter und den anhaltenden Schneefall, bei dem er in aller Ruhe seine weiteren Pläne ausarbeiten konnte. Als er eine Landstraße erreichte, marschierte er auf ihr weiter bis zu einer überdachten Bushaltestelle. Ein Blick auf den ausgehängten Fahrplan zeigte, dass heute Busse im Stundentakt verkehrten. Er setzte sich auf die Wartebank und holte den Umschlag und die Brieftasche aus einem Mantel. Dann betrachtete er zum ersten Mal das für ihn unbekannte Geld. Sieht ja fast aus wie Spielzeuggeld, murmelte er kopfschüttelnd. Und das gibt es jetzt überall in Europa? Er schob die Hunderte aus dem Umschlag in die Brieftasche, in der sich nur Kleingeld und Kreditkarten befanden. Auf der Straße herrschte lebhafter Feiertagsverkehr. Als er einen Bus heranfahren sah, steckte er die Brieftasche ein und erhob sich. Aber es war kein Linien, sondern ein Reisebus, der achtlos an der Haltestelle vorbeifuhr. Meinhardt warf den nutzlosen Umschlag in den Papierkorb und setzte sich wieder. Seine rechte Hand schmerzte nicht mehr. Eine schmale Kruste hatte sich auf der länglichen Wunde gebildet, die ab und zu ein wenig aufriss, wenn er die Hand unvorsichtig in die Manteltasche steckte. Aber im Grunde genommen war es nur ein harmloser Kratzer, den er sich bei seinem Einstieg durch das Fenster zugezogen hatte. Dann kam doch noch ein Linienbus und hielt an. Meinhardt stieg vorne beim Fahrer ein. Bis zur Endstation, sagte er der Einfachheit halber. Der Fahrer riss ein Ticket ab und reichte es ihm. 12,20 Euro. Er bezahlte, steckte das Wechselgeld ein und suchte sich einen Sitzplatz. Da kaum zehn Leute im Bus saßen, überwiegend ältere Frauen und einige wenige stumme, ebenso alte Männer, ging er nach ganz hinten und setzte sich in die letzte, die ganze breite, einnehmende Sitzreihe. Eine Zeit lang hörte er dem leisen Getuschel der Mitreisenden zu. Dann schloss er die Augen und döste vor sich hin. Nur wenn der Bus an einer Haltestelle anhielt, beobachtete er für kürze Zeit seine Umgebung. Das änderte sich erst, als sie die Kleinstadt im Nordosten von München erreicht hatten, an deren Bahnhof der Bus zum letzten Mal anhalten wurde. Endstation, alles aussteigen bitte, schnarrte die Stimme des Busfahrers aus einem Deckenlautsprecher. Gleichzeitig öffneten sich zischend alle drei Türen. Das Geräusch erinnerte ihn an die Schleuse der Klinik und beim Gedanken daran musste Meinhardt unwillkürlich lachen. Er stieg aus, orientierte sich kurz und überquerte dann den Busbahnhof, um den Hinweistafeln für Zugreisende zu folgen. Der Bahnhof befand sich kaum 100 Meter weit entfernt, war aber so unscheinbar, dass er ihn vermutlich übersehen hätte, wenn er nicht gezielt danach Ausschau gehalten hätte. Einige Leute standen wartend auf dem zugigen Bahnsteig. Der gegenüberliegende Bahnsteig war menschenleer. Meinhardt vergewisserte sich, dass der Zug auf diesem Gleis nach München fahren würde. Dann blickte er sich nach einem Fahrkartenschalter um. Als er keinen entdeckte, wandte er sich an einen kleingewachsenen älteren Mann, der ihm am nächsten stand. »Entschuldigen Sie bitte«, fragte er höflich, »wo bekomme ich denn eine Fahrkarte?« »Zminger«, antwortete der Mann und blickte ihn fragend von unten herauf an. Als Meinhardt keine Antwort gab und mit den Schultern zuckte, versuchte er es in Hochdeutsch. »Nach München?« »Ja«, sagte Meinhardt. Der Alte deutete mit der Hand auf einen gelben Kasten neben einer Sitzbank. »Door is an Art der Mat?« Meinhardt bedankte sich und ging in die Richtung des knallgelben Fahrkartenautomats, ohne diesen bewusst anzusehen. Er spürte, wie er zu schwitzen begann, sein Herz schneller schlug und all die anderen Symptome, die einen Anfall ankündigten. Nach wenigen Schritten begann er, in Panik aufgelöst loszurennen. Erst als er vor dem Bahnhof stand, blieb er keuchend stehen und wartete, bis sich sein Zustand wieder normalisierte. Einige Passanten musterten ihn, aber keiner sprach ihn an. Meinhardt ging ein paar Schritte weiter und blieb vor dem Schaufenster eines Schreibwarengeschäfts stehen. Dort blickte er scheinbar interessiert auf die Auslagen, um nicht weiteres Aufsehen zu erregen, und wischte sich den Schweiß von der Stirne. »Reiß dich zusammen«, ermahnte er sich, »du musst solche verdammten Situationen vermeiden.« Langsam beruhigte er sich wieder. In der Schaufensterscheibe spiegelte sich der Busbahnhof schräg gegenüber, und das brachte ihn auf eine Lösung für das Problem mit der Zugfahrkarte. Kopfschüttelnd, weil ihm die eigentlich naheliegende Idee nicht schon gekommen war, als er aus dem Bus ausstieg, ging er zurück zum Busbahnhof und studierte die Fahrpläne der vier Haltebuchten. Wie erwartet fuhr tatsächlich einer der Busse in die Landeshauptstadt, allerdings erst in knapp zwei Stunden, wie er mit einem Blick auf eine große Uhr feststellen konnte. Unschlüssig überlegte Meinhardt, wie er die Wartezeit verkürzen könne. Dann entschied er sich, nach etwas essbarem Ausschau zu halten. Er schlenderte durch die Straßen, bis er eine Kebabbude entdeckte. Der Döner, den er bekam, war scharf gewürzt, aber er schmeckte ihm gut. Er bestellte sich spontan noch einen und eine Flasche Mineralwasser dazu. Gestärkt und mit neuem Selbstvertrauen erreichte er am späten Nachmittag München. Dort fuhr er mit der Stadtbahn zum Flughafen, wo er zielstrebig in eines der Parkhäuser ging. Geduldig blieb er immer wieder bei Parklücken stehen und wartete, bis ein Wagen dort abgestellt wurde. Nach einer Stunde war es endlich soweit. Der Mann, der aus einem gerade eingepackten, dunkelblauen Mercedes stieg und den Kofferraum öffnete, hatte seine Statur, die gleiche Haarfarbe und fast dieselbe Gesichtsform wie er. Meinhard ließ seinen Blick kurz durch das Parkhaus schweifen. Dann trat er aus dem Schatten der Säule, hinter der er sich verborgen hatte und näherte sich dem Mann von hinten. Er nahm gerade zwei große Koffer aus dem Wagen, als Meinhard ihn erreicht hatte. Was? Meinhards Faust traf ihn mitten im Gesicht. Der Mann taumelte gegen seinen Wagen und versuchte, seine Hände hochzunehmen, aber Meinhard war schneller. Sein zweiter Schlag ließ den angegriffenen Stöhnen zu Boden gehen. Meinhard zog ihn dicht an den Wagen und riss den Kopf des Mannes mit beiden Händen an den Haaren hoch. Dann schmetterte er ihn zurück auf den Betonboden. Der Schädel brach. Und ohne sich um das Zucken des Körpers zu kümmern, versuchte Meinhard die Taschen des Mannes. Im Jackett fand er die große Brieftasche. Sie enthielt neben Geld auch Flugscheine, einen Reisepass und andere Schriftstücke. Meinhard schlug den Reisepass auf und betrachtete das Foto darin. »Es könnte klappen«, flüsterte er. Er schob die Unterlagen in seine eigene Jacke. Dann zog und schob er den Sterbenden in den leeren Kofferrahmen des Mercedes. Als er zuletzt noch seinen blutverschmierten Mantel auf den Mann warf und dann den Deckel zufallen ließ, fuhr ein Wagen an ihm vorbei. Die Fahrerin bremste und blickte fragend zu ihm herüber. Meinhard lächelte sie an und schüttelte bedauernd den Kopf. Sie fuhr langsam weiter, um eine andere Parklücke zu suchen. Meinhard verlor keine Zeit mehr. Er nahm die beiden Koffer seines Opfers und verließ damit das Parkhaus. Die überflüssig gewordene Pistole versteckte er tief in einem Papierkorb. In der großen Haupttale des Flughafens suchte er sich dann eine ruhige Ecke. Dort stellte er die Koffer ab und studierte eingehend die Unterlagen, vor allem die Flugscheine. Er wollte wissen, wohin die Reise gehen würde und wo er sich einchecken konnte. Oh, entfuhr es ihm überrascht, als er die Papiere überflogen hatte. Damit konnte niemand einsthaft rechnen. Seltsam betäubt vor so viel Glück nahm er seine Koffer wieder in die Hände und suchte den Schalter der Fluglinie, um seine Koffer aufzugeben. Er stellte sich in die kurze Schlange der Wartenden. Kurze Zeit später passierte er ohne Probleme die Zugangskontrolle zum Gateway. Punkt 18 Uhr startete das Flugzeug mit ihm an Bord nach Zürich. Als die Leuchtschrift über ihm anzeigte, dass man jetzt die Sicherheitsgurte öffnen dürfe, blickte Meinhardt aus dem Fenster. Auf Wiedersehen, Deutschland, verabschiedete er sich leise. Unter ihm verschwanden die letzten Lichter. Die junge Frau, die neben ihm Platz genommen hatte, blickte ihn einen Moment an. Dann, als Meinhardt weiter aus dem Fenster starte, vertiefte sie sich wieder in ihre Illustrierte. Als eine Suarez vorbeikam und Getränke anbot, schlief Meinhardt fest und tief. Er träumte von Chile, seiner neuen Identität und einem Leben ohne Ärzte, Kliniken und grauenhaften Anfällen. Kapitel 3 Es ist einfacher, radioaktives Plutonium zu entsorgen, als das Böse im Menschen. Albert Einstein Deißlinger hatte sich die Reise anders vorgestellt. In seiner Naivität war er davon ausgegangen, nach ein paar Stunden Flug auszusteigen, zu einem beheizten Iglu gefahren zu werden und sofort mit der Arbeit beginnen zu können. Er hatte sich wirklich gründlich getäuscht. Den Flug mit dem Leertschät nach Frankfurt hatte Deißlinger noch voller Abenteuerlust genossen, auch weil ihn Müller am ersten Weihnachtsfeiertag nochmals angerufen und ihm versichert hatte, dass die Buchhaltung von Gigantus nach Rücksprache mit Direktor Kramer eine Abtretungserklärung an Silvia gefaxt hatte. In Frankfurt erwarteten ihn Müller und Bach bereit. Beide waren leger gekleidet, ganz im Gegensatz zu Deißlinger, der seinen besten Anzug trug und auch nicht auf eine Krawatte verzichtet hatte. Bach grinste ihn an, enthielt sich aber einer spöttischen Bemerkung und reichte ihm sogar die Hand zur Begrüßung. Müller dirigierte ihn zur Gepäckabfertigung. Kurz darauf passierten sie die Sicherheitskontrollen und warteten darauf, an Bord gehen zu können. »Wie lange dauert der Flug?«, fragte Deißlinger, als sie im Bus zum Flugzeug gefahren wurden. »Drei bis 14 Tage«, antwortete Bach, ohne eine Mine zu verziehen. Müller lachte. »Nun übertreiben Sie nicht so, Herr Bach.« Dann wandte er sich an Deißlinger. »Nach Buenos Aires benötigen wir rund 14 Stunden. Danach geht es in etwa zwei Stunden weiter nach Santiago de Chile. Von dort geht es in rund zwei Stunden weiter südlich nach Portomont und dann noch ein Stück nach Punta Arenas. Wie lange dauert das, Herr Bach? Zwei oder drei Stunden? »Eher drei, wenn ich mich recht erinnere«, überlegte Bach und hob seinen Handkoffer hoch, da der Bus das Flugzeug erreicht und angehalten hatte. »Wenn wir ohne große Unterbrechung durchreisen können, schaffen wir die Strecke in rund 30 bis 40 Stunden.« Deißlinger stieg mit den anderen Fluggästen aus. »Und in Punta Arenas ist die Forschergruppe?« fragte er den neben ihm gehenden Müller. »Ich wusste gar nicht, dass es Linienflüge in die Antarktis gibt.« Müller blickte ihn lächelnd an. »Die gibt es auch nicht.« Punta Arenas liegt im äußersten Süden von Chile, direkt an der Magellanstraße und auf der Brunswick-Halbinsel. Sie streiten sich übrigens mit anderen Städten um die Ehre, die südlichste Stadt der Welt zu sein. »Zumindest aber kann sie wohl als die südlichste Großstadt der Welt bezeichnet werden. Über 150.000 Menschen leben dort.« Deißlinger zeigte sich beeindruckt über Müllers Kenntnisse. Gleichzeitig wurde ihm unwohl bei der Vorstellung, dass das noch nicht das Ziel der Reise sein würde. Als könne Müller seine Gedanken lesen, fuhr dieser fort. »Aber von dort ist es nicht mehr allzu weit bis zu unserem wirklichen Ziel. Ich erkläre Ihnen alles weiter im Flugzeug. Wir haben ja genügend Zeit.« Deißlinger nickte ergeben und schämte sich gleichzeitig über seine bescheidenen Geografiekenntnisse. Müller saß im nur zur Hälfte besetzten Flugzeug neben ihm, während Bach seinen Platz im hinteren Teil fand, dort, wo die Raucher zusammensaßen. Der rote Vorhang, der sie von den anderen Fluggästen abschirmen sollte, blieb jedoch geöffnet. »Wieso ist die Forschergruppe eigentlich in der Antarktis?« wollte Deißlinger als erstes wissen, als die Maschine gestartet war. »Hat das einen bestimmten Grund?« »Ja, natürlich«, bestätigte Müller. »Die Antarktis ist sogar der einzige Ort auf der Erde, an dem diese Versuche durchgeführt werden können. Obwohl der Nordpol theoretisch auch in Frage käme, aber da ist zu wenig Eis.« »Was hat denn die Schwerkraft mit den Polen zu tun?« hackte Deißlinger verwundern nach. »Ich war der Meinung, sie ist überall gleich. Ganz egal, wo ich mich auf der Erde befinde.« Müller öffnete ungeniert den obersten Hosenknopf und seufzte erleichtert. »Es ist nicht leicht mit so einem Bauch,« lachte er und strich sich mit der flachen Hand über die imposante Wölbung. »Meine große Leidenschaft ist nun mal gutes Essen. Aber Sie haben recht, Herr Deißlinger. Die Schwerkraft ist natürlich an allen Orten gleich groß. Die Gründe, warum wir die Versuche in der Antarktis vornehmen müssen, sind zwei andere. Wir benötigen zum Ersten ein weiträumiges, stabiles und ungestörtes Magnetfeld. Der zweite Grund ist die Tatsache, dass wir nur von dort aus die außergewöhnliche Strahlung eines bestimmten Quasars mit einem Radioteleskop einfangen können.« Deißlinger schwieg einen Moment lang und dachte nach. Die Sache wurde immer komplizierter. Eine Süeres kam vorbei und fragte nach ihren Wünschen. Müller bestellte einen Tomatensaft und Deißlinger entschied sich für eine Cola. Sie reichte ihnen Lächeln, das gewünschte, und wandte sich den Passagieren in der nächsten Reihe zu. »Eis im Tomatensaft?« fragte Deißlinger verwundert, als er in Müllers Becher den Kristallwürfel entdeckte. »Das habe ich bisher nur bei nordamerikanischen Airlines erlebt. Ja, aber die Unsitten dieser Welt vermehren sich am schnellsten in Flugzeugen,« meinte Müller, ohne eine Mine zu verziehen. »Interessant wird es am Abend, wenn Sie Ihren Rotwein mit Eisblöcken verdünnen. Welche Art von Strahlung sendet dieser Quasar aus?« versuchte Deißlinger, das Gespräch wieder in eine interessantere Richtung zu lenken. »Mir ist immer noch unklar, was das mit der Schwerkraft zu tun haben könnte. Außerdem dachte ich, dass sich Physiker mit solchen Sachen beschäftigen und keine Astronomen.« Müller schlürfte aus einem Becher, dann nickte er. »An dem Projekt arbeiten Astronomen und Physiker zusammen. Die einen besorgen die Strahlung, die anderen sind für die Weiterverarbeitung und Anwendung zuständig. Dazu kommen noch ein paar Techniker und Ingenieure und wir drei mit Spezialaufgaben.« »Spezialaufgaben? Nun, Ihre ist Ihnen ja bekannt. Herr Bach wird Ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten assistieren und ich leite das ganze Unternehmen.« Deißlinger nahm es ohne Regeln zur Kenntnis. Ihm ging gerade ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf. »Die verschlüsselten Daten auf der CD stammen also aus der Antarktis? Ich meine von einer anderen Forschergruppe. Wenn Sie die Daten entschlüsselt hätten, wäre eine neue Versuchsreihe unnötig?« »Vermutlich schon«, gab Müller zu. »Aber leider ist das nicht der Fall und deshalb wurde ein zweites Team aufgestellt, um die Arbeit von Dr. Salier weiterzuführen.« »Das erste Team wurde aufgelöst?« »Wieso denn? Es wurden doch Ergebnisse erzielt.« Müller wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn. »Es wurde nicht aufgelöst.« Das Team befand sich auf einem Eisbrecher vor den Süd-Shetland-Inseln. Drei Tage, nachdem die CD an einen unserer Mitarbeiter übergeben wurde, muss es ein Unglück gegeben haben. Das Schiff ist aus unbekannten Gründen versunken. Es gab keine Überlebenden. Nicht einmal einen einzigen Hinweis auf eine Kollision mit einem Eisberg oder einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff. Nichts. Absolut nichts. 24 Männer und Frauen tot. Eine Ausrüstung in zweistelliger Millionenhöhe liegt 1200 Meter tief im Meer. Und wir hatten keine Daten außer den Verschlüsselten. »Und jetzt wartet wieder ein Eisbrecher auf uns?« fragte Deißlinger mit gemischten Gefühlen. Müller schüttelte den Kopf. »Nein, wir haben eine Station gebaut. Eine richtige Forschungsstation. Mit allem, was eventuell von Nutzen sein könnte. Sie werden begeistert sein, wenn sie angekommen sind.« Deißlinger lagen noch viele Fragen auf der Zunge. Aber Müller hatte während seinen letzten Ausführungen die Lehne ein Stück nach hinten geneigt und die Augen geschlossen. Er wollte offenbar nicht mehr über das Thema reden. Deißlinger biss sich auf die Unterlippe und begann, sich am Bart zu kratzen. Irgendwann stand er auf und ging nach hinten. Vielleicht konnte er aus Bach noch die eine oder andere Information herauslocken. »Irgendetwas stimmt da nicht,« murmelte er halblaut. »Aber was?« Maria Kerner rollte zum Terrassenfenster und betrachtete den verschneiten Garten. Am frühen Morgen hatte er sich zärtlich von ihr verabschiedet und versprochen, eine Ansichtskarte aus der Antarktis zu schicken, sobald er angekommen war. Sie hatte gelächelt, als er sie gebeten hatte, ihm nicht untreu zu werden. »Ich kann sowieso nicht weglaufen.« Josef hatte sie einen Moment nachdenklich angesehen. Dann verstand er, wie sie es gemeint hatte. »Hör zu, Marie. Ich weiß nicht, wie lange dieses Projekt da unten dauert. Vielleicht sogar drei Monate. Was ich zwar nicht hoffe, aber möglich ist. Spätestens dann muss es ohnehin unterbrochen werden, weil der Sommer zu Ende ist. Im Herbst und Winter können keine Versorgungsflugzeuge mehr ins Innere der Antarktis fliegen. In jedem Fall bekomme ich so viel Geld dafür, dass wir beide damit in die Staaten fliegen können, damit dich die besten Spezialisten untersuchen. Ich weiß von einem Bekannten, dass sie dich heilen können. In jüngster Zeit wurde offenbar erstmals in präklinischen Versuchen das neurotherapeutische Medikament Chordaneurin erfolgreich an Rückenmarksverletzungen getestet, welches die Regeneration der Nervenzellen begünstigen soll. Hier bei uns weiß fast niemand davon. Lass es uns einfach versuchen. Sie glaubte nicht wirklich daran, aber seine Zuversicht wärmte ihr Herz. Es war ein aufwühlendes Erlebnis gewesen, mit ihm Sex zu haben. Seltsamerweise hatte sie ihn in sich gespürt. Sogar ein leichtes Ziehen wahrgenommen, das sich früher zu einem richtigen Orgasmus gesteigert hätte. Aber es verstärkte sich nicht, obwohl Josef ein zärtlicher und leidenschaftlicher Liebhaber war. Es lag an ihr, nicht an ihm, dem sie sich aus Gründen hingegeben hatte, die niemand außer sie selbst verstehen wurde. Er gab ihr das Gefühl, zurückbegehrenswert zu sein, eine Frau zu sein. Er, Josef, der jetzt schon weit weg war und sie vermutlich als pikante Episode abgehakt haben dürfte. Doch ihre Gedanken waren immer noch bei ihm, ob sie es wollte oder nicht. Wie komme ich bloß dazu, mich in einen 42-jährigen, trockenen Wissenschaftler zu verlieben, grübelte sie weiter. In einen Mann, der 15 Jahre älter ist, nur an den Wochenenden da ist und sich selbst da noch mit seinen Unterlagen beschäftigt, die er aus der Schweiz mitbringt. Ordner, gefüllt mit Messdiagrammen von den Detektoren des Zyklotrons, endlose Computerausdrücke mit nebulösen Formeln und Zahlen. Ich benehme mich wie ein Teenager. Was findet er an jemand, der im Rollstuhl sitzt? fragte sie ihr halbdurchsichtige Spiegelbild in der Scheibe. Ich sollte die Affäre vergessen, anstatt darüber nachzudenken. Der Vorsatz war noch nicht zu Ende gedacht, als sie Josef, Dr. Josef Fenner, bereits wieder vor sich sah. Seine Augen waren es wohl gewesen, die sie hypnotisiert hatten. Später seine Hände, der maskuline Geruch, durchwoben von einem herben Aftershave. Und noch viel später der kleine Teufel, der ein bizarres Eigenleben in seinem Kopf führte. Sie lächelte, als sie daran dachte, wie er ihr ganz ernsthaft davon erzählte, als sie in der Dunkelheit nebeneinander im Bett lagen. Ich lasse ihn am besten bei dir, Maria. Er kann dich bestimmt gut unterhalten, solange ich weg bin. Gute Idee, hatte sie lachend geantwortet. Dann hält er dich wenigstens nicht von der Arbeit ab. Jetzt waren beide weg. Geblieben waren Erinnerungen. Zwiespältige Gefühle. Und sogar so etwas wie ein schlechtes Gewissen, wenn sie daran dachte, dass jemand von den Hausbewohnern etwas bemerkt haben könnte. Josef war nicht besonders leise gewesen, als er sie am frühen Morgen im Aufzug nach unten in ihre Wohnung begleitet hatte. Und wenn schon, murmelte sie. Als Behinderte schaute ich ohnehin jeder schräg an. Oder gar nicht. Sie schloss die Augen und ließ zum tausendsten Mal die Ereignisse, die zum Unfall geführt hatten, Revue passieren. Angefangen hatte es mit der Party bei Freunden, auf der reichlich Alkohol floss. Sie hatte nur ein Glas Wein getrunken, als sie bemerkte, dass Andreas, ihr damaliger Freund, sich dem schottischen Whisky zuwandte. Als sie ihn endlich dazu bewegen konnte, nach Hause zu fahren, gab es Streit zwischen ihnen. Es gab immer Streit, wenn er betrunken war. Er weigerte sich, ihr den Autoschlüssel zu geben. Sie hatte sich geweigert, mit ihm mitzufahren und stellte sich demonstrativ mit verschränkten Armen vor seinen alten Renault. Er stieg fluchend in seinen Wagen, startete den Motor und ließ ihn aufheulen. Gleichzeitig blinkte er mit der Lichthupe. Es war ein Spiel, um das Recht haben, mehr nicht. Beide waren davon überzeugt, es für sich einfordern zu dürfen. Sie blieb einfach stehen und wartete darauf, dass er zu Vernunft kommen würde. Es kam zur Katastrophe. Vielleicht hatte er versehentlich den Gang eingelegt oder vergessen, das Kupplungspedal weiterhin nach unten zu drücken. Jedenfalls schoss der Wagen plötzlich mit durchdrehenden Rädern auf sie zu. Sie war gar nicht in der Lage, dem heranrasenden Fahrzeug noch auszuweichen. Er raste einfach durch sie, als wäre sie gar nicht vorhanden. Meterweit wurde sie durch die Luft geschleudert, berichteten ihr später einige Zeugen, und wie ein Geschoss gegen die Betonmauer geprallt. Maria selbst hatte keinerlei Erinnerung mehr an die Sekunden vor und während des Unfalls. Später, als sie im Krankenhaus zu sich kam, war sie davon überzeugt, dass es ein Unfall gewesen sei. Auch noch, als man ihr behutsam mitteilte, dass Andreas einfach weitergefahren war, ohne sich um sie zu kümmern. 300 Meter weiter übersah er eine rote Ampel und raste in ein Omnibus. Glücklicherweise befanden sich kaum Fahrgäste im Bus, und niemand verletzte sich dabei, außer Andreas selbst. Er starb noch an der Unfallstelle, und sie wurde irgendwann zornig darüber, dass er es hinter sich hatte und sie nicht. Es gab Tage, da verfluchte sie ihn, wenn sie von jedem Arzt das Gleiche zu hören bekam. Nein, ihre Verletzungen an der Wirbelsäule sind irreversabel. Compressio spinalis, tut mir leid. Ihr tat es auch leid, weil sie in jeder Minute ihres Lebens daran erinnert wurde, dass nichts mehr so sein würde, wie sie es sich als junge Studentin vorgestellt hatte. Bis vorgestern, als sie sich auf Josef einließ. Und danach? Sie ließ ihren Tränen freien Lauf. Dann atmete sie einmal tief durch und sortierte ihre Gedanken neu. Das Leben rollte weiter, und sie musste mitrollen, ob sie wollte oder nicht. Roll on, befahl sie sich energisch und konnte sogar über ihren eigenen Zynismus lächeln. Maria drehte den Rollstuhl um und blickte auf die Uhr. Jeden Moment wurde ihre Pflegerin an der Tür läuten. Das wirkliche Leben hatte sie wieder eingeholt. Seifzend rollte sie in die Küche und öffnete den Kühlschrank, um ihre Medikamente herauszunehmen. Verblüfft ließ sie ihren Arm sinken, als sie sah, was Fenner ihr hinterlassen hatte. Zwischen den Lebensmitteln eingekeilt stand eine kleine Flasche Rotwein mit einer roten Schleife am Hals. Davor stand ein Briefumschlag. Sie öffnete ihn. Ich liebe dich, stand in großen Lettern auf dem Blatt Papier. Vergiss das nicht. Lächelnd faltete sie das Blatt zusammen und schob es in den Umschlag zurück. Dann fiel ihr Blick noch einmal auf die Rotweinflasche und das darauf klebende Etikett, das zuvor vom Umschlag verborgen worden war. Kleiner Teufel stand darauf. Unter den gesprungenen Buchstaben war ein kleiner schwarzer Teufel gedruckt. Fenner hatte ein rotes Herz um ihn herum gemalt. Bach blickte überrascht von seinem Laptop auf, als sich Deißlinger neben ihm in den Sitz fallen ließ. So hoher Besuch, meinte er lapidar und klappte den Deckel seines Rechners zu. Wollen Sie nur eine Zigarette schnauern oder finden Sie nicht allein zur Toilette? Deißlinger ließ sich nicht auf ein Geplänkel ein, sondern kam gleich zur Sache. Was ist mit dem Schiff passiert, mit diesem Eisbrecher? Bach musterte ihn hinter seiner spiegelnden Brille. Was soll damit passiert sein? Das ist untergegangen. Sturm, Unfall, was weiß ich. Sind Sie auf dem Schiff gewesen? Nein, erwiderte Bach. Sonst säße ich wohl kaum hier. Wie kam dann die CD mit den verschlüsselten Daten zu Ihnen? Sie stellen komische Fragen, sagte Bach kopfschüttelnd. Natürlich mit einem Boten. Dr. Salier teilte uns mit, dass er kurz vor dem entscheidenden Durchbruch stehen wurde. Laut seinem Vertrag war er verpflichtet, alle Informationen zu den Versuchen an Gigantus zu übergeben. Und genau das hat er getan. Die Verschlüsselung diente nur der Sicherheit. Er wollte einige Tage später selbst zurückfliegen und sie bei uns entschlüsseln. Leider kam ihm etwas dazwischen. Es klang plausibel, musste Deißlinger einräumen. War es nicht leichtsinnig von Gigantus, nur einen einzigen Mann zu haben, der die wichtigen Daten entschlüsseln konnte? fragte er in bewusst provozierendem Tonfall. Wenn es wirklich um eine bahnbrechende Erfindung ging, hätte er sie doch leicht jemand verkaufen können. Bach begann zu lachen. Sie lesen zu viel schlechte Krimis. Dr. Salier wurde von uns finanziert und das Mitarbeiterverhältnis mit wasserdichten Verträgen zementiert. Hätte er vorgehabt, mit seiner Entdeckung einen Verrat zu begehen, wäre er erledigt gewesen. Er hätte ohnehin ein Vermögen von uns bekommen, wenn er das Projekt erfolgreich abgeschlossen hätte. So viel Geld hätte ihm sowieso kein Konkurrent geboten. Sie haben keine Ahnung von der Größenordnung, um die es geht. Denken Sie an Ihre eigene Summe, die Sie erhalten, wenn Sie Ihren Job erledigen. Dann verstehen Sie vielleicht, was ich meine. Deißlinger kratzte sich am Kinn. Die Betonung von Bach auf das Wenn war ihm nicht entgangen. Was ist denn Ihre Aufgabe bei diesem Projekt? Ich werde ihn auf die Finger sehen, lieber Kollege, erwiderte Bach mit einem schiefen Lächeln. Sie kennen doch das Sprichwort Vertrauen, ist gut, Kontrolle ist besser. Jetzt grinste auch Deißlinger humorlos. Ich glaube kaum, dass Sie imstande sind, meine Arbeit zu kontrollieren. Ich glaube vielmehr, dass man Sie als Handlanger für mich braucht. Es war ein Schuss ins Blaue. Aber in Bachs Reaktion war zu erkennen, dass er recht hatte. Ich warne Sie, Deißlinger, zischte der EDV-Leiter. Wenn ich Ihnen den winzigsten Fehler nachweisen kann, und sei es nur ein Mausklick auf eine falsche Schaltfläche, sorge ich dafür, dass man Sie zu Fuß nach Hause jagt. Die Millionen, die Sie wollen, wird nur über meine Person ausbezahlt. Er griff in die Brusttasche und kramte eine Zigarette daraus hervor. Deißlinger zog er mit den Schultern. Lassen wir Sie auf uns zukommen. Mein Ansprechpartner ist Herr Müller. Im Zweifelsfall wird er schon das Richtige entscheiden, finden Sie, nicht auch? Bach blies ihm den Rauch ins Gesicht, als er antwortete. Ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihren Auftrag nie erfüllen werden. Ihre Reise ist umsonst, Kollege. Sie machen sich lächerlich, Herr Bach. Vielleicht sollte ich Herrn Müller von Ihren krausen Ideen erzählen. Es wird ihn sicher interessieren, wie einer seiner Mitarbeiter die eigene Firma sabotiert. Bach machte eine abwertende Handbewegung. Erzählen Sie dem alten, übergewichtigen Mann, was Sie wollen. Er wird es zur Kenntnis nehmen und sofort wieder vergessen, ohne Ihnen zu glauben. Deißlinger lehnte sich zurück, um dem Rauch auszuweichen. Bach schien sich sehr sicher zu sein, Einfluss auf Müller zu haben. Gibt es eigentlich irgendwelche Beweise, dass man die Schwerkraft beherrschen kann? fragte er nach einer Weile. Natürlich, erklärte Bach. Sie glauben doch nicht, dass wir Geld in unnötige Forschung und Entwicklung stecken. Außerdem haben Sie sich doch selbst davon überzeugen können. Wann soll denn das gewesen sein? fragte Deißlinger verblüfft. Als Sie uns besuchen kamen, erinnern Sie sich an den kleinen Vorfall vor dem Aufzug? Deißlinger überlegte kurz. Aber ihm fiel nichts ein, was im weitesten Sinne mit Schwerkraft zu tun haben könnte, außer natürlich das Gerede darüber. Er zuckte mit den Schultern und sagte, »Ich kann mich nicht erinnern, etwas bemerkt zu haben.« Bach drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. »Wir standen unten vor dem Aufzug, und ich rauchte eine Zigarette. Sie regten sich darüber auf, weil ich sie einfach ausgetreten hatte.« »Na, dämmert es jetzt langsam?« Deißlinger starrte ihn skeptisch an. »Die Kippe war plötzlich verschwunden. Wollen Sie mir weismachen, dass sie von der Schwerkraft zu meimt wurde oder in die fünfte Dimension geschleudert wurde? Das ist doch lächerlich.« »Wenn Sie es so sehen,« sagte Bach achselzuckend, »interessiert Sie bestimmt nicht mehr, dass Sie es sogar selbst gespürt haben müssten.« »Was?« fragte Deißlinger wiederwillig nach. »Was soll ich gespürt haben, außer Missmut Ihnen gegenüber, weil Sie es nicht für nötig hielten, Ihren Dreck zu entsorgen? Das ist doch Blödsinn!« Er stand wütend auf, um wieder nach vorne zu gehen. Einige Mitreisende waren auf ihren Wortwechsel aufmerksam geworden und blickten zu Ihnen herüber. »Ihnen wurde schwindelig, Kollege, und zwar in dem Moment, als das Antigravitationsfeld von mir eingeschaltet wurde und die Kippe verschwand,« sagte Bach leise, als Deißlinger auf den Gang hinaustrat. »Glauben Sie es jetzt, oder denken Sie, dass ich damals Ihre Gedanken lesen konnte?« Deißlinger winkte ihm verächtlich zu. »Wahrscheinlich hatte er es mir angesehen,« dachte er wütend, »und jetzt machte er ein Schauermärchen daraus.« Müller schlief tief und fest, als er sich wieder neben ihn setzte. Deißlinger griff nach einer Illustrierten und schlug sie auf. Plötzlich ließ er sie wieder sinken und starrte minutenlang aus dem Fenster. Ihm war doch noch etwas eingefallen. Als er den Schwindelanfall bekommen hatte, stand er mit dem Rücken zu Bach. Er konnte es ihm also gar nicht angesehen haben. Meinhard hatte viel Zeit gehabt, sich an seine neue Identität zu gewöhnen, vor allem nachdem er in Zürich in den komfortablen Jumbo-Jet nach Buenos Aires umgestiegen war. Die zusammengefalteten Papiere, die er in der Brieftasche seines Namenspenders gefunden hatte, enthielten in kleiner Computerschrift Dutzende von unverständlichen Formen und kryptischen Formulierungen, mit denen er nicht allzu viel anzufangen wusste. Allerdings half ihm sein gutes Gedächtnis, sich wenigstens im Groben vorzustellen, was dort in spröder Mathematik ausgedrückt wurde. Er war zu einem Naturwissenschaftler mutiert. Eines der Schreiben enthielt Hinweise auf ein Projekt, bei dem er offenbar mitarbeiten sollte, sowie eine Namensliste der anderen daran beteiligten Wissenschaftler. Meinhard dachte nicht im Traum daran, es so weit kommen zu lassen. In Argentinien wollte er seine Reise vorzeitig beenden, zur Not auch ohne Gepäck, falls es auf dem Flughafen direkt umgepackt werden sollte. Umso enttäuschter musste er zur Kenntnis nehmen, dass dieser Plan undurchführbar war. Die Weiterreisenden konnten die Boardingzone nicht verlassen. Überall befand sich schwerbewaffnete Miliz, und selbst die Toilettenfenster verhinderten mit einem fingerdicken Stahlkreuz jeden Gedanken an ein Hinausklettern. Nervös spazierte er in der Boardingzone umher, immer auf der Suche nach einer Eingebung, einer Möglichkeit herauszukommen. Erst als er bemerkte, dass einer der Soldaten ihm nachstarrte, gab er sein Vorhaben endgültig auf. Er setzte sich auf eine Bank aus grauem Kunststoff und blätterte resigniert in einer englischsprachigen Tageszeitung, die jemand achtlos liegen gelassen hatte. Bestimmt wurde sich in Chile eine Chance ergreifen lassen, hoffte er mehr, als er daran glauben mochte. Doch auch in Santiago de Chile bekam er keine Gelegenheit zur Flucht. Der einzige Unterschied bestand darin, dass sich die Toiletten im Untergeschoss befanden, die Fenster darin nicht vergittert, sondern gar nicht vorhanden waren und eine lärmende Abluftanlage in der Decke höchstens einer Kakerlake zur Flucht vorhelfen hätte. Dann aber endgültig in Punta Arenas, dachte er. Schließlich ist das die letzte Etappe. Keine weiteren Flugscheine bedeuteten keine weiteren Flüge. Aussteigen, Koffer schnappen, durch den Zoll gehen und dann vielleicht eine Bank aufsuchen und das europäische Spielzeuggeld in chilenische Pesos zu wechseln. Er sprach zwar kein Wort Spanisch, aber dafür leidlich Englisch und das sollte genügen. Danach wurde er ein billiges Hotelzimmer buchen und sich wenigstens ein paar Stunden vom Jetlag erholen. In Punta Arenas angekommen, musste er über eine Stunde auf sein Gepäck warten. Der Zoll musste die Koffer durchsucht haben, denn einer der Koffer war nur auf einer Seite wieder geschlossen und aus dem zweiten baumelte ein Hemdseimel heraus. Meinhard drückte das offene Schloss zu und ging dann zum Ausgang. Er lächelte höflich, als ihn ein Beamter in englischer Sprache um sein Pass bat und reichte ihm das bereits aufgeschlagene Dokument. Der Zollbeamte las den Namen darin und blickte ihm prüfend ins Gesicht. Dann hob er plötzlich den Arm und winkte zwei Soldaten zu, die am Ausgang standen. »Aqui es del hombre!« Meinhards Lächeln gefrohr, als sich die bewaffneten Soldaten in Bewegung setzten. Der Beamte klappte ohne ein weiteres Wort den Pass zu und blickte abwartend auf die Soldaten. »Hau ab!« schrie jemand in Meinhards Kopf. Aber es war nur ein tumbes Wunschdenken. Der einzige Weg nach draußen führte an den Soldaten vorbei, und diese war nur noch ein paar Meter entfernt. Einer der beiden hatte ein Maschinengewehr in der Armbeuge liegen, und seinem ausdruckslosen Gesicht nach zu urteilen, wurde er es sofort benutzen, sobald er sich in Bewegung setzen wurde. Meinhard ließ die Schulter nach unten fallen. Die halbe Weltreise war zu Ende. Die nächste Hälfte würde in genau umgekehrter Richtung stattfinden. »Scheiße! Gottverdammte Scheiße!« murmelte er mit gesenktem Kopf. Die Soldaten hatten ihn erreicht und blieben vor ihm stehen. Es war vorbei. Die Stunden im Flugzeug verliefen in monotoner Langeweile, die nur von Langen auf enthalten in den Flughäfen, auf denen sie zwischenlanden und umsteigen mussten, unterbrochen wurden. Müller verbrachte die meiste Zeit, damit sich Kinofilme anzusehen oder zu essen, um danach ausgiebig zu schlafen. Zu einem weiteren Gespräch mit Bach hatte Deißlinger keine Lust, und so döste auch er die meiste Zeit vor sich hin. Das änderte sich erst, als sie in Puntas Arenas gelandet waren und sofort, nachdem sie ihr Gepäck in Empfang genommen und den Zoll passiert hatten, von zwei jungen Soldaten in Empfang genommen wurden. Müller, der fließend Spanisch sprach, begrüßte sie wie alte Bekannte. Auch sie schienen ihn bereits länger zu kennen. Deißlinger stand mit Bach neben den Männern und wartete darauf, dass es entweder sofort in ein anderes Flugzeug ging oder, was ihm viel lieber wäre, in ein gemütliches Hotelzimmer mit einer Badewanne. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren, und das lag nicht nur daran, dass seine Uhr irgendwann einmal stehen geblieben war. Nach einigen Minuten wandte sich Müller wieder zu ihnen. »Kommen Sie, meine Herren! Eine Herkules wartet auf uns. Wir können sofort weiterfliegen. Wenn wir Glück haben und das Wetter so bleibt, sind wir in vier oder fünf Stunden in der Station. Wir sind die Letzten. Alle anderen vom Team sind bereits in den letzten Tagen dorthin geflogen worden.« »Herkules? Gigantus?« Was für furchteinflößend den Namen dachte Deißlinger, während er mit seinem Gepäck mit den anderen durch die lange Halle nach draußen ging. Er wäre nicht überrascht gewesen, wenn Müller verkündet hätte, dass der Name des mysteriösen Projekts »Zyklop« oder »Pandora« hieße. Dann fiel ihm ein, dass es sich bei Herkules wohl doch nur um ein Flugzeug und nicht um einen Superheld aus der griechischen Mythologie handeln konnte. Die unsichtbare Nähe der Antarktis machte sich sofort bemerkbar, als sie ins Freie traten, wo bereits ein Militärwagen auf sie wartete. Obwohl die Sonne noch schien, war es kaum wärmer als fünf Grad. »Wie würde es erst in der sommerlichen Antarktis werden?«, fragte sich Deißlinger sarkastisch, als er in den Kleinbus kletterte und seine beiden Koffer und das Handgepäck unter die Sitzbank schob. Zum Glück hatte er auf Müllers Hinweis hin in Santiago de Chile in einem Flughafengeschäft zwei Thermoanzüge gekauft, dazu noch warme Socken und Antarktis-geeignete Stiefel. Bach quetschte sich neben ihn, während Müller mit einem der beiden Soldaten vor ihnen Platz genommen hatte. Der andere Soldat klemmte sich hinter das Steuer und fuhr wildhupend los, um sich rücksichtslos in den fließenden Verkehr einzuordnen. »Was hat denn das Militär eigentlich mit Gigantus zu tun?«, wandte sich Deißlinger trotz seiner Abneigung neugierig an Bach. »Es sieht ja nicht so aus, als ob man uns verhaftet hätte.« Bach hielt sich gähnend die Hand vor den Mund. »Wir haben ein Abkommen mit der chilenischen Militärführung, seit wir ihnen vor drei oder vier Jahren ein U-Boot vom Meeresgrund geborgen haben. Allein hätten sie es nicht geschafft. Zum Glück war zu dieser Zeit ein Dampfer unterwegs nach Australien, um zwei Riesenwinden von uns auszuliefern. Damit wurde das U-Boot aus 800 Metern Tiefe geborgen. Die Mannschaft hat überlebt, und seither haben wir ein paar Wünsche frei.« Deißlinger war beeindruckt. Die Fahrt dauerte nicht lange. Sie umfuhren praktisch den Zivilflughafen, an dessen Ende sich der abgesparte militärische Bereich befand. Der Posten vor dem Tor ließ den Schlagbaum hoch, als sie mit unverminderter Geschwindigkeit näher kamen. Schräg hinter dem Postenhäuschen stand ein Transportflugzeug mit laufenden Propellern. Als sie dort anhielten, eilten einige Soldaten herbei, um ihnen das Gepäck abzunehmen und in einer weit geöffneten Ladeluke im Bauch des Flugzeugs verschwinden zu lassen. Sie stiegen die steile Treppe nach oben und nahmen auf unbequemen Kunststoffschalen Platz. Die Tür wurde geschlossen, dann rollte die Maschine zur Startposition. Der Lärm, den die beiden Propeller verursachten, war ohrenbetäubend und ließ erst nach, als die Räder den Boden verließen und mit einem unangenehmen Knacken und Knirschen eingefahren wurden. Das Flugzeug flog in niedriger Höhe auf das Meer hinaus und wurde immer wieder von heftigen Luftturbulenzen geschüttelt. Jedes Mal, wenn dabei das Aluminium ächzte, hielt Deißlinger den Atem an. Aber seine Bedenken verflogen in demselben Maß, wie die Maschine ruhiger wurde. Müller, der sich neben ihn gesetzt hatte, schien seine Skepsis bemerkt zu haben. Die Piloten der chilenischen Luftwaffe haben eine Spezialausbildung, um in die Antarktis zu fliegen. Nur die Allerbesten dürfen dorthin fliegen. Hut ab, was ich schon erlebt habe. Das sind echte Profis, diese Piloten. Er lächelte ihn beruhigend an. Deißlinger schluckte, erwiderte aber nichts, weil wieder eine Böe das Flugzeug zum Zittern brachte. Nach etwa einer Stunde ergriff Müller wieder das Bord. Schauen Sie, wir überfliegen gerade die Drake-Straße. Bald erreichen wir die Süd-Shetland-Inseln. Dort landen wir in King George, wo sich die letzte befestigte Schotterlandebahn überhaupt befindet. Dann geht es ins Innere. Seine Stimme klang voller Begeisterung. Doch Deißlinger hörte gar nicht richtig zu. Die Maschine sank tiefer und die Erschütterungen nahmen wieder zu. Er spürte, wie sein Magen zu rebellieren begann. Spartanisch, wie das Flugzeug ausgestattet war, fehlten natürlich entsprechende Entsorgungsbeutel an den Rücklehnen der Sitze. Er versuchte krampfhaft, sich durch angenehme Gedanken abzulenken, aber der Brechreiz blieb und verschwand erst, als sie gelandet waren. Der Anblick war atemberaubend. Endlose, weiß-blau schimmernde Gletscher türmten sich gleich neben der Rollbahn auf, um den Anblick auf die steil abfallende Küste freizugeben. Es war nicht einmal richtig kalt, wie Deißlinger verwundert registrierte. Er schätzte es auf maximal zehn Minusgrade. Die frische und klare Luft vertrieb die innere Anspannung. Fast teilnahmslos sah er einigen Soldaten zu, die das Gepäck aus der Herkules in zwei wesentlich kleinere Maschinen umluden, mit denen sie wohl die allerletzte Etappe zurücklegen würden. »Wieso gibt es denn keine Zugverbindung?« murmelte er und versuchte dabei zu lächeln. Müller grinste. »Die kleinen zweimotorigen Twin-Otter, die mit Schneekufen ausgerüstet sind, wie Sie sehen, sind die einzigen Transportmittel weiter hinein in den arktischen Kontinent. Sie werden bald feststellen, dass Sie viel komfortabler sind als die Herkules.« Er sollte Recht behalten. Das Umlanden des Gepäcks war vorgenommen worden, und Müller, der sich mit einem Piloten unterhalten hatte, drängte zum Aufbruch. Da es nur zwei Sitzplätze für Passagiere in jedem der kleinen Flugzeuge gab und Müller ihn und Bach in eine Maschine dirigierte, um selbst in der anderen Platz zu nehmen, blieb Deißlinger nichts anderes übrig, als der Anweisung zu folgen. Er schwieg jedoch die ganze zweistündige Flugzeit über. Bach schien auch nicht an einem Gespräch Interesse zu haben, denn er starrte regungslos durch das Fenster nach unten auf die vorbeigleitende Eisfläche. Erst als der Pilot zur Landung ansetzte, bewegte er sich wieder und massierte ausgiebig seinen Nacken. Die Maschine setzte ziemlich rumpelnd auf und erinnerte Deißlinger daran, dass sie keine Räder, sondern Kufen hatte. Als sie ausstiegen, stellte er verblüfft fest, dass sie auf einer Eisplatte gelandet waren, in der sich das Sonnenlicht tausendfach brach. Und kalt war es, richtig kalt. Vorsichtig machte er ein paar Schritte über die Eisfläche und war froh, dass sie viel griffiger war, als er befürchtet hatte. Müller, der bereits vor ihnen gelandet war und 40 Meter weiter mit dem Ausladen beschäftigt war, winkte ihn zu sich. »Na, wie gefällt Ihnen der Gletscher und überhaupt das ganze Land hier?« »Land? Ich sehe nur Eis«, antwortete Deißlinger. Er fuhr bereits in seinem dünnen Anzug. Müller lachte und holte wortlos einen Thermoanzug aus dem Flugzeug, den er ihm auffordernd hinhielt. Erst jetzt bemerkte er, dass Müller bereits in einem solch unformig aussehenden Sack steckte. »Lassen Sie die Schuhe an, um Gottes Willen«, rief Müller entsetzt, als Deißlinger Anstalten machte, diese auszuziehen. »Sie frieren in wenigen Sekunden an, wenn Sie das machen.« Deißlinger quälte sich in das Kleidungsstück und zog umständlich den Reißverschluss hoch, denn die Ärmel des Anzugs endeten in Handschuhen. Sofort ließ die beißende Kälte nach. Nur im Gesicht spürte er feine Nadelstiche, wenn der leichte Wind ihn traf. »Laden Sie Ihr Gepäck aus, gleich kommen die Schneemobile«, bies ihn Müller ungeduldig an. Deißlinger nickte und eilte zurück. Bach, der sich ebenfalls umgezogen hatte, grinste ihn wortlos an und trat zur Seite, damit er seine Koffer herausnehmen konnte. In das Motorengeräusch der Flugzeuge mischten sich neue, höhere Töne. Als er sich umdrehte, sah er zwei rasch näherkommende Schneemobile. Sie sahen etwas merkwürdig aus. Eine seltsam anmutende Fee-Konstruktion zwischen einem Smart und einem Trike, vorne schmal, hinten eiformig und rundum hässlich. Die hellgraue Lackierung machte es nicht schöner. Wahrscheinlich nennt man sie Skylar oder Karybdis, dachte Deißlinger belustigt. Er stellte seinen Koffer auf das Eis und wartete auf die Ankunft der Antarktis-Taxis. Gleich darauf waren sie auch schon da. Skylar blieb bei Müller stehen, und Karybdis fiel mit knirschenden Kufen bei ihnen an. Der vermummte Fahrer stieg aus und öffnete die Heckklappe und die hinteren Türen seines seltsamen Gefährts. Er rief ihnen etwas auf Spanisch zu und deutete mit der Hand auf ihr Gepäck. Deißlinger schob seinen Koffer in den Wagen und stieg dann ein. Bach verstaute sein Gepäck ebenfalls und setzte sich neben Deißlinger. Der chilenische Fahrer schloss alle Türen und hockte sich auf den einzigen Vordersitz. Das Fahrzeug besaß kein Lenkrad, sondern einen Lenker wie bei einem Motorrad. »Wie wird denn die Motorkraft auf das Eis übertragen?« fragte Deißlinger den neben ihm sitzenden Bach, als sich das Gefährt in Bewegung setzte. »Ich habe nur Kufen gesehen.« »Zwischen den hinteren Kufen befindet sich eine Hartgummi-Walze mit zehn Zentimeter langen Spikes. Sie wird abgesenkt, wenn der Fahrer Gas gibt. Übrigens auch eine Entwicklung von Gigantus.« Deißlinger hatte es sich bereits gedacht. Das Fahrzeug kletterte eine kleine Anhöhe hinauf, schlitterte wieder hinunter und umkurvte eine Gletscherspalte. Eine dahinter auftauchende Erhebung wurde noch genommen, dann drosselte der Fahrer die Geschwindigkeit des ohnehin recht langsamen Gefährt. Er streckte den Arm aus und deutete wortlos durch die schmale Frontscheibe. Deißlinger beugte sich zur Seite, um an ihnen vorbeisehen zu können. Als er erkannte, worauf sie der Fahrer aufmerksam machen wollte, stockte ihm der Atem. Sie waren am Ziel. Meinhard blickte erst auf, als er zum zweiten Mal mit seinem neuen Namen angesprochen wurde und er wirklich sicher war, sich nicht verhört zu haben. Der Soldat hatte ihn ganz freundlich mit seinem neuen Namen angesprochen, nicht wie einen festzunehmenden Verbrecher. »Yes«, sagte Meinhard unsicher zu den beiden lächelnden Männern vor ihm. »Vielleicht macht es ihnen doch nur Spaß, mich noch etwas leiden zu lassen«, dachte er voller Zweifel. Doch die beiden blieben weiterhin freundlich. Meinhard verstand nicht viel von dem, was ihm der Soldat mit der Maschinenpistole im Arm auf Englisch erzählte, aber doch genug, um zu begreifen, dass er nicht verhaftet war, sondern ihn die beiden Männer ab jetzt begleiten wurden, wohin auch immer. Er bekam seinen Pass zurück und steckte ihn ein. Da er ohnehin keine Wahl hatte, nahm er seine Koffer an sich und ging mit ihnen nach draußen. »Vielleicht war etwas Verbotenes in den Koffern und ich muss eine Erklärung dazu abgeben«, mutmaßte er. »Es kann nichts Ernsthaftes sein.« Das dachte er auch noch, als das Flugzeug mit ihm und seinen Begleitern durch das Tor des Militärflughafens fuhr. Als es jedoch direkt bei einem Flugzeug stehen blieb, glaubte er nicht mehr daran. Und als er wenig später das Meer unter sich erblickte und erste weiße Eisscheuen darauf entdeckte, wurde ihm endgültig klar, dass er auf dem Weg zu irgendeiner exotischen, vielleicht militärischen Forschungsstation sein musste. »Und dort hocken Dutzende von Leuten herum, die den Mann bestens kennen, der ich jetzt bin«, knirschte er mit geballten Fäusten. Die wenigen mitreisenden, ausnahmslos Soldaten nahmen keine Notiz von ihm. Es war doch ein Scheißplan. Und jetzt? Er spürte eine unsägliche Wut in sich aufsteigen. Nicht zum ersten Mal seit seiner Flucht aus der Klinik hatte er sich in schwierigen Situationen befunden, aber er hatte immer eine Lösung gefunden. Jetzt war das Problem unlösbar. Er hatte sich die Identität eines Mannes angeeignet, der irgendwo in der Antarktis von seinen Kollegen zurückerwartet wurde. »Du hast dich aber sehr verändert. Warst du bei einem Gesichtschirurgen, oder hat dich deine Frau so hergerichtet?« Die Vorstellung, so begrüßt zu werden, war dermaßen absurd, dass Meinhard trotz seiner ohnmächtigen Wut darüber lächeln musste. Es dauerte aber nur einen Augenblick, dann versank er erneut in nutzloses Grübeln. Später, als er dann in das kleine Flugzeug umsteigen musste, nahm er alles um ihn herum mit apathischer Resignation hin, auch die letzte Fahrt mit den merkwürdigen Fahrzeugen bis zur Station. Mit zusammengebissenen Lippen betrat er sie und wartete darauf, dass der Erste, der ihn ansprechen würde, stirnrunzelnd alle anderen herbeirufen und zuletzt die Polizei, das Militär oder wen auch immer alarmieren dürfte. »Na dann«, knirschte Meinhardt, als sich eine Tür öffnete. Er stellte seine Koffer auf den Boden und öffnete den Reißverschluss des Thermoanzugs, den man ihm gegeben hatte. Zwei Männer eilten mit großen Schritten auf ihn zu. Das Schachspiel in der Klinik fiel ihm plötzlich wieder ein. Jünger und Wissner, die zwei Idioten, die sich so leicht hatten ablenken lassen. Er hatte keinen Zug mehr in diesem Spiel. Er war matt. Schachmatt. Die Forschungsstation bestand aus garagenähnlichen Containern, die zusammen ein fast unsichtbares Quadrat bildeten. Beim Näherkommen konnte Deißlinge erkennen, dass sie einen Innenhof haben musste, denn mindestens zwei große Parabolspiegel erhoben sich ein kleines Stück weit über die flachen Dächer der Container. »Gigantisch«, sagte er, als er die Ausmaße der Station abschätzte. Bach lächelte stolz. »Nicht wahr? Das alles wurde in nur drei Monaten von uns aus dem Eis gestampft. Es dürfte die größte, südlichste und teuerste Station weltweit sein.« »Heißt das, wir befinden uns direkt am Südpol?«, fragte Deißlinger. »Nein, der Pol ist noch 1100 Kilometer weit entfernt. Wir konnten nicht weiter ins Innere des Kontinents, weil es zu gefährlich für die Piloten war, im Frühjahr noch weiter zu fliegen. Aber unsere Wissenschaftler sind bestimmt auch hier zufrieden.« In der Station wurde bei ihrem Näherkommen ein Tor aufgeschoben, durch das sie in den Innenhof fahren konnten. Als beide Schneemobile drinnen zum Stehen gekommen waren, schob es der vermummte Mann hinter ihnen nicht wieder zu, sondern ließ es geöffnet. Der Motor des Schneemobils wurde nicht abgestellt, aber der Fahrer deutete mit einer Handbewegung an, dass sie aussteigen konnten. Sie traten ins Freie und holten ihr Gepäck aus dem Schneemobil. »Willkommen auf Graviton«, rief ihm Müller zu. Auch sein Gesicht strahlte vor Stolz, als er mit einer ausholenden Handbewegung und nahezu identischen Worten wie Bach kurz zuvor erklärte. »Diese gigantische Anlage wurde innerhalb von drei Monaten von Gigantus aus dem Eis gestampft. Es ist die größte, südlichste und teuerste Station der Welt. Kommen Sie rein!« Sie nahmen ihr Gepäck und folgten Müller, der eine Tür zur Seite schob. »Ziehen Sie Ihre Thermoanzüge aus. Alfredo bringt Sie wieder zurück zu den Flugzeugen.« Er deutete auf die beiden Fahrer, die auch eingetreten waren. Einer von ihnen schob die Tür zu und wartete, während der andere die Anzüge einsammelte und sie ihm dann übergab. Durch das quadratische Fenster konnte Deißlinger sehen, wie das Schneemobil auf der Stelle wendete und dann die Station wieder verließ. »Ich werde jetzt als erstes alle miteinander bekannt machen«, sagte Müller. »Herr Bach, informieren Sie die Anwesenden bitte.« »Bei dem Lärm hat das doch sowieso schon jeder mitbekommen«, meinte Bach etwas spitz, entfernte sich aber trotzdem durch eine weitere Tür. Seine Koffer ließ er stehen. Der Container, in dem sie sich befanden, schien so etwas Ähnliches wie ein Windfang oder Flur zu sein. An den Wänden hingen einige bunte Thermoanzüge. Darunter standen klobige Stiefel. Irgendein Witzbold hatte sogar Badeschuhe dazwischen gestellt, wie Deißlinger mit Schmunzeln bemerkte. Ein winziger Radiator unter dem Fenster verströmte etwas warme Luft, die aber die Kälte nicht vertreiben konnte. Er ließ seine Koffer ebenfalls stehen und folgte Müller in den nächsten Container, der doppelt so groß war. Dort wurden sie in der Tat bereits erwartet. Deißlinger blickte auf das runde Dutzend Männer und Frauen, die an einem langen Tisch saßen und gespannt zu ihnen herüberblickten. Einige hatten Gläser vor sich stehen, andere blätterten in Papieren oder Akten. Bach lehnte mit verschränkten Armen neben einer Heizung. Hier drin war es angenehm warm, und alle bis auf Deißlinger trugen legere Freizeitkleidung, was ihn etwas verwunderte, denn in seiner Vorstellung liefen Wissenschaftler immer in weißen Kitteln durch ihr Labor. Allerdings handelte es sich bei diesem Container wohl eher um den Versammlungsraum. Müllers Stimme holte ihn in die Realität zurück. »Meine Herrschaften, ich möchte Sie jetzt offiziell auf Graviton begrüßen.« Er hatte am Kopfende des Tisches Platz genommen und winkte Deißlinger zu, sich ebenfalls zu setzen. Er nickte und setzte sich auf einen freien Stuhl zwischen zwei Frauen. Eine der beiden war eine Asiatin, die ihn einen Augenblick kühl und abschätzend musterte, aber dann lächelte. Die andere nahm gar keine Notiz von ihm, sondern betrachtete scheinbar gelangweilt ihre Fingernägel. »Einige sind ja bereits schon seit Tagen hier, andere erst seit gestern oder vorgestern. Wir haben Sie eingeladen, an diesem Projekt mitzuarbeiten, weil Sie die besten Spezialisten auf Ihren jeweiligen Fachgebieten sind. Aus meinen Gesprächen mit Ihnen weiß ich, dass Sie sich alle, von einer Ausnahme abgesehen, nicht zuvor persönlich kennengelernt haben und nur über entsprechende wissenschaftliche Veröffentlichungen und Diskussionen darüber wissen, mit wem Sie hier zusammenarbeiten werden. Ich möchte Sie deswegen einfach bitten, dass Sie sich nacheinander vorstellen. Da ich der Gesamtprojektleiter bin, fange ich bei mir selbst ein. Mein Name ist...« Deißlinger blickte ihn verwundert an. Die trommeln eine Schar von Wissenschaftlern zusammen, die sich gar nicht kennen, um an einem Projekt zu arbeiten, das Millionen gekostet hat. Wie soll das denn funktionieren? Er begann, an seinem Bart zu zupfen und hörte erst damit auf, als er die Blicke der Asiatin auf sich spürte. Er wusste nicht, wie er ihren nachdenklichen Blick deuten sollte und legte seine Hände wieder vor sich auf den Tisch. Ihre Augen waren schwarz wie ihr Haar, das sie zu einem langen Pferdeschwanz gebunden hatte. Selbst die Schleife war schwarz. Deißlinger versuchte, sich wieder zu konzentrieren. Müller war bereits fertig mit seiner Vorstellung und auch Bach hatte sich in drei knappen Sätzen bekannt gemacht und blickte auffordernd auf den Mann, der links neben Müller saß. »Mein Name ist Dr. Josef Fenner. Ich bin 42 Jahre alt, Nuklearphysiker mit Schwerpunkt Quarks und Leptonenforschung, in der Regel am Zerren in Genf und der wissenschaftliche Leiter dieses Projekts.« Deißlinger musterte den hageren Mann unauffällig. Er machte einen ruhigen und besonnenen Eindruck auf ihn. Der Mann mit der Hornbrille neben ihm ergriff das Wort. »Dr. Bernd Voss, 45 Jahre jung, Quantenphysiker und nicht immer der Meinung, dass das Standardmodell der Teilchenphysik richtig ist.« Er warf Fenner einen bedeutungsvollen Blick zu, den dieser aber ignorierte. »Ich arbeite an einer Lösung zum Higgs-Feld. Mit Frau Fiedler habe ich mich schon vor Monaten darüber ausgetauscht und freue mich, Sie hier endlich persönlich kennenzulernen.« Die schlanke Brünette neben Deißlinger nickte Voss lächelnd zu, bevor sie sich selbst vorstellte. »Ich bin Dr. Monika Fiedler, 34 und Atomphysikerin. Meine Arbeitsschwerpunkte sind MDI und Gravitation im elektrodynamischen Kontext. »Frau Fiedler, was ist MDI?« fragte sie Müller. »Eine Abkürzung für die Maxwell Direct Isomorphie«, erklärte sie, ohne den Blick von ihren Händen zu heben. »In der Physik wird derzeit darüber gestritten, ob das Standardmodell richtig ist oder falsch. Die MDI kann beweisen, dass... Vielen Dank. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht näher erörtern. Ich erinnere mich jetzt wieder daran, darüber gehört zu haben«, unterbrach sie Müller. Fiedler zog sie mit den Schultern. Dann strich sie sich eine Strähne ihrer halblangen Haare aus der Stirn. »Mein Name ist Klaus Karstmann, Atomphysiker und Spezialist für kalte Fusion und Hochenergiephysik, 36 Jahre alt.« »Der Mann wirkte so langweilig, wie er sprach«, fand Deißlinger. »Irgendwie entsprach er einem trockenen Physiker am meisten von den Anwesenden. Neben Karstmann saß ein glatzköpfiger, dicker Mann, der sich erst umständlich reusperte und seine randlose Brille putzte, bevor er zu sprechen begann. Er sprach so leise, dass man ihn kaum verstehen konnte. »Dr. Er blickte hilfesuchend zu ihr und sie half ihm weiter. Wir haben vor einem Jahr im Institut für Radioastronomie im Millimeterbereich der IRAM zusammengearbeitet«, sagte sie in fast dialektfreiem Deutsch. »An dem 30-Meter-Teleskop auf dem Picoveleta in Südspanien. Ach ja, mein Name ist Su Kim, ich bin 28 und Radioastronomen. Geboren bin ich in Südkorea, aufgewachsen und studiert in Deutschland. Gravitationstheorie, also die allgemeine Relativitätstheorie und mein Graviskop sind meine Leidenschaften.« Sie warf Deißlinger einen kurzen Seitenblick zu und ergänzte, »die wichtigsten jedenfalls.« Alle bis auf Bach lachten oder schmunzelten. Dann ergriff der letzte, noch Unbekannte am Tisch, das Wort. Er war fast genauso unscheinbar wie Karstmann, aber deutlich älter. Seinem Dialekt nach war er unverkennbar ein Schweizer. »Berti Böhli, 45. Ich bin Allrounder, also Astrophysiker. Meine Schwerpunkte wären da Kosmologie, ebenfalls die ART und natürlich die sogenannte Große Vereinigung. Ja, was ich fragen möchte, darf man denn hier rauchen?« Er griff in seine Brusttasche und holte eine Schachtel Marlboro sowie ein Sturmfeuerzeug heraus. »Raucht sonst niemand hier?« Bach hob die Hand und grinste ihn an, aber Müller schüttelte sofort energisch den Kopf. »Tut mir leid, meine Herren. In der Station herrscht absolutes Rauchverbot. Das Schlimmste, was hier passieren kann, wäre ein Brand. Sie müssen in den Innenhof gehen, wenn Sie rauchen wollen.« Der Schweizer steckte seine Utensilien mit enttäuschtem Gesicht wieder ein. Deißlinger wartete, bis er damit fertig war, dann stellte er sich selbst und seine Aufgabe mit knappen Worten vor. Fenner beugte sich etwas über den Tisch und fragte interessiert, »Dann sind Sie ja der wichtigste Mann hier. Wenn Sie diese Daten entschlüsseln können, ersparen wir uns jede Menge unnötiger Versuche. Wie lange werden Sie wohl dazu brauchen?« »Ich muss mir das Ganze erst noch genauer ansehen,« antwortete Deißlinger ausweichend, »aber ich bin optimistisch.« Sukim schenkte immerneut ein Lächeln und sagte, »dann schaffen Sie das auch.« Bevor Deißlinger antworten konnte, ergriff Müller wieder das Wort. »Es gibt noch drei Chilenen hier in der Station, die für allgemeine Aufgaben zuständig sind. Technik, Essenszubereitung, Instandhaltung und so weiter. Sie sprechen kein Deutsch, aber in englischer Sprache kann man sich mit Ihnen unterhalten. Da wäre zunächst Roberto Sanchez. Er ist 33 und Koch. Ernesto Cevanto ist ein Jahr älter und Techniker, genau wie Alfredo Suazo. Der ist schon 40. Sie werden die drei auseinanderhalten können. Bevor wir uns jetzt an die gemeinsame Arbeit machen, möchte ich denjenigen von Ihnen, die es interessiert, einen kleinen Rundgang durch die Station ans Herz legen. Wer hat Interesse?« Deißlinger hob die Hand, gefolgt von Su Kim, Fenner und Bührli, dem Schweizer. Alle anderen winkten ab. »Eine Bitte habe ich noch,« sagte Fenner, als sich alle erhoben. »Können wir auf akademische Titel hier verzichten? Es verkürzt Frage- und Antwortzeiten deutlich, wie ich einmal ausgerechnet habe.« Niemand schien etwas dagegen zu haben. »Okay, dann haben wir alles geklärt,« meinte Müller. »Folgen Sie mir jetzt bitte, um die Station kennenzulernen. Um 17 Uhr treffen wir uns hier alle noch einmal, um die erste gemeinsame Arbeitssitzung abzuhalten.« Als Sie Müller folgten, der mit dem Schweizer bereits in der Tür stand, wandte sich Deißlinger an Fenner. »Darf ich Sie noch etwas fragen, bevor der Rundgang beginnt?« Der hagere Wissenschaftler blickte ihn erstaunt an. »Ja, natürlich. Ich bin immer für Fragen offen. Ich möchte ja auch Antworten für meine bekommen.« »Der Name dieser Station, Graviton, hat der etwas mit Gravitation zu tun? Ich glaube, ihn in diesem Zusammenhang schon gehört zu haben.« Fenner zögerte einen Moment. Dann sagte er mit nachdenklicher Stimme. »Sie reden über etwas, das es gar nicht gibt. Das Graviton ist ein hypothetisches Teilchen. Offengestanden halte ich es für Unsinn. Wir finden sicher in den nächsten Tagen eine Gelegenheit, uns näher darüber zu unterhalten. Kommen Sie, Müller winkt schon zu uns her.« Deißlinger ging nachdenklich hinter ihm her. »Graviton, war die danach benannte Station das ganze Projekt hier nur Unsinn?« Sukim überholte ihn. Sie war ein Kopf kleiner als er, und ihr Pferdeschwanz pendelte im Takt ihre eiligen Schritte hin und her. Von hinten betrachtet wirkte sie fast ein wenig mollig auf ihn. Doch das konnte auch mit ihrer Größe zusammenhängen. Er schüttelte im Geiste den Kopf über sich selbst. Es gab wirklich wichtigere Dinge hier zu erledigen, als über eine, wenn auch hübsche Asiate nachzudenken. Aber irgendwie enttäuscht registrierte er, dass sie ihn diesmal nicht angelächelt hatte. Er hatte etwas dümmlich gelächelt, als ihn die beiden Männer nach seinem Namen gefragt hatten. Die beiden stellten sich vor und zeigten ihm dann sein Schlafblatt, als ob es die selbstverständlichste Sache der Welt wäre. Auf dem Weg dorthin traf er noch einige andere Wissenschaftler. Keiner hatte den geringsten Zweifel, dass er der Mann war, für den er sich ausgab. Offenbar kannte sich hier niemand. Alle waren hier zum ersten Mal zusammengekommen. Mayenhard packte seine Koffer aus. Dann erkundigte er sich nach einer Duschgelegenheit. Einer seiner Begleiter zeigte ihm bereitwillig den Weg dorthin. Als er zurückkam, wartete der andere, der Schweizer, auf ihn. Haben Sie Lust an einem kleinen Fachgespräch über Ihr Lieblingsthema? Ich habe Ihren letzten Artikel im Science gelesen, und da ist mir ein kleiner Widerspruch aufgefallen. Sicher können Sie mir das näher erklären, oder? Mayenhard konnte und wollte nicht. Er entschuldigte sich mit Übermüdung, Jetlag und Kopfschmerzen bei Bühli, bis dieser ihn endlich in Ruhe ließ. Dann frage ich Sie morgen noch einmal danach. Sie laufen ja nicht weg? Nein, an Weglaufen war hier wirklich nicht zu denken. Er zog sich aus und warf sich auf das Bett. Doch die Müdigkeit war verflogen, weil ihn die innere Anspannung nicht zur Ruhe kommen ließ. Vielleicht lag es auch daran, dass die Sonne hier Tag und Nacht schien und die dünnen schwarzen Vorhänge vor dem Fenster den Container nicht verdunkeln konnten. Außerdem waren überall die Stimmen der anderen Bewohner zu hören. Die ganze Anlage schien sehr hellhörig gebaut worden zu sein. Mist, murmelte er irgendwann und stand wieder auf. In einem der Koffer hatte er Fachbücher gefunden. Eines war sogar von ihm selbst geschrieben worden. Er nahm es, schob die Vorhänge auseinander und setzte sich damit auf sein Bett. Er musste versuchen, wenigstens etwas von dem Zeug zu verstehen, bevor ihn die anderen in entsprechende Diskussionen verwickeln würden. Schon bei der Einleitung hatte er Schwierigkeiten, dem Text zu folgen. Es gab einfach zu viele Begriffe, die er noch nie gehört hatte. Ach, du liebes Bisschen, das versteht doch kein Mensch! Er legte das Buch zurück und entschied sich für ein anderes, das ihm beim Durchblättern leichter verständlich schien. Damit verbrachte er dann in höchster Konzentration die nächsten Stunden, bis ihm die Augen zufielen. Er vernahm zwar im Unterbewusstsein, wie sein Mitbewohner irgendwann in den Container kam und sich in das andere Bett legte, aber er machte sich nicht die Mühe nachzusehen, wer es war. Die Orientierungslosigkeit überkam ihn auch wieder, als er aufwachte. Der andere Mann war bereits wieder verschwunden. Aus den Containern waren Stimmen zu hören, ein Hauch von Kaffee-Duft schwebte durch den Raum. Meinhard stand auf und kleidete sich an. Er lief in die falsche Richtung und fand anstelle des Bads den Besprechungsraum, wo die meisten beim Frühstück saßen. Der Schweizer war nicht dabei, wie er erleichtert feststellte. »Guten Morgen«, murmelte er halblaut und setzte sich auf einen freien Stuhl. Die meisten nickten ihm nur zu. Offenbar war eine heftige Diskussion zwischen zwei Physikern entbrannt, die auf allgemeines Interesse stieß. Sein rudimentäres Wissen genügte, um den Standpunkt zu erkennen. Die beiden Männer diskutierten über zwei grundlegende Theorien, die sich nicht miteinander vereinbaren ließen. Die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik. Jeder beanspruchte für sich, die richtige zu sein. Meinhard wurde nicht beachtet. Ein Chilene eilte zu ihm und fragte ihn auf Englisch, was er trinken wolle. Er entschied sich für einen Tee, den er gleich darauf bekam. Wortlos griff er nach einem Brötchen und bestrich es mit Butter. »Na, schon akklimatisiert?« fragte ihn sein Sitznachbar und reichte ihm einen Teller mit Wurstscheiben hin. »Auf welcher Seite stehen Sie denn? Einstein oder Heisenberg?« Meinhard nahm den Teller und schüttelte dabei den Kopf. »Kopfschmerzen«, behauptete er. »Und zu diesem Thema will ich mich jetzt nicht äußern.« Die Brünette, die ihm gegenüber saß, blickte ihn mit schiefgelegtem Kopf an. »Dann vertreten Sie also eine dritte Meinung, MDI?« Plötzlich waren alle Augen auf ihn gerichtet. Meinhard biss in sein Brötchen und kaute langsam, bevor er antwortete. »Man muss das im Einzelfall betrachten«, argumentierte er ausweichend. »Wenn meine Kopfschmerzen weg sind, fällt mir vielleicht ein Beispiel ein.« »Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, das Sie doch überzeugen müsste«, rief der Vertreter der Quantenphysik. »Nehmen wir das Doppelspaltexperiment als Ausgangspunkt, um die Verschränktheit?« Ein anderer fiel ihm ins Wort, und Meinhard konnte in Ruhe weiter frühstücken. Als er fertig war, schlenderte er durch die Station, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Parabolantennen im Innenhof starrten in den sonnendurchfluteten, wolkenlosen Himmel. Ziemlich in der Mitte stand eine ähnliche Konstruktion, die aber eher an eine umgedrehte Riesenglocke erinnerte. Es schien sich um Radioteleskope zu handeln, aber warum gleich vier oder fünf Stück davon, fragte er sich. Im Kontrollcontainer, dem größten von allen, standen überall Computer, Oszillografen und ihm unverständliche Messgeräte und Apparate. Zwei Chilenen waren damit beschäftigt, Kabel in Kanälen zu verlegen, und beachteten ihn nicht weiter, als er durch den Container ging. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, dachte er. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Und welche Rolle spiele ich? Sue Kim hatte ihm gestern beiläufig erklärt, dass die Tests beginnen werden, sobald der Projektleiter und der Rest des Teams eintreffen würden. Da er nicht wusste, wie viel Zeit ihm noch blieb, um sein kümmerliches Fachwissen zu erweitern, ging er zurück in seinen Schlafcontainer, um das nächste Buch zu lesen. Bingo, rief er drei Stunden später aus und legte das Buch zur Seite. Er hatte zwar wieder fast nichts verstanden, aber dafür war ihm eine glänzende Idee gekommen, wie er seine Ahnungslosigkeit weiterhin vor den anderen verbergen konnte. Er war wieder im Spiel. Die Station hat einen fast quadratischen Grundriss, um die Antennenanlage vor Stürmen zu schützen. In den 36 Containern befinden sich die Arbeits-, Generator- und Wohnräume, erklärte Müller, während sie hinter ihm hergingen. Diese teilen sich in vier Sektionen auf. Der eine Containerblock ist der Arbeits- und Kontrollbereich der Techniker und Wissenschaftler für den Betrieb der Station. Der nächste Block, der, in dem wir uns gerade befinden, ist für Küche, Besprechung, ärztliche Versorgung und als Lager für Lebensmittel und Technik vorgesehen. Er öffnete eine Tür, die in den nächsten Container führte, der im rechten Winkel angebaut war. Das ist der Schlaftrakt, Platz für bis zu 18 Personen, aber leider keine Einzelzimmer, wofür ich Sie um Verständnis bitte. Deißlinger runzelte die Stirn. Und als ob Müller seine Gedanken gelesen hätte, blieb er vor einer Tür stehen und sagte, »Das ist Ihr Container, Herr Deißlinger. Richten Sie sich mit Herrn Bach später gemütlich ein.« Er öffnete sie und ließ ihn einen Blick hineinwerfen, während er mit den anderen weiterging. »Na, zum Glück gibt es kein Etagenbett,« sagte Bach plötzlich neben ihm. Offenbar hatte er sich doch noch entschlossen, am Rundgang teilzunehmen. »Schnarchen Sie eigentlich?« So Kim musste es gehört haben, denn sie drehte sich um und zeigte ihnen ihre strahlend weißen Zähne. Deißlinger verzichtete auf eine Antwort und schloss zu den anderen auf. »Ist für die Infrastruktur, in erster Linie für Strom, Wasser und Wärme. Dazwischen befinden sich die Tore der Station. Deswegen werden wir da auch nicht hingehen. Wir haben ja unsere drei zuverlässigen Chilenen, die sich darum kümmern.« Getrennt wurde die Sektion übrigens wegen der Brandgefahr. Fast alle Verluste von Stationen in der Antarktis sind durch Feuer entstanden, da es meist an Löschwasser fehlt. Hier ist der Container mit Nasszellen für Dusche, Bad und Toilette. »Hat jemand Fragen?« Deißlinger dachte über das Paradoxon nach. Der ganze Kontinent bestand aus Wasser, aber nur in gefrorenem Zustand. Sobald es irgendwo brannte, sollte es doch genügend Schmelzwasser geben. Irritiert begann er, an seinem Bad zu zupfen. »Ja«, sagte Su Kim hinter ihm. »Könnte man eine der beiden Toiletten für Frauen ausweisen? Auch eine Dusche?« »Ja, natürlich«, erwiderte Müller, dem es offensichtlich peinlich war, an so etwas Triviales nicht gedacht zu haben. »Ich gebe nachher Ernesto Bescheid, dass er ein Schild anbringen soll.« Erneut bogen sie im rechten Winkel ab. Müller lief wieder zu alter Form auf. »Hier ist unser Herzstück. Der Kontroll- und Steuerraum. Vier Container, voll mit allem, was für unser Unternehmen notwendig ist.« Deißlinger war sofort fasziniert von dem, was wie an Technik aufgebaut war. Er wäre am liebsten in die Knie gegangen, um hinter jeden der vielen Rechner nach dem mysteriösen Dongeln zu suchen. Müller blickte ihn belustigt an und deutete auf einen Rechner neben einem Fenster. »Hier ist die Maschine, die Sie suchen. Bevor Sie ab etwas darin machen, sprechen Sie sich bitte mit Herrn Bach ab. Die Testreihen dürfen keinesfalls unterbrochen werden.« Bach lächelte und deutete eine Verbeugung an. »Sie können sich auf mich verlassen, Herr Müller, so wie immer.« Deißlinger trat zum Fenster und blickte auf die Rückseite des Rechners hinab. Fast ein Dutzend Kabel war daran angeschlossen, und zwischen ihnen steckte ein Zigarettenschachtel großes Etwas aus Kunststoff. Der geheimnisvolle Dongel. Sein Türöffner zur Million oder sein Wegweiser in die Hölle, falls er scheitern sollte. Die Kälte der blau-weißen Hölle vor dem Fenster ließ ihn erschauern, obwohl sie nur zu ahnen war. Die Isolierung der Container war perfekt. »Hier sehen Sie unsere Antennen«, sagte Müller neben ihm und deutete nach draußen. »Vier Stück sind zusammengeschaltet worden, um eine höchstmögliche Auflösung der Quasar-Strahlung zu erzielen. Die in der Mitte, das ist unser Grabiskop. Eine Entwicklung von Frau Kim.« Da es länger lag die Frage auf den Lippen, was denn ein Grabiskop sei. Aber als er in Bach überlegen grinsendes Gesicht blickte, schwieg er Liebe und beschloss bei Gelegenheit, Sue Kim selbst zu befragen. »Eine der Schüsseln dient übrigens auch zur Kommunikation mit dem Rest der Welt. Wir haben einen Satelliten angemietet, der alle sechs Stunden über uns hinwegfliegt. Das Sende- und Empfangsfenster ist dann 40 Minuten lang für uns geöffnet. Sie können sogar ins Internet gehen und Mails schreiben, wenn Sie möchten. Vergessen Sie aber bitte auf keinen Fall, dass Sie kein Wort über dieses Projekt verlieren dürfen. Sie haben sich vertraglich dazu verpflichtet, wie Sie wissen.« Das Einzige, was Deißlinger daran verwunderte, war die Tatsache, dass der Satellit nicht von Gigantus selbst stammte, sondern nur gemietet war. Auch dieser Konzern kannte also Grenzen, und irgendwie beruhigte es ihn. »Das ist also Ihr Graviskop?« fragte Fenner an Sue Kim gewandt. »Ich habe mir Ihre Erläuterung dazu durchgelesen. Das physikalische Prinzip ist mir klar, aber wie Sie die permanente Justierung auf den Quasar bewerkstelligen, geht daraus nicht hervor.« Sie trat neben ihn. »Das Konzept des Graviskops basiert auf der Idee, eine herkömmliche Azimutlagerung, also die senkrechte Achse mit einer zweiten, schräg angeordneten Lagerung zu kombinieren. Neu bei dem hier zur Anwendung kommenden Konzept ist, dass die Tragstruktur des Graviskops lediglich aus zwei Kugelhäfen besteht. Alle Geräte und Antriebe sind witterungsgeschützt im Inneren der Kugel installiert. Die Steuerungselektronik wird mit den Signalen der vier Parabolantennen gespeist. Über Hohlleiter gelangen die Signale auch ins Graviskop.« Deißlinger trat zur Seite, als sich auch noch Bühle mit weiteren Fragen an die Asiatin wandte. Diese technischen Details interessierten ihn ohnehin nicht. Außerdem fühlte er sich müde und erschöpft von der langen Reise. »Wie funktioniert eigentlich die Stromversorgung?«, fragte er Müller, um nicht den Anschein zu erwecken, gänzlich uninteressiert zu sein. Müller ging zu einem anderen Fenster und deutete nach draußen. »Sehen Sie, dort neben dem Tor sind sechs Container. Dort befindet sich die Stromversorgung. Drei davon sind auslaufsichere Spezialkontainer, die mit Dieseltreibstoff gefüllt sind. Jeder dieser Tankcontainer beinhaltet je sieben Tanks zu 2000 Liter. Alle sieben Tanks stehen zusätzlich in einer Ölwanne, die auch 2000 Liter fasst. Sollte ein Tank undicht sein oder platzen, läuft der Dieselkraftstoff in die Ölwanne. Weiterhin haben wir auf der Station noch ein spezielles Ölbekämpfungsmittel. Wieso hört man den Dieselmotor gar nicht?«, unterbrach ihn Deißlinger erstaunt. »Weil der Container gut gedämmt ist,« antwortete Bach gelangweilt. »Sonst würden Sie ihn ja hören. Für Sie als Mathematiker noch interessant, der Dieselmotor mit Stromerzeuger benötigt etwa 15 Liter Treibstoff pro Stunde. Pro Tag benötigen wir also?« Er blickte Deißlinger an wie ein Lehrer einen dummen Schüler. »Lassen Sie mich raten.« »360 ungefähr.« Bach grünste gönnerhaft. »Gut geraten. Bei vollen Tanks reicht uns der Kraftstoff für 120 Tage. Da wir kaum so lange hierbleiben werden, reicht der Vorrat also bei weitem aus. Übrigens haben wir zwei Generatoren, die abwechselnd laufen.« »Auch redundante Systeme können ab und zu ausfallen,« sagte Deißlinger gereizt. »Und dann? Einpacken und nach Hause fliegen?« »Nein,« entgegnete Müller. »Sollten tatsächlich einmal alle beide Dieselgeneratoren ausfallen, befindet sich in einem weiteren abseits stehenden Container noch ein kleinerer Diesel-Notstromgenerator, der zur Lebenserhaltung ausreicht, bis Hilfe von außen eintrifft. Die Station wird elektrisch geheizt, aber auch die Abwärme der Dieselaggregate wird genutzt, um Eis zu schmelzen und Wasser über eine Kohlefilteranlage daraus aufzubereiten. Sie sehen, bei Gigantus wird nichts dem Zufall überlassen.« »Das wäre in dieser Hölle auch fatal,« meinte Deißlinger nachdenklich. »Richtig erkannt, Herr Deißlinger,« erwiderte Müller. Der antarktische Kontinent ist in jeder Hinsicht ein klimatischer Extremfall. Von allen Erdteilen ist er der kälteste. Die inländische Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei minus 50 Grad Celsius. Die Monatsmitteltemperaturen variieren aufgrund der Tageslänge. In der Polarnacht im antarktischen Winter scheint die Sonne gar nicht, im antarktischen Sommer hingegen 24 Stunden am Tag, auf dem Polarplateau zwischen minus 40 und minus 70 Grad Celsius, an der Küste zwischen rund minus 20 Grad Celsius im Juni und einigen Grad über Null im wärmsten Monat Januar. Leider sind wir nicht an der Küste, aber Sie haben sicher schon festgestellt, dass die Container hervorragend gedämmt sind. Er klopfte demonstrativ mit den Knöcheln gegen die Wand. Sandwich-Bauweise. Zwei Millimeter Aluminium, zehn Zentimeter Dämmung und nochmals zwei Millimeter Leichtmetall. Die anderen hatten ihre Diskussion inzwischen beendet. Müller blickte auf seine Armbanduhr und meinte, dass es an der Zeit wäre, den Rundgang zu beenden. Deißlinger holte sein Gepäck und richtete sich in dem ihm zugewissenen Schlafcontainer häuslich ein. Zwei Schränke, ein Bett und ein Nachttisch standen ihm zur Verfügung. Als Bach wenig später mit seinem Gepäck kam, war er bereits eingeschlafen. Er schlief unruhig und wachte immer wieder von Albträumen geplant. Er lag auf. Die fremde Umgebung, die Verarbeitung der vielen Eindrücke und seine bevorstehende Arbeit machten ihm zu schaffen. Bach hingegen schlief tief und fest. Entnervt stand Deißlinger irgendwann auf und suchte nach den Schlaftabletten, die er mitgenommen hatte. Er löste eine davon in einem Glas Wasser auf und betrachtete es nachdenklich. Wasser aus der Antarktis. Vielleicht vor Millionen von Jahren zu Eis gefroren. Die Gesichter der Menschen auf der Station zogen vor seinen Augen vorbei. Müller, Fenner, Voss, Bühli, Elsässer, Fiedler, Kastmann, Bach, die drei Chilenen, von denen er es zwei kannte, und die lächelnde Sue Kim. Er trank das Glas in einem Zug leer und legte sich wieder hin. Doch nach wenigen Minuten schreckte er auf. Er hatte unbewusst gezählt, wie viele Menschen hier arbeiteten. Und das Ergebnis hatte ihn an seine abergläubische Frau erinnert, die akribisch darauf achtete, dass eine Gesellschaft niemals aus dieser Personenzahl bestand. Egal ob Geburtstagsfeier, Weihnacht oder irgendein sonstiges gesellschaftliches Ereignis. Sie versicherte sich zuerst, wie viele Personen anwesend sein würden. Sie hatte deshalb schon Einladungen grundlos abgesagt. Es war eine, nein, es war die Unglückssahl. Und hier auf Graviton waren sie genau 13. Kapitel 4 Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Albert Einstein Sie genoss die Stunden, in denen sie allein in ihrer Wohnung war. Früher, vor ein paar Tagen noch, war sie immer dankbar gewesen, wenn ihre langjährige Pflegerin noch einige zusätzliche Minuten Zeit für sie hatte und sie mit Belanglosigkeiten unterhielt. Am unpersönlichen Telefon hatte sie selten mit jemand gesprochen. Außerdem wurde sie selten genug von jemand angerufen, den sie kannte. Viel lieber hatte sie im Internet das Behindertenforum besucht. Dort traf sie auf Gleichgesinnte, die ihr ein Stück Geborgenheit vermitteln konnten, das in der realen Welt nur aus mitleidigen Blicken bestand. Oder auch aus Gleichgültigen. Josef, der kleine Teufel, hatte sie verändert. Sie hatte beschlossen, den Rotwein nicht zu trinken, sondern damit zu warten, bis er zurückkommen würde. Die Flasche stand mit dem Umschlag auf der Kommode in ihrem Wohnzimmer. »Na nun, was ist denn das?« hatte Anna gefragt, als sie beides zum ersten Mal sah. »Habe ich deinen Geburtstag vergessen? Von wem hast du das?« »Ach, das hat mir ein lieber Besuch mitgebracht«, hatte sie ausweichend geantwortet und war schnell aus dem Zimmer gerollt, damit ihre Pflegerin nicht bemerken konnte, wie eine leichte Röte ihr Gesicht zu färben begann. »So, ein lieber Besuch«, rief sie ihr neugierig nach, »kenne ich ihn?« »Wieso ihn? Vielleicht war es ja auch eine Frau«, hatte sie zurückgerufen, bevor sie ins Bad rollte. Auf Anne war Verlass. Sie war im Laufe der Jahre fast schon Freundin geworden, aber diese Angelegenheit war Maria viel zu persönlich, um darüber mit ihr zu sprechen. Es ging nur sie selbst und ihn etwas an. Anne hatte natürlich nicht locker gelassen, sie weiter zu befragen. Sie hätte einfach nur das Kuvert öffnen müssen, um ihre Neugierde zu befriedigen, aber Maria wusste, dass Anne sich nicht zu einer solchen Indiskretion hinreißen lassen wurde. Außerdem schien es ihr Spaß zu machen, sich in Vermutungen zu äußern, die der Wahrheit schon ziemlich nahe kamen. »Ich glaube, dass du einen Liebhaber hast, meine Liebe«, hatte sie heute Nachmittag gescherzt. »Vielleicht komme ich am Abend überraschend etwas früher und ertappe dich in flagranti.« Maria musste bei der Vorstellung lächeln. »Was würde Anne aber sagen, wenn sie ihr von Josef erzählen würde?« »Vermutlich wäre sie entsetzt. Eine Behinderte hat eine Affäre mit einem gesunden Mann.« Ihr Lächeln wich nachdenklich in Befürchtungen. Um sich nicht weiter depressiven Gedanken hinzugeben, schaltete sie ihren Computer ein. Ein bisschen Ablenkung im Forum würde ihr guttun. Andere hätten nicht einmal mehr Hoffnung. Sie konnte zumindest ein wenig träumen. »Sie haben eine neue Nachricht«, stand auf dem Bildschirm, nachdem der Rechner betriebsbereit war. »Ich möchte wirklich wissen, woher alle Viagra-Verkäufer, Aktienhändler und Müllmänner meine Mailadresse kennen. Jeden Tag derselbe Dreck«, seufzte sie und öffnete ihr Postfach, um die Mails ein gutes Dutzend zu löschen. Plötzlich hielt sie inne. Ihr Zeigefinger schwebte über der Maustaste. »Absender, kleiner Teufel!« »Da macht sich jemand einen schlechten Scherz«, war ihr erster Gedanke. Sie konnte sich nicht daran erinnern, Josef ihre Mailadresse gegeben zu haben. »Und etwa doch?« »Es konnte nur von Anne sein, die sie auf den Arm nehmen wollte.« »Oder war es doch?« »Du benimmst dich wie eine 14-jährige Göre«, schallt sie sich selbst. Dann klickte sie entschlossen auf die Überschrift der Nachricht, um sie zu lesen. »Meine geliebte Maria, endlich bin ich in der XXXX angekommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Flugzeug wechseln musste. Das erste aber, was ich unbedingt noch erledigen muss, bevor ich todmüde in mein Bett falle, ist dir zu schreiben. Ich kann mich kaum auf meine bevorstehende Arbeit konzentrieren, weil ich dich immer noch vor mir sehe, die ich rieche und spüre. Ist das nicht verrückt? Ein ausgewachsener Mann benimmt sich wie ein verliebter Teenager. Du hast mich betört, mir etwas gegeben, wonach ich mein Leben lang vergeblich gesucht habe. Und kaum habe ich dich gefunden, muss ich hier am Ende der Welt in XXXX, XXXX, XXX, XXXx schon wieder auf dich verzichten. Dabei lege ich viel lieber in deinen Armen als mit meinem Kollegen XXXXX in einem Zimmer. Ich hoffe, dass wir das Projekt schnell und erfolgreich abschließen können. Immerhin hat XXXXX die besten Leute eingekauft. Hat dir der Wein geschmeckt? Wie gerne hätte ich mit dir angestoßen. Meine kleinen Teufel. Ja, es sind jetzt zwei. Einer im Kopf, wie du weißt, und der andere. Na, du kannst es dir denken. Machen mich wahnsinnig. Ich liebe dich und werde dir täglich damit auf die Nerven gehen. Leider kann man hier in XXXXX nur alle sechs Stunden eine Mail verschicken, weil der XXXXX nicht dauernd erreichbar ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es so lange ohne eine Nachricht von dir aushalte. Ich denke an dich und küsse dich innigst. Wenn ich später aufwache, werde ich hoffentlich deine Antwort lesen. Bis später, meine Liebe, Josef und der kleine Teufel. Sie las die Nachricht mehrere Male und ließ ihren Tränen dabei freien Lauf. Dann riss sie sich zusammen, schrieb sich ihre Sehnsucht nach ihm von der Seele und vergaß auch nicht zu fragen, warum einiges in seiner Nachricht so verstümmelt war. Ob es an der Übertragung lag? Ob ihre Nachricht auch verstümmelt ankommen würde? Ihr Brief wurde länger und länger. Als sie Annas Klingeln an der Tür hörte, rief sie aufgewühlt und laut »Moment«. Dann schrieb sie noch einen hastigen letzten Satz und drückte auf »Senden«. »Was ist denn mit dir los?« fragte Anna mit besorgter Miene, kaum dass sie ihr die Tür geöffnet hatte. »Du bist ja ganz rot im Gesicht. Ist dir nicht gut?« »Nein, ganz im Gegenteil«, lächelte Maria. »Aber sei mir nicht böse, wenn ich dir nicht verrate, warum.« Anne blickte ihr misstrauisch nach, als Maria zu ihrem Schreibtisch rollte, um den Rechner auszuschalten. »Aha, du hast also ein kleines Geheimnis vor mir. Lass mich raten. Ich wette zehn zu eins, dass da ein gewisser Teufel dahinter steckt. Habe ich recht oder habe ich zweimal recht? Maria, was ist los mit dir?« Maria Karner starrte regungslos auf dem Bildschirm. Das Lächeln in ihrem Gesicht war verschwunden. Als Anne zu ihr trat, konnte sie auch lesen, was auf dem Bildschirm stand. Die Nachricht konnte nicht verschickt werden, da der Mailempfänger nicht bekannt ist oder es sich um keine gültige Adresse handelt. Drücken Sie F1 für Hilfe, um mehr zu diesem Problem zu erfahren. Müllers Vorschlag, zwei Arbeitsgruppen zu bilden, um rund um die Uhr arbeiten zu können, wurde sofort akzeptiert. Fenner stellte die Teams zusammen und erortete zuvor noch eine gemeinsame Vorgehensweise für die Testläufe. Deißlinge hörte zwar zu, war aber einmal mehr mit der ungewohnten und komplizierten Thematik überfordert. Er beschloss, Fenner oder so Kim bei nächster Gelegenheit anzusprechen, um endlich in Erfahrung zu bringen, was die Physiker und Astronomen eigentlich erreichen wollten und vor allem, wie sie die Schwerkraft zu manipulieren gedachten. Er hielt das Vorhaben für ebenso töricht wie den Versuch, schwimmend einen Teich zu durchqueren, ohne nass zu werden. Genauso wie das Wasser um den Schwimmern nicht beiseite geschoben werden kann, war es auch unmöglich, die Schwerkraft einfach abzuschalten. Kurios, an diesem Morgen waren zwei Vorfälle, die ihn sofort an Silvias Aberglauben erinnerten. Elsässer erschien zum Frühstück mit einer geschwollenen Backe. Er litt unter heftigen Zahnschmerzen und war außerstande etwas zu essen. Müller musterte ihn stirnrunzelnd und meinte, Er ist in der Dusche ausgerutscht und der Länge nach gestürzt, erklärte er, als er dem blassen Karstmann vorsichtig auf einen Stuhl half. Er lag halb bewusstlos mit einer Platzwunde vor der Dusche. Ich tippe auf eine Gehirnerschütterung und eine Knieprellung. 13. Die Unglückszahl Vor Deißlingers Augen tauchte Silvia auf, die grimmig lächelte und die Hände wie eine wissende Rache-Göttin in die Hüften stemmte. Zufall? Nein, Vorsehung. Blödsinn. Natürlich handelte es sich nur um einen dummen Zufall. Er hörte auf, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und setzte sich an den Rechner, in dem der Dongle steckte. Aufmerksam studierte er, welche Programme dafür installiert waren und welche Aufgaben sie zu erfüllen hatten. Bach, der ihm sofort gefolgt war und neben ihm saß, erklärte ihm die meisten davon. Antennensteuerung, Datenauswertung, die Software, die sie gepatcht haben, Graviskopjustierung, Parabol-Datenzusammenführung, Backup- und Serverprogramme. Alle anderen Rechner greifen auf diese Maschine zu, mit Ausnahme der Dongle-geschützten Software. Diese läuft nur hier. Deißlinger runzelte die Stirn. Das heißt, der Rechner ist dauernd belegt. Ich meine, es arbeitet immer jemand daran. Bach lächelte humorlos. Ich fürchte ja, wie ich Ihnen schon sagte, Sie werden Ihre Kohle nicht verdienen. Die Arbeit kann ihretwegen nicht unterbrochen werden. Außerdem, selbst wenn man Ihnen ein oder zwei Stunden am Tag einräumt, informieren Sie mich sofort, bevor Sie hier zu arbeiten beginnen. Ich muss Ihnen auf die Finger sehen. Erinnern Sie sich nicht mehr an Müllers Anweisung? Deißlinger drehte sich zu ihm um. Sie überschätzen sich. Und Sie unterschätzen mich. Ich muss nicht an dieser Maschine arbeiten. Es genügt mir, zwischen dem Rechner und dem Dongle einen Protokollanalysator zu stecken. Dort stöpste ich mich mit einem Kabel ein und kann mitlesen. Zeigen Sie mir einfach den Rechner, den ich dafür benutzen kann. Ich möchte gerne mit meiner Arbeit beginnen. Bach deutete auf einen Rechner in der Ecke des Containers. Nehmen Sie den her. Alle anderen sind für das Projekt notwendig. Ich hoffe, Sie haben ein Kabel in dieser Länge? Natürlich besaß Deißlinger kein so langes Verbindungskabel, aber Ernesto brachte ihm sofort das Gewünschte und verlegte es provisorisch an der Wand entlang. Er schraubte auf Deißlingers Wunsch den Dongle vom Rechner und montierte ihn dann mit dem Protokollanalysator zusammen. Zuletzt steckte er das neu verlegte Kabel ein und wartete, bis ihm Deißlinger an seinem Rechner in der Ecke bestätigte, dass alles bestens funktionierte. Dann verschwand er fröhlich pfeifend wieder, um andere Aufgaben zu erledigen. Deißlinger installierte seine Spezialprogramme, ohne Bach zu beachten, der schräg hinter ihm stand und ihn beobachtete. Mit Ausnahme von Müller, Karstmann und Elsasser tauchten die anderen nach und nach auf und setzten sich vor die einzelnen Maschinen und Messgeräte. Die Arbeitsgruppen waren vorläufig geplatzt, deshalb hatte Fenner vorgeschlagen, den Tag noch für gemeinsame Arbeiten und Gespräche zu nutzen. Er stellte sich mit den Händen in den Hosentaschen vergraben in die Mitte des Arbeitscontainers und wartete, bis sich alle, mit Ausnahme Deißlingers, zu ihm herumgedreht hatten. Okay, meine Herrschaften, ich fasse den jetzigen Stand der Erkenntnisse zusammen. Es gibt einen Quasar da draußen. Er deutete mit einer Hand Waage nach oben, den unser vermisster Kollege Dr. Salier entdeckt hat. Er ist rund zwölf Milliarden Lichtjahre entfernt, trägt die Bezeichnung PWD-7845 und hat einige besondere Eigenschaften aufzuweisen. Er blickte so Kim an. Wären Sie bitte so nett, ich möchte nichts Falsches erklären. Gerne, sagte sie lächelnd. Zuerst vielleicht Allgemeines zu Quasaren. Sie stand auf und trat neben Fenner. Quasare sind bekanntlich die leuchtkräftigsten Objekte im Universum. Daher kann man sie auch noch in mehreren Milliarden Lichtjahren Entfernung nachweisen. Nach der zur Zeit am meisten favorisierten Theorie handelt es sich bei Quasare um riesige schwarze Löcher im Zentrum weit entfernter Galaxien. Dort wächst es durch Verschlucken von Gaswolken immer weiter an. Die aufgesammelte Materie fällt nicht geradlinig in das schwarze Loch, sondern umkreist es auf immer enger werdenden, spiralförmigen Bahnen. Es bildet sich eine sogenannte Akkretionsscheibe. Dabei heizt sich das Gas durch Reibung auf Temperaturen von einigen hundert Millionen Grad auf. Die bei der Akkretion frei werdende Gravitationsenergie kann einen beträchtlichen Bruchteil der Ruheenergie der akkretierten Materie ausmachen. Diese Art der Energieerzeugung ist um einen Faktor tausendmal effektiver als die Kernumwandlungsprozesse im Inneren der Sterne. Die leuchtkräftigsten Quasare würden schwarze Löcher mit hundert Millionen Sonnenmassen rund ein Promille der Masse der Quasargalaxie benötigen. Pro Jahr müssten sie einen Stern verschlingen, was angesichts der hohen Sternendichte in den Zentren von Galaxien durchaus möglich sein sollte. Optische und UV-Beobachtungen unterstützen diese Vorstellung, denn Quasare sind fast immer sehr helle UV-Quellen. Vermutlich stammt diese Strahlung von der heißen rotierenden Akkretionsscheibe. Auch die Emissionslinien von Wasserstoff, Helium und Eisen deuten auf Bewegungen mit Geschwindigkeiten bis zu 6000 Sekundenkilometern hin, was in der Nähe eines massereichen schwarzen Loches durchaus zu erwarten wäre. Hier auf dem Bildschirm von Herrn Bührli sehen Sie einen typischen Quasar mitsamt der Akkretionsscheibe. »Ich lege das Bild auf den Beamer, oder?« sagte Bührli. Gleich darauf erhellte sich ein weißes Rechteck an der Wand neben Fenner. Sekunden später wurde es schwarz. Nur in der Mitte befand sich ein farbiger Klecks, darunter ein paar zackige Linien. Deißlinger, der seine Arbeit unterbrochen hatte, war enttäuscht von der verschwommenen Aufnahme. Er hatte sich etwas ganz anderes vorgestellt. So Kim schien es irgendwie bemerkt zu haben. »Das sind keine optischen Aufnahmen, sondern Bilder von einem Radioteleskop«, erklärte sie. »Im Gammastrahlenbereich sieht man viel mehr als mit einem Lichtteleskop.« Deißlinger nickte ihr zu, obwohl er mit ihrer Erklärung nichts anzufangen wusste. Gammastrahlen waren ihm bisher nur von Röntgengeräten her bekannt. Jetzt zu unserem speziellen Quasar. Im Inneren befindet sich ein schwarzes Loch, das die umgebende Materie ansaugt, wobei eine enorme Strahlung freigesetzt wird. Das vereinheitlichende Modell meiner Kollegen geht davon aus, dass alle Quasare nach dem gleichen Muster aufgebaut und von einem Ring aus Gas und Staub umgeben sind. Bislang war diese Annahme aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Die theoretisch vorgesehenen Merkmale des Staubrings wurden bislang nicht in den Spektren von Quasaren beobachtet. Das Problem ist, dass die Erscheinung eines Quasars wesentlich davon abhängt, aus welchem Blickwinkel man ihn beobachtet. Blickt man von oben auf den Ring aus Staub, dann sollte man die charakteristische Silikatstrahlung von der Innenwand des Staubrings sehen. Ist der Ring so orientiert, dass wir ihn von der Seite sehen, dann wird diese Strahlung von den äußeren Schichten des Ringes verdeckt. Bisher gelang es nicht, die bei Draufsicht auf den Ring theoretisch vorhergesagte charakteristische Silikatemission zu beobachten. Die Folge waren über 25 Jahre hinweg immer wieder Zweifel und neue Änderungen am einheitlichen Modell. Sie machte eine kleine Pause, bevor sie fortfuhr. Das Rätselraten endete erst mit Beobachtungen mit dem ersten Graviskop, das Aufnahmen von unerreichter Genauigkeit lieferte und das gesamte benötigte Spektrum im Hochenergiespektrum abdeckte. Mit seiner Hilfe gelang Dr. Salier vor einem knappen Jahr der Nachweis, dass das vereinheitlichende Modell tatsächlich nicht ganz zutrifft. Es gibt neben der Strahlung des Silikatstabs noch zwei weitere Strahlungsarten und diese beiden Strahlungen entstammen ganz eindeutig nicht der Teilchenfamilie, aus der sich die uns bekannte Materie zusammensetzt. Das ist reine Spekulation, unterbrach sie Monika Fiedler mit scharfer Stimme. Es gibt keine Materie aus der Familie zwei oder drei, die außerhalb eines Zyklotrons existieren könnten. Sie postulieren Unsinn und ich mache jede Wette, dass ihre Theorie bald zusammenbrechen wird. Alle Materie setzt sich aus Leptonen und Quarks der ersten Teilchenfamilie zusammen. Elektronen, Elektroneutrino sowie den Up- und Down-Quarks in Protonen und Neutronen. Sue Kim wollte etwas entgegnen, aber Fiedler ließ überhaupt nicht zu Wort kommen. Mit lauter werdender Stimme erklärte sie. Für diejenigen hier, die sich mit der Materie nicht so gut auskennen, es gibt noch die Teilchenfamilie zwei, die aus Myon und Myon-Neutrino sowie den Charm- und Strange-Quarks bestehen, sowie die Familie drei mit dem Tau und dem Tau-Neutrino als Leptonen und dem Top- und Bottom-Quark. All diese Entitäten sind in der Natur nicht auffindbar, nur in riesigen Beschleunigungen nachzuweisen. Ihre Theorie ist wirklich absolut lächerlich. Deißlinger war erstaunt über die Schärfe in der Diskussion, auch Sue Kim schien betroffen zu sein. Sie stand mit gesenktem Kopf neben Fenner und wartete darauf, dass Fiedlers Tirade aufhörte. Voss kratzte sich nachdenklich am Kinn. Es könnte sich um eine Manifestation der Hicks-Teilchen handeln. Bei so hohen Energien kann eine Wechselwirkung mit Materie möglich werden. Fenner lachte laut, aber humorlos auf. Da haben wir schon die nächste wilde Spekulation. Beschränken wir uns besser auf Tatsachen. Und Tatsache ist, dass Herr Salier die Strahlungsarten korreliert hat. Er hatte den genialen Einfall, sie in einem starken elektrischen Feld zu bündeln. Sie wissen, was dann passiert ist. Die Strahlung interagierte und erzeugte dabei Monopole. Ein bisher nur theoretisch vorhergesagtes Teilchen, das dazu noch die Gravitation aufhebt. Ich denke, jeder von Ihnen erinnert sich an die verblüffende Demonstration von Herrn Müller in der Zentrale von Gigantus. Habe ich etwas verpasst? fragte Monika Fiedler irritiert. Wovon sprechen Sie? Ich glaube, Sie hatten bei Ihrem Besuch keine Zeit mehr für die Vorführung, mischte sich Bach ein. Ich zeige Ihnen am besten ein Video, das wir gedreht haben. Er ging zu einem Rechner und fand nach kurzem Suchen die gewünschte Datei. Mit einem Mausklick öffnete er sie und lenkte die Ausgabe des Bildschirmsignals auf den Beamer um. Der Flur mit den dunkelgrauen Granitfließen, der gleich darauf zu sehen war, kam Deißlinger sofort bekannt vor. Es handelte sich eindeutig um den Flur im Untergeschoss von Gigantus, aufgenommen aus der Perspektive einer im Aufzug stehenden Person. Im Hintergrund standen ein Dutzend Menschen, welche die ganze Breite des Flurs vereinnahmten und teilweise sogar hintereinander standen. Im Vordergrund tauchte Müller auf, der einen leeren Schuhkarton in die Kamera hielt und danach auf den Boden stellte. Dann trat er einige Schritte zur Seite, zog eine kleine Fernbedienung aus der Jackentasche und drückte übertrieben stark auf einen Knopf. Leider war die Aufnahme ohne Tonspur aufgezeichnet worden. Oder Bach wollte nicht, dass etwas von der Aufnahme zu hören sein sollte. Aber das spielte keine Rolle. Die erstaunten, zum Teil fassungslosen Gesichter der Menschen im Video sprachen für sich. Der Karton war von einer Sekunde zur anderen aus dem Flur verschwunden. Roberto Sanchez und Ernesto Cevanton saßen in dem kleinen Container, der auch die Steuerung für die Wasseraufbereitung enthielt, und warteten ungeduldig auf Alfredo Suasso. Sanchez schraubte den Deckel eines Kohlefilters ab und legte ihn zur Seite. Dann zog er den klobigen Kurzwellensender heraus, den sie darin zwischen weißen Lagen aus Filterwatte versteckt hatten. Die Wasserrohre des Filters endeten weiter hinten blind an der Wand und nur eine gezielte Suche danach hätte ergeben, dass einer der vielen Filter für das Trink- und Gebrauchtwasser der Station unnötig war. »Kennst du die Geschichte vom trojanischen Pferd?« fragte Sanchez nach einer Weile, um die Wartezeit zu überbrücken. »Nein«, knurrte Cevanton ungeduldig. Er war seit einigen Minuten damit beschäftigt, das Antennenkabel des Senders in die getarnte Antenne einzuschrauben. Ein moderner Windmesser mit kreisenden Propellern befand sich am Ende eines drei Meter langen Kunststoffrohrs, das auf dem Container montiert war, und die Antenne für die Kurzwellenstation befand sich im Inneren des Rohrs. »Ich habe doch noch nie was für Pferde übrig gehabt, mit Ausnahme der Zweibeinigen.« Sanchez lachte leise. »Das war ein hohles, oder besser gesagt, ein ausgehülltes Pferd, in dem sich die alten Griechen versteckt hatten, um Troja zu erobern. Soll ich dir die ganze Sage erzählen?« Cevanton winkte ab. »Er ist mich zufrieden. Der Stecker klemmt. Er lässt sich nicht festschrauben. Wir sollten ihn bis zum nächsten Mal austauschen. Mistverdammter! Das ganze Plastikzeug taugt nicht.« »Sie sind immer noch am Palavern«, sagte Sanchez nach einem Blick durch das kleine Fenster. »Fast alle hocken dort zusammen im Arbeitscontainer, bis auf die zwei Kranken und den dicken Müller. Es wird höchste Zeit, dass ich mich dort wieder blicken lasse. Sie haben ja zum Glück keine Ahnung, dass ich Deutsch verstehe.« »Ja, aber ich bin trotzdem noch immer der Meinung, wir hätten die ganze Station verwanzen sollen. Du kannst nicht immer und überall mitlauschen«, meinte Cevanton. »Auch wenn Alfredo glaubt, dass sie das bemerken würden mit ihren hochempfindlichen Messgeräten.« »Wenn er das sagt, wird es wohl so sein«, erwiderte Sanchez achselzuckend. »Außerdem wäre es ein unnötiges Risiko.« »Hat Alfredo dem einen eigentlich den Zahn gezogen?« fragte Cevanton grinsend. Er hatte den Stecker endlich zur Hälfte angeschraubt und prüfte kritisch, ob er auch Kontakt hatte. »Da wäre ich gerne dabei gewesen, ohne Betäubung, mit einer Kombizange.« Sanchez zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht. Der andere sah schlimmer aus mit seiner Platzwunde am Kopf. Was für ein Idiot ist das denn? Als ich das letzte Mal in der Dusche verunglückt bin, hatte ich gerade meine Janina zwischen den Beinen. Was hältst du eigentlich von der Brünetten?« Cevanton machte eine eindeutige Geste mit der Hand. »Vielleicht nehme ich sie mir noch vor, bevor wir hier fertig sind. Sieht schon scharf aus, die Chica, aber die Chinesin bringt es bestimmt auch gut unter der Dusche. Ah, buenos dias, Alfredo.« Suazo, der gerade eingetreten war, schloss die Tür hinter sich. »Ist der Sender bereit?« »Nebenbei, es ist eine Südkoreanerin.« »Das Übrige habe ich überhört, aber nicht vergessen. Reißt euch etwas zusammen und denkt mit euren Köpfen anstatt mit euren Eiern. Was ist nun mit dem Kurzwellensender, alles klar?« Cevanton nickte und deutete auf das Gerät. »Du brauchst nur noch einzuschalten und die aktuelle Tagesfrequenz einzustellen. In Santiago warten sie bestimmt schon auf den Tagesbericht von dir. Aber viel zu berichten gibt es ja noch nicht, oder doch? Das zu beurteilen ist Sache vom Generalstab,« erwiderte Suazo ungehalten und stülpte sich ein Kopfhörer mit dazugehörigem Mikrofon über den Kopf. »Unsere Aufgabe ist es, alles, was wir hören oder sehen, weiterzugeben. Ein Geheimdienst lebt von Informationen. Und gerade unsere inoffizielle Organisation braucht sie dringend. Schließlich arbeiten wir seit Jahren absolut im Untergrund. »Muss ich einen Agenten aus der Eliteeinheit von D.I.N.A. wirklich daran erinnern?« »No, Capitano«, murmelte Cevanton augenrollend. Sanchez blinzelte ihm zu und flüsterte ihm kaum hörbar ins Ohr. »Verdäpp es dir nicht mit ihm. Er steht auch auf die Brünette. Hast du schon bemerkt, wie er sie mit den Augen auszieht?« Cevanton grinste und schwieg vorsichtshalber. Suazo schaltete den Kurzwellensender ein, drehte ein bisschen an einem großen Knopf hin und her und lauschte in den Kopfhörer, bis er die richtige Frequenz gefunden hatte. Dann drückte er die Morse-Taste ein paar Mal, um den vereinbarten Code für die Identifizierung abzusetzen. Gleich darauf begann er mit leiser Stimme, seinen Bericht in das Mikrofon zu sprechen. Cevanton und Sanchez hörten gespannt zu, wenn sie auch die Antworten nicht hören konnten. Als Suazo fertig war, erhielt er noch einige Instruktionen aus Chile, die er schweigend mit einem Kopfnicken bestätigte. Zuletzt bestätigte er noch einmal mit ein paar Morse-Zeichen, dass alles gut angekommen war. Dann schaltete er das Gerät aus und nahm den Kopfhörer ab. »Sie machen gehörig Druck und wollen mehr Informationen von uns,« sagte er mit ernstigem Gesicht. »Leider haben wir ein neues Problem. Einer von diesen verdammten Wissenschaftlern hier spielt ein falsches Spiel. Offenbar hat jemand von ihnen einen weiteren Kurzwellensender in die Station geschmuggelt. Die Idioten beim Zoll haben nichts bemerkt. Also wurde er wohl in seine Einzelteile zerlegt transportiert. In Santiago haben sie eine verschlüsselte Sendung von hier aufgezeichnet. Die Peilung zeigt eindeutig, dass sie von der Station aus gesendet worden ist. Sie sind nur am Dechiffrieren. »Bravo«, sagte Chevanton mit einem schiefen Grinsen, das er immer aufsetzte, wenn er sich auf eine baldige Auseinandersetzung freute. »Wer von den Gringos ist der Idiot?« Langsam, fast zärtlich, nahm er ein Springmesser aus der Hosentasche und drückte auf den Knopf. Die hervorschnellende Klinge war 18 Zentimeter lang und glänzte im Sonnenlicht. Sanchez wandte sich angeekelt ab. Er kannte die bevorzugte Tötungsmethode seines Freundes zur Genüge. Chevanton störte sich nicht an seiner Reaktion. Langsam zog er die scharfe Klinge an seinem unrasierten Hals entlang. »Que sera, sera«, summte er nachdenklich. Suazo blickte ihn zornig an. »Hör auf zu singen. Der Sender kann sich nur im Gepäck von einem dieser Wissenschaftler befinden. Wir müssen ihn suchen.« »Das Gepäck durchsuchen?«, fragte Sanchez zweifelnd nach. »Wie stellst du dir das vor? Einfach alle schnell durchwühlen, wenn keiner hinschaut? Wenn wir dabei erwischt werden, fliegen wir auf. Wie willst du jemandem eine plausible Erklärung abgeben, dessen Gepäck du gerade durchsuchst? »Oh, entschuldigen Sie, Senior, ich hab mich im Koffer geirrt.« Suazo kratzte sich am Hinterkopf. »Die meisten schlafen zu zweit in einem Container, nicht wahr? Aber nicht gleichzeitig. Sie wollen doch rund um die Uhr arbeiten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Schläfer nicht aufwacht, wenn das Gepäck durchsucht wird.« Gepäck blickte ihn mit offenem Mund an. »Du willst den Schläfer einfach killen?« »Nein, natürlich nicht, du Idiot!«, fragte Suazo. »Roberto wird dafür sorgen, dass er versehentlich ein Schlafmittel einnimmt. Verstehst du jetzt?« »Und was passiert, nachdem wir den Kerl mit dem Sender gefunden haben?«, fragte Sanchez. »Wir können ihn schlecht einsperren, bis das nächste Flugzeug kommt. Wenn überhaupt eines in den nächsten Tagen kommt,« er deutete ohne weitere Erklärung aus dem Fenster. Die Parabolantennen sanken langsam nach unten in ihre Verriegelungsposition. Suazo blickte kurz hinaus. Dann klatschte er die Hände zusammen. »Ich weiß schon, was wir mit dem Mistkarl machen werden, okay? Gehen wir wieder an die Arbeit.« Draußen begann der Sturm. Monika Fiedler schien von der Vorführung nicht überzeugt zu sein. »Was wollen Sie mit diesem Filmchen beweisen?«, fragte sie wach. »Das macht jeder zweitklassige Zauberer besser.« »Meinen Sie?«, ertönte Müllers Stimme von der Tür her. Er baute sich direkt vor der Atomphysikerin auf. »Dann zeigt Ihnen Herr Bach noch eine Aufnahme von einer Hochgeschwindigkeitskamera.« Er winkte Bach mit rotem Kopf zu. Wenige Sekunden später war der Karton in Großaufnahmen zu sehen. Darunter eine schnell laufende Digitalanzeige, die offenbar die Zeit anzeigte. »Schauen Sie ganz genau hin,« meinte Müller und trat zur Seite. Die Schachtel lag zunächst ruhig auf dem Granit. Aber plötzlich begann sie nach oben zu schweben. Gleichzeitig, und das war das Unglaubliche daran, wurde sie durchsichtig wie ein Eiswürfel beim Auftauen. Nach sechstausendstel Sekunden verschwand sie völlig. Bach ließ das Video noch einmal laufen. »Okay«, sagte Fiedler nach einigen Sekunden des Überlegens. »Es sieht beeindruckend aus. Ich nehme Ihnen sogar ab, dass der Karton schwerenlos geworden ist. Aber das Auflösen in Luft passt nicht zu der Theorie, dass die Schwerkraft irgendwie abgeschirmt oder aufgehoben wurde. Außerdem ist es nicht logisch, dass die Schachtel überhaupt aufsteigt. Sie müsste ruhig liegen bleiben, weil eine Kraft auf sie einwirkt. Außerdem, wo sind denn die Monopole, die diesen Effekt bewirken sollen?« »Es geht doch aus der Beschreibung des Experiments hervor, Frau Fiedler«, mischte sich Voss ein. »Die haben Sie doch bestimmt ebenso erhalten wie alle übrigen hier.« Er nahm seine Brille von der Nase und zeigte damit nacheinander auf jeden Einzelnen im Container. Fiedler zuckte mit den Schultern. »Gelesen habe ich es schon. Einige der angeblichen Monopole sind auf der Granitfliese gewesen. Zwischen Boden und Decke erzeugen sie ein starkes elektrisches Feld. Auch ich habe mit Interesse gelesen, dass die angeblichen Monopole ein strukturloses Etwas sein sollen, das kein Chemiker von Gigantus identifizieren konnte. Sinngemäß zitiert, ein homogenes, isomorphes und hochviskoses Nichts. Dazu eine Billion mal so schwer wie ein Wasserstoffatom. Und damit von der Größe eines Bakteriums. Ein bisschen viel an Unglaublichem, um es sofort akzeptieren zu können.« Sie beugte sich nach vorne und blickte Müller ins Gesicht. »Hat sonst noch jemand die seltsamen Partikel untersucht? Ein unabhängiges Institut?« Müller schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Wir werden doch unsere Entdeckung nicht preisgeben, bevor wir die Patente auf die Anwendungen haben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass unsere Chemiker ihr Handwerk beherrschen. Nicht einmal unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop wurde eine Struktur sichtbar. Sie lassen sich nicht zerkleinern oder auflösen. Sie sind höchsten Temperaturen gegenüber resistent und ebenso druckunempfindlich. Die Monopole sind im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. »Wie viele besitzen Sie eigentlich davon?«, fragte Fenner. »Etwa noch 90.« »Sie stammen alle noch von Dr. Salier.« Er war in seinen Versuchen so weit, dass es ihm gelungen ist, den Prozess der Auflösung aufzuhalten, und nur die reine Schwerkraftaufhebung als Effekt blieb. »Tummerweise ist dieses Know-how auf einer verschlüsselten CD gespeichert.« Er blickte kurz zu Deißlinger hinüber. »Und solange wir diese Daten nicht verwerten können, müssen wir versuchen, dieses Ziel durch entsprechende Experimente selbst zu erreichen.« »Dann sollten wir aber endlich anfangen, oder?«, schlug Björli vor. »Aber zuvor möchte ich gerne eine Zigarette rauchen. Gehen Sie mit mir, Herr Bach.« Bach schüttelte den Kopf. »Schauen Sie aus dem Fenster, wir bekommen einen Sturm. Die Antennen sind bereits automatisch abgesenkt worden.« Erst jetzt nahm Deißlinger das dumpfe Grollen wahr. Die Aluminiumwände der Container schwangen mit den Sturmböen und verursachten dieses metallische Geräusch. Der Windmesser auf dem gegenüberliegenden Container drehte sich so schnell, dass man glauben konnte, er stände still. Aber ein Blick auf die Messdaten der Wetterstation zwischen seinem Rechner und Björlis verriet, dass der Sturm bereits weit über 150 Stundenkilometer in der Stunde erreicht hatte, bei Böen noch weit mehr. Die Außentemperatur war auf minus 38 Grad gefallen. Karstmann und Elsässer tauchten mit verstörten Gesichtern im Arbeitscontainer auf, um sich nach der Ursache der seltsamen Geräusche zu erkundigen. Elsässers Backe schien noch weiter angeschwollen zu sein, während Karstmann einen abwesenden Gesichtsausdruck hatte. So wie er umherblickte, schien er wirklich eine Gehirnerschütterung zu haben. Als kurze Zeit später Sanchez erschien, gab er beiden ein Tablettenröhrchen und unterhielt sich mit ihnen. Dann ging er zu Fenner. »Herr Elsässer hat einen entzündeten oder vereiterten Zahn«, sagte er leise auf Englisch. »Ich kann ihm nicht helfen. Wir haben nicht einmal eine Zahnarztszange im Sanitärschrank. Im schlimmsten Fall muss ich ihn betäuben und mit einer Handwerkerzange versuchen, den Zahn zu ziehen.« Fenner schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Wenn es wirklich so schlimm ist, muss er zurückgeflogen werden.« »Das kann aber Tage dauern bei dem Sturm«, meinte Sanchez. »Ich wollte Sie nur informieren, wie es um ihn steht. Er lässt mich nicht einmal in seinen Mund schauen, weil er Angst hat. Ich könnte ihm noch mehr Schmerzen bereiten.« »Und wie geht es an Karstmann?«, fragte Fenner, ohne weiter darauf einzugehen. »Schwere Gehirnerschütterung und ein dickes Knie. Er sollte im Bett bleiben. Ich habe beiden ein schnell wirkendes Schmerzmittel gegeben.« Fenner wandte sich an Müller, der wortlos zugehört hatte, und beriet sich kurz mit ihm. Dann schickte er die beiden Patienten wieder in ihre Schlafcontainer zurück. Etwas ratlos sagte er dann zu den Verbliebenen. »Wir können nichts unternehmen, solange die Antennen abgesenkt sind. Also können Sie den Tag einstweilen verbringen, wie Sie möchten.« Börlifoss und Fiedler setzten sich in eine Ecke und setzten ihre hitzige Diskussion über Monopole, Quasare und andere Merkwürdigkeiten fort. Bach gesellte sich dazu und hörte an die Wand gelehnt, interessiert, ihrem Gespräch zu. Zu Kim schien etwas unschlüssig zu sein, ob sie sich dazusetzen sollte, denn sie blickte abwechselnd auf die Drei und auf Fenner. Dann rollte sie auf ihrem Drehstuhl sitzen doch zu ihnen herüber. Müller und Fenner holten sich ebenfalls Sitzgelegenheiten. Deißlinger beschloss, die Situation da zu benutzen, sich endlich etwas mehr Hintergrundinformationen anzueignen. »Können Sie mir sagen, warum Sie sich eigentlich so erbittert streiten? Ist das immer so bei Physikern und Astronomen?« warf er in den Raum. So Kim lächelte, überließ es aber Fenner darauf zu antworten. Sie saß Deißlinger genau gegenüber und hatte die Beine leicht gespreizt. Ihre enge Jeans zeigte mehr, als sie verbarg. Deißlinger versuchte krampfhaft, seinen Blick von ihr zu lösen und sich wieder auf Fenner zu konzentrieren. »Das ist leider die Regel«, sagte dieser. »Für Sie als Mathematiker gibt es nur eine, die einzige Wahrheit. Nicht umsonst spricht man von der exakten Wissenschaft Mathematik. In der Physik und auch in der Astronomie hingegen ist man überwiegend auf Theorien angewiesen, um die Welt zu erklären. Erst wenn Theorie und Beobachtung übereinstimmen, sind alle Beteiligten bereit, dies als gesichertes Wissen anzuerkennen.« »Gut, soweit kann ich Ihnen folgen«, räumte Deißlinger ein. »Allerdings gibt es auch in meiner Disziplin noch genügend offene Fragen, wie Sie sicher wissen. Ich erinnere nur an die Riemannsche Vermutung, die handelt von den Nullstellen der sogenannten Zeta-Funktion, die eng mit den Primzahlen zusammenhängen, den Zahlen also, die sich nur durch sich selbst und durch eins ohne Rest teilen lassen. Aber wem sage ich das?« Fenner nickte zustimmend. So Kim lächelte und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, weiterzusprechen. Deißlinger ließ sich nicht lange bitten. »Die Poincaré'sche Vermutung dreht sich um die sogenannte Dreisphäre. Die Einsphäre ist eine Kreislinie. Die Zweisphäre die Oberfläche einer Kugel. Die Dreisphäre die Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel. Die lässt sich zwar nicht so leicht vorstellen, ist aber doch nicht nur das Hirngespinst von Mathematikern. Bei Ihnen ist sie auch ein kontrovers diskutiertes Thema, wenn ich mich nicht irre. »Stimmt«, nickte Fenner, »ich komme nochmals darauf zurück. Henri Poincaré«, glaubte vor gut hundert Jahren bewiesen zu haben, welche Eigenschaften ein Gebilde haben müsste, um eine möglicherweise etwas verformte Dreisphäre zu sein. Als der Franzose einen Fehler in seiner Arbeit fand, formulierte er das Theorem um. Doch ein Beweis wollte ihm allerdings ebenso wenig gelingen wie seinen Nachfolgern. »Exakt«, lächelte Deißlinger, »der froh war, sich endlich auf vertrautem Terrain bewegen zu können.« Er überlegte einen Moment, dann lieferte er ein weiteres Beispiel nach. Die Gleichungen von Young Mills fallen mir noch dazu ein. Sie stellen ja einen Bezug her zwischen ihrer Elementarteilchenphysik und der Geometrie der sogenannten Faserbündel. Wissenschaftler und Teilchenbeschleunigern wie dem europäischen CERN wenden sie erfolgreich an. »Doch fehlt der mathematische Beweis, dass Quantenfelder, die von ihnen derart beschrieben werden, überhaupt existieren?« So Kim klatschte begeistert in die Hände, während sie ihre Beine noch weiter spreizte. »Wow, jetzt haben sie drei Wünsche frei.« Sie blickte vielsagend zu Fenner, der das Gesicht bei Deißlingers Worten verzogen hatte. Deißlinger begann, sich an seinem Bad zu zupfen und vermied jeden Blick in ihre Richtung. Fenner hingegen starrte sie sekundenlang und kopfschüttelnd an. Erst dann wandte er sich an Deißlinger. »Ja, mein lieber Deißlinger, so Kim ist der Ansicht, dass die Quantenphysik ohnehin ausgedient hat. Sie bevorzugt eine neue exotische Theorie, um die Welt zu beschreiben. Die Jungen wissen bekanntlich immer alles besser.« »M-D-I«, sagte So Kim überdeutlich und betonte dabei jeden einzelnen Buchstaben. Dabei lächelte sie Fenner an. Aber es war das Lächeln einer Schlange, die das davor sitzende Kaninchen hypnotisierte. Deißlinger räusperte sich. »Kommen wir zurück zum Thema. Vielleicht können Sie mir ein Beispiel für diese Differenzen geben, möglichst eines, das mit diesem Projekt zu tun hat und für mich noch verständlich bleibt. Vergessen Sie nicht, dass ich nur etwas von simpler Mathematik verstehe.« »Oh, ich fürchte, dass das länger dauern wird«, seufzte Müller, der bisher nur zugehört hatte und stand auf. »Ich gehe lieber etwas essen. Bis später.« Fenner wartete, bis Müller den Container verlassen hatte. »Ich will es gern versuchen.« »In der modernen Physik gibt es zwei bedeutende Theorien, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Beide haben ihre Anhänger und Gegner. Beide sind überaus erfolgreich, aber nicht kompatibel zueinander.« »Welche Theorien meinen Sie?«, fragte Deißlinger höflich, obwohl er es bereits zu wissen glaubte. »Die Quantenphysik. Sie haben sie bereits angesprochen. Und die beiden Relativitätstheorien,« erklärte Sue Kim. Fenner nickte zustimmend. »Wenn Sie doch beide richtig und erfolgreich sind, warum passen Sie da nicht zusammen?«, fragte Deißlinger verwundert weiter. »Einsteins Relativitätstheorien haben doch mit dem Universum als Ganzem zu tun, und die Quantentheorie beschränkt sich auf Atome, nicht wahr?« Fenner nickte. »Die Relativitätstheorien erweitern Newtons Physik und sind in sich stimmig. Sie beschreiben die makroskopische Welt, wenn auch für Laien unverständlich. Allerdings versagen sie komplett, wenn es um atomare Bereiche geht. Leider.« So Kim lachte leise. Fenners Erläuterungen schienen sie zu amüsieren. Sie machte einen schmollen Mund und legte zu Deißlingers Bedauern ihre Beine übereinander. »Stellen Sie sich einen Stecknadelkopf vor, der nur ein Fünf-Millionstel so groß ist wie ein Berg von fünf Kilometern Höhe. Nur rund 0,1-Millionstel so groß wie dieser Stecknadelkopf, ist ein Atom, einschließlich seiner Elektronenhülle. Der Atomkern misst nicht mehr als 0,01-Millionstel des Stecknadelkopfes. Und manche Elementarteilchen wie die Elektronen sind noch kleiner. Wirklich messen konnte diese winzigen Teilchen bisher niemand, denn noch niemand hat sie jemals gesehen. Eine korrekte mathematische Beschreibung für die Vorgänge in dieser Welt des Allerkleinsten geht ebenfalls weit über die Newton'sche Mechanik und Einsteins Theorien hinaus. Sie wurden erst von der Quantenmechanik geleistet, einem physikalisch-mathematischen Modell, das Max Planck und seine geistigen Nachfolger wie Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Eigentlich kann man nicht von der Quantenmechanik sprechen. Es gibt vielmehr deren mehrere, die einander aber nicht widersprechen, sondern sich gegenseitig ergänzen und insgesamt ein in sich stimmiges, wissenschaftliches Gebäude darstellen. Er ignorierte, so Kims abschätziges Grinsen, dass Deißlinger aber nicht entgangen war und fuhr fort. Berechnungen, die aus diesen Modellen erfolgen, haben sich stets als korrekte Beschreibungen der für uns unsichtbaren Miniaturwelten aus Atomen und subatomaren Teilchen erwiesen und die newtonsche Mechanik lässt sich wiederum als vereinfachte Variante der Quantenmechanik für die Größenbereiche unseres Alltags auffassen. Er musste unterbrechen, weil der Sturm heftig am Container rüttelte, aber auch, weil Monika Fiedler aufgesprungen war und Forst lautstark anbrüllte, dass er ein Ignorant und Tatsachenverdreher sei. Sie rannte wütend aus dem Container und warf die Tür hinter sich zu. Sanchez und Bach gingen gemeinsam zur anderen Tür hinaus. Fenner machte eine vielsagende Geste, dann fuhr er fort. Zwei Hypothesen, die nicht zusammenpassen, also, so weit, so gut. Aber es wäre in bester Ordnung, wenn die in sich konsistente Quantenmechanik und die in sich ebenfalls konsistente allgemeine Relativitätstheorie irgendwie zusammenpassen würden. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Beide widersprechen einander in etlichen Punkten erheblich. Das ist schwer zu begreifen, denn beide sind, wie Sie wissen, rein mathematische Formalismen, die sich allerdings unserem Vorstellungsvermögen völlig entziehen. Die jeweiligen Formen sind es, die nicht zueinander passen wollen. Wieso? fragte Deißlinger. Fenner machte ein Gesicht, als hätte ihm jemand mitgeteilt, dass die Erde eine Scheibe sei. Die Diskrepanzen scheinen ihre Ursache darin zu haben, dass im ganz Kleinen andere Kräfte wirken als im ganz Großen. So kommt die Quantenphysik mit drei natürlichen Grundkräften aus. Der elektromagnetischen Kraft, der schwachen und der starken Wechselwirkung. Die beiden letzteren sind Kräfte, die zwischen den Elementarteilchen in den Atomen und ihren Kernen wirken. Für die Kraft, die uns im Alltag am meisten auffällt und das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer macht. Die Schwerkraft oder Gravitation hat die Quantenmechanik jedoch absolut keine Erklärung. So Kim entspannte sich wieder, wie Deißlinger aus den Augenwinkeln feststellte. Ihre Beine glitten wieder auseinander und auch die vor der Brust verschränkten Arme hingen locker an ihrer Seite herab. Andererseits, um auf unser spezielles Projekt zu sprechen zu kommen, fuhr Fenner fort, spielt gerade die Schwerkraft die wichtigste Rolle in Systemen von kosmischen Dimensionen. Da sowohl die Relativitätstheorie wie die Quantenmechanik jede für sich widerspruchsfrei sind, glauben die meisten meiner Kollegen heute, dass ihre Unvereinbarkeit nicht an ihrem mathematischen Gerüst liegt, sondern an den Vorstellungen, die wir von unserer Welt haben. Einstein forderte ein vierdimensionales Universum, denn in dem uns bekannten dreidimensionalen Raum ließ sich seine allgemeine Relativitätstheorie nicht formulieren. Nun denken manche Physiker sogar in Räumen mit mehr als vier Dimensionen. Solche Räume kann man sich zwar nicht mehr vorstellen, aber man kann in ihnen rechnen und erhält Ergebnisse, die dann wieder im gewohnten dreidimensionalen Raum sichtbar werden. Deißlinger lachte. Ja, ähnliche Konstruktionen kenne ich auch, zumeist sind es Notlösungen. Fenner wirkte einen Moment irritiert, ging aber nicht weiter auf seine Anspielung ein. Wir, die Physiker, fragen uns nun, ob sich für einen Raum mit mehr als vier Dimensionen ein mathematisches Modell finden lässt, das Relativitätstheorie und Quantenmechanik widerspruchsfrei in sich vereint. Eigentlich muss es dergleichen geben, denn die Welt funktioniert schließlich und ist vom allerkleinsten bis zum allergrößten eine einzige in sich widerspruchsfreie Einheit. So Kim entblößte ihre weißen Zähne. Es hat sich aber als überaus schwierig erwiesen, ein solch vieldimensionales Modell zu entwickeln, meinte sie ein wenig spöttisch. Vielleicht liegt die wirkliche Lösung doch woanders. Fenner winkte verächtlich ab. Immerhin gibt es heute vielversprechende Denkansätze. Der Öffentlichkeit wurden sie unter verschiedenen Namen präsentiert. Suche nach der Weltformel, große vereinheitlichte Theorie und String-Theorie sind die geläufigsten davon. Die beiden Ersten erklären sich von selbst. Was aber verbirgt sich hinter Strings? Können Sie mir diese Frage beantworten? Er wartete auf eine Antwort von Deißlinger, aber der konnte natürlich erwartungsgemäß nichts dazu sagen. Sein ratloses Gesicht und sein Achselzucken waren eindeutige Antworten. Fenner registrierte es mit Genugtuung. Fangen wir mit der bisher üblichen Vorstellung vom allerkleinsten an. Danach sind Elementarteilchen punktformig oder stellen winzige kleine Kügelchen dar, die sich nachweisen lassen und deren Eigenschaften man bestimmen kann. Ihre Masse, ihre elektrische Ladung, ihr magnetisches Moment, ihren Spin, das ist ein Maß für ihre Drehung um sich selbst, und auch so eigenartige Dinge wie ihre Strangeness. Das sind alles reichlich theoretische Begriffe, die wir Physiker gewählt haben, um verschiedene Teilchen voneinander zu unterscheiden. Wir sind dabei wie die Biologen vorgegangen, die verschiedene Tierarten nach Größe, Gewicht, Behaarung, Futterart und Körpertemperatur auseinanderhalten. Weit über 200 verschiedene Elementarteilchen wurden bis heute klassifiziert und in den sogenannten Elementarteilchen so eingeordnet. Kein glücklicher, aber treffender Begriff für all diese Entitäten. Ihn bevölkern allerdings nur sicher nachgewiesene und gut bekannte Teilchen wie das Elektron, das Proton und das Neutron, aber auch hypothetische wie das Graviton, das Austauschteilchen der Schwerkraft, nach dem man bisher vergeblich gesucht hat. Das ist aber ein Widerspruch in sich, warf Sue Kim ein. Wenn es von ihnen nicht nachgewiesen wurde, hat es dort auch nichts zu suchen. Die String-Theorie geht übrigens davon aus, dass es all diese Elementarteilchen eigentlich gar nicht gibt, sondern dass sie alle nur verschiedene Schwingungszustände ein und derselben Teilchen sind, nämlich der Strings. Die heißen so, weil man sie sich nicht punktformig vorstellt, sondern als winzige kleine Fäden oder Seiten. So klein freilich, dass es niemals eine Chance geben wird, sie irgendwie direkt zu beobachten. Strings sollen den Berechnungen nach nur rund 10 hoch minus 35 Meter lang sein. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsche Zahlen genannt habe. Das ist jedenfalls unendlich viel kleiner, als die kürzeste Wellenlänge irgendeiner elektromagnetischen Strahlung und deshalb werden wir diese Winzlinge, wenn es sie denn gibt, auch niemals abbilden können. Sie sind eine Notlösung, weil sich die ganze Quantenmechanik seit fast 100 Jahren im Kreis dreht. Sie blinzelte Fenner kampflustig an. Deißlinger stand auf, bevor ein neuer Streit zwischen den beiden ausbrach. Ich hole mir etwas zu trinken. Soll ich Ihnen etwas mitbringen? Beide verneinten. Als er wenige Minuten später mit einer Flasche Cola zurückkam, saß nur noch Fenner stirnrunzelnd im Arbeitscontainer. Alle anderen, einschließlich Sue Kim, waren verschwunden. Sie haben sich wieder gestritten? fragte Deißlinger, nachdem er sich gesetzt hatte. Ja, sie ist... Nein, sie wird eine erstklassige Astronomin werden, wenn sie endlich aufhört, diesen Unsinn von MDI nachzuplappern. Nach dieser bescheuerten Theorie lässt sich sowohl die Relativität als auch die Quantenmechanik auf die uralte Elektrodynamik zurückführen. So einen Blödsinn muss ich doch wirklich nicht eins nehmen, oder? Ich kann da nicht mitreden, wie Sie wissen, Herr Fenner, meinte Deißlinger. Aber klären Sie mir doch bitte, was es mit den seltsamen Monopolen auf sich hat. Sie scheinen nicht so richtig davon überzeugt zu sein, dass es sie gibt, oder besser gesagt, dass die Strahlung des Quasars welche erzeugt. Fenner setzte sich verkehrt herum auf seinen Stuhl und legte die Arme auf die Lehne. Um das Problem zu verstehen, müssen wir einen kleinen Exkurs in die Elektrotechnik machen. Die kleinsten Träger elektrischer Ladung sind die Elektronen. Ihre Ladung ist negativ. Elektronen gibt es in den Hüllen aller Atome. In den Atomkernen befinden sich die wesentlich schwereren Protonen, die elektrisch positiv geladen sind. Das ist Ihnen sicher bekannt. Ja, natürlich, bestätigte Deißlinger. Nach außen sind inaktive Atome elektrisch neutral, denn sie besitzen stets genauso viele Elektronen wie Protonen. Protonen und Elektronen ziehen einander an, so wie der Pluspol eines Magneten den Minuspol eines anderen Magneten anzieht. Deshalb fliegen die Elektronen auch nicht einfach von den Atomen fort. Andererseits stoßen sich die Elektronen untereinander ab, weshalb sie sich ziemlich gleichmäßig über die äußeren Atomschalen verteilen. In genau gleicher Weise stößt ein magnetischer Pluspol einen magnetischen Pluspol und ein magnetischer Minuspol einen magnetischen Minuspol ab. Verständlich bis hier? Deißlinger nickte und Fenner dozierte weiter. Elektrische Ladungen und Magnetpole haben noch etwas miteinander gemeinsam. Sie erzeugen um sich herum Kraftfelder, die dafür sorgen, dass die anziehenden und abstoßenden Kräfte auch über große Distanz und nicht nur bei direkter Berührung wirken. Diese Felder lassen sich mit den in der Physik berühmten Maxwellschen Gleichungen berechnen. Die kenne ich, rief Deißlinger. Rein mathematisch beschreiben diese Gleichungen die Felder von Dipolen wie von Monopolen. So langsam wird mir klar, worauf sie abzielen. Fenner grinste. Schön. Dann wissen Sie bestimmt auch, dass man sich einen elektrischen Dipol als kurzen Stab vorstellen kann, der am einen Ende elektrisch negativ aufgeladen ist, am anderen elektrisch positiv. Schneidet man nun diesen Stab in der Mitte durch, trennt man damit zugleich die elektrische Ladung. Auf der einen Hälfte sitzen die negativen, auf der anderen die positiven. Triviale Beispiele für einen magnetischen Dipol sind Stabmagnete oder Kompassnadeln. Schneidet man nun aber eine Kompassnadel in der Mitte durch. Erlebt man jedoch eine Überraschung. Plus- und Minuspol lassen sich nämlich nicht voneinander trennen, wie Plus- und Minuspol eines elektrischen Dipols. Es entstehen vielmehr zwei neue, halb so lange Kompassnadeln, die wiederum je einen Plus- und einen Minuspol besitzen. Nord- und Südpol sozusagen. Ja, während es also elektrische Monopole gibt, lassen sich magnetische Monopole zumindest nicht so ohne weiteres mit einfachen technischen Mitteln herstellen. Streng genommen überhaupt nicht. Und diese Kreationen haben auch nichts mit den Entitäten zu tun, die der Physiker damit bezeichnet. Gibt es denn einen theoretischen Ansatz für die Existenz dieser Teilchen? fragte Deißlinger nachdenklich. Ja, antwortete Fenner sofort. Der Erste, der sich ernsthaft Gedanken darüber machte, warum das so ist, war wohl der britische Physiker und Mathematiker Paul Dirac. Was für ein brillanter Denker Dirac war, enthüllt eine seiner Äußerungen. Er sagte einmal, es ist wichtiger, dass mathematische Gleichungen elegant sind, als dass sie irgendein Experiment bestätigen. Dirac forderte außerdem, der theoretische Wissenschaftler wird in Zukunft indirekter vorgehen müssen. Er wird versuchen müssen, den mathematischen Formalismus als reale Basis der theoretischen Physik zu perfektionieren und so generalisieren. Ja, meinte Deißlinger, ich erinnere mich noch daran. Er war ein besessener, nein, ein begnadeter Mathematiker. Nicht nur, Dirac war auch ein physikalisches Genie. Er war so sehr von der inneren Schönheit der Mathematik und damit der Naturgesetze überzeugt, dass er nur ihretwegen Ende der 20er des letzten Jahrhunderts die Existenz eines bisher unbekannten Elementarteilchens forderte. Eine Gleichung, die er aufgestellt hatte, würde dann besonders schön und symmetrisch werden, wenn es diese Teilchen gäbe. Das hypothetische Teilchen sollte die gleichen Eigenschaften wie ein Elektron haben, aber nicht negativ, sondern positiv geladen sein. Ohne Diracs mathematische Voraussage des Antielektrons wäre dieses sicher nicht so schnell entdeckt worden. Da es der Physiker Karl Andersen ein paar Jahre später fand, war das Ergebnis einer gezielten Suche. Ist dieses Teilchen nicht das Positron, unterbrach ihn Deißlinger Stirn runzelnd. Fenner gab im Kopf nickend recht. Ermutigt von diesem Erfolg und getreu seinem Glauben an die Mathematik, stellte Dirac dann eine weitere Forderung zur Diskussion. Als Gegenstück zu den elektrischen Monopolen, also den einfachen elektrischen Ladungen, müsse es auch magnetische Monopole, also einfache magnetische Ladungen geben. Seine Begründung lautete, die Maxwell'sche Wellengleichung würde damit mathematisch, symmetrisch und daher wesentlich eleganter. Und es hat wirklich noch niemand diese Monopole entdeckt, wunderte sich Deißlinger. Nein, von Salier abgesehen vielleicht. Er war derjenige, der herausfand, dass man sie, falls überhaupt, nur an Orten finden kann, bei denen die magnetischen Feldlinien stark gekrümmt sind. An den Polen also. Dass es dazu noch einer unbekannten Strahlung bedarf, war eher eine Zufallsentdeckung. Jetzt verstehe ich endlich, warum die Station auf dem Südpol sein muss, rief Deißlinger aus. Endlich wird es für mich logisch. Ich nehme an, dass niemand außer den Gigantus-Mitarbeitern diese Details kennt. Ja, sagte Fenner mit missmutigem Gesichtsausdruck, Salier hat einen Vertrag mit Gigantus und wir alle haben natürlich auch einen. Nichts von unseren Forschungen geht nach draußen. Er schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Wissen Sie, wie verrückt das ist? Es gibt hunderte von Wissenschaftlern, von etlichen Universitäten und Großforschungseinrichtungen in aller Welt, die sich erfolglos, aber zäh mit der Suche nach den exotischen Teilchen befassen und diese Suche an zum Teil eigens zu diesem Zweck gebauten, gigantischen Forschungseinrichtungen betreiben. Von der Weltrahm-Sonde bis zum riesigen Speziallabor tief unter dem Bergmassiv des Gran Sassé in Mittelitalien. Ich war selbst einmal vor Jahren dort. Schervantorn war unbemerkt eingetreten und begann alle Schubladen der kleinen Unterschränke neben den Rechnern zu durchsuchen. Als er bemerkte, dass ihn die beiden Männer beobachteten, erklärte er ihnen in Englisch, dass er sein Strommessgerät verlegt habe und es dringend von Sanchez benötigt werde. Sie schauten ihm noch eine Zeit lang amüsiert zu, wie er mit rollenden Augen und scheinbarer Verzweiflung in den Schubladen wühlte. Dann führte Fenner das unterbrochene Gespräch fort. Immerhin wissen wir aus der theoretischen Forschung nach den Monopolen, dass sie sehr ungewöhnliche Elementarteilchen sein müssen. In den 70er Jahren vermuteten theoretische Physiker bei der Suche nach einer großen, vereinheitlichten Theorie, die den Zusammenhang zwischen den physikalischen Grundkräften wie der elektromagnetischen Kraft und der Gravitation erklären soll, dass die magnetischen Monopole eine gigantische Masse haben müssten. Das scheint ja auf die von Salier gefundenen Teilchen ebenfalls zuzutreffen. Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommen wird. Chimantin hatte seine Suche erfolgreich beendet. Im Vorübergehen schwenkte er ein kleines Messgerät an einer Lederschlaufe und lachte zufrieden. Gleich darauf waren sie wieder allein. Gibt es eigentlich kosmologische Erklärungen dafür? Astrophysiker suchen doch immer nach der Prima Causa, oder? fragte Deißlinger. Fenner wiegte unsicher geworden den Kopf hin und her. Ja, die erste Ursache. Die Frage nach Gott, wenn Sie so wollen. Einige moderne kosmologische Vorstellungen gehen davon aus, dass sich das Universum unmittelbar nach dem Urknall ungeheuer rasch ausgedehnt hat und es dabei zu Störungen der räumlichen Struktur kam, wobei magnetische Monopole entstanden sein müssen. Diese Theorien geben auch einen Anhaltspunkt dafür, wie viele, oder besser gesagt, wie wenige Monopole es überhaupt geben kann. Wäre nämlich eine bestimmte Zahl überschritten worden, wäre das Weltall kurz nach seiner Entstehung wieder kollabiert. Nach den Vermutungen dieser Astrophysiker sind Monopole heute so rar, dass auf unserer Erde jährlich nur eines auf die Fläche eines Fußballfeldes trifft. Das Ärgerliche bei diesen Teilchen ist wirklich, dass sie trotz ihrer Größe kaum mit der Materie in Wechselwirkung treten, sondern sie beinahe ungehindert durchdringen. So fand man sie nicht mit einem elektrischen Feld zu seltsamen Kunststückchen veranlasst, meinte Deißlinger lächelnd. Auf so eine Idee muss man wirklich erst einmal kommen. Zufall vielleicht. Ich weiß nicht, wie Salier darauf gekommen ist. Seine Aufzeichnungen sind ohnehin sehr dürftig, wie so oft bei exzellenten Theoretikern, die vor lauter Denken das Schreiben vergessen. Obwohl, möglicherweise tue ich ihm unrecht, und alles steht wirklich bestens beschrieben auf der CD, die sie entschlüsseln sollen. Ich werde mich bemühen, versprach Deißlinger. Mich interessiert selbst, was darauf ist und ob diese Monopole wirklich existieren. Fenner nickte nachdenklich. Wissen Sie, Herr Deißlinger, es gibt noch einen anderen wichtigen Grund, um es herauszufinden. Mancher mag sich fragen, warum so besessen weiter nach Monopolen gesucht wird, obwohl bisher alle Mühe umsonst war und sich ein, zwei Erfolgsmeldungen in den letzten Jahren als Fehlalarme erwiesen. Die Antwort ist einfach. Wüssten wir mit Sicherheit, dass im gesamten Universum wenigstens ein einziger magnetischer Monopol existiert, hätte das immense Konsequenzen für das wissenschaftliche Weltbild. Theorien über die Entstehung des Universums wurden mit einem Schlag widerlegt oder bestätigt. Und die heiß umstrittene Frage, ob die Naturkonstanten, beispielsweise die Größe der elektrischen Ladung oder der Lichtgeschwindigkeit überall und zu jeder Zeit im gesamten Universum gleich groß waren und bleiben werden, wäre mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Die Suche nach einer großen vereinheitlichten Theorie als einem tragfähigen Fundament der gesamten Physik käme ihrem Ziel erheblich näher und die wahre Struktur des Universums würde uns in vielfacher Hinsicht verständlicher. Es ist, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, ein Schritt auf den Weg, um Gott am Ende desselben die Hand zu reichen. Er machte eine kleine Pause, um sich zu schnäuzen. Glauben Sie, dass es einem normalen Menschen je einmal gelingen wird, das ganze Universum in einer einzigen, konsistenten Formel zu beschreiben? Die Formel für alles, die Gedanken Gottes, wer auch immer das sein könnte. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen diese Frage beantworten kann, antwortete Deißlinger ausweichend und wechselte abrupt das Thema. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Projekt? Zwei Ihrer Mitarbeiter sind krank, ein Sturm tobt und Gigantus will bestimmt auch von Ihnen und nicht nur von mir bald eine Erfolgsnachricht hören. Fenner blickte ihn nachdenklich an, während der stärker werdende Sturm den Container einmal mehr zum Schwingen brachte. Melden Sie eigentlich einen guten Rotwein. Deißlinger war so verblüfft über diese Frage, dass er einfach »Ja«, sagte. Fenner erhob sich und deutete eine Verbeugung an. »Dann folgen Sie mir bitte in meinen Container. Ich habe drei Flaschen Lemberger eingeschmuggelt und möchte sie nicht alleine trinken. Das einzige Problem, das wir in diesem Zusammenhang noch lösen müssen, wir benötigen zwei Gläser und einen Flaschenöffner.« Deißlinger stand ebenfalls auf. »Ich besorge das für uns und komme danach.« »In welchem Container sind Sie untergebracht, Herr Fenner?« »Joseph«, sagte Fenner und streckte ihm die rechte Hand entgegen. »Meinen Rotwein teile ich nur mit Freunden. Ach ja, Nummer sechs.« »Wolfgang«, lachte Deißlinger und schüttelte seine Hand. »Ich glaube, es wird ein langer Abend werden.« Fenner blickte auf seine Armbanduhre und korrigierte ihn lächelnd. »Nun, es ist zwar erst halb elf am Vormittag, Wolfgang, aber nachdem die Sonne hier um diese Jahreszeit ohnehin nicht untergeht, können wir ja den Tag zur Nacht werden lassen. Ich gehe schon mal vor.« Deißlinger machte sich auf den Weg in die Küche, um das Notwendigste zu besorgen. Dort traf er Cherventon, der damit beschäftigt war, Sanchez beim Zusammenbau einer zerlegten Kaffeemaschine zu helfen. Das geine Messgerät lag zwischen anderen Teilen auf dem Tisch. Er fragte die beiden nach Weingläsern und einem Flaschenöffner und bekam beides kurz darauf von dem wie immer fröhlich lächelnden Sanchez überreicht. Als er damit zurückging, blieb er plötzlich stehen, als wäre er gegen eine Wand gelaufen. Er hatte seine Frage nach den Gläsern und dem Flaschenöffner ohne nachzudenken in Deutsch gestellt und einer der Chilenen, Sanchez, hatte ihm sofort das Geforderte ausgehändigt. Der Sturm draußen entwickelte sich zu einem Orkan. Sie hatte ihren Unmut und Ärger an Anne ausgelassen, obwohl diese überhaupt nichts dafür konnte, aber sie war ihr einziges Ventil, und den Zorn und die Enttäuschung herauszulassen. Ihre Pflegerin hatte irgendwann resigniert aufgegeben, in ihre Gefühlswelt einzudringen und sich entsprechend kühl von ihr verabschiedet. Danach hatte sie im Internet nach der Telefonnummer von diesem Unternehmen gesucht und kurzerhand dort angerufen. Gigantus AG, mein Name ist Sabine Holzner, was kann ich für Sie tun? Ich möchte die Geschäftsleitung sprechen, hatte sie mit energischer Stimme gefordert. Um was geht es bitte und wen möchten Sie sprechen? Allein die joviale, samt zarte und Männerträume wahrmachende Stimme machte sie aggressiv, den Entwicklungsleiter. Tut mir leid, aber Herr Müller befindet sich zurzeit nicht im Hause. Soll ich ihm eine Nachricht von Ihnen hinterlassen? Sie war kurz davor gewesen, das Telefon wieder aufzulegen. Doch dann besann sie sich noch einmal. Hören Sie, junge Frau, hatte sie betont langsam und akzentuiert formuliert. Ich möchte mit jemandem sprechen, der über das Projekt in der Antarktis Bescheid weiß. Wenn Sie mich nicht sofort verbinden, wende ich mich eben an die Presse. Das Zauberwort wirkte. Kurze Zeit später meldete sich eine sonore, wenn auch dünne Männerstimme. Klein, mit wem spreche ich? Maria Kerner. Hören Sie, mein Bekannter ist für Ihr Unternehmen in der Antarktis unterwegs. Er hat versprochen, mich regelmäßig zu kontaktieren. Das Einzige, was ich von ihm erhalten habe, ist eine verstümmelte Mail. Meine Antworten werden nicht an ihn weitergeleitet und er selbst schreibt auch nicht mehr. Ich mache mir Sorgen und will wissen, was los ist. Einen Moment war es still in der Leitung, dann meldete sich der Mann wieder. Ähm, wie heißt Ihr Bekannter? Fener, Josef Fener. Er ist Physiker und Projektleiter bei Ihnen. Warum meldet er sich nicht mehr? Augenblick bitte. Sie konnte mithören, wie sich Ihr Gesprächspartner im Hintergrund mit jemandem unterhielt. Leider verstand sie nichts davon. Offenbar hielt er eine Hand über den Hörer. Sie trommelte ungeduldig mit der rechten Hand auf den Tisch, bis sich der Mann wieder meldete. Frau Fener, sind Sie noch da? Keiner ist mein Name, lag ihr auf der Zunge, aber aus unerfindlichen Gründen sagte sie stattdessen nur lapidar, ich höre. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse, sagte der Mann mit der dünnen Stimme. Wir kommen zu Ihnen, um das Problem persönlich mit Ihnen zu besprechen. Welches Problem? hatte sie zurückgefragt, aber der Mann ging nicht darauf ein. Er verlangte noch einmal Ihre Adresse, die sie ihm wiederwillig gab. Okay, ich habe es notiert. Sind Sie heute Nachmittag zu Hause? Sie hatte es bestätigt und der Mann hatte aufgelegt, nachdem er ihr gesagt hatte, dass er vorbeikommen würde, um alles Weitere dann persönlich mit ihr zu besprechen. Jetzt, einige Stunden später, klingelte es an ihrer Tür und da sie an diesem Tag außer Anne keine anderen Besucher mehr erwartete, fuhr sie mit ihrem Rollstuhl zur Tür und nahm den Hörer der Gegensprechanlage ab. Dann öffnete sie die Tür. Wolf, sagte der eine der beiden jungen Männer in adretten, graublauen Geschäftsanzügen, die lächelnd vor ihr standen. Klein von Gigantus, wir hatten heute Vormittag miteinander telefoniert, lächelte der andere, der angesichts seiner Körperlänge seinem Namen zu spotten schien. Er musste sich sogar bücken, um sich nicht am Türsturz den Kopf anzustoßen, als sie die beiden Besucher wortlos mit einer Handbewegung hereinbad. Sie schloss die Tür hinter ihnen und rollte zu ihrem Esszimmertisch. Nehmen Sie bitte Platz. Der kleinere der beiden Männer war deutlich verunsichert und überfordert mit der Situation, sich mit einer Rollstuhlfahrerin unterhalten zu müssen. Er blickte sich nach seinem Begleiter um, der die kleine Wohnung musterte, bevor er sich neben ihn setzte. Frau Kenner, in welcher Beziehung stehen Sie eigentlich zu Dr. Fenner? Das geht Sie doch nichts an, sagte sie spontan. Der lange, hagere, junge Mann nahm es stoisch zur Kenntnis. Okay, dann formuliere ich meine Frage anders. Wie kommen Sie auf die Idee, dass mit Herrn Fenner etwas passiert sein könnte, nur weil er ihre Mails nicht beantwortet? Weil wir uns lieben, du Lackaffe, dachte sie. Weil er mir versprochen hat, mit mir in Verbindung zu bleiben, solange er da unten in der Antarktis ist, erwiderte sie und bemühte sich, alle Emotionen in ihrer Stimme zu unterdrücken. Klein blickte sie nachdenklich an. Sie haben Nachrichten von Herrn Fenner erhalten? Ja, allerdings verstümmelt. Einer plötzlichen Eingebung folgend warf sie ihm einen Köder hin. Haben Sie Angst, dass jemand von diesem Projekt erfährt? Josef, Herr Fenner, deutete an, dass es sich um ein sehr wichtiges Unternehmen handeln würde. Wolf blickte zu klein, der sich um ein Lächeln bemühte und mit der gerissenen Jovialität eines versierten Versicherungsvertreters antwortete. Frau Körner, alles, was wir machen, ist wichtig, sonst würden wir es ja nicht tun. Ganz bestimmt kennen Sie unser Weltunternehmen und ich, ich kenne Ihre Firma nicht und sie interessiert mich offengestanden auch nicht wirklich, schnitt sie ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. Ich will wissen, warum Herr Fenner meine Mails nicht beantwortet, beziehungsweise, warum seine Mailadresse nicht mehr existiert und vor allem, wie kann ich ihn trotzdem erreichen? Wolf nestelte an seinem Krawattenknoten herum. Wer weiß denn, außer Ihnen sonst noch von Herrn Fenners Aufenthaltsort? Klein wartete nicht auf die Antwort, sondern fügte noch mit einster Schimme hinzu. Herr Fenner hat einen Vertrag mit uns, der ihn zur Verschwiegenheit verpflichtet hat. Er kommt in sehr, ich betone, sehr große finanzielle Schwierigkeiten, wenn er Details aus seiner derzeitigen Tätigkeit bei uns ausplaudert. Helfen Sie uns, ihm zu helfen. Was hat er Ihnen geschrieben? Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Zeigen Sie mir doch bitte, was er Ihnen geschrieben hat. Ich denke nicht einmal im Traum daran, Ihnen meine Post zu zeigen, rief sie entrüstet. Sie verheimlichen mir doch etwas. Was ist mit Herrn Fenner passiert? Die beiden Männer wechselten kurze Blicke miteinander und schwiegen. Sind Sie mit ihm verwandt? Immerhin wohnen Sie im selben Haus wie er, fragte Klein nach einer Weile, ohne auf Ihre Frage einzugehen. Das ist ein Zufall. Ich will wissen, was los ist. Klein faltete seine Hände auf dem Tisch. Überhaupt nichts ist passiert, erklärte er mit der salbungsvollen Stimme eines Missionars. Sie haben einfach zu viel Fantasie. Herr Fenner wird sich bestimmt bald wieder melden. Er ist doch erst wenige Tage weg. Vielleicht ist es nur ein kleines technisches Problem. Wenn Sie aber Betriebsgeheimnisse unseres Unternehmens ausplaudern, machen Sie sich strafbar. Ich warne Sie, liebe Frau. Er beugte sich nach vorne und starrte Sie eindringlich an. Wir werden keine Rücksicht auf Ihre Behinderung nehmen, wenn Sie sich an ein Schmierblatt wenden, um uns zu verunglimpfen. Gigantus wird Sie schneller fertig machen, als Sie sich vorstellen können. Geben Sie uns die Nachricht von Fenner, dann lassen wir Sie vorläufig in Ruhe, ergänzte Wolf. Sein Blick richtete sich auf Ihren Schreibtisch und den Computer darauf. Außerdem wird sich ohnehin niemand für Ihre Spinnerei interessieren. Maria Kerner blickte fassungslos auf die beiden jungen Männer. Dann sagte sie mit vor Zorn bebender Stimme, Schluss und aus, verlassen Sie sofort meine Wohnung. Richten Sie Ihrem Vorgesetzten aus, dass ich mich an die Presse wenden werde. Ich weiß nicht, was hier faul ist, aber die Sache stinkt zum Himmel und jetzt raus. Aber Frau Fenner schrie sie aufgebracht und schob ihren Rollstuhl vom Tisch weg. Klein erhob sich nach kurzem Zögern gemeinsam mit Wolf, um ihrer Aufforderung Folge zu leisten. Sie schob die beiden regelrecht vor sich her bis zur Wohnungstür im Flur. Wortlos riss sie die Tür auf und warf sie mit Schwung hinter ihnen wieder zu. Anne fand sie eine Stunde später vollkommen in Tränen aufgelöst. Kapitel 5 Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht sicher. Albert Einstein Meinhard lag auf seinem Bett und las. Heute, am zweiten Tag, an dem der Sturm an den Containern rüttelte, hatte er sich für ein Buch entschieden, das sich mit den neuesten kosmologischen Erkenntnissen auseinandersetzte. Aus dem Container nebenan erklang leise Musik. Einer der beiden Männer, die ihn bewohnten, entweder Bach oder Deißlinger, musste ein Radio mitgebracht haben. Er tippte spontan auf den ihm unsympathischen Bach. Deißlinger hockte bestimmt vor seinem Computer im Arbeitscontainer und versuchte, seine mysteriöse CD zu entschlüsseln. Wie kann man so einen Mist anhören? murmelte Meinhard und schlug die nächste Seite auf. Lauter südamerikanisches Zeug. Sie konnten nicht mit den Antennen arbeiten, weil der Sturm keine Justierung auf den Quasar erlaubte. Und ohne funktionierende Radioteleskope waren keine Tests und Experimente möglich. Grüppchenweise saßen die meisten irgendwo herum und versuchten, die Zeit und die Langeweile totzuschlagen. Er zog sich lieber ganz zurück. Und wenn sein Mitbewohner kam, stellte er sich meist schlafend. Der Einzige, mit dem er ab und zu ein paar Worte wechselte, war Suasso, der Techniker und Sanitäter in einer Person. Er besaß ein kleines Schachspiel und hatte ihn gestern Abend gefragt, ob er Lust zu einer Partie habe. Wir können um Geld spielen, hatte er ihm vorgeschlagen und Meinhard hatte eingewilligt. Die ersten beiden Partien hatte er den Chilenen, der er mäßig gut spielte, gewinnen lassen. Erwartungsgemäß hatte Suasso dann immer höhere Einsätze vorgeschlagen. Meinhard hatte zugestimmt und ihm im letzten Spiel, als es um alles ging, eine bittere Niederlage beigebracht. Sie haben etwas gut bei mir, hatte sich Suasso gefreut, als Meinhard darauf verzichtete, den Gewinn zu kassieren und es damit begründete, nur Glück gehabt zu haben. Seither spielte Suasso zwar nicht mehr mit ihm, war aber immer bemüht, ihm seine kleinen Wünsche zu erfüllen. Von ihm hatte er auch das englischsprachige Buch erhalten. Woher Suasso es hatte, wusste er nicht. Der Chilene hatte nur gegrinst, als er ihn danach fragte und ausweichend geantwortet. Sagen Sie mir, was Sie lesen wollen und ich bringe es Ihnen. Möglicherweise hatte er es aus einer Bibliothek, zu der nicht jeder Zugang hatte, oder er lieh es sich von einem der anderen Wissenschaftler aus. Er klappte das Buch zu und rieb sich die Augen. Jemand klopfte leise an die Tür. Meinhard richtete sich auf und rief herein. Es war Suasso, der ihn besuchen kam. Wie geht es Ihnen, Senior? fragte er lächelnd. Ich langweile mich noch zu Tode, antwortete Meinhard und unterstrich dies noch mit einem herzhaften Gähnen. Wie lange dauert der Sturm denn eigentlich noch? Suasso wiegte bedächtig den Kopf und setzte sich auf einen Stuhl. Schwer zu sagen, vielleicht noch ein paar Stunden, vielleicht noch fünf Tage. In der Antarktis kann man das nie vorhersagen. Sie können nicht weiterarbeiten, weil die Parabolspiele nicht funktionieren, nicht wahr? Meinhard nickte. »Was machen Sie eigentlich damit?« fragte ihn Suasso ganz direkt. Meinhard zögerte mit einer Antwort, denn er wusste nicht, inwieweit die Chilenen über das Projekt informiert waren. »Einen Quasar beobachten«, sagte er daher ausweichend. Der Chilene wollte genau wissen, was ein Quasar sei, und Meinhard erklärte es ihm mit einfachen Worten. Zu mir reichte weder sein Englisch noch sein Wissen, aber Suasos Neugierde wuchs trotzdem weiter. »Aber Senior Deißlinger arbeitet doch immer. Was macht er denn, wenn die Antennen nicht funktionieren?« »Er versucht, irgendwelche Daten wiederherzustellen. Näheres kann ich Ihnen nicht dazu sagen. Fragen Sie ihn am besten selbst.« Suasso nickte und meinte, »Sie haben recht. Ich werde ihn selbst fragen. Sonst halten Sie mich noch für einen furchtbar neugierigen Menschen.« Er holte zwei kleine Fläschchen aus seiner Jackentasche und reichte eine davon Meinhard. »Versuchen Sie das, Senior. Es wird Ihnen schmecken.« »Was ist das?« Meinhard drehte den Verschluss auf und roch an der Öffnung. »Schnaps? Ich wusste gar nicht, dass hier Alkohol erlaubt ist.« Suasso lachte. »Offiziell gibt es auch keinen Alkohol. Er stammt aus meinem Privatbestand. Pisco ist ein hochprozentiger Schnaps aus destillierten Trauben. Chile ist berühmt für seine guten Weine, aber auch für weitere Redenerzeugnisse. Versuchen Sie ihn. Cheers!« Meinhard nahm einen kleinen Schluck und bekam einen Hustenanfall. »Das ist ja das einste Gift,« meinte er mit katziger Stimme. Suasso lachte. Er hatte den Inhalt in einem Zug ausgetrunken und schraubte das Fläschchen wieder zu. »Ja, aber ein gutes. Ich habe bereits Nachschub bestellt.« Meinhard nippte an seiner Flasche. »Nachschub bestellt? Telefonisch?« »Nein, ein Telefon gibt es hier natürlich nicht. Ich habe eine Mail geschrieben. Wenn das nächste Flugzeug kommt, werden ein paar Fläschchen für mich dabei sein.« »Das Flugzeug kommt also regelmäßig, sofern kein Sturm ist,« fragte Meinhard mit wachsendem Interesse. »Vielleicht bot sich eine Möglichkeit, auch von hier zu verschwinden.« »Ja,« bestätigte der Chilene, »einmal in der Woche. Wir haben zwar Lebensmittel für drei Monate hier, aber kein Obst, keinen Salat und etliches andere, was täglich benötigt wird. Angefangen beim Druckerpapier bis hin zum Toilettenpapier. Er musste über seine eigene Aufzählung lachen, aber Meinhard blieb ernst. »Es landet auf dem Gletscher und Sie fahren mit dem Schneemobil hoch, um die Sachen umzuladen. Woher wissen Sie, wann der Flieger kommt?« »Umladen, passt genau. Wir entsorgen ja auch den ganzen Müll, der hier anfällt.« »Woher ich weiß, wann der Flieger kommt?« »Ganz einfach. Er hat ein Funkgerät und wir natürlich auch. Er meldet sich eine halbe Stunde vor der Landung bei uns.« »Ach so. Ich dachte, es gibt fest abgesprochene Termine. Aber das ist ja bei den Wetterverhältnissen hier nicht möglich.« Eine Sturmböe unterstrich Meinhards Worte. Er trank den Schnaps aus und reichte Suasso das Fläschchen zurück. Der steckte es ein und blickte auf seine Uhr. »Es war Zeit für mich. Wir haben immer zu tun, gerade bei so einem Sturm. Das nächste Mal müssen Sie mir mehr über schwarze Löcher erzählen, Signor. Adios.« Meinhard wartete, bis Suasso den Container verlassen hatte. Dann legte er sich wieder hin, um weiterzulesen. Doch nach kurzer Zeit schloss er die Augen. Eine bleierne Müdigkeit trug ihn mit sich in einen traumlosen Schlaf. Das Buch rutschte vom Bett und fiel zu Boden. Suasso, der nach einigen Minuten wieder eingetreten war, hob es auf und legte es auf den Tisch. »Aber, Signor, wer wird denn so unordentlich sein?« flüsterte er leise. »Mal sehen, ob Ihr Gepäck auch so unordentlich verstaut ist.« Er beobachtete einige Sekunden den Schlafenden und tippte ihm vorsichtig auf die Schulter. Meinhard zeigte keine Reaktion. Suasso nickte zufrieden. Dann machte er sich an die Arbeit. Deißlinger zupfte wieder einmal Gedanken verloren an seinem Bad. Er kam keinen einzigen Schritt weiter. Gestern Nachmittag hatte er dem Rotwein die Schuld gegeben. Heute musste er sich eingestehen, dass ihm die Funktion des Dongels an sich zwar klar war, aber der Algorithmus des Verschlüsselns alles übertraf, was er bisher geknackt hatte. Zusammen mit Fenner, der die einzelnen Funktionen des Steuerprogramms durchspielte und Bach, der stumm neben ihm saß und seine Aktivitäten beobachtete, hatte er versucht, eine Logik in der Kommunikation zwischen Software und Dongle zu finden. Vergeblich. Am Abend hatte er Cheventon gebeten, direkt neben dem Hauptrechner einen Netzwerkanschluss zu installieren, damit er nicht immer zwischen den Rechnern hin und her laufen musste. Bach hatte erstaunlicherweise keinen Einwand erhoben und so ersparte er sich seither die unnötige Rennerei. Trotzdem blieb er immer wieder in einer Sackgasse stecken, immer dann, wenn die Software Daten speicherte, wurden sie über den Dongle verschlüsselt. Verdammt, ich brauche Beispieldaten, irgendwelche Formeln oder ausgefallenen Sätze, die in den verschlüsselten Daten vorkommen. Lässt sich aus den schriftlichen Aufzeichnungen nichts derartiges entnehmen? Bach, der neben ihm sah, schüttelte den Kopf. Was fragen Sie mich? Holen Sie den Projektleiter oder Herrn Fenner? Aber die beiden sind wohl noch in einer Besprechung. Es wird Ihnen nichts übrig bleiben, als weiter im Nebel zu stochern. Welches Knöpfchen darf ich als nächstes für Sie drücken? Starten Sie die manuelle Datenerfassung und geben Sie ein, es gibt einen vollkommen überflüssigen Menschen auf dieser Station, knurrte Deißlinger wütend. Bach grinste ihn humorlos an. So viel Selbsterkenntnis hätte ich Ihnen gar nicht zugetrat. Soll ich das wirklich eingeben oder haben Sie noch eine vernünftige Alternative? Wie wäre es mit Ich weiß, dass ich nichts weiß oder Jeder kann, was er tut, nur ich tue, was ich kann. Immer noch kein Erfolg in Sicht, sagte eine Frauenstimme neben Ihnen. Es war Sue Kim, die mit einem Kaffeebecher in den Händen hinter Ihnen stand. Deißlinger hatte überhaupt nicht bemerkt, dass sie in den Arbeitscontainer gekommen war. Nein, leider nicht, sagte er kopfschüttelnd. Mein größtes Problem sitzt neben mir und lenkt mich dauernd mit dummen Sprüchen ab. Bach zog eine Augenbraue hoch und lächelte Sue Kim an. Glauben Sie ihm kein Wort, er steht sich selbst im Weg, das ist sein Problem. Die Astronomin blickte verwundert von einem zum anderen. Sie scheinen einen sonderbaren Humor zu besitzen, meinte sie dann steinrunzelnd. Viel Vergnügen weiterhin. Warten Sie bitte, rief Deißlinger, als sie anstalten machte, den Container wieder zu verlassen. Vielleicht können Sie mir behilflich sein. Und wie? Deißlinger erklärte ihr seine Idee mit den Formeln und ausgefallenen Formulierungen. Sanchez eilte durch den Container, ohne auf sie zu achten. Bach gähnte verhalten und stand auf. Er verschwand ohne Erklärung. Sue Kim setzte sich auf seinen Stuhl und trank langsam ihren Kaffee. Es gibt nicht allzu viele tiefgehende Aufzeichnungen, aber wir können es ja versuchen. Ich hole mir meine Unterlagen. Passen Sie so lange auf meinen Kaffee auf. Während sie hinaus eilte, kam Sanchez wieder zurück. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich ein wenig lahm machen muss, sagte er und hob einen kleinen Hammer hoch. Ich möchte gern die Wasserleitungen abklopfen, die ganz dicht an der Wand verlegt sind. Die Temperatur ist weiter gefallen und ich möchte nicht, dass eines der Kunststoffrohre durch den Frost aufreißt. Deißlinger zuckte mit den Schultern. Er hatte Fenner nichts von seinem Verdacht erzählt, sondern beschlossen, es so lange für sich zu behalten, bis sich der Chilene ein zweites Mal verraten würde. Ich habe nichts dagegen, antwortete er auf Deutsch. Sanchez hob bedauernd die Schultern hoch und starrte ihn verständnislos an. Deißlinger wiederholte es noch einmal in englischer Sprache. Sanchez lächelte verstehend und machte sich an die Arbeit. Auf den Knien rutschte er die Fensterseite entlang und klopfte dabei an das schwarze Plastikrohr. Er ist entweder gerissen oder ich habe mich tatsächlich getäuscht, dachte Deißlinger. So Kim kam mit zwei dicken Aktenordnern zurück, blickte etwas belustigt auf den Hintern des Chilenen und nahm neben ihm Platz. Was macht er denn da unten? Deißlinger erklärte ihr kurz Sanchez Befürchtungen. Sie lächelte, trank ihren Kaffee aus und schlug dann den ersten Ordner auf. Wie möchten Sie vorgehen? Soll ich Ihnen alles vorlesen oder reicht es, wenn ich Ihnen nur die Formeln zeige? Die Software besitzt einen Formelgenerator, mit dem sie Nein, unterbrach sie Deißlinger irritiert mit einem Blick auf die dicken Ordner. Da sitzen wir in einer Woche noch zusammen. Mir würde das zwar weniger ausmachen, aber er verstummte, als er sich des Unsinns, den er gerade von sich gab, bewusst wurde. Aber fragte sie und lächelte ihn kokett an. Ich sitze gern mit Ihnen zusammen. Oder ist Ihnen eine Rotweintrinkende Männergesellschaft lieber? Sie schlug auf seine Antwort. Deißlinger kratzte sich verlegen am Kopf. Sie musste Fenner und ihn gesehen haben und dachte wohl, nein, nein, rief er und spürte dabei, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss. Ich bin natürlich nicht schwul. Wir hatten nur eine angeregte Unterhaltung fortgesetzt. Er musste sehr komisch ausgesehen haben mit seinem Erklärungsversuch, denn sie lachte prustend los. Selbst Sanchez unterbrach sein Klopfen und blickte zu ihnen hinüber. Das wollte ich doch gar nicht andeuten, Herr Deißlinger. Außerdem geht mich ihr liebes Leben doch gar nichts an. Vielleicht ergibt sich ja einmal eine Gelegenheit, dass sie auch mit mir ein Glas Wein trinken. Ich mag Weißwein. Bei Frauen sind die neuen Klamotten am besten, bei Männern die alten Weine, sagt ein altes koreanisches Sprichwort. Deißlingers Verlegenheit wich nur langsam. In ihren unergründlichen schwarzen Augen konnte er nicht auslesen, ob sie ihn auf den Arm nahm oder nicht. Er räusperte sich und beendete das peinliche Thema. Ich schlage vor, dass sie mir allgemein etwas zur Gravitation erzählen und dabei ihren Ordner im Auge behalten. Vielleicht finden wir so rein intuitiv einen Lösungsansatz. Einverstanden? Sie nickte und wurde wieder ernst. Wo soll ich anfangen? Bei Newton und seinem Apfel? Oder gleich bei der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein? Jetzt musste Deißlinger schmunzeln. Sie meinen die Geschichte, die man in der Schule erzählt bekommt, in der sich ein junger britischer Bauernsohn, eben jener Isaac Newton, Gedanken darüber macht, warum ein reifer Apfel vom Baum senkrecht zur Erde fällt und nicht einfach in der Luft hängen bleibt oder in irgendeine beliebige Richtung davon fliegt. Genau den meine ich. Wissen Sie noch, wann das war? 1678 riet Deißlinger ins Blaue hinein. Der gelbe Pullover, den So Kim trug, war etwas zu eng. Umso besser stand er ihr. Er blinzelte und blickte konzentriert in ihr Gesicht. Fast, sagte sie mit jenem hintergründigen Lächeln, das ihn zunehmend verwirrte. Es war 1633 und er war 23 Jahre alt. Es wird behauptet, Newton habe den Grund für das Herunterfallen des Apfels erkannt. Das ist allerdings nur bedingt richtig. Eigentlich hat er dem Kind zunächst nur einen wissenschaftlich klingenden Namen gegeben. Er sagte, es sei die Gravitationskraft, die zwischen Erde und Apfel anziehend wirke. Aber was diese Gravitations- oder Schwerkraft eigentlich wissen wir bis heute nicht. Aber Einstein hat doch mit seinem Formelwerk eine Lösung angeboten, wandte er ein. Die allgemeine Relativitätstheorie wird durch seine Feldgleichungen dargestellt, einem System aus zehn nichtlinearen partiellen Differenzialgleichungen. Sie beschreiben die Gravitation durch die Krümmung einer vierdimensionalen Pseudoriemannschen Mannigfaltigkeit. Sie blickte ihn nachdenklich an. Ja, sicher ist das so, aber ich brauche Ihnen als Mathematiker nicht zu erklären, dass solche Gleichungen viele Lösungen zulassen. Nur wenige davon können richtig sein. Salier hat übrigens diese Gleichung erweitert. Vielleicht sollten wir sie probehalber eingeben. Ich bin fast sicher, dass sie auch auf ihrer verschlüsselten CD zu finden sein müsste. Sie blätterte in ihrem Ordner, während Deißlinger unschlüssig überlegte, ob er die Software ohne Basserlaubnis und Anwesenheit benutzen sollte. So Kim Boden, dann startete sie das entsprechende Programm und tippte die Gleichungen ein. Offenbar kannte sie alle auswendig, denn sie blickte nur einmal flüchtig nach unten und korrigierte ein Symbol. Deißlinger zeichnete den Datenverkehr auf und ließ seinen Rechner dann das Ergebnis mit dem verschlüsselten Datensatz der CD vergleichen. Negativ, stellte er nach wenigen Sekunden enttäuscht fest. Es gibt keine Übereinstimmung. Es war doch nur der erste Versuch. Der Anfang ist die Hälfte des Weges. Noch ein altes koreanisches Sprichwort, lächelte Su Kim. Sie beugte sich zur Seite und nahm ihren Ordner wieder zur Hand. Deißlinger wollte ihr zuvorkommen und bückte sich gleichzeitig mit ihr. Im letzten Moment konnte er einen Zusammenstoß ihrer Köpfe verhindern. Ihre Haare rochen wie reife Pfösiche. Prompt bekam er eine Erektion. Reiß zusammen befahl er sich, als er sich wieder aufrichtete und seinen Pullover bis zu den Knien herabzog. Su Kim schien nichts bemerkt zu haben. Mit diesen gekrümmten Räumen haben wohl viele ihre Schwierigkeiten, sie zu begreifen, sagte er betont lässig, mich eingeschlossen. Sie nickte zustimmend. Ja, es ist außerhalb unseres Vorstellungsvermögens. Einstein lehrte, dass der Raum in sich gekrümmt sein kann und dass diese Raumkrümmung unmittelbar mit der Gravitation in Zusammenhang steht. Verursacht wird diese Raumkrümmung durch die im Raum enthaltenen schweren Massen. Massen bewirken in ihrem Umfeld diese Raumkrümmung, in die andere Massen dann gleichsam hineinfallen wie in einen Trichter. Damit war man zwar deskriptiv einen großen Schritt weiter, denn dieses Denkmodell erwies sich als äußerst nützliche Grundlage für weitere mathematische Theorien, aber auf den Grund des Gravitationsrätsel führte es auch nicht. Wie verursacht Masse Raumkrümmung? Was ist Masse überhaupt? Wie kommt sie zustande? Was verleiht Körpern die Eigenschaft von Masse und vor allem ist die Raumkrümmung wirklich die Ursache für Gravitation oder nur ihre Begleiterscheinung? Deißlinger unterdrückte den Impuls sich am Bad zu zupfen und antwortete mit einer Gegenfrage Wenn Sie es nicht wissen wer dann und welche Rolle spielt das Graviton nachdem die Station hier benannt ist dabei? Das kann ich Ihnen erklären Es gibt neben der Gravitation noch drei andere Naturkräfte Die elektromagnetische sowie die schwache und die starke Kernkraft rezitierte Deißlinger Josef Herr Fönner und ich haben uns gestern schon darüber unterhalten Er hat meine Wissenslücken gewaltig verkleinert Einen Moment lang musterte sie nachdenklich Dann wissen Sie bestimmt schon dass die drei Wechselwirkungen sich mathematisch elegant mit einem einzigen in sich konsistenten Formelapparat beschreiben lassen Nach den Vorstellungen der Quantenfeldtheorie werden sie alle in gleicher Weise durch Bindungsteilchen und deren Kraftfelder vermittelt Dabei sind die sogenannten intermediären Bosonen für die Schwache die Photonen für die elektromagnetische und die Gluonen für die starke Wechselwirkung zuständig Heute ist das übrigens alles längst nicht mehr bloße Theorie denn an verschiedenen physikalischen Großforschungsanlagen ließ sich die reale Existenz von Bosonen Photonen und Gluonen konkret nachweisen Sie griff nach ihrer Tasse aber sie war bereits leer Ich hole Ihnen noch eine Tasse Kaffee erbot sich Deißlinger aber sie schüttelte den Kopf Einmal mehr verlor er sich in ihren Augen aber sie blickte schnell auf ihre leere Tasse die mit Abstand am weitesten reicht zugleich aber die schwächste ist einen ähnlichen Übertragungsmechanismus zu vermuten auch sie könnte durch Bindungsteilchen vermittelt werden dieses hypothetische Gebilde nannte man dann naheliegenderweise Graviton und diese Higgs-Teilchen sind eine Weiterentwicklung davon oder habe ich das falsch in Erinnerung sie lachte laut auf das sind Higgs-Teilchen hat Eislinger der Wein scheint ihnen ganz gut geschmeckt zu haben diesmal musste er sich am Bad zupfen während er eine Entschuldigung murmelte Sanchez war mit dem Abklopfen der Rohre fertig und verließ fröhlich pfeifend den Container Der britische Physikprofessor Peter Higgs von der Universität Edinburgh entwickelte bereits in den Sechzigern eine Theorie in der er die hypothetischen Bindungsteilchen genauer beschrieb Nach seiner Hypothese des Higgs-Mechanismus soll es ein universell vorhandenes Feld geben das Higgs-Feld das sich in konkreten Teilchen den Higgs-Bosonen manifestiert diese speziellen Bosonen sollen im Universum fortwährend neu erzeugt werden und nach sehr kurzer Lebensdauer auch immer wieder verschwinden nach der Theorie ihres geistigen Vaters haben sie die merkwürdige Eigenschaft sich an andere Elementarteilchen anzuklammern Anklammern fragte Deißlinger nach wie kann man sich denn das näher vorstellen seine Gedanken spiegelten ihm eine ganz bestimmte Vorstellung des Anklammerns vor nur kamen darin keine fremdartigen Teilchen vor sondern er und sie es wurde zunehmend schwieriger für ihn sich auf ihre Worte zu konzentrieren denn das heutige physikalische Weltbild geht von der Existenz von insgesamt nur zwölf unterschiedlichen Grundbausteinen der Materie aus sechs verschiedenen Quarks mit den eigenwilligen Namen Up Down Strange Charm Top und Bottom und sechs Leptonen Elektron Elektron Neutrino Myon Myon Neutrino Tau und das erst vor kurzem real nachgewiesene Tau Neutrino dazu kommen nochmal zwölf zu den einzelnen Teilchen gehörige Antiteilchen die Higgs Bosonen sollen sich nun an die verschiedenen Teilchen Arten verschieden stark anklammern oder wie der Teilchen Physiker sagt mit ihnen interagieren dabei verleihen sie den Teilchen an die sie sich heften Masse und zwar umso mehr je stärker diese Interaktion ist mit Photonen und Lyonen interagieren sie gar nicht deshalb besitzen diese Teilchen keine Masse mit Elektronen zum Beispiel interagieren sie ein wenig mit Top Quarks hingegen sehr heftig weshalb ein Top Quarks 350.000 mal so schwer ist wie ein Elektron warum das so sein soll und wie dieses Masseverleihen funktioniert davon sagt die Hicksche Theorie nichts sie hat aber den Vorteil dass sich mit ihrer Hilfe zahlreiche Phänomene der subatomaren Welt mathematisch recht gut beschreiben lassen mir rach der Kopf sagte Deißlinger wie kann man nur so viel wissen aber diese Hicks Teilchen sind doch nicht nachgewiesen erzählte mir Josef Herr Fänner haben sie eigentlich gestern Bruderschaft mit ihm getrunken fragte sie ihn lächelnd Deißlinger schüttelte den Kopf nein das nicht wir nennen uns nur beim Vornamen es hat sich so ergeben verstehe meinte sie dann schreckte sie ihm plötzlich ihre schmale Hand entgegen nennen sie mich bitte auch beim Vornamen ich heiße Sue Deißlinger ergriff verblüfft ihre Hand er vergaß sogar sie wieder los zu lassen aber das machte sie dann nach einigen Sekunden nachdem sie bereits weitersprach die Hicks Teilchen sind eigentlich nur virtuelle Teilchen selbst wenn es sie wirklich gibt und wir sie erzeugen könnten wäre es Spuren der Zerfallsprodukte ließen sich mit einiger Sicherheit in den großen Teilchen Beschleuniger nachweisen die Frage ob die Gravitationshypothese mit den Hicks Feldern zutrifft oder nicht ist nach wie vor offen aber selbst wenn sich die Hicks Bosonen tatsächlich noch entdecken lassen sollte sind wir im Grunde nicht viel weiter das würde das eigentliche Problem nur verlagern Hicks Bosonen sollen anderen Elementarteilchen Masse verleihen wenn es sie denn überhaupt gibt aber wie bewerkstelligen sie das und warum verleihen sie manchen Teilchen mehr anderen weniger Masse und was ist Masse überhaupt vielleicht finden sie hier auf der Station eine Antwort auf ihre Frage Sue meinte Deißlinger ich heiße übrigens Wolfgang er setzte sein charmantestes Lächeln auf sie lächelte ihn ebenfalls an ich weiß wir erhielten eine Liste mit den Namen und Qualifikationen alle am Projekt beteiligten suchen blätterte sie in ihrem Ordner hier habe ich übrigens die Formeln von Salier für die Interaktionskette der Quasarstrahlung vielleicht versuchen wir es damit sie versuchen hier nichts mehr sagte plötzlich jemand hinter ihn Deißlinger drehte sich auf seinem Stuhl um die Zweisamkeit war schlagartig dahin auch so Kim drehte sich langsam um dann schnellte sie Katzen gleich empor und rannte los Alfredo Suessos Vermutung dass sich der Sender im Gepäck eines der Wissenschaftler befinden musste stellte sich ziemlich bald als richtig heraus sie hatten sich ihre Aufgaben gut eingeteilt Sanchez blieb zumeist in der Nähe der Wissenschaftler in den Arbeits- und Besprechung Containern während Chevantin an strategisch wichtigen Positionen Schmiere stand um eventuelle Container Rückkehr abzufangen Suessos konnte daher ungestört die jeweiligen Schlafcontainer nach dem Kurzwellensender durchsuchen bereits im dritten Container fand er ihn eigentlich war es ein Zufall dass er ihn entdeckte beim hastigen Durchwühlen einer Reisetasche fiel ein Handy auf das Bett es war ein ziemlich neues Modell eines bekannten Herstellers und weil er fast das gleiche besaß klappte er es interessiert auf er betätigte den Einschaltknopf aber das Display blieb dunkel wahrscheinlich ist der Akku leer dachte er und wollte es schon wieder zurück in die Tasche legen als er am schmalen Rand des Gerätes eine winzige Vertiefung fühlte er nahm einen Kugelschreiber und drückte die Mine in die Öffnung das Display leuchtete blau auf Suessop fiff leise durch die Zähne eigentlich hatte er erwartet dass das Gerät sich mit einer Fehlermeldung keinem Netz vorhanden melden würde aber stattdessen erschien in der Anzeige eine Frequenz Anzeige im Kurzwellen Bereich es war genau die Frequenz auf der die abgefangene Meldung gesendet worden war und da haben wir auch die dazugehörige Antenne lächelte er sie befand sich in einem kleinen Regenschirm eine seiner Speichen entpuppte sich als dünner Teleskop stab der sich durch Drehen herausnehmen ließ das kleine Gewinde am Ende passte genau in eine Buchse am Oberteil des vermeintlichen Mobiltelefons Soas so steckte es in seine Jackentasche die Antenne baute er wieder in den Schirm ein dann räumte er auch die anderen Sachen wieder ordentlich in die Tasche und verließ mit einem letzten prüfenden Blick den Container Du hast ihn tatsächlich gefunden fragte Chevantin als Soas so mit strahlendem Gesicht auf ihn zukam Ja hier ist er sieht wirklich nur wie ein kleines nutzloses Mobiltelefon aus nicht wahr die dazugehörige Antenne ist in einem Regenschirm versteckt nicht sehr einfallsreich ich habe sie sofort entdeckt Chevantin nickte zustimmend als ihm Soas so das Gerät zeigte und einschaltete und jetzt wie willst du weiter vorgehen Soas so schaltete den Sender wieder aus und schob ihn in die Tasche zuerst fragen wir beim DIN nach ob sie die Sendung entschlüsseln konnten danach werde ich entscheiden was mit dem Besitzer passieren soll los komm mit sie eilten zu dem kleinen Filter Container und holten ihren eigenen Sender aus dem Versteck Chevantin schloss schnell die Antenne an und stellte sich dann mit verschränkten Armen vor die Tür Soas stülpte das Headset über den Kopf mauste seine Identifizierung und begann wenige Sekunden später zu sprechen von irgendwoher waren leise rhythmische Schläge zu hören Segundo San meinte Suas nach wenigen Minuten Adios Und Alfredo waren sie erfolgreich? fragte Schemontor voller Ungeduld als Suas das Headset vom Kopf nahm Ja Sie haben die Nachricht entschlüsselt Es handelt sich um technische Einzelheiten zu diesem Graviskop da er deutete nach draußen und weiter um irgendwelche komplizierten Formeln deren Bedeutung erst noch von anderen Spezialisten geklärt werden muss Der Also ein glatter Fall von Verrat meinte Chevantor Kopfschüttelnd Wer hätte das gedacht Offenbar sind wir nicht die Einzigen die an diesem Projekt Interesse haben Zum Glück hast du den Sender so schnell gefunden Und was machen wir jetzt damit Suas so wartete bis Chevantor ihren eigenen Sender wieder versteckt hatte Es gibt zwei Möglichkeiten Meinte er dann Wir können den Sender einfach wieder zurückbringen nachdem DINA die Kodierung geknackt hat Hören sie einfach still mit und erhalten so Informationen aus erster Hand Chevantor starrte ihnen setzt an Und wenn die Frequenz geändert wird oder der Zerhacke anders eingestellt wird dann bekommen nur noch die anderen die Informationen Außerdem hilft es DINA wirklich wenn solche Informationen an Fremde gehen Wir wissen doch gar nicht an wen sie gesendet wurden Alfredo wir wollen wissen was hier passiert und nicht nur Mitwissende sein So Hase kratzte sich am Kinn Das ist einleuchtend was du sagst Ernesto Ich denke dass es besser ist die Sache mit dem Verrat auflegen zu lassen Das Team ist ohnehin zerstritten und dazu noch durch die zwei Kranken dezimiert Sie werden alles daran setzen so schnell wie möglich mit ihren Versuchen beginnen zu können Ich weiß von Müller selbst dass seine Firma ein Zeitnot ist Irgendwelche Konkurrenten sind wohl auch dabei ihnen etwas vor der Nase weg zu schnappen Und wie willst du das Ganze aufklären Du kannst wohl schlecht hingehen und sagen Hey Amigos Schaut mal her was ich zufällig gefunden habe im Gepäck von Das ist wirklich kein Problem Ernesto Beruhigte Insoasso Verlass dich auf mich Wir werden nichts damit zu tun haben und sogar noch mit Dankbarkeit überschüttet werden Und wenn wir Glück haben brauchen sie sogar noch Roberto als Ersatzmann bei ihren Versuchen Er klopfte Germantan lachend auf die Schulter Dann erklärte er ihm ganz genau das weitere Vorgehen Als sie den Container verließen trafen sie auf Sanchez und informierten ihn ausgiebig Caramba meinte dieser mit zustimmendem Nicken Das wird ein Spaß werden Nein Roberto widersprach Suazo mit ernstem Gesicht Das wird tot Ernst Glaub mir Er schickte Sanchez in den Arbeitscontainer zurück Dann ging er mit Germantan zusammen zu Müller Sie klopften an seinen Container warteten bis er sie zum Eintreten aufforderte und traten nacheinander ein Müller saß an seinem kleinen Tisch und wühlte aber darauf konnte Suazo keine Rücksicht nehmen Senor Müller wir haben durch einen glücklichen Zufall etwas Ungeheuerliches festgestellt Ferner saß in seinem Container den Erwin Müller allein bewohnte am Fenster und starrte in den Innenhof der Station Die Schneemobile wurden selbst hier im windgeschützten Bereich immer wieder von heftigen Sturmböen erfasst und schaukelten hin und her Es war erstaunlich dass das große Graviskop sich unbeeindruckt zeigte Noch erstaunlicher war der plötzliche Wutausbruch von Müller gewesen mit dem er noch vor wenigen Minuten zusammengesessen hatte Sie hatten sich Gedanken darüber gemacht wie man das Projekt sinnvoll fortsetzen könne wenn Karstmann und Elsässer weiter ausfielen und eventuell mit dem nächsten Flugzeug zurückgeflogen werden mussten um sich in ärztliche Behandlung zu geben Es wird verdammt schwierig werden die beiden zu ersetzen hatte Fenner zunächst ganz sachlich festgestellt einen Physiker und einen Astronom ich weiß momentan nicht wie ich die Aufgaben auf die verbleibenden verteilen kann wenn wir in zwei Teams rund um die Uhr arbeiten sollen wenn die ersten Versuche anlaufen gibt es so viel zu beobachten beurteilen und sekundenschnell zu entscheiden dass es nahezu unmöglich ist koordiniert zum Erfolg zu kommen alle Versuchsanordnungen müssen komplett neu geplant und dazu noch vereinfacht werden das kostet uns Tage und wer verdammt noch einmal hat dann diese Leute letztlich ausgesucht brüllte Müller plötzlich Sie Fenner von Anfang an haben Sie mir gesagt wen sie wollen diese Leute da er zeigte irgendwohin in die Station sind die letzten von einer Liste die sie zusammengestellt haben andere konnten oder wollten nicht mitarbeiten das sind ihre Leute verdammt sorgen sie dafür dass sie auch eingesetzt werden können egal wie viele noch ausfallen gegen Unfall und Krankheit dürfte selbst gigantus machtlos sein hatte er mit ruhiger Stimme zu beschwichtigen versucht doch das machte Müller erst richtig wütend mit hochrotem Kopf und fuchtelnden Händen eiferte er sich immer mehr das ist doch lächerlich ein Idiot fällt hin und bekommt eine Gehirnerschütterung und so etwas bezeichnet sich als Wissenschaftler der andere Idiot hat faule Zähne und jammert deshalb herum wieso frisst er nicht eine Schachtel Valium und lässt sich von Suazo den Zahn ziehen und warum muss ich mich mit so von den ganzen anderen Kosten will ich gar nicht erst reden und was ist bis jetzt dabei herausgekommen Müller starrte ihn mit verzerrtem Gesicht an er selbst hatte mit den Schultern gezuckt und beschwörend geantwortet wir sind doch erst am Anfang Herr Müller nein hatte ihn der aufgebrachte Müller unterbrochen wir sind am Ende und zwar alle wenn das so weitergeht geht das eigentlich nicht in Ihren verbohrten gelehrten Kopf hinein Herr Müller ich bitte Sie um einen angemessenen und vernünftigen Tonfall ich bin keine ihrer Angestellten Müllers Stimme würde schlagartig zu einem flüstern Herr Fenner eines sage ich Ihnen jetzt und hier und ganz offen wenn dieses Projekt aufgegeben werden muss sind Sie erledigt dafür sorge ich höchst persönlich vom Einfluss Gigantus gar nicht erst zu reden Ihre Reputation wird so lange untergraben werden bis Sie sich nur noch als Müllfahrer verdienen können Ihre Karriere wird keinen Knick bekommen Sie wird zu Ende sein Wissen Sie was ich glaube hatte er ruhig geantwortet Ich denke dass Ihr Kopf als erster rollt wenn das Projekt auch beim zweiten Mal schief geht Sie werden besser beraten mit mir gemeinsam nach einer Lösung aus dem Dilemma zu suchen als herum zu brüllen Müller war so verblüfft zurückgezuckt dass er die entstandene Denkpause dazu nutzen konnte ihm noch etwas zu sagen Hören Sie zu Die Chilene soll Elsassers Zahn ziehen Bei Carstmanns Gehirnerschütterung ist wohl nichts zu machen aber er sollte trotzdem hier bleiben und versuchen sich so gut wie möglich einzubringen Wir brauchen zwei halbwegs funktionierende Teams Noch haben wir Sturm und können ohnehin nicht viel tun Und jetzt sollten wir uns wieder auf unsere Planungsarbeit konzentrieren Sind Sie damit einverstanden? Müller hatte seine ausgestreckte Hand ergriffen und eine Entschuldigung gemurmelt Der Mann war mit seinen Nerven am Ende vielleicht sogar mit seiner Aufgabe überfordert Ähnlich wie Deißlinger mit seiner dachte er spontan und das gestrige Gespräch fiel ihm dazu wieder ein Der Vollbärtige zwar durchaus sympathische aber wenig Selbstvertrauen ausstrahlende Mann schien nicht nur was Naturwissenschaften anbelangte eine Niete zu sein sondern auch in seinem Beruf als Mathematiker eher ein kleines zu sein ein Fachidiot wenn auch ein Gebildeter Sei nicht so arrogant flüsterte der kleine Teufel in seinem Hinterkopf Du selbst bist auch meilenweit davon entfernt mit Einstein Newton oder Hawking in einem Atemzug erwähnt zu werden Da hast du wohl recht sagte er selbstkritisch zu der spiegelnden Plexiglasscheibe aber daran ist vor allem sie schuld Warum nur antwortet sie nicht auf meine Mails Maria wieder einmal kreisten seine Gedanken um sie als ob es nichts Wichtigeres gäbe Er starrte weiter nach draußen ohne etwas zu sehen Die Scheibe gab keine Antwort sondern vibrierte nur leise unter der nächsten Sturmböe Fenner bemerkte es gar nicht denn in seinen Gedanken erlebte er noch einmal diese Nacht die sie bei ihm verbrachte Und so wie sie sich geliebt hatten konnte das nicht einfach danach zu Ende sein Oder hatte er sich so sehr in ihr getäuscht Natürlich flüsterte der kleine Teufel sie war dankbar für die Abwechslung und du hast ihr etwas gegeben was sie gebraucht hat kommt ja nicht alle Tage vor dass jemand mit einer gelähmten Blödsinn rief Fenner und stand auf um sich ein Glas Mineralwasser einzuschenken einmal mehr rüttelte der Sturm an den Aluminium Wänden der Station Er schien an Intensität von Stunde zu Stunde zu zu nehmen es konnte noch tagelang so weiter gehen Fenner biss sich auf die Unterlippe als ihm bewusst wurde wie schwierig seine Situation war Müller hatte im Grunde genommen recht gehabt mit seinen wütenden Behauptungen er hatte sich wie vermutlich alle anderen hier auch kaufen lassen dazu war eine Gegenleistung nötig die zu erfüllen im Moment äußerst unwahrscheinlich war nicht nur wegen der beiden Erkrankten es fehlten einfach zu viele Informationen aus dem ersten Projekt somit war er gezwungen nahezu vom Nullpunkt beginnend ähnliches zu bewerkstelligen wie Salier ein knappes Jahr vor ihm und der ist bei seinem Vorhaben jämmerlich ersoffen brachte sich der Kobold in Erinnerung du wirst dir den Arsch abfrieren wenn dir nichts einfällt konzentriere dich auf diesen Job sonst bist du bald alle weiteren los Fenner brummte unwillig aber im Grunde seines Herzens wusste er natürlich dass er diesem Vernunft Gedanken Vorrang einräumen sollte Gigantus hatte dem Zern eine sehr großzügige Spende überreicht um ihn für ein paar Monate von dort freikaufen zu dürfen nicht freikaufen verkaufen flüsterte der kleine Teufel du hast dich für eine Million verkauft geh nicht über los ziehe kein weiteres Geld ein und bleib am besten im Gefängnis bis du einen Pasch würfelst Fenner schüttelte den Kopf um die lästige Stimme in seinem Hinterkopf loszu werden es gelang ihm erwartungsgemäß nicht vor einigen Jahren hatte er einen bekannten Psychiater einmal unter dem Vorwand dass ein angeblicher Freund von ihm Stimmen hörte auf dieses Phänomen angesprochen der hatte im Lachen zwischen zwei Jack Daniels geraten seinen Freund dringend einer fachärztlichen Untersuchung zuzuführen weil Schizophrenie immer harmlos beginnen aber tragisch enden würde er hat recht murmelte sein unsichtbarer Begleiter du musst verrückt sein wenn du immer noch an die Kleine denkst sie ist deutlich jünger als du hat ein Problem das du temporär beseitigt hast und jetzt glaubst du dass sie auf dich wartet vergiss es warum antwortet sie nicht auf deine heißen liebesbriefe sie hat bestimmt schon wieder einen anderen einen in ihrem alter fener schüttelte erneut den kopf wenn das hier zu Ende ist dachte er dann gehe ich wirklich als erstes zu einem arzt wahrscheinlich bin ich überarbeitet und benötige einfach nur dringend Urlaub am besten mit Maria irgendwo in der Karibik weit weg von allen Problemen dieser machte der kleine Teufel es klopfte an seiner Tür und er brauchte einige Sekunden bis er es überhaupt bewusst registrierte anfangs dachte er der kobold in seinem Kopf würde auf eine bongotrommel einschlagen ja bitte sanchez steckte seinen Kopf durch den Türspalt Herr Fenner bitte kommen Sie sofort in den Arbeitscontainer Herr Müller hat mich beauftragt Sie und alle anderen zu einer wichtigen Sitzung zu bitten Fenner ahnte nichts Gutes aber erzwang sich zu einem nicht sagenden lächeln in Ordnung Senor Sanchez ich komme sofort der Chilene lächelte ebenfalls und schloss die Tür leise wieder Fenner konnte hören wie er am nächsten Container anklopfte und seine auffordernde Einladung dort fast mit denselben Worten wiederholte take it easy flüsterte kaum wahrnehmbar sein kleiner Teufel es wird schon nicht so schlimm für dich werden Müller schmeißt dich jetzt offiziell raus und in ein paar Tagen kannst du nach Hause fliegen halt endlich dein Maul sagte Fenner grob zog sich ein frisches Hemd und seine Jacke an vor dem kleinen Wandspiegel blieb er noch einmal stehen um sich seine Haare zu kämmen das Grau darin begann mit jeden Tag mehr als Farbe zu dominieren wenn schon dann wenigstens gut aussehend murmelte er es war verdammt schwierig für ihn das spöttische Lachen in seinem Hinterkopf zu ignorieren das ihn begleitete während er sich auf den kurzen Weg zum Arbeitscontainer machte dachte er nur an Maria und das was sie miteinander verbannt er kreischte der Kobold euch verbindet nichts gar nichts sie hat sich von dir vögeln lassen weil er danach war sie war notgeil verstehst du lass mich zufrieden mit deinem geschwätz sagte Fenner laut und riss entschlossen die Tür zum Arbeitscontainer auf Müller hielt die davonstürmende Sue Kim einfach an ihrem Oberarm fest als sie an ihm vorbeilaufen wollte lassen sie mich los rief sie wütend aber Müller drückte sie einfach auf ihren Stuhl zurück Chevanton und Suasso die mit ihm ausdruckslosen Gesichtern ihre Körperhaltung nach zu urteilen hatte Müller sie wohl bereits zuvor instruiert auf die Astronomin aufzupassen finden sie nicht dass ihre grobheit erklärungsbedürftig ist Herr Müller mischte sich Deißling empört ein er stand auf und stellte sich beschützend vor die junge Frau was hat sie denn schlimmes getan außer mir bei der Arbeit zu helfen Herr Bach war ja nicht anwesend das werde ich ihnen schon noch erklären sagte Müller mit einem wütenden Seitenblick auf Sue Kim aber erst wenn alle anwesend sind nach und nach trafen die anderen ein keiner schien zu wissen was der Grund für das plötzliche Treffen war sie verteilten sich auf Stühle und Beistelltische und warteten dass Müller sie aufklärte Elsässer kam als vorletzte herein mit einem Eisbeutel an der Monika Fiedl auf einen kleinen Tisch sie rückte etwas zur Seite und blickte ihn fragend an doch Fenner zog nun die Schultern hoch und deutete auf Müller der wie ein Inquisitor vor Sue Kim stand flankiert von Suace und Chevantin ein Projekt wie dieses zu finanzieren mit qualifizierten Wissenschaftlern zu betreiben und erfolgreich abzuschließen bedeutet für alle Beteiligten ein hohes Maß an Loyalität ergriff Müller endlich das Wort er drehte sich dabei langsam um als ob er jeden Einzelnen gleichzeitig ansprechen wolle wir als Unternehmen haben uns ihre Loyalität durch einen Vertrag versichert bei dem sie alle sich verpflichtet haben über alles was mit diesem Projekt zu tun hat strengstes Stillschweigen zu bewahren Gigantus hat sich auf der anderen Seite verpflichtet jedem von ihnen vor allem den Wissenschaftlern bei einem erfolgreichen Abschluss ein fürstliches Erfolgshonorat zu überweisen Stimmen sie alle mit meinen bisherigen Ausführungen überein Deißlinger blickte unauffällig zu Sanchez der neben Bach an einem Fenster stand während die meisten nickten wenn sie von Müller angeblickt wurden flüsterte Bach dem Chilenen etwas ins Ohr und der schien sich leicht darauf zu bedanken Deißlinger zupfte enttäuscht an seinem Bart Sanchez verstand wirklich kein Deutsch die beiden anderen Chilenen nahmen überhaupt keine Notiz von Müllers Ausführungen sondern starrten nur auf Sue Kim die das ganze Geschehen um sie herum mit zusammengepressten Lippen und blassem Gesicht teilnahmslos verfolgte nur ihre Hände die sie unruhig auf ihren Oberschenkeln hin und her bewegte verrieten ihre Anspannung er konzentrierte sich wieder auf Müller der immer noch wie eine Katze um den heißen Brei herum schlich sowohl in Taten als auch im Sprechen nur schien der heiße Brei in diesem Fall eine zierliche Wissenschaftlerin zu sein am liebsten hätte er ihr ein aufmunterndes Lächeln geschenkt aber sie hatte den Kopf gesenkt und starrte nur auf ihre schlanken Hände mit anderen Worten ausgedrückt wenn jemand Informationen über unsere Arbeit hier an Dritte weitergibt ist das kein Kavaliersdelikt sondern ein knallhartes Verbrechen nämlich Industrie Spionage Vertragsbruch und Verrat an Gigantus Ja was wollen sie denn damit andeuten fragte Bürli sichtlich gelangweilt Ich verstehe nicht wozu sie uns das erzählen Herr Müller Ich glaube dass er mich damit meint sagte Fenner mit gelassener Stimme Fiedler blickte ihn erstaunt an Auch Müller unterbrach seine rastlose Wanderung und kam auf ihn zu Wie bitte? fragte er als er vor ihm stand Ich habe Darin habe ich ohne weiter darüber nachzudenken auch Begriffe wie Graviton oder Graviskop verwendet Wenn sie der Meinung sind dass ich damit einen Verrat begangen habe können sie mich suspendieren Sie haben Was? rief Müller fassungslos und blickte sich hilfesuchen nach Bach um der bereits auf dem Weg zu ihnen war In einer privaten Mail Details von meiner Arbeit geschildert wiederholte Fenner noch einmal Er stand fahren können Herr Müller aber bitte es ist ihre Vorstellung Böhli schüttelte den Kopf Fiedler ebenfalls Elsässer und Karstmann flüsterten leise miteinander während Deißlinger sich am Bad zu zupfen begann und selbst zu Kim überrascht aufblickte nur Forst schien nicht überrascht zu sein er lächelte sogar den Gesichtern der drei Gilenen war wie immer gar nichts anzumerken Dieses Problem habe ich bereits gelöst sagte Bach mit lauter Stimme als er neben Müller stand in meiner Eigenschaft als EDV Leiter habe ich die erste Mail von Herrn Fener an den entscheidenden Stellen unkenntlich gemacht Sie haben meine Mails gelesen unterbrach ihn Fener Seine Ruhe war verschwunden Jetzt überzog eine zornige Röte sein Gesicht Wissen Sie wie ich das nenne eine unverschämte Anmaßung eine freche Deislinger hielt den Atem an So wie die beiden Männer einander gegenüber standen würde gleich eine Schlägerei beginnen Langsam Herr Fenner zischte Bach Erstens habe ich nur ihre erste Mail gelesen und korrigiert Alle anderen sind gar nicht erst gesendet worden Den Posteingangssurfer musste ich aus dem gleichen Grund deaktivieren Das diente letztlich auch zu ihrem eigenen Schutz wenn sie verstehen was ich meine Sie sind das arroganteste Müller schob sich energisch zwischen die beiden als Fenner die geballte Faust hob Halt Fenner blickte voller Verachtung auf Müller Und Sie haben es angeordnet davon gewusst und es geduldet Erbärmlich Ich wusste davon überhaupt nichts sagte Müller Ich erfahre das erst jetzt Herr Bach warum wurde ich nicht informiert Ich wollte doch Wichtigeres zu tun als sich um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu kümmern Sein grinsendes Gesicht passte nicht zu seinen Beteuerungen Nicht zum ersten Mal fragte sich Deißlinger was die beiden unterschiedlichen Männer verbannt Die Selbstsicherheit von Bach dem in der Hierarchie höher stehenden Müller gegenüber musste einen anderen unbekannten Grund haben Haben Sie die Zentrale über den Vorfall informiert fragte Müller Gefahr mehr antwortete Bach lakonisch Gefahr erkannt Gefahr gebannt Fenner bedachte ihn mit einem Blick der an Eindeutigkeit nichts mehr offen ließ Bach würde gut beraten sein wenn er es künftig vermied Fenner alleine zu begegnen Ich finde es ebenfalls unverschämt private Mails abzufangen und sogar mitzulesen sagte Fiedler in die plötzliche Stille hinein Auch einige andere äußerten sich Wir wollen das nicht überdramatisieren Herr Bach hat richtig gehandelt aber Herr Fenner hat keinen Verrat begangen nur weil er in einer Mail an eine Bekannte etwas über Graviton erzählte Es war einfach ein Versehen Belassen wir es dabei Einfach keine Mails mehr schreiben Leute riet vor sarkastisch und deutete mit dem Bügel seiner Hornbrille auf Fenner Schon gar keine privaten Herr Kollege Schreiben Sie Ihre Freundin doch eine Ansichtskarte Die kann jeder mitlesen Sofort begannen wieder Diskussionen darüber ob Gigantus die Rechte aller Anwesenden derart beschränken dürfe oder es die besondere Situation rechtfertige Deistinger schüttelte den Kopf Müller nahm Fenner zur Seite und sprach beruhigend auf ihn ein Dann klatschte er in die Hände Das Thema ist hiermit beendet Keine weitere Diskussion darüber Es gibt einen Vorfall der weit über das hinausgeht was Herrn Fenner aus Unachtsamkeit passiert ist Nämlich einen wirklichen Verrat von der Sorte die ich eingangs schon angeschnitten habe Alle mit Ausnahme von Sookim blickten gespannt auf ihn als er eine kleine Pause einlegte Müller stellte sich vor sie hin und holte ein kleines Mobiltelefon aus seiner Hosentasche Er hob es demonstrativ in die Höhe Das hier ist scheinbar ein Telefon aber nur auf den ersten Blick tatsächlich ist es ein Gerät zum Senden und Empfangen von Radiowellen im Kurzwellen Bereich Es wurde von Senor Sanchez auf der Damentoilette gefunden Wem gehört es wohl Ich glaube ich träume rief Monika Fiedler empört Zuerst vage Andeutungen dann abgefangene Mails und jetzt schleicht ein Kerl auf der Damentoilette herum Was kommt wohl als nächstes Dass man Aufnahmen von uns ins Internet stellt Es ist nicht zu fassen Sie machte Anstalten den Container zu verlassen aber Müller hielt sie mit einer Hand Bewegung auf Hören Sie sich bitte zuerst die ganze Geschichte an Frau Fiedler Senor Sanchez hat die Rohre überprüft Das gehört zu seinen Aufgaben Dabei hat er dieses Gerät gefunden Bitte Sie setzte sich kopfschüttelnd wieder neben Fenner auf den Tisch Müller winkte Es lag auf der Ablage unter dem Spiegel Er hat es daraufhin Senor Suazo gezeigt um ihn zu fragen wem das Gerät wohl gehören könnte Erst bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt dass es sich bei dem Gerät um eine Sende und Empfangsanlage modernster Technik handelte Wieso hat er es dann nicht einfach dort liegen lassen fragte Fiedler misstrauisch nach Es gibt doch nur Su und mich die als potenzielle Eigentümer in Frage kommen Es sei denn dass manche Herren lieber die Damentoilette benutzen Voss lachte und klatschte sich mit der Hand auf den Schenkel gut gekontert rief er Fiedler zu Bürli rollte mit den Augen und Kastmann fingerte an seinem verrutschten Verband herum Elsässer legte den Kopf schief um seine Eispackung besser auf der Wange fixieren zu können Deißlinger stellte sich neben zu Kim und hakte seinen Daumen kampflustig in den Gürtel ein Fenner schüttelte ganz leicht den Kopf und machte ihm mit der flachen Hand ein Zeichen sich nicht in das einzumischen was noch kommen würde er hat es nicht dort liegen gelassen weil er die Besitzerin darauf aufmerksam machen wollte dass Handys angeschaltete vor allem hierzu Störungen führen können belehrte okay meins ist es sowieso nicht das ist uns bekannt fra fiedler unterbrach sie müller seigneur so hatte sich erinnert dieses gerät schon bei su kim gesehen zu haben vor drei tagen beim frühstück lag das gerät neben ihr alle Augen richteten sich auf die asiatin das kann gar nicht sein sagte sie leise ich habe dieses gerät noch nie irgendwo hingenommen schon gar nicht zum frühstück stopp rief müller sie geben also zu dass dieser sender ihnen gehört nein antwortete sie sie haben mich nicht ausreden lassen ich kenne das gerät nicht habe es noch nie gesehen und wenn es auch frau fiedler nicht gehört dann erlaubt sich jemand einen schlechten scherz vielleicht senior sanchez der mit dem hammer tanzt ich habe das ding noch nie gesehen sagte monika fiedler mit nachdruck und strich sich eine haarlocke aus der stirn ich habe nicht einmal ein handy mitgenommen wozu auch um einen latin lover anzurufen ich bin zufrieden mit meinem freund zu hause und einen james bond sehe ich hier weit und breit nicht nur verquere kollegen die eine miss money penny suchen um sich wichtig zu machen bürli lachte und klatschte beifall bach neigte den kopf und musterte sie mit einem blick den sie ignorierte voss hingegen schüttelte missbilligend den kopf fener und karstmann schmunzelten gemeinsam wenn auch nur unterdrückt und deißlinger atmete beruhigt den zwischenzeitlich angehaltenen atem wieder aus müller ist wie bach auch ein idiot dachte er erleichtert während er so zulächelte sie erwiderte es nicht sondern starrte auf müller der ihr selbstbewusst warum wollten sie vorhin einfach weglaufen wie ein kleines trotziges mädchen hören wir uns doch erst einmal an was senor suazo zu sagen hat ich wollte auf die toilette behauptete sie aber müller winkte ab und bedeutete suazo mit einem kopf nicken das wort zu ergreifen nachdem er ihm zuvor einige Worte auf spanisch gesagt hatte gut meinte der kleine drahtige chilene in englisch als er das handy von müller in die hand gedrückt bekommen hatte ich bin ingenieur der radio und elektrotechnik wie sie wissen und kenne mich bestens mit solchen geräten aus hier ist eine buchse für eine antenne die man zum senden und empfangen braucht er hob das gerät in die höhe und tippte demonstrativ mit dem zeigefinger auf eine kleine öffnung wir brauchen also nur nach der antenne zu suchen und dann wissen wir wem das gerät gehört aber ich weiß dass es das gerät von senora kim ist denn ich habe es schon neben ihr gesehen beim frühstück das ist ja antwortete sie ich habe das ding noch nie gesehen und ihres ist es auch nicht wandte er sich an fiedler never ever beschied zu ihm auf englisch und wischte sich erneut eine locke aus der stirn gut lächelte müller etwas steif dann bleibt uns nur noch übrig den gemeinsamen schlafcontainer der beiden damen zu durchsuchen um diese Antenne zu finden spätestens dann dürfte klar sein wem dieses konspirative ding tatsächlich gehört ich protestiere schrie fiedler aufgebracht das können sie doch nicht machen rief deislinger ein irrenhas ist das ihr murmelte voss allerdings von den meisten ungehört hasta la vista lächelte suazo und machte Platz für bach der in ihm vorbei zur tür eilte bitte kommen sie alle mit dirigierte müller mit einer einladenden handbewegung diese für uns alle den wir uns gemeinsam auf die suche nach der antenne machen werden einige der anwesenden machten anstalten ihm suazo sanchez und bach zu folgen bitte nicht flüsterte sukim plötzlich das gerät gehört mir ich bin ihnen eine erklärung schuldig deislinger griff langsam nach ihrer hand und zog sie daran hoch sagen sie um gottes will nicht so etwas so merken sie denn nicht dass sie hand es wird zeit für die wahrheit wir hören ertönte müllers sonore stimme von der tür her er eilte mit großen schritten wieder zurück und blieb dicht vor ihr stehen hoffentlich haben sie sich eine glaubwürdige Geschichte ausgedacht meine Geduld ist am Ende und wenn ich auch nur den geringsten Zweifel an ihrer Loyalität haben werde sind sie erledigt also alle Augen richteten sich gespannt auf su kim ich werde erpresst erklärte sie mit tränen in den augenwinkeln mein vater wurde vor drei monaten vom nordkoreanischen geheimdienst verschleppt als er verwandte in südkorea besuchte müller runzelte die stirn na ja und das soll ich ihnen glauben ich kann es beweisen entgegnete sie trotzig dafür dass ich gewisse informationen abliefere bekomme ich ein foto von ihm geschickt auf dem er mit einer aktuellen tageszeitung abgebildet ist in meiner handtasche finden sie drei davon müller blickte sich um na gut fra fiedler würden sie bitte diese handtasche holen nein fauchte die atomphysikerin sie glauben doch nicht dass ich ihnen bei ihrer inquisition behilflich sein werde sie verschränkte demonstrativ die hände vor der brust foss klatschte beifall herr bach dann holen sie bitte die handtasche von frau kim sagte müller im befehlston bach machte sich sofort auf den weg wo befindet sich denn ihr vater fragte deislinger die asiatin die sich wieder auf den stuhl gesetzt hatte und ihre tränen wegwischte ich weiß es nicht einem der vielen lager im süden vermutlich sie kommen über die grenze entführen die leute und halten sie dann in lagern fest sie wollen lösegeld oder information wieso wurde ausgerechnet ihr vater entführt sie begann wieder zu weinen er hat sich immer politisch engagiert und die diktatur in nordkorea verdammt das hat man ihm übel genommen ein einziges kritisches wort gegen den diktator kim jung kann lebenslange haft in einem arbeitslager für die ganze familie bedeuten sie wissen dass ich an einem geheimen projekt arbeite und wollen wissen worum es geht vielleicht glauben sie dass es für ihre atomforschung wichtig sein könnte wenn ich keine information mehr sende bringen sie ihn um so einfach ist das unfassbar murmelte haben sie nicht die Polizei informiert so kim lachte hysterisch auf die Polizei welche was soll ich unternehmen in nordkorea einmarschieren sie hat recht meinte deißlinger bedrückt die situation kann nicht von den behörden gelöst werden es ist wirklich fatal was haben sie denn bereits an informationen übermittelt wollte müller mit emotionsloser stimme wissen im prinzip nur das was aus meinen unterlagen ersichtlich ist dazu den namen der station und die voraussichtliche geografische position müller konnte sich nur mit mühe beherrschen im klartext bedeutet das also alles und sobald unsere tests angelaufen wären kämen die ergebnisse im stundentakt hinterher sie sind das er unterbrach sich weil bach zurückgekommen war und ihm wortlos die damenhandtaschen überreichte das ist meine verdammt rief fiedler und riss die kleinere tasche an sich ich ertrage diese unverschämtheit nicht länger auf wiedersehen sie durchquerte mit großen schritten den container und warf die tür lautstark hinter sich zu sanchez und bach blickten fragend auf krämer doch der schüttelte unwirsch den kopf so kim hatte die tasche geöffnet und mit zitternden händen drei nahezu gleich aussehende fotografien aus einem umschlag geholt es waren schwarz weiß aufnahmen die einen älteren auf einem stuhl sitzenden mann zeigten der eine koreanische tageszeitung vor die kamera hielt das ist mein vater erklärte su überflüssiger weise müller blickte sie nicht einmal an sie sind mit sofortiger wirkung von allen aufgaben entbunden sagte er ich werde die zentrale informieren sie fliegen mit dem nächsten flugzeug zurück nach deutschland gehen sie davon aus dass dort bereits ein staatsanwalt auf sie warten wird zu kim verstaute ihre bilder wieder in ihre hand tasche dann kann ich wohl meine sachen zusammen packen und was wird aus ihrem vater rief deißlinger sie hat doch klar zum ausdruck gebracht dass man ihn umbringt wenn sie keine nachrichten mehr sendet müller blickte ihn an als müsse er einem irren erklären dass eis von natur aus kalt ist und aus was besteht ich soll sie weiterhin alles ausplaudern lassen wieso richten wir nicht gleich eine presseagentur ein fenner stellte sich neben deißlinger und lächelte kurz zu kim an sie können sie nicht suspend nein ich habe es bereits getan wie sie gehört haben hören sie sie ist neben mir die einzige hier die das komplette steuerprogramm beherrscht sie muss in einem team arbeiten und ich im anderen sonst können wir das ganze gleich auf ein einziges team reduzieren und die herren elsässer und karstmann auch gleich nach hause schicken so könnte doch weiterhin meldungen senden allerdings fingierte das hilft ihrem vater schadet uns nicht weiter und die teams wehr nicht zu ösen schlug deißlinger vor als Müller noch über aber sie erwarten etwas zu viel des guten das projekt ist bereits zu einem großteil von ihr verraten und sabotiert worden wie soll ich da noch vertrauen aufbringen wir können doch alle mithören wenn Frau krim ihre nachricht versendet oder mischte sich bürlig ein ein paar falsche Zahlen in die formeln eingesetzt und schwupp schon ist das materhorn wieder gerade gerückt so einfach ist das nicht murmelte deuslinger sie machen einen denkfehler nickte fernher zustimmend müller wischte sich den schweiß von der stern genau so ist es ich verstehe nicht was sie meinen sagte bürlig verwirrt wo ist denn das problem ah sie meinen weil sie maßen wird oder da kann ich sie beruhigen denn ich kenne das morse alphabet auswendig sein lächeln dauerte nicht lange verstehen sie etwa auch koreanisch fragte voss mit rollenden augen bürlig blickte ihn erschrocken an oh das habe ich tatsächlich nicht bedacht das ist schon ein richtiges problem jetzt fernher beugte sich zu su kim herunter würden sie falsche informationen senden denken sie an ihren vater wenn her müller sie rauswirft machen sie sich vielleicht ihr leben lang vorwürfe es ist die letzte chance für sie ihm zu helfen sie könnten es merken erwiderte sie leise ich habe bei meinem letzten kontakt einen kernphysiker am anderen ende gehabt der sehr gut war im schlimmsten fall erzählen sie eben dass die versuche noch nicht laufen sturm computerausfall antennen probleme ersatzteil beschaffung es gibt doch genügend ausreden die ihre gesprächspartner nicht nachprüfen der zögerte noch einen Moment dann zog er wortlos das miniaturfunk gerät aus der hosentasche und reichte es fener irgendjemand klatschte leise in die hände so kim sank schluchzend in sich zusammen erst als deißlinger trösten seinen arm um sie legte blickte sie auf sie haben das falsch verstanden erklärte ihr fener mit ruhiger stimme Herr Müller will damit sagen dass ich die Verantwortung durch die offenstehende tür konnte man nur noch sehen dass eben davongehen eine heftige diskussion mit bach führte der neben ihm ging immer wieder blieben sie kurz stehen und fuchtelten mit den armen deißlinger blickte aufatmend aus dem fenster dann stutzte er plötzlich und klopfte fern auf die schulter schauen sie sich das an josef das horizontale schaufelrad des windmessers stand still in der sonne der sturm war vorüber die arbeit konnte beginnen bürli eilte sofort davon um sich umzuziehen und draußen eine zigarette zu rauchen karstmann schob seinen verrutschten verband nach oben und hinkte zur tür foss gähnte vernehmlich und fragte wie ist das eigentlich mit den antennen kann man sich auf knopfdruck wieder in die alte position fahren oder müssen sie erst eingebessen werden fenner drehte sich zu ihm um das ist in diesem Augenblick begann Elsässer magerschütternd zu schreien Kapitel 6 die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens aber nicht durch List Albert Einstein Müller vergaß für einen Augenblick seine Auseinandersetzung mit Bach und drehte sich irritiert um was war denn das hat da nicht jemand geschrien Bach nickte er vermutlich Elsässer er hat schon vorhin dauernd gestöhnt verschmerzen wahrscheinlich ist sein vereiterter Zahn jetzt bis auf den Kieferknochen infiziert so also wird ihn wohl ziehen müssen zurück zu ihrer unverschämten Forderung Herr Bach sagte Müller und setzte sich wieder in Bewegung sie ist absolut überzogen und unverschämt dazu glauben sie im ernst dass ich mich dauernd von ihnen erpressen lasse es wird ihnen kaum etwas anderes übrig bleiben zahlen sie die halbe Million und ich verspreche ihnen dass ich mich damit zufrieden gebe Müller blieb stehen sie sind verrückt ich habe ihnen schon vorhin erklärt dass ich genauso wenig wie sie eine erfolgsprämie von gigantus bekomme nur die angeheuerten wissenschaftler selbst wenn ich zahlen wollte ich kann so eine summe nicht aufbringen dann bekommen sie ein Problem erwiderte Bach mit einem zynischen lächeln stellen sie sich vor ihre frau bekommt das kleine video zu sehen das mit dem kleinen mädchen was wird sie wohl dazu sagen oder direktor kramer wenn er nebenbei erfährt dass sein entwicklungsleiter mitglied in einem pädophilen ring ist müller stapfte wutschnaubend weiter sie sind ein mieser kleiner erpresser und ich kann das auch beweisen sie haben dummer weise ihr schweizer konto unter ihrem als spielschulden vielleicht in gewisser weise stimmt das so gar nicht wahr zweimal hunderttausend euro als spielschulden lächerlich das nimmt ihnen niemand ab hören sie herr müller das video auf ihrem rechner das ich zufällig entdeckt habe und die protokoll dateien die ich über monate hinweg gesammelt habe belegen glasklar dass sie nicht nur dieses sondern viel mehr von diesem pädophilen zeug heruntergeladen haben sie wandern sofort in den knast vorher bringe ich sie um knurrte müller er riss die tür zu seinem container auf und ging hinein bach folgte ihm und schloss die tür mein angebot steht noch eine halbe million dafür erhalten sie alle beweise von mir und wir sind quitt müller lachte höhnisch dass ich nicht lache ein monat später kommen sie mit einer kopie da her und setzen das spielchen fort halten sie mich doch nicht zum nahen bach setzte sich an den kleinen tisch und streckte seine beine aus es ist meine ernst und sie wissen das ihr versucht mich als erpresser hinzustellen wird kläglich scheitern aber sie werden als pädophiler keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen weder bei ihrer Frau noch bei gigantus noch anderswo abgesehen davon sie sind jetzt Mitte 50 nicht wahr was meinen sie wie lange sie im gefängnis sitzen werden echte kriminelle mögen solche leute wie sie überhaupt nicht in ihren reihen sie haben einen ehrenkodex erst kürzlich habe ich gelesen dass in eine jva ein vergewaltiger eines kleinen mädchens an seinen eigenen eiern aufgehängt wurde muss ein ziemlich schmerzhafter tot gewesen sein er zog seine Zigaretten aus der Hemdtasche und zündete sich eine davon an Müller stürmte an ihm vorbei und öffnete das Fenster eiskalte Luft durchzog den Schlafcontainer doch keiner von ihnen bemerkte es ich kann diese Summe nicht aufbringen Herr Bach versuchte Müller noch einmal sein Gegenüber zum Einlenken zu bewegen wenn meine Frau merkt dass 200.000 Euro von unserer Altersversorgung verschwunden sind bekomme ich ohnehin die größten Probleme belassen sie es bitte dabei und geben sie mir ihr Beweismaterial zurück ich bin schon lange nicht mehr in diesem Kreis vertreten Bach lächelte und rückte sein Stuhl etwas vom Fenster weg haben sie eine andere Spielwiese gefunden Müller ballte seine Hände zu Fäusten ich warne sie Bach treiben sie es nicht auf die Spitze keine Angst Müller erwiderte Bach genauso unhöflich ich halte mein Versprechen Geld gegen Beweise nehmen sie eine Hypothek auf ihr Häuschen auf oder noch besser bedienen sie sich bei Gigantus sie haben doch ein Millionen Budget zur Verfügung da können sie doch locker eine halbe Million ausgeben von der niemand etwas bemerkt Müller schüttelte fassungslos den Kopf sie haben vielleicht Vorstellungen selbst als kleiner EDV Fritz sollten sie wissen dass Gigantus ein hervorragendes Controlling besitzt dann sagte Bach ohne eine Miene zu verziehen bleibt ihnen nur die Hypothek übrig oder der Schmuck von ihrer Frau was weiß ich er warf die Zigarette aus dem Fenster denken sie nachher Müller das habe ich bereits meinte Müller der plötzlich ganz ruhig wirkte wissen sie dass es ein leichtes wäre sie einfach umbringen zu lassen wenn ich einem der Chilenen ein Trinkgeld anbiete sind sie eine Stunde später spurs verschwunden glauben sie dass jemand sie da draußen in der wildnis finden wird die Antarktis hat schon viele tote im ewigen Eis eingeschlossen Bach legte den Kopf schief gute Idee aber nicht allzu weit bedacht mein Beweismaterial gegen sie liegt mit meinem Testament bei einem Notar ihr Plan scheitert also selbst wenn sie mich aus Wut umbringen lassen ich habe sie in der Hand und sie begreifen das jetzt hoffentlich auch sie bluffen doch nur Bach erhob sich und schloss das Fenster probieren sie es besser nicht aus Herr Müller noch haben sie ja Zeit sich zu überlegen wie sie das Geld locker machen spätestens drei Tage nach unserer Rückkehr will ich es auf meinem Konto verbucht sehen sonst vorher will ich von ihnen aber eine Garantie unterbrach ihn Müller Bach blickte ihn fragend an ach ja wie soll die aussehen ganz einfach sie unterschreiben mir ein geständnis aus dem klar hervorgeht dass sie mich erpresst haben sind sie einverstanden dann werde ich ein entsprechendes Schriftstück aufsetzen Bach dachte einige Sekunden darüber nach dann grinste er jetzt und hier soll ich ihnen so etwas unterschreiben Müller Müller sie enttäuschen mich das erste was sie danach veranlassen werden ist einen killer für mich auszuwählen nicht wahr worin sehen sie da ein problem Bach sie behaupten doch sich entsprechend abgesichert zu haben oder war das tatsächlich nur ein kleiner bluff eines geldgeilen erpressers so kommen wir nicht weiter überlegen sie sich mein Angebot in aller Ruhe wenn sie denken dass er auf sie wartet er hatte die türklinke schon in der hand als ihn Müller zum stehen bleiben veranlasste Bach einschwere ich ihn eines tages werde ich sie umbringen vergessen sie das niemals jeder tag kann ihr letzter sein gut Müller dann beginne ich ab heute damit meine Tage zu zählen und sie besorgen in der zwischenzeit das klein Geld für meine Beerdigungsfeier Müller starrte es war eine geniale Idee und das beste daran war dass sie ihm sein Erpresser selbst auf einem silbernen Tablett geliefert hatte Bach war erledigt er wusste es nur noch nicht Elsässer krümmte sich auf den Boden vor Schmerzen Deißlinger und Fenner halfen ihm wieder auf die Beine wir müssen etwas unternehmen sagte Fenner und winkte Suazo herbei der Zahn muss gezogen werden haben sie ein Betäubungsmittel Nein schrie Elsässer entsetzt Nein auf gar keinen Fall ich will zu einem richtigen Arzt Suazo musterte ihn eindringlich dann wandte er sich an Fenner Ich brauche Hilfe allein kann ich das nicht Er gab Sanchez ein paar Anweisungen und der alte mit Cheventin davon Wolfgang fassen Sie bitte mit an bat Fenner Gemeinsam zerrten sie den schreienden und sich wehrenden Elsässer in den dabei drei Tabletten zu zerkleinern um sie in einem mit einer hellbraunen Flüssigkeit gefüllten Glas zu verrühren Was ist das fragte Fenner nachdem sie Elsässer auf den Stuhl gesetzt hatten Deißlinger stellte sich hinter ihn und hielt ihn an den Schultern fest Pentazokin erwiderte Suazo ohne aufzublicken Es ist ein sehr starkes Schmerzmittel Im Glas ausdrinkt Fenner nahm das Glas und reichte es Elsässer der sofort den Kopf zur Seite drehte und sich aus Deißlingers Griff zu befreien suchte Nein ich will nicht So kommen wir nicht weiter meinte Suazo stirnrunzelnd Fesseln Sie ihn am besten Elsässer verstärkte seine Bemühungen aber Deißlinger hatte bereits dessen Arme hinter die Stuhllehne gebogen und hielt ihn in dieser unbequemen Position fest Suazo kramte in einer Schublade und entnahm ihr eine Rolle Klebeband Fenner fesselte den stöhnenden Elsässer damit Auch die Beine sagte Suazo Ich will nicht von ihm getroffen werden wenn es losgeht Fenner bückte sich und band auch die Beine am Stuhl fest Elsässer starrte ihn mit angstgeweiteten Augen an fügte sich aber in das Unvermeidliche Deißlinger flößte ihm vorsichtig den Schnaps mit dem Schmerzmittel ein und versuchte ihn mit ruhigen Worten zu beruhigen Elsässer wurde tatsächlich nach wenigen Minuten entspannter Das änderte sich jedoch als Chevantin und Sanchez zurückkamen und die mitgebrachte Ledertasche öffneten und ihren Inhalt auf den Tisch legten Ich wusste gar nicht dass sie so viele unterschiedliche Zangen haben sagte Fenner verwundert Ein gutes Dutzend davon hatten die beiden Chilenen zusammengesucht Suasso füllte ein zweites Glas mit Schnaps wählte vier Zangen mit unterschiedlichen Profilen aus und stellte sie kopfüber in das Glas Ich muss sie desinfizieren erklärte er Dann setzte er seine Suche in den Schubladen fort Watte oder einen Schwamm brauche ich noch um es in seine Backe zu schieben Elsässer begann erneut an seinen Fesseln zu zerren Chevanton flüsterte Suasso etwas zu und er nickte zustimmen Wo geht er denn hin fragte Deißlinger als Chevanton die Küche wieder verließ Er hat eine gute Idee gehabt grinste Suasso Vielleicht hat eine der Senioras einen Wie heißt das gleich Er machte eine beschreibende Handbewegung die alles und nichts bedeuten mochte Sie meinen einen Tampon fragte Fenner verblüfft Sanchez günste Elsässer wurde immer weißer im Gesicht und Deißlinger war froh dass ihn niemand beobachtete denn er tippte sich hinter Elsässers Rücken an die Stirn Genau kann auch das ganze Blut aufsaugen meinte der Chilene etwas verlegen denn erst jetzt bemerkte er Deißlingers missbilligende Geste Das ist doch bloß ein Spaß Er öffnete einen der Schränke und holte eine Packung Verbandsstoff heraus Wortlos begann er die einzelnen Binden der Größe nach zu sortieren Als Cheventon wenige Minuten später mit leeren Händen zurückkam hatte er einen roten Fleck auf seiner linken Wange Sieht fast so aus als hätte einer der Damen die richtige Antwort auf ihre spaßige Frage gehabt lächelte Fenner suffisant Cheventon zog es vor zu schweigen Suazo war fertig mit seinen Vorbereitungen und ging zu Elsässer Machen Sie bitte den Mund auf ich werde ganz vorsichtig sein und ihnen nicht wehtun Elsässer schloss die Augen und öffnete den Mund Suazo schob vorsichtig eine kleine Rolle Verbandsstoff zwischen die obere Zahnreihe und Wange das gleiche wiederholte er bei den unteren Zähnen zuletzt nahm er ihm noch die randlose Brille ab und legte sie auf die schmale Fenster Bank Elsässer stöhnte verhalten blieb aber ruhig das Medikament und der Schnaps schienen zu wirken ich klopfe jetzt ganz vorsichtig an jeden Backenzahn signalisieren sie mir bitte wo es am meisten schmerzt unten sagte Elsässer mit kaum verständlicher Stimme Suazo griff nach einer Pinzetten ähnlichen Spitzzange und klopfte leicht gegen einen der hinteren Zähne Elsässer bremte sich auf und biss fast auf die Zunge Suazo zuckte zurück wenn sie den Mund nicht offen halten klemme ich in einen Becher zwischen die Zähne drohte er und wenn sie noch einmal versuchen mich zu beißen höre ich sofort auf mit meiner Arbeit sie bekommen eine tödliche Blutvergiftung wenn der Eiterherd in den Kieferknochen eindringt sie werden brüllen bis sie gestorben sind dagegen sind ihre jetzigen Schmerzen ein Nadelstich Elsässer blickte ihn mit einer Mischung aus Wut Schmerz und Angst an und lallte eine unverständliche Entschuldigung dann kniff er die Augen wieder fest zusammen und öffnete den Mund Suazo begann erneut mit der Suche nach dem vereiterten Zahn sie haben drei nebeneinander stehende Backenzähne dahinten alle drei sind kariös erklärte er mit halblauter Stimme ich muss wissen welcher Zahn am meisten reagiert wenn ich dagegen klopfe er klopfte aber Elsässer zuckte und stöhnte bei jedem einzelnen Zahn so intensiv dass Suazo nach einigen Versuchen aufgab und sich ratlos am Kopf kratzte schwierig murmelte er der alte Herd strahlt schon in die ganze Umgebung aus er hat sogar Schmerzen wenn ich gegen einen oberen Zahn klopfe Deißlinger blickte mitfühlend auf Elsässer dann hatte er eine Idee haben sie Kältespray in ihrem Werkzeug damit könnten sie eine bessere Wirkung erzielen als mit dem Klopfen am Zahn Suazo gab die Frage auf Spanisch an Sanchez weiter der nickte klar das haben wir ist ganz hilfreich bei Fehlersuche in elektronischen Schaltungen ich hole es dauert nur eine Minute Suazo nutzte die Unterbrechung um Elsässer drei Handtücher um Hals und Brust zu legen Deislinger wischte dem Patienten den Schweiß von der Stirn und befestigte danach die Handtücher mit etwas Klebeband damit sie nicht verrutschen konnten hier ist es rief Sanchez Suazo nahm ihm die kleine Sprühdose aus der Hand und schob das dünne Sprührohr in das Ventil er drückte einmal probehalber darauf und sprühte sich etwas davon auf die Handfläche ok dann versuchen wir es damit ist das nicht gefährlich fragte Fenner zweifelnd Suazo schüttelte den Kopf nein es ist doch nur flüssig Gas außerdem sprühe ich nur eine winzige Menge auf die Zahnkrone ich achte schon darauf dass nichts auf die Haut kommt er begann ohne weitere Worte mit seinen Tests diesmal schien er den Verursacher der Schmerzen schnell lokalisiert zu haben wie ich befürchtet habe ist es der hinterste und größte der drei Zähne ich versuche es am besten gleich mit der Winkelzange drei er gab Deißling ein Zeichen zurück zu treten und schickte dafür Sanchez nach ein paar erklärenden Worten hinter den Patienten Chevantin stellte sich ebenfalls neben ihn als Suazo die Zange in den Mund schob und sie die schmerzenden Zähne berührte bäumte sich Elsässer stöhnend auf Sanchez hielt mit beiden Bus legte um ihn fest auf den Stuhl zu drücken unbeirrt von Elsässers Wimmern versuchte Suazo den Zahn mit der Zange zu fassen Deißlinger biss sich auf die Unterlippe und blickte angestrengt aus dem Fenster auch Fenner schien lieber anderswo zu sein er wischte sich nervös die Hände an seiner Hose ab und vermied es den Blick auf die drei Männer zu richten die sich mit Elsässer beschäftigten als es leise aber vernehmlich knackte zuckten sie unwillkürlich zusammen gleich habe ich ihn rief Suazo triumphierend aus er wackelt schon wie ein angebrochen Ast der Ast knackte übertönt von Elsässers Wimmern noch ein paar Mal dann zog Suazo die Zange aus dem Mund des Patienten er betrachtete den Zahn darin eingehend und schien zufrieden mit dem Ergebnis der Operation zu sein alle Wurzeln sind noch dran loslassen und fesseln lösen rief er nachdem er auch noch die Verbandsrollen herausgenommen hatte Chevantin und Sanchez ließen den schwer atmenden Elsässer frei damit er das Blut ausspucken konnte Suazo brachte ihm eine kleine Schüssel und hielt sie seinem Patienten unter das Kinn Elsässers Hände zitterten so sehr dass er sie nicht alleine halten konnte geht es ihnen besser fragte ihn Deißlinger nach einer Weile die Schwellung sagte der Angesprochene ich bin fies und fertig ich möchte mich hinlegen und schlafen Deißlinger entfernte die Handtücher und half ihm vorsichtig hoch zusammen mit Fenner der Elsässers Brille einsteckte begleitete er den erschöpften Astronom zu dessen Schlafcontainer unterwegs trafen sie auf Karstmann der in ihnen vorbeihinkte war die Operation erfolgreich fragte er ja nickte Deißlinger und wie geht es ihnen ich werde meine Kopfschmerzen nicht los und will mir von Hansu Erster noch ein Schmerzmittel geben lassen das mit dem Knie wird schon besser antwortete Karstmann und ging einfach weiter den werden wir wohl zurückfliegen müssen murmelte Fenner beim weitergehen haben sie seine Augen gesehen Wolfgang er blickt an ihnen vorbei wenn sie mit ihm reden Deißlinger nickte ja ich glaube auch dass er in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre hoffentlich kommt bald ein Flugzeug als sie Elsässer bis zu seiner Tür begleitet hatten bedankte sich diese bei ihnen Fenner reichte ihm seine Brille und empfahl ihm sich hinzulegen und nach Möglichkeit zu schlafen so jetzt suche ich Bach mit dem habe ich noch was dringendes zu klären meinte er als die wäre und die wäre schlagen ihn mit seinen eigenen mitteln sagte Deißlinger lächelnd ehrlich gesagt freue ich mich schon darauf Fenner blickte ihn misstrauisch an illegale Methoden Deißlinger lachte nein Josef ganz legal ich muss noch einiges vorbereiten und will die Zeit nutzen in der er nicht im Arbeitscontainer herumlungert und mir auf die Finger schaut sobald ich damit fertig bin gebe ich ihm Bescheid Fenner blickte ihm nach bis er hinter der nächsten Ecke verschwunden war aus Elsässers Container ertönte vernehmliches lauter werdende Stöhnen Fenner überlegte einen Augenblick ob er zu ihm hineingehen sollte entschied sich aber dann dafür ihn mit seinem Wunschschmerz allein zu lassen da muss jetzt durch murmelte er bevor er sich endgültig auf den kurzen Weg zu seinem eigenen Container machte nachdem er die Tür geöffnet hatte blieb er wie angewurzelt stehen und starrte fassungslos hinein irgendjemand hatte alles wirklich alles in seinem kleinen Privat Reich kurz und klein geschlagen dann eben nicht sagte sie wütend und legte auf kein Mensch und vor allem kein Redakteur einer Zeitung schien sich für ihre Geschichte zu interessieren Mord Totschlag oder Prominenten Klatsch waren gefragt keine Vermissten die seltsame Mails verschickten das hatte ihr der gelangweilte Gesprächspartner soeben unmissverständlich klargemacht nicht nicht nur er sondern auch die von den anderen Zeitungsredaktionen gehen sie zur Polizei war ihr Stereotyp empfohlen worden oder ein dumm dreistes bleiben sie ruhig die meisten Männer tauchen nach ein paar Tagen wieder auf die zwei jungen Männer von Gigantus hatten recht gehabt mit ihrer Prognose das ärgerte sie am meisten ruhig bleiben und nachdenken Maria murmelte sie vielleicht sollte ich tatsächlich die Polizei anrufen Maria Kerner rollte in den Flur und öffnete die Tür vor ihr stand eine etwa vierzig jährige Frau in einem grauen Kostüm darüber trug sie einen beige farbenen Mantel den sie gerade aufknöpfte was wollen sie ich bin Gerda Groß von der Pflegestation ich komme weil ihre Pflegerin leider verhindert ist darf ich eintreten verhindert was meinen sie damit wollte Maria misstrauisch wissen die fremde lächelte das möchte ich ihnen lieber drinnen erklären nicht hier wo es jeder mithören kann Maria ließ sie herein und bat sie sich zu setzen also was ist mit Anne los sie hat in all den Jahren nur ein einziges Mal absagen müssen und das wegen einer Grippe ist sie krank nein so kann man das nicht sagen erwiderte Gerda groß sie hatte leider einen Unfall und liegt im Krankenhaus einen Unfall um Gottes Willen was ist passiert wie geht es ihr in welchem Krankenhaus ist sie kann ich sie anrufen Gerda groß schüttelte den Kopf und legte ihre rechte Hand auf Marias Unterarm ein Auto hat sie angefahren als sie heute früh zum Dienst wollte direkt bei der Bushaltestelle sie ist schwer verletzt und liegt derzeit auf der Intensivstation im nein flüsterte Maria entsetzt das darf doch nicht wahr sein was sagt denn der Verursacher dazu Anne kenne ich als sehr vorsichtige Frau sie würde niemals leichtsinnig über die Straße laufen der Fahrer hat soweit uns die Polizei mitgeteilt hat Fahrerflucht begangen es gibt einige Zeugen die beobachtet haben wie Anne angefahren hat aber keiner hat sich das Kennzeichen gemerkt sie wissen nicht einmal was für wie das bei Zeugen so ist jeder hat was anderes gesehen Maria biss sich auf die Unterlippe und dachte nach ist sie in Lebensgefahr fragte sie ihre Besucherin nein antwortete Gerda groß sofort sie hat aber innere Verletzungen und einige Brüche sie werden wohl oder übel einige Zeit mit mir vorlieb nehmen müssen Frau Kerner womit sollen wir anfangen ich bin leider nicht über ihren Tagesablauf informiert wie sie sicher verstehen werden ja also begann Maria etwas verwirrt ich kann es immer noch nicht glauben und dann auch Fahrerflucht sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht legen sie doch erst einmal ihren Mantel ab als ihre neue Pflegerin zurückkam hatte sie sich etwas beruhigt Anne kommt kam dreimal am Tag jetzt am Morgen war sie mir behilflich im Bad ich komme zwar mit Hilfe eines elektrischen Lifts alleine in die Wanne aber das Aus- und Anziehen ist mir leider alleine nicht möglich kein Problem sagte Gerda Groß und blickte sich um fahren sie einfach voraus und rufen mich wenn sie mich brauchen ich mache uns in der Zwischenzeit einen Kaffee oder möchten sie lieber einen Tee wo ist die Küche da drüben erklärte Maria machen sie den Kaffee bitte nicht zu Ria fuhr ins Bad und schloss die Tür geistes abwesend drehte sie den Wasserhahn auf und schüttete etwas Badeöl dazu während das Wasser in die Wanne strömte zog sie ihre Oberkleidung aus und legte sie auf eine Kommode neben der Wanne die arme Anne dachte sie wird einfach von einem Unbekannten angefahren und der feige Kerl haut einfach ab sie prüfte mit der linken Hand die Wassertemperatur ich muss einen Klempner anrufen beschloss sie und drehte den Mischer weiter nach rechts zum roten Punkt das warme Wasser floss nur spärlich dazu kam 40 Grad warm aus der Armatur sie vernahm das undeutliche Geräusch einer Tür die in Schloss fiel vermutlich stellte Frau Groß gerade den Kaffee auf den Tisch im Esszimmer einen Augenblick dachte sie darüber nachzunehmen Frau Groß rief sie durch die geschlossene Tür ich bin soweit sie drehte das Wasser ab und rollte zum Ende der Wanne wo sich der Sitzlift befand ihre Pflegerin schien sie nicht gehört zu haben daher rief sie noch einmal nach ihr wo bleibt sie denn fragte sie sich kopfschüttelnd die Wohnung ist doch nicht so groß als dass sie mein Rufen überhören kann sie griff nach einem war nirgends zu sehen der Tisch war ungedeckt es lag nicht einmal der Duft von frisch gemahlenem Kaffee in der Luft Maria blickte auf die geschlossene Küchentür Frau Groß niemand antwortete verwundert rollte sie zur Küchentür und öffnete sie der Kaffeeautomat stand ausgeschaltet auf der Theke denn ihre neue Pflegerin musste sich in Luft aufgelöst haben Maria rollte zurück in den Flur und sah ihre Befürchtungen bestätigt war genauso verschwunden wie sie selbst was soll denn das bedeuten murmelte sie konsterniert sie sie kann doch nicht einfach verschwinden sie griff nach dem Telefon um sich bei dem Pflegedienst zu beschweren dabei fiel ihr Blick auf den kleinen Schreibtisch die grüne LED ihres Druckers leuchtete Maria legte das Telefon zur Seite und schob sich schwungvoll zum Schreibtisch mit einer bösen Vorahnung schaltete sie ihren Rechner ein oh nein bitte nicht knirschte sie mit zusammengebissenen Zähnen als sich das System darüber beschwerte nicht ordentlich heruntergefahren worden zu sein als der Rechner bereit war startete sie ihr Mailprogramm sie ignorierte die eingegangenen Mails und suchte in den bereits Empfangenen nach Josefs Nachricht sie waren nicht mehr vorhanden Gerda Groß muss sie gelöscht haben nachdem sie den Inhalt ausgedruckt hatte danach hatte sie die Wohnung verlassen verdammt rief sie wütend wieso bin ich nur so dumm und leichtsinnig gewesen der lange Schatten von Gigantus hatte sie doch noch erreicht doch bevor sie darüber nachdenken konnte fiel ihr noch etwas anderes ein was ist wirklich mit Anna passiert sie rollte zum Telefon und wählte mit zitternden Händen Annas Nummer niemand da ihre Angst verstärkte sich noch als sie bei der Pflegestation anriff Maria Kerner hier wo ist meine Pflegerin Anne sie ist heute nicht gekommen das tut mir leid antwortete die Frau am anderen Ende sie hat sich nicht bei uns krank gemeldet sonst hätten wir ihn bereits jemand zur Vertretung geschickt ich werde das aber selbstverständlich jetzt sofort veranlassen Frau Kerner Maria legte wortlos auf die Frage nach Gerda Groß hatte sich damit von selbst beantwortet in ihrem Kopf drehte sich alles nur noch um ein einziges hässliches weil alles bestimmende Wort Gigantus diese Leute schienen skrupellos ihre Ziele zu verfolgen und vor keinem Mittel zurück zu schrecken diese auch zu erreichen unwillkürlich begann sie zu zittern als sie bewusst wurde dass Josef Fenner irgendwo im ewigen Eis im Auftrag dieses Unternehmens tätig war ich ich muss etwas unternehmen flüsterte sie und zog sich das dünne Handtuch noch enger um ihre schmalen Schultern es bestimmt in Schwierigkeiten das alles ist doch nicht normal vor dem Terrassenfenster hockte eine Dole auf dem Boden und starrte mit schiefgelegtem Kopf durch die Scheibe ihre Blicke kreuzten sich einen Augenblick lang dann erhob sich der schwarze Vogel majestätisch in die Luft und verschwand gleich darauf flügelschlagend über den Gipfeln der Fichten aus ihrem Gesichtsfeld so wie Josef dachte sie deprimiert gleichzeitig spürte sie ein anderes neues Gefühl in sich aufsteigen etwas das sie bisher verdrängt haben musste nackte unbeschreibliche Angst Deißlinger hörte den heranstürmenden Mann von der anderen Containerseite um die Ecke kommen und stellte sich vorsichtshalber dicht an die Wand um ihn vorbeizulassen Fener rannte auch tatsächlich zuerst an ihm vorbei bevor er abrupt stehen blieb als er ihn bemerkte so eine Schweinerei rief er mit hochrotem Kopf was meinen sie Josef fragte Deißlinger verständnislos das kann ich ihnen nicht erklären Wolfgang das müssen sie sehen unglaublich kommen sie mit Deißlinger folgte dem ununterbrochen schimpfenden Fener bis zu seinem Container der Physiker riss die Tür auf und schob ihn hinein bitte nicht dreh dem karl den Hals um sobald ich ihn erwische die Zerstörung war nahezu vollständig die gelben Vorhänge lagen den Fetzen gerissen auf dem Fußboden Fenners safranfarbene Bettdecke war von Dutzenden von Messerstichen durchlöchert worden ebenso das Kopfkissen der kleine Tisch lag auf der Seite und die darauf befindlichen Bananen hatte jemand zu breit zerquetscht Kleidungsstücke Bücher und Akten lagen verstreut auf Bett und Boden durch das offenstehende Fenster drang eiskalte Polarluft in den Container was ist denn passiert wunderte sich Deißlinger bei dem Anblick und schloss das Fenster Das Glas war zersplittert und die schwarzen Zeiger zeigten in einem seltsamen Winkel nach oben Ich bring ihn um knirschte Fenner hinter ihm Der Kerl ist verrückt geworden Sie meinen dass Bach dieses Chaos hier angerichtet hat fragte Deißlinger zweifelnd zurück Warum sollte er so etwas Sinnloses tun Fenner stellte den umgeworfenen Stuhl auf die Beine und setzte sich darauf Weil er mich hasst Weil er meine Mails abgefangen und manipuliert hat Und weil er nicht ganz richtig tickt Josef Das mag ja alles sein Aber sich deshalb hier wie ein Vandale aufzuführen Sie wissen dass ich ihn auch nicht zu meinen besten Freunden zähle Aber Er deutete vielsagend auf das zerstörte Bett Das alles hat jemand verursacht der wirklich verrückt sein muss Hatten Sie heute noch eine Auseinandersetzung mit jemand Kennen Sie jemand anderen als diesen arroganten von Müller zur Narrenfreiheit erklärten Bach der dafür in Frage käme fragte Fenner Ätzend zurück So wie er seine Hände bewegte schien er ihn in Gedanken bereits zu erwürgen Das Schwein will mich fertig machen Weshalb sollte er das Bach ist ein Idiot Okay Aber er hat doch keinerlei Vorteil davon wenn er versucht Sie mit so einem Blödsinn weiter zu reizen Josef Fenner wischte sich über die Stirn Ich werde ihn ganz einfach fragen warum er das gemacht hat Und bei Gott Wenn er mir bestätigt dass er sich einen kleinen Scherz erlauben wollte dann Josef ich bitte Sie unterbrach ihn Deißlinger Das was passiert ist hat Bach nicht getan Der Kerl ist viel zu gerissen als dass er sich auf so eine Art bemerkbar machen würde Vielleicht haben sie nur vergessen das Fenster zu schließen Wir hatten bis vor kurzem noch einen heftigen Sturm Ach ja lachte Fenner spätisch auf und der hatte ein Messer dabei um ein Bett zu zerstücken und Stiefel an den Füßen um eine Banane zu zertreten und eine Faust um einen Wecker durchs Fenster zu werfen Gut räumte Deißlinger ein und zupfte an seinen Barthahn Der Sturm kann es nicht gewesen sein Aber Bach war es ganz bestimmt auch nicht Ich kann es mir einfach nicht vorstellen Wolfgang unterbrach in Fenner nachdenklich Ich konnte mir bis zu diesem Tag auch nicht vorstellen dass jemand meine privaten Mails manipuliert ohne dass dies Konsequenzen hat Elsässer und Karstmann sind krank weil man es versäumt hat einen richtigen Arzt in die Station zu schicken Ich war schon gestern drauf und dran alles hin zu schmeißen denn die Sache mit Sue Kim alles was was sie weiß hat sie bereits verraten das ganze Projekt ist zum scheitern verurteilt bevor es richtig begonnen hat und jetzt behaupten sie noch dass wir es hier bei dieser Zerstörungsaktion mit jemandem Unbekannten zu tun haben gibt es etwa einen Klabautermann in der Antarktis Deißlinger lachte sicher nicht Josef im Augenblick weiß ich auch nicht wie ich für diese Geschichte eine Erklärung anbieten kann aber ich bleibe dabei dass es Bach nicht war konfrontieren sie ihn doch einfach mit dem Anblick ihres Containers vielleicht verrät er sich ja irgendwie falls er es war Fenner blickte ihn zweifelnd an er hatte sich eindeutig auf Bach festgelegt und war nicht vom Gegenteil zu überzeugen umso überraschender war seine Antwort auf Deißlingers Vorschlag gut Wolfgang ich werde darüber nachdenken ich nehme an sie wollten mich aufsuchen um mir zu erklären was sie mit ihrer nebulösen andeutung bei Elsassers Operation gemeint haben Deißlinger atmete erleichtert auf richtig kommen sie bitte mit in den Arbeitscontainer dort werde ich ihnen alles erklären Bach ist zum Glück nicht da ich bin sicher dass sie dieses Tohuwabohu hier danach mit einem Lächeln beseitigen werden Fenner erhob sich widerwillig na gut wenn sie meinen aber glauben sie nicht dass sie sie Angelegenheit kein Nachspiel haben wird den Kerl nehme ich mir noch vor Deißlinger erwiderte nichts darauf sondern zog ihn einfach am Ärmel aus dem verwüsteten Container und nun fragte Fenner als sie am Arbeitscontainer angelangt waren außer Sanchez der an einem Rechner herumschraubte war niemand anwesend Deißlinger setzte sich an seinen Rechner und schaltete ihn ein Bach liest ihre Mails und entscheidet eigenmächtig ob er sie zum Versenden freigibt oder löscht Müller duldet das aus einem nicht bekannten Grund also sorgen wir künftig dafür dass ihre Nachrichten wieder versendet werden egal was sie darin mitteilen werden Fenner zog einen Stuhl heran und setzte sich neben Deißlinger und wie soll ich das bewerkstelligen etwa verschlüsseln dann löscht er sie auf jeden Fall Deißlinger lächelte und startete ein Textverarbeitungsprogramm nein Josef ganz im Gegenteil er kann im Klartext lesen was in der Nachricht steht und wird keine Bedenken haben sie zu senden außerdem senden sie gar keine Mails mehr ich verstehe nicht Wolfgang zuerst soll ich Mails senden jetzt wieder nicht Deißlinger drehte sich zur Seite sie schreiben ihre Mails künftig unter meinem Namen als Absender wenn sie mir die Mail Adresse ihrer Bekannten geben können sie die Nachricht an eine unverfängliche Adresse meiner Firma schicken ich richte eine Umleitung zu der Ziel Adresse an Fener buchstabierte Marias Mail Adresse dann runzelte er die Stirn Wolfgang das funktioniert doch nicht Sie gehen davon aus dass Bach ihre Mails nicht kontrolliert und ich behaupte dass er alles liest bevor es ins Netz geht also brauche ich gar nicht erst versuchen über ihre Mail Adresse etwas zu verschicken der Kerl sitzt am längeren Hebel umso tiefer wird er fallen schmunzelte Deißlinger so die Umleitung ist eingerichtet jetzt zeige ich ihnen wie das Ganze funktioniert ich bin gespannt erwiderte Fener mit einem kritischen Blick auf den Bildschirm Deißlinger schrieb einen kurzen belanglosen Text in das geöffnete Dokument dann gab er einige Leerzeichen ein und schrieb mit blauer Farbe darunter dieser Text ist geheim dann speicherte er das Dokument sie sehen einen unverfänglichen Text in schwarzer Farbe und einen geheimen in blau ja schon aber wozu warten sie joseph unterbrach in Deißlinger wenn sie diesen Text als anhang zu einer Nachricht versenden was wird Bach ihrer Meinung nach tun na er wird die Datei natürlich öffnen das sagte ich doch schon winkte Fenner kopfschüttelnd ab gut sie sind jetzt für einen Moment Herr Bach der die Nachricht im angehängten Dokument im Postfach findet bitte öffnen sie das Dokument Bach will wissen was drin steht Fenner griff nach der Maus und klickte auf das Dokument um es zu lesen der blaue Text Nacht murmelte er verblüfft ich habe doch selbst gesehen dass der blaue Geheimtext beim Speichern vorhanden war wo ist der jetzt Deißlinger lachte langsam Josef immer der Reihe nach stimmen sie mir zu wenn ich behaupte dass Bach diese Nachricht zum senden freigeben wird ja natürlich aber Deißlinger schloss das Dokument wieder kein aber genau darauf setze ich ja mit meinem Trick er wird es lesen mit den Schultern zucken und versenden wieso sprechen sie von einem Trick fragte Fenner etwas gereizt ein guter Trick wäre es wenn die Nachricht mit dem Geheimtext ankommen würde und der ist verschwunden Deißlinger nickte zustimmend okay dann kommt die nächste Etappe die Nachricht wurde von Bach versendet und liegt jetzt im Postfach ihrer Bekannten das ist ein kritischer Punkt denn als Absender steht mein Name und nicht ihrer wird sie die Nachricht trotzdem lesen und das dazugehörige Dokument öffnen oder löst sie fremde Mails ungelesen Fenner klatzte sich nachdenklich am Kinn Sanchez war fertig mit seiner Reparatur und verließ leise pfeifend den Container Josef was wird sie tun drängte Deißlinger auf eine Antwort ich gut genug um voraussagen zu können wie sie mit fremden Mails umgeht vielleicht liest sie diese wenn im Betreff etwas interessantes angegeben ist gut dann bleibt ein Restrisiko bestehen dass sie eben eingehen müssen nehmen wir einfach optimistischer Weise an dass sie sich entscheidet das Dokument zu öffnen wie heißt sie eigentlich wer achso Maria stotterte Fenner gut sie sind jetzt Maria und öffnen das Dokument Fenner klickte gehorsam aber mit einem deutlich zweifelnden Gesichtsausdruck noch einmal auf das Dokument wie haben sie das denn gemacht rief er verblüfft aus auf dem Bildschirm erschien der blaue Geheimtext der schwarze Text dagegen war verschwunden das ist ja fantastisch Deißlinger lächelte das fasse ich als verdecktes Kompliment auf Josef Fenner schloss das Dokument und öffnete es gleich wieder der Geheimtext mit einem kleinen Programmskript erklärte Deißlinger er sorgt dafür dass beim ersten öffnen des Dokuments der blaue Text versteckt wird beim zweiten mal wird der schwarze Text versteckt und bleibt es künftig auch im Prinzip ganz simpel nicht wahr alles geniale ist im Grunde genommen einfach meinte Fenner sichtlich beeindruckt man muss aber erst einmal darauf kommen funktioniert das eigentlich auch andersherum ich meine dass sie mir auch antworten kann Deißlinger schüttelte den Kopf leider nicht außerdem dürfen sie nicht vergessen dass ihre antwort an eine empfänger adresse gerichtet wäre die wiederum an ihre eigene mail adresse weitergeleitet würde sie würde sich selbst schreiben ja das ist doch logisch sagte Fenner enttäuscht aber wenigstens kann ich ihr schreiben und das auch noch ohne befürchten zu müssen dass es bach löscht vielen Dank Wolfgang ich bin wirklich beeindruckt kann ich jetzt gleich an sie schreiben natürlich Deißlinger richtete mit wenigen mausklicks ein leeres dokument für ihn ein dann stand er auf um Fenner an den rechner zu lassen schreiben sie etwas banales vielleicht neujahrswünsche an meine mitarbeiter in schwarzer und den eigentlichen text in blauer farbe dann speichern sie das dokument und fügen es als anhang in die mail ein hoffentlich fällt ihnen eine betreff zeile ein bei der ihre maria bestimmt dazu veranlasst wird die nachricht zu öffnen kleiner teufel sagte fenner mit einem feinen lächeln deißlinger blickte ihn erstaunt an aber fenner beachtete ihn nicht mehr seine finger huschten bereits über die tastatur seltsamer kose namen murmelte deißlinger als er die tür des containers hinter sich beutel und machte sich damit auf dem weg zum bad container wo einige waschmaschinen standen als er am damenbad vorbeiging hörte er ein leises verhalten stöhnen deißlinger blieb stehen und überlegte ob er anklopfen und eintreten sollte doch plötzlich wurde das stöhnen lauter es kam eindeutig aus einer frauenkehle gleichzeitig keuchte eine undeutliche männerstimme etwas das mit schmerzen so wenig zu tun hatte wie das eis der antarktis mit dem sand der sahara deißlinger trat verblüfft einen schritt zurück und begann sich am bad zu zupfen hinter der tür hatten ein mann und eine frau leidenschaftlichen sex miteinander er starrte aus dem fenster des besprechung containers und wartete darauf dass sich seine nerven wieder beruhigten man hat wusste dass er das nicht beeinflussen konnte aber dennoch versuchte er durch ruhiges atmen und fixieren der augen auf einen punkt in der ferne sein zerrüttetes ich zu stabilisieren es war ein versehen ein dummer zufall dachte er krampfhaft du hast dich bisher so gut unter kontrolle gehabt so lange bis er versehentlich die falsche tür geöffnet hatte als er bemerkte dass es fenners container war wollte er sofort wieder hinaus hörbar für jeden anderen und ließ in wie in trance die türe schließen und das taschenmesser aus der hose ziehen wenn mich jemand gehört hätte wäre es zur katastrophe gekommen grübelte er und presste die lippen noch fester aufeinander es hatte ihn aber niemand gehört wieder einmal hätte er das notwendige quäntchen glück gehabt das ihn seit seinem Ausbruch begleitete er konnte sich nicht erinnern wie lange er für die Verwüstung gebraucht hatte wahrscheinlich nur kurze Zeit als der Anfall vorüber war stürzte er aus dem Container und lief planlos auf und ab zum glück begegnete er kaum jemand und wenn dann blieb er einfach stehen und spielte für einige Augenblicke die Rolle des Mannes der er zu sein hatte seltsam dass ich das so einfach kann wunderte sich Meinert er drehte sich um als jemand den Container betrat es waren Suazo und Sanchez die sich Kaffee mitgebracht hatten er nickte ihn kurz zu dann blickte er wieder aus dem Fenster die Chilenen setzten sich und begannen eine leise Unterhaltung in Spanisch eine Zeit lang fühlte sich Meinert durch die beiden Männer gestört doch nachdem er sich an den melodiösen Sing sang gewöhnt hatte nahm er ihn gar nicht mehr wahr ich sollte Suazo fragen wann das nächste Flugzeug kommt überlegte er und ich muss dafür sorgen dass es mit mir wieder zurück fliegt der letzte Zwischenfall hatte ihm bewusst gemacht dass er nur in einer Welt existieren konnte in der ihm genügend Ausweichmöglichkeiten blieben das konnten nur Umgebungen sein die er allein formen und beherrschen konnte eine Welt ohne auslösende Faktoren und eine Welt ohne Menschen er strich sich mit den Fingerspitzen über seine Augen braun dann blickte er nachdenklich auf seine ausgestreckten Hände wie viele habe ich eigentlich damit schon getötet meinhard wusste es nicht mehr er wollte es gar nicht wissen das einzige was er wollte war seine innere Ruhe wieder zu finden hier in diese verdammten Station am Ende der Welt war dies unmöglich Fener würde jeden Anwesenden befragen wo der Betreffende zu der Zeit gewesen war als sein Container verwüstet wurde ich habe in meinem Bett geschlafen murmelte er Suazo und Sanchez blickten zu ihm das konnte er vor mich spüren er drehte sich um und lächelte nicht sagend der Kaffeeduft hat mich angesteckt sagte er ich werde mir auch eine Tasse holen im Küchencontainer erleichtert feststellte er schob eine Tasse unter den Automaten und drückte auf den roten Knopf das Geräusch des siedenden Wassers verursachte ihm Kopfschmerzen so dass er angewidert das Gesicht verzog und die Augen zusammen kniff als die Tasse gefüllt war nahm er sie mit beiden Händen und setzte sich an den Tisch die Kopfschmerzen verklangen rasch als er die ersten kleinen Schlucke trank Keine Panik alles ist vorbei er lehnte sich zurück und streckte die Beine aus dann bemerkte er dass er auf einem Drehstuhl saß er stieß mit den Füßen ab und begann sich langsam zu drehen die Theke mit Gläsern Flaschen und Geschirr glittern ihm vorbei dann die zwei Fenster mit den hässlichen roten Vorhängen ein Stück weiter erschien die schmale Wandseite des Containers mit der Tür zum Vorrats Raum neben ihr standen zwei geöffnete Kartons Meinhards Blicke saugten sich am Inhalt der Kartons fest Nein keuchte er entsetzt Nein Als Suasso und Sanchez kurze Zeit später die Küche betraten war Meinhard verschwunden Auf dem Boden neben dem Drehstuhl lag eine zerbrochene Tasse inmitten einer braunen Pfütze Klingos zischte Suasso Klingos Wo steckt eigentlich Chevantin die ganze Zeit Sanchez zog die Schultern hoch Keine Ahnung Zuletzt sah ich ihn im Besprechungscontainer bei der kleinen Koreanerin sitzen Ist aber schon eine Weile her Vielleicht tröstet er sie immer noch Der dicke Müller hat sie ja ganz schön fertig gemacht Dann hat er die Ohrfeige wohl von der Brunetten bekommen vermutete Suasso mit einem Grinsen Sanchez lachte Ach da habe ich Als niemand hereinkam wollte sie Suasso öffnen aber sie ging nur ein Stück weit auf Er steckte seinen Kopf durch die Öffnung um nach der Ursache des Widerstands zu sehen Verdammter Mist komm her und hilf mir Sie drückten die Tür auf Davor lag Elsässer zusammengekrümmt auf dem Boden und röchelte Aus seinem halb geöffneten Mund voll aus Blut Suasso kniete neben kann seinen Puls fast nicht mehr spüren Elsässer begann schwach zu husten noch mehr Blut tropfte auf den Boden dann zuckte er noch zweimal und blieb anschließend mit halbgeschlossenen Augen reglos liegen Sanchez wischte sich wortlos den Schweiß von der Stirn dann bekreuzigte er sich